von konrad ferdinand meyer dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org erstes buch die reise des herrn wasser erstes kapitel die mittagssonne stand über der kahlen von felshäuptern umragten höhe des julierpasses im landebünden die steinwände brannten und schimmerten unter den stechenden senkrechten strahlen zuweilen wenn eine geballte wetterwolke im pokwoll und vorüber zog schienen die bergmauern näher heranzutreten und die landschaft verengen schroff und unheimlich zusammenzudrücken die wenigen zwischen den felszacken herniederhängenden schneeflecke und gletscherzungen leuchteten bald grell auf bald wichen sie zurück in grünliches dunkel es drückte eine schwüle stille nur das niedrige geflatter der steinlerche regte sich zwischen den nackten blöcken und von zeit zu zeit durchdrang der scharfe pfiff eines murmeltiers die einöde in der mitte der sich dehnenden passhöhe standen rechts und links vom saumpfade zwei abgebrochene säulen die derzeit schon länger als ein jahrtausend trotzen mochten in dem durch die verwitterung beckenförmig ausgehöhlten bruche des einen säulen stumpfes hatte sich regenwasser gesammelt ein vogel hüpfte auf dem rande hin und her und nippte von dem klaren himmelswasser jetzt er schon aus der ferne vom echo wiederholt und verhöhnt das gebell eines hundes hoch oben an dem stellenweise gras bewachsenen hange hatte ein bergermaskerhirt im mittagsschlafe gelegen nun sprang er auf zog seinen mantel fest um die schultern und warf sich in kühnen schwüngen von einem vorragenden felzturme hinunter zur einholung seiner schafherde die sich in weißen beweglichen punkten nach der tiefe hin verlor einer seiner zottigen hunde setzte ihm nach der andere vielleicht ein altes tier konnte seinem herrn nicht folgen er stand auf einem vorsprunge und windelte hilflos und immer schwüler und stiller glühte der mittag die sonne rückte vorwärts und die wolken zogen am fuße einer schwarzen vom gletscherwasser befeuchteten felswand rieselten die geräuschlos sich herunterziehenden silberfäden in das becken eines kleinen sees zusammen gigantische seltsam geformte felsblöcke umfassten das reinliche bis auf den grund durchsichtige wasser nur an dem einen flacheren ende wo es talwärts abfließend sich in einem stücke saftig grünen rasens verlor war sein spiegel von der höhe des saumpfades aussichtbar an dieser grünen stelle erschien jetzt und verschwand wieder der braune kopf einer grasenden stute und nach einer weile weideten zwei pferde behaglich auf dem rasenflecke und ein drittes schlürfte die kalte flut endlich tauchte ein wanderer auf aus der westlichen talschlucht heransteigend folgte er den windungen des saumpfades und näherte sich der passhöhe ein bergbewohner ein wettergebräunter gesell war es nicht er trug städtische tracht und was er auf sein felleisen geschnallt hatte schien ein leichter ratsdegen und ein ratsherrenmännlichen zu sein dennoch schritt er jugendlich elastisch berg an und schaute sich mit schnellen knugen blicken in der ihm fremdartigen bergwelt um jetzt erreichte er die zwei römischen säulen hier entledigte er sich seines ränzchens lehnte es an den fuß der einen säule wischte sich den schweiß mit seinem sauberen taschentuche vom angesicht und entdeckte nun in der höhlung der andern den kleinen wasserbehälter darin erfrischte er sich stirn und hände trat dann einen schritt zurück und betrachtete mit ehrfurchtsvoller neugier sein antikes waschbecken schnell bedacht zog er eine lederne brieftasche hervor und begann eifrig die beiden ehrwürdigen trümmer auf ein weißes blatt zu zeichnen nach einer weile betrachtete er seiner hände werk mit befriedigung legte das aufgeschlagene tüchlein sorgfältig auf sein feldneisen griff nach seinem stocke woran die zeichen verschiedener maße eingekerbt waren ließ sich auf ein knie nieder und nahm mit genauigkeit das maß der merkwürdigen säulen fünftalb fuß hoch sagte er vor sich hin was treibt ihr da spionage ertönte neben ihm eine gewaltige baßstimme sprang der in seiner stillen beschäftigung gestörte empor und stand vor einem graubarte in grober dienstracht der seine blitzenden augen feindselig auf ihn richtete unerschrocken stellte sich der junge reisende dem wie aus dem boden gestiegenen mit vorgesetztem fuße entgegen und begann die hand in die seite stemmend in fließender gewand der rede wer seid denn ihr der sich herausnimmt meine gelehrte forschung anzufechten auf bündnerboden id est in einem lande das mit meiner stadt und republik zürich durch wiederholte feierlichst beschworene bündnisse befreundet ist ich weise euren beleidigenden verdacht mit verachtung zurück wollt ihr mir den weg verlegen fuhr er fort als der andere halb verblüfft halb drohend wie ein gewurzel stehen blieb sind wir im finsteren mittelalter oder zu anfang unseres gebildeten siebzehnten jahrhunderts wißt ihr wer vor euch steht so erfahrt es der amtsschreiber heinrich waser zivis durizensis narrenpossen stieß der alte bündner zwischen den zähnen hervor lass ab von dem herrn lukas ertönte jetzt ein gebieterischer ruf hinter den feldstrümmern rechts vom wege hervor und der zürcher der unwillkürlich dem klange der stimme seewert sich zuwandte gewahrte nach wenigen schritten den mittäglichen ruheplatz einer reisenden gesellschaft neben einem aus dunkeln augenblickenden kaum dem kindesalter entwachsenen mädchen das im schatten eines felses auf hingebreiteten teppichen saß und ausruhte stand ein stattlicher kavalier denn das war er nach seiner ganzen erscheinung trotz des schlichten reisegewandes und der schmucklosen waffen am rande des sees grasten die des sattels und zaumes entledigten rosse der drei reisenden der zürcher ging die gruppe scharf ins auge fassend mit immer gewissern schritten auf den bündnerischen herrn zu während ein mutwilliges lachen die züge des blassen mädchens plötzlich erhellte jetzt zog der junge mann gravitätisch den hut verneigte sich tief und begann euer diener herr pom hier unterbrach er sich selbst als stiege der gedanke in ihm auf daß der angeredete seinen namen auf diesem boden vielleicht zu verheimlichen wünsche der eurige herr waser versetzender kavalier schaut euch nicht den namen pompeius planta zwischen diesen bergen herzhaft auszusprechen er hat wohl vernommen daß ich auf lebenszeit das bünden verbannt daß ich vogelfrei und verschämt bin daß auf meine lebende person tausend florin und auf meinen kopf fünfhundert gesetzt hin und was dessen mehr ist ich habe den wischz errissen den das thusener prädikantengericht mir zuzuschicken sich erfrecht hat ihr heinrich das weiß ich hab nicht lust den preis zu verdienen setzt euch zu uns und leert diesen becher damit bot er ihm eine bis zum rande mit dunklem feldliner gefüllte trinkschale nachdem der ziocher einen augenblick schweigend in das rote naß geschaut tat er bescheid mit dem wohlüberlegten trinckspruch auf den triumph des rechts auf eine billige versöhnung der parteien in altfrei voraus aber auf euer wohlergehen herr pompeius und auf eure baldige ehrenvolle wiedereinsetzung in alle eure würden und rechte hab dank und vor allem auf den untergang der ruchlosen pöbelherrschaft die jetzt unser land mit blut und schande bedeckt erlaubt bemerkte der andere vorsichtig daß ich als neutraler mein urteil über die verwickelten bündnerdinge einigermaßen zurückhalte die vorgefallenen formverletzungen und unregelmäßigkeiten freilich sind höchlich zu beklagen und ich nehme keinen anstand sie auch meinerseits zu verdammen formverletzung unregelmäßigkeit brauste herr pompeius zornig auf das sind gar schwächliche ausdrücke für aufruhr plünderung brandschatzung und justizmord daß ein pöbelhaufe mir die burg umzingelt oder eine scheuer in brand steckt davon will ich noch nicht viel aufhebens machen man hat mich ihnen als landesverräter vorgemalt und sie so gegen mich verhetzt daß ich ihnen einen bösen streich nicht verarge aber daß viele dieser hungerleiter von prädikanten einen gerichtshof aus der hefe des volkes zusammen lesen mit der folter hantieren und mit zeugen die verlogener sind als die falschen zeugen in der passion unseres heilandes das ist ein greuel vor gott und menschen an den galgen alle prädikanten erscholl hinter ihnen der bastes die pferde zum aufbruch rüstenden alten knechts so seid ihr aber ihr ziocher fuhr planter fort daheim führt ihr ein verständiges züchtiges regiment und bekreuzigt euch verneuerung und umsturz täte sich bei euch ein bursche hervor wie unser prädikant jenatsch er säße bald hinter schloß und riegel im wellenberg oder ihr legtet ihm fluchs den kopf vor die füße von ferne aber erscheint auch der unhold merkwürdig und eure zünfte jauchzen seinen freveln beifall zu neugieriger und unruhiger geist ergötzt sich daran wenn die flammen des aufruhrs hell aufschlagen so lange sie euren eignen first nicht bedrohen erlaubt wiederholte herr waser lassen wir das schnitt ihm der bündner das wort ab ich will mir nicht das blut vergiften bin ich doch nicht hier als haupt meiner partei sondern um eine einfache vaterpflicht zu erfüllen lucretia mein töchterchen sie ist euch ja nicht unbekannt kommt aus dem kloster katzis wohin ich sie zu den frommen frauen geflüchtet hatte als der sturm gegen mich losbrach und ich führe sie nun auf einsamen pfaden in ein italienisches kloster wo sie sich in den schönen künsten üben soll und ihr wohin geht euer weg eine ferienreise herr pompeius um den aktenstaub abzuschütteln und die rätische flora kennenzulernen seit unser landsmann konrad käßner die wissenschaft der botanik begründet hat treiben wir sie eifrig an unserem karolin um überdies schuldet mir das schicksal eine geringe schadloshaltung für ein gescheitertes reiseprojekt ich sollte nämlich fuhr er etwas schüchtern aber nicht ohne geheime eitelkeit fort nach prag an den hof seiner böhmischen majestät gehen wo mir durch besondere gunst eine pagenstelle zugesichert war ihr tatet klug daran es bleiben zu lassen höhnte herr pompeius dieser klägliche könig wird in kurzem ein ende nehmen mit schrecken und schande und jetzt fuhr er lauernd fort wenn ihr mit der rätischen flora vertraut seid wollt ihr nicht auch die des feldlins studieren so böte sich euch gelegenheit bei eurem studienfreunde jenatsch auf seiner strafpfarre einzukehren angenommen es fügte sich so ich hielte es für kein verbrechen versetzte der zürcher dem dies rücksichtslose eindringen in seinen reiseplan die röte der entrüstung auf stirn und wangen trieb ein nichtswürdiger bube grollte herr pompeius mit kunst das ist abirato gesprochen herr wohl mögt ihr euch mit recht über meinen schulgenossen zu beklagen haben ich verzichte darauf ihn euch gegenüber und in dieser stunde zu verteidigen erlaubt mir lieber euch um geneigten aufschluss zu bitten über jene merkwürdigen säulen dort sind sie römischen ursprungs ihr müßt das wissen ist doch euer hochberühmtes geschlecht seit kaiser trajan in diesen bergen heimisch darüber antwortete planta wird euch euer gelehrter freund der blutpfarrer auskunft geben du bist bereit lucretia rief er dem fräulein zu das als das gespräch sich zu erhitzen begann mit bekümmerter miene still nach dem saumpfade hinauf sich entfernt und bei den säulen verweilt hatte wo ihr jetzt eben lucas eines der wiedergezäumten pferde vorführte gehabt euch wohl herr waser grüßte planta sich rasch in den sattel des zweiten schwingend ich kann euch nicht einladen auf eurem heimwege bei mir im domleschg einzusprechen wie ich es unter andern umständen gerne getan hätte die schuftigen hände die jetzt unser staatsruder führen haben mir wie ihr wisst mein festes haus riedberg zugeregelt und das durch sie entehrte bündnerwappen auf mein tor geklebt waser verbeugte sich und schaute eine weile nachdenklich dem über die hochebene davontrabenden reisezuge nach dann bückte er sich nach seinem aufgeblättert am wege liegenden taschenbuche und warf bevor er es schloß noch einen blick auf seine zeichnung was war das mitten zwischen die zwei flüchtig entworfenen säulen hatte eine kindlich ungeübte hand große buchstaben hineingeschrieben deutlich stand es zu lesen jörg hüte dich kopfschüttelnd preßte er das büchlein mit dem eingesteckten stifte zusammen und versenkte es in die tiefe seiner tasche unterdessen hatten die wolken sich gemehrt und verdüsterten den himmel waser setzte seinen weg durch die sonnenlose felsenlandschaft mit beschleunigten schritten fort noch heftete sein lebhaftes auge sich zuweilen auf die großen dunklen jetzt unheimlich grotesken felsmassen aber es bestrebte sich nicht mehr wie am morgen mit rastloser neugierde diese ungewohnten seltsamen formen sich einzuprägen es schaute nach innen und suchte mit hilfe alter erinnerungen das verständnis des eben vorgegangenen sich aufzuschließen offenbar konnten die warnenden worte nur von der jungen lucretia geschrieben sein sie mußte als die rede auf jenatsch kam des wanderers absicht den jugendfreund aufzusuchen durchschaut haben offenbar hatte sie sich weggestohlen in der angst ihres herzens um dem jungen pfarrer im feldlin ein mahnendes zeichen naher gefahr zu geben offenbar zählte sie darauf das taschenbuch werde ihm zu gesicht kommen von dem eben erlebten spannen sich wasers gedanken an fliegenden fäden in seine knabenzeit zurück auf dem düsteren hintergrunde des julier malte seine seele ein farbenlustiges bild in dessen mitte wiederum herr pompeius mit seinem töchterlein lucretia stand ende des ersten kapitels zweites kapitel waser sah sich in der dunklen schulstube des neben dem münster gelegenen hauses zum loch im jahre des heils sechzehnhundertundfünfzehn auf der vordersten bank sitzen es war ein schwüler sommertag und der würdige magister semmler erklärte seiner jungen zuhörerschaft einen vers der iliade der mit dem helltönenden dativ magadi schloß magas erläuterte er heißt die tromete und ist ein den naturlaut nachahmendes klangwort glaubt er nicht den durchdringenden schall der tromete im lager der achaier zu vernehmen wenn ich das wort ausrufe er hemmte seinen schritt vor der großen wandkarte des griechischen archipelagus und rief mit hellkräender stimme magadi diese kraftanstrengung wurde durch ein schallendes gelächter belohnt das der meister mit genugtuung vernahm ohne den hohn zu bemerken der im beifall seiner belustigten schüler mitklang war es ihm doch verborgen geblieben dass ihm diese alljährlich wiederholte effektvolle szene schon längst den kriegsmäßigen spitznamen magadi zugezogen hatte der sich im wechsel der nachrückenden geschlechter von klasse auf klasse vererbte heinrich wasers aufmerksamkeit aber wurde seit einigen minuten von einem andern gegenstande gefesselt er saß der morschen eichentür gegenüber an welcher sich in längeren zwischenräumen ein zweimaliges dreimaliges klopfen hatte vernehmen lassen und die sich dann leise leise auftat durch die spalte wurden zwei spähende kinderaugen sichtbar als der drometenstoß erscholl mochte der kleine besuch das tönende wort für die in einer fremden sprache an ihn ergehende aufforderung zum eintritte nehmen es öffnete sich geräuschlos die tür und über die hohe schwelle trat ein vielleicht zehnjähriges mädchen mit dunklen augen und trotzig scheuer miene ein körbchen in der hand näherte sie sich ohne zögerndem würdigen semmler verneigte sich vor ihm mit anstand und sprach mit eurer erlaubnis signor maestro dann schritt sie auf ihr genatsch zu den sie auf den ersten blick in der schülerschar entdeckt hatte dieser saß seine fremdartige erscheinung unter seinen fünfzehnjährigen altersgenossen die er um hauptes höhe überragte seinem braunen antlitz gaben die düstern brauen und der keimende bart einen fast männlichen ausdruck und seine kräftigen handgelenke ragten weit vor aus den engen ärmeln des dürftigen wamses dem er längst entwachsen war beim eintreten der kleinen überflog eine dunkle schamröte seine breit ausgeprägte stirn er behielt eine ernste haltung aber seine augen lachten jetzt stand das mädchen vor ihm umschlang den sitzenden mit beiden armen und küßte ihn herzlich auf den mund ich habe gehört dass du hungerst jürg sagte sie und bringe dir etwas von unserem gedörrten fleische das du so gerne issest fügte sie heimlich hinzu ein unbändiges gelächter durchdröhnte die schulstube da semmlers gebieterisch erhobene rechte lange nicht beschwichtigen konnte die augen des mädchens blickten befremdet und überquollen dann von schweren tränen des unmuts und der scham während sie je natsch fest bei der hand faßte als fände sie bei ihm allein schutz und hilfe jetzt endlich brach sich die strafende stimme des magisters bahn was ist da zu lachen ihr esel ein naiver zug sag ich euch rein griechisch euer gebaren ist ebenso einfältig als wenn ihr euch beigehen laßt über die unvergleichliche figur des göttlichen sauhirten oder die wäsche des königstöchterleins nausikaa zu lachen was ebenso unziemlich als absurd ist wie ich euch schon eines öftern bewiesen habe du bist eine bündnerin wem gehörst du kind wandte er sich jetzt mit väterlichem wohlwollen zu der kleinen und wer brachte dich hierher denn setzte er seinen geliebten homer parodierend nicht kamst du zu fuß wie es scheint nach zürich gewandelt mein vater heißt pompeius planta antwortete die kleine und erzählte dann ruhig weiter ich kam mit ihm nach rapperswil und als ich den schönen blauen see sah und hörte daß am andern ende die stadt zürich sei so machte ich mich auf den weg in einem dorfe sah ich zwei schiffer zur abfahrt rüsten und da ich sehr müde war nahmen sie mich mit pompeius planta der vielgenannte der angesehenste mann in bünden das allmächtige parteihaupt dieser name machte auf herrn semmler einen überwältigenden eindruck sogleich schloß er die schulstunde und führte die kleine bündnerin unter sein gastliches dach gefolgt von dem jungen waser der bei dem magister seinem mütterlichen om an diesem wochentage das mittagsmahl einzunehmen pflegte als sie die steile römergasse hinunterschritten kam ihnen gestiefelt und gesporrt ein stark gebauter imponierender herr entgegen hab ich dich endlich lucretchen sagte er das kind auf den arm nehmend und heftig küssend was fiel dir ein mir zu entspringen kröte dann ohne eine antwort zu erwarten und ohne das mädchen aus den armen zu lassen wandte er sich mit einer nur leichten verbeugung aber nicht ohne anmut gegen semmler sagte in fließendem doch etwas fremdartig ausgesprochenen deutsch ihr habt seltsamen besuch in eurer schule erhalten herr professor verzeiht die störung eures gelehrten vortrags durch meinen wildfang semmler beteuerte daß es ihm zur besonderen freude und ehre gereiche das junge fräulein und durch sie den edlen herrn vater kennengelernt zu haben tut mir die ehre an hochmögender herr schloß er eine bescheidene mittagssuppe mit mir und meiner lieben ehefrau zu teilen der freiherr willigte ein ohne sich bitten zu lassen und erzählte unterwegs wie er lucretias verschwinden spät bemerkt dann aber gleich sich aufs pferd geworfen und die reisende mit leichtigkeit von spur zu spur verfolgt habe er erzählte weiter er besitze in rapperswil ein haus das er sich auf alle fälle hin erworben da es in bünden wie draußen im reich nicht mehr ganz geheuer sei lucretia habe ihn dahin begleiten dürfen wie er dann von semmler erfuhr was das kind nach zürich getrieben brach er in ein schallendes gelächter aus das aber nicht heiter klang als nach beendetem male die herren beim weine saßen während die frau magisterin sich mit lucretia beschäftigte erkundete sich planta vom gespräch abspringend plötzlich nach dem jungen jenatsch lobte seine begabung und seinen fleiß und waser wurde abgeschickt ihn aus dem hause des ehrsamen schuhmachers wo er sich in kost gegeben hatte abzuholen nach wenigen augenblicken trat georg jenatsch in die stube wie geht es jürg rief der freiherr dem knaben gütig entgegen und dieser antwortete bescheiden und doch mit einer gewissen stolzen zurückhaltung daß er sein mögliches tue der freiherr versprach ihn bei seinem vater zu rühmen und wollte ihn mit einem wink verabschieden aber der knabe blieb stehen gestattet mir ein wort herr pompeius sagte er leicht errötend die kleine lucretia ist um meinetwillen wie eine pilgerin im staube der landstraße gegangen sie hat meiner nicht vergessen und mir aus der heimat eine gabe gebracht die sie mir freilich besser nicht gerade vor meinen kameraden überreicht hätte doch bin ich ihr dankbar und möchte ihr schon um meiner ehre willen ein gegengeschenk anbieten damit enthüllte er aus einem tüchlein einen kleinen inwendig vergoldeten silberbecher von schlichtester form ist der junge toll fuhr der freiherr auf dann aber mäßigte er sich sogleich was denkst du jürg fuhr er fort kommt der becher von deinem vater ich wußte nicht daß er über gold und silber gebiete oder erwarbst du ihn selbst im schweiße deines angesichtes mit einer schreiberarbeit so oder so darfst du ihn nicht wegschenken es geht dir knapp genug und er hat geldes wert ich darf darüber verfügen antwortete der knabe selbstbewusst denn ich habe ihn mit dem einsatze meines lebens gewonnen ja das hatte er herr pompeius ließ ich jetzt der lebhafte wasser mit begeisterung vernehmen der becher kommt von mir er ist das zeichen meiner dankbarkeit dafür dass jürg mich beim baden aus den wirbeln der reißenden sil die mich hinuntergezogen mit eigener lebensgefahr gerettet hat und jenatsch und ich und fräulein lucretia wir wollen alle daraus auf euer wohl trinken sprach's und füllte trotz eines seine unerhörte kühnheit billigenden blickes den ihm sein ohm zuwarf das becherlein mit duftendem nechtenbacher aus dem geblümten deckelkruge jürgenatsch ergriff den becher und suchte mit den augen lucretia sie hatte dem vorgange mit brennender aufmerksamkeit gefolgt jetzt machte sie sich von der magisterin los und stellte sich ernsthaft zu der gruppe jürg kostete den wein und reichte ihm mit dem spruche auf dein wohl lucretia und auf das deines vaters dem schweigenden kinde das langsam von dem tranke schlürfte als beginge es eine feierliche handlung dann gab es den becher seinem vater und dieser lehrte ihn aus verdruß mit einem zuge mag es denn sein du törichter junge sagte planta aber jetzt mach daß du fortkommst auch wir werden bald aufbrechen und lucretia wurde von der magisterin zu den stachelbeersträuchern in den kleinen hausgarten geführt um sich wie die kinderfreundliche frau sagte ihren nachtisch selbst zu holen während die herren diesmal in italienischer sprache sich unterhaltend noch einmal zum becher griffen setzte sich waser still in eine fensternische mit einem orbis pictus in den er angelegentlich vertieft schien der schlaue war des italienischen nicht unkundig er hatte es mit jenatsch halb spielend getrieben und ließ mit scharfem ohre lauschend sich kein wort des interessanten gespräches entgehen ich werde dem jungen den kinderbecher zehnfach ersetzen begann planta kein übler bursche wenn er nicht zu hoffertigen und verschlossenen gemütes wäre hochmut kleidet schlecht wo das brot im hause mangelt sein vater der pfarrer von charanz ist ein grundbraver mann und spricht als mein nachbar häufig bei mir ein früher häufiger als jetzt ihr könnt euch nicht vorstellen herr magister welch ein schlimmer geist in unsere prädikanten gefahren ist sie donnern von den kanzeln gegen den spanischen kriegsdienst und predigen gleichberechtigung des letzten mit dem ersten zu allen ämtern im lande auch zu den wichtigsten was bei den gefährlichen politischen konjunkturen welche die umsichtigste führung unseres staatsschiffleins erfordern notwendig zu verderben des landes ausschlagen muss von der unsinnigen protestantischen propaganda mit der sie unsere katholischen untertanen im feldlin quälen will ich nicht reden ich bin wieder katholisch geworden herr obwohl ich von reformierten eltern stamme warum weil im protestantismus ein prinzip des aufruhrs auch gegen die politische autorität liegt stellt eure pfarrer besser warf semmler behaglich lächelnd ein und sie werden als zufriedene und angesehene leute dem untertan von der notwendigen ungleichheit der menschlichen verhältnisse den richtigen begriff zu geben wissen planta lachte etwas höhnisch über diese der bündnerischen opferwilligkeit gemachte zumutung um auf den jungen zurückzukommen sagte er dann so gehörte er auf einen kriegsgaul nicht hinter das kranzelbrett und würde dort weniger unheil stiften ich habe es dem alten oft gesagt geb den burschen mir es ist schade um ihn aber der besegnete sich vor dem spanischen kriegsdienste wohin ich den hübschen jungen empfehlen wollte bedächtig seinen wein und schwieg er schien den widerwillen des scharanser pfarrers gegen die seinem sohne geöffnete laufbahn nicht zu mißbilligen ein weltkrieg steht bevor fuhr planta leidenschaftlicher fort und wer weiß wie weit es ein so verwegenes blut bringen könnte tollkühn ist der bursche über alles maß da muß ich euch doch etwas erzählen herr magister im sommer vor etlichen jahren der junge war noch zu hause trieb er sich täglich mit meinem bruderssohne rudolf und mit lucretia auf dem riedberg herum da kommt einmal lucretia als ich durch den garten gehe im sturm mit freude blitzenden augen auf mich zugelaufen sie sie vater ruft sie atemlos und deutet in die höhe zu den schwalbennestern meines schlossturmes was erblick ich dort herr magister ratet einmal den jürg der rittlings auf dem äußersten ende eines weit aus der dachluke ragenden und sich auf und nieder wiegenden brettes sitzt und der schlingel schwingt noch den filz und begrüßt uns mit jubelgeschrei der andere mochte drinnen auf dem sicheren ende der improvisierten schaukel hocken und da rudolf ich sag es ungern ein tückischer junge ist graute mir vor dem wagstück ich erhob drohend die hand und eilte hinauf als ich ankam war alles wieder an ort und stelle ich faßte jürg am kraben ihm seine frechheit vorhaltend er antwortete aber ruhig rudolf hätte gemeint er würde sich dessen nicht getrauen und das hätte er nicht dürfen auf sich sitzen lassen semmler dessen hände bei dieser geschichte ängstlich nach den armlehnen seines stuhles gegriffen hatten erlaubte sich nun das in ihm aufsteigende bedenken auszusprechen ob der umgang lucretias mit so wilden jungen vornehmlich mit dem doch eine unübersteigliche mit der zeit immer größer werdende kluft von ihr getrennten jenatsch nicht die weibliche zartheit und adelig feine sitte des kleinen frauleins gefährden könnte flausen rief der freiherr ihr dürft euch darüber keine gedanken machen daß das kind dem jungen nach zürich nachgelaufen ist daran ist niemand als der rudolf schuld er tyrannisiert das mädchen und ängstigt es damit daß er es seine kleine braut nennt er mag wohl etwas derartiges von seinem vater gehört haben meinem bruder wäre es nicht unwillkommen denn ich bin der reichere aber das liegt in weitem feld kurz sie hat den stärkeren jürg den der andere fürchte zu ihrem beschützer gemacht natürlich kindereien lucretia kommt nächstens zu adeliger erziehung ins kloster und hinter den mauern wird sie mir sittsam genug werden denn sie ist nachdenklich in gemüts was übrigens eure unübersteiglichen klüfte betrifft so meinen wir im bünden auch wenn wir es nicht sagen das ist vorurteil ehre macht und besitzt versteht sich von selbst muss haben wer um eine planta werben will ob es aus jahrhunderten stamme oder gestern errafft sei danach fragen wir zuletzt hier verjagte der sausende sturm die vor dem blicke des jungen wanderers gaukelnden bilder seiner knabenzeit wasser war wieder um fünf jahre älter und schritt rüstig auf dem einsamen saumpfade des julia abwärts und auf raue weise wurde er in die gegenwart zurückgeholt ein aus der talöffnung des engadins aufbrausender windstoß riss ihm den hut vom kopfe den er mit einem verzweifelten seitensprung die gerade noch erhaschte ehe der zweite die leichte beute dem in der tiefe strudelnden wildbach zuwarf drittes kapitel waser drückte seinen filz tiefer in die stirn schnallte sein ränzchen fester und sprang am jetzt steil werdenden abhange die weiten windungen des saumpfades kürzend eilig abwärts erst überschritt er die wurzeln blitzgeschwärzter seltsam verdrehter arfbäume und die harten rinnen ausgetrockener wildbäche dann trat er weichen rasen und plötzlich lag das samtgrüne engadin geöffnet ihm zu füßen mit seinen am blitzenden inwängeschmeide aufgereihten bergseen aber es war ein letzter sonnenstrahl zwischen wolken der es erhellte und talabwärts in lichter ferne über dem see und den weiden von st moritz regenbogenfarbig spielte dem niedersteigenden gegenüber ragte eine kahle dunkle pyramide empor und daneben talaufwärts ein ebenso hoher mit grümschimmernden gletschern behangener grad hinter dem joche das sie verbannt braute sich das gewitter und drängte seine leise donnernden wolken durch die lücke in der noch zuweilen grell ein fernteres schneehaupt auftauchte zu rechten des wanderers maskierten die berge der andern talwand jene steine felstreppe die fast plötzlich durch ein tief eingeschnittenes tal aus der leichten bergluft in die hitze italiens hinunterführt dort hinter der maloja quollen vom südwinde heraufgejagt die schwülen dünste wie ein nebeler hauch hervor über die feuchten wiesen von baselscha maria dessen weiße türme hinter einem regenschleier kaum noch sichtbar waren jetzt erreichte der sampfad das erste engadinerdorf eine gasse fester häuser die mit ihren strebepfeilern und vergitterten fensterlucken kleinen festungen glichen aber der junge zürcher klopfte an keine der schweren holztüren sondern beschloss trotz der dämmerstunde auf der talstraße längst ersehen rüstig südwärts zu schreiten sein vorsatz war im hospiz der maloja zu nächtigen um in der frühe des nächsten tages über dem morettopass nach dem veltlin aufzubrechen denn herr pompeius hatte es erraten es verlangte ihn und jetzt mehr als je seinen schulfreund jenatsch zu umarmen zwischen diesen hohen bergen war es frühabend und kühl geworden und der weg dehnte sich endlos neben den am gestade plätschernden wellen ein feiner frostiger nebelregen verhüllte die gegend und durchdrang nach und nach die kleider des in gleichmäßigem schritte vorwärts eilenden eine schläfrigkeit wie er sie während der hitze des tages nicht gefühlt fiel auf seine sinne und gedanken wie eine leichte erstarrung einmal an einer stelle wo der ihn mit raschen wellen im engen bette an ihm vorüberschoß und auf dem andern ufer der stumpfe turm eines schwerfälligen kirchleins erschien glaubte er pferdegetrappel zu vernehmen über die holzbrücke zu seiner linken flog ein reiter der nach der maloia schwenkend vor ihm her jagte und im abend dunkel verschwand war diese in einen mantel gehüllte gestalt nicht herr pompeius gewesen nein es war ein einzelner schauer nachtfahrer und der freiherr geleitete und beschützte ja sein töchterlein für das er gewiß die sichere gastfreundschaft seiner sippe in einem der vornehmen engadiner dörfer angesprochen hatte endlich endlich war der letzte see umschritten trat der letzte felsvorsprung zurück durch den nebel schimmernder feuerschein und hundegebell verkündeten die nähe eines hauses das nur die passherberge sein konnte wasser gewahrte der dunklen steinmasse zuschreitend mit befriedigung daß die pforte der hofmauer geöffnet war und sah den wirt einen hageren knochigen italiener die tobenden hunde an die kette legen wozu ihm der stalljunge mit einer pechfackel leuchtete das versprach einen gastlichen empfang jetzt ergriff der wirt die fackel und hielt sie dem anlangenden wanderer vors gesicht was verlangt der herr womit kann ich dienen fragte er in unangenehmer überraschung einen leisen fluch die erste äußerung seines gefühls unterdrückend welche frage antwortete wasser in fröhlichem tone platz an der feuerstelle um mich zu trocknen abendbrot und ein nachtlager tut mir leid herr unmöglich versetzte der wirt mit einer sein bedauern und zugleich seine unerschütterlichkeit höchst lebhaft ausdrückende gebärde das haus ist besetzt was besetzt ihr schiet ja noch gäste zu erwarten ein obdach wie immer beschaffen könnt ihr einem reisenden in dieser öde und in solcher frostigen regennacht nicht unchristlich verweigern der italiener reckte die hand aus gegen süden weisend wo der nebel dünner war und jenseits der wetterscheide der maloia über zerrissenen bergzacken die mondscheibe durchschimmerte von dort her kommt es besser sagte er und holte aus dem hause einen vollen becher wein stärkt euch damit ihr kehrt am klügsten nach baselscha zurück ich wünsche euch eine gesegnete nacht der trank leuchtete beim fackelschein im gleise wie feuriger rubin begierig langte waser nach dem roten gefunkel und erquickte sich ohne weitere gegenvorstellung der wirt drängte ihn höflich und ohne bezahlung zu verlangen durch die hofforte und schob den riegel der junge zürcher gab das spiel noch nicht verloren statt einen langweiligen rückzug auf dem eben durch eilten wege anzutreten stiege er seine lage bedenkend den wenige schritte entfernten vorsprung hinan der wie eine warte hinausragt über das hier mit steilem abfalle beginnende bregalliatal jetzt ein brodelnder nebelkessel aus dem mond beglänzt die spitzen der zu höchst am rande stehenden tannen auftauchten waser spreitete seinen kurzen mantel aus setzte sich darauf und lauschte aus dem stalle der herberge erscholl von zeit zu zeit das wirn eines pferdes sonst blieb alles still das brausen der wildbäche aus der tiefe war vom nebel gedämpftem ohr kaum vernehmbar jetzt löste sich von dem fernen rauschen ein leiser heller ton ab ein geklingel das nun verwehte und nun nach einer pause deutlicher emporstieg wieder verklang es und hub von neuem wieder an diesmal näher und lauter als kröche es die bergwand herauf den windungen eines pfades folgend lange horchte waser wie im traume diesem lieblich unheimlichen bergwunder zu jetzt aber schlug der ton von menschenstimmen an sein ohr offenbar waren es reiter oder säumer die ihre tiere antrieben und sein schluß war rasch gezogen die vom wirte erwarteten gäste er legte sich flach auf die erde um nicht sichtbar zu werden er wollte wissen wer ihn seines nachtlagers beraube nach geraumer zeit erreichten zwei maultiere die höhe zwei reiter sprangen ab offenbar herr und diener bestürmten mit einigen harten schlägen das sofort sich öffnete tor und wurden vom wirte diensteifrig in das noch immer erleuchtete haus geführt unwille und neugier stachelten den jungen zürcher wie neu belebt sprang er auf und umschlicht die geheimnisvolle festung er erinnerte sich des feuerscheins der ihn bei der ankunft entgegen geleuchtet und ehrlich von der hofseite gekommen sein konnte richtig da war an der rückseite des hauses das einzelne seitenfenster mit seiner durch ein schweres eisengitter flammenden helle er schwang sich auf die ruine eines an die hausmauer gelehnten ziegenstalles und es gelang ihm in die tiefe des rauchigen gemaches zu blicken da stand am lodernden herdfeuer eine steinalte frau mit einem grundehrlichen gesichte und hielt eine eisenpfanne in der hand worin bergforellen im prasselnden fette brieten ein bleicher bursche dessen krankhaft starre züge in dem schwalle des dunklen verwirrten lockenhaares fast verschwanden schlief in eine schafhaut gewickelt auf einer steinbank im hintergrunde jetzt galt es klug sein waser als ein angehender diplomat suchte erst lauschend sich die situation klar zu machen und damit den punkt zu finden von welchem aus er sich derselben bemächtigen könnte der zufall war ihm günstig der bleiche schäfer begann mit einem ängstlichen traume zu kämpfen erst warf er sich ächzend hin und her von einer seite auf die andere dann richtete er sich plötzlich mit geschlossenen augen und einem ausdruck gestumpfen seelenleidens auf ballte die faust als umschlösse sie eine waffe führte einen stoß und stöhnte mit dumpfer traumsstimme du wolltest es jetzt setzte die alte raschere pfanne weg faßte den träumer unsanst an der schulter rüttelte ihn und rief ihn an erwache augustin ich will dich nicht länger in meiner küche das sind nicht die träume des erzvaters jakob dich plagt der böse fort ins heu und der herr behüte dich vor den fallstricken der hölle die langlockige schmale gestalter hob sich mit gesenktem haupte und entfernte sich ohne widerrede was du für meinen sohn dem pfarrer alexander in aden mitzunehmen hast werde ich dir morgen in der frühe wenn du hier deinen tragkorb holst selber oben aufbinden rief ihm die alte nach und setzte dann kopfschütteln hinzu eigentlich sollte ich dem papistischen querkopfe das teure erbstück nicht anvertrauen das könnte ich euch besser besorgen gute frau sprach waser mit vertrauen erweckender stimme zwischen den eisenstäben hindurch ins gemach hinein ich gehe morgen über dem moretto ins feldlin zu pfarrer jenatsch dem freund und nachbar eures würdigen sohnes herrn blasius alexander dessen name mir wohl bekannt ist denn er hat ein gutes gerücht in protestantischen landen wohlverstanden wenn ihr mir bis zur frühe ein trockenes schlafplätzchen anweisen könnt denn der wirt hat mich anderer gäste wegen ausgeschlossen die alte griff erstaunt aber unerschrocken nach ihrer öllampe das flämmchen mit der hand gegen den luftzug deckend näherte sie sich der fensteröffnung und beschaute sich den durch das gitterredenden kopf als sie das heiter kluge junge gesicht und die wohlanständige halskrause erblickte wurden ihre scharfen grauen augen sehr freundlich und sie sagte ihr seid wohl auch ein prädikant ein stück davon antwortete waser der in seiner heimat nicht leicht eine unwahrheit sagte aber auf diesem wilden unwirtlichen boden den umständen etwas einräumte laßt mich ein mütterchen das weitere wird sich finden die alte nickte ihm zu den finger auf den mund legen und verschwand jetzt knarrte ein niedriges pferdchen neben dem ziegenstalle waser kletterte hinunter und wurde von der alten die seine hand ergriff über ein paar dunkle stufen hinauf in die küche gezogen ein warmes kämmerchen findet sich wohl das meinige sagte sie auf eine leitertreppe neben dem rauchfange deutend die zu einer falltür in der gemauerten decke führte ich habe die ganze nacht am feuer zu tun die herrschaften drüben setzen sich eben erst zu tische haltet euch da droben still ihr seid dort sicher und einen diener am wort werde ich auch nicht verhungern lassen damit reichte sie ihm die ampel er stieg ohne weitere umstände die leiter hinauf hob mit der rechten die tür und trat in ein nacktes kerker ähnliches kämmerchen die alte folgte ihm mit brot und wein trat dann durch das seitenpförtchen in der wand ihn ein wie es schien weites luftiges nebengemach und kehrte mit einem ansehnlichen stück gedörrten schinkens zurück an der wand über einem wenig einladenden schragen hing ein großes massiv mit silber beschlagenes pulverhorn das herr sagte darauf deutend die alte will ich meinem sohne morgen schicken es ist das erbe von seinem ohm und paten ein hundertjähriges beutestück aus dem müßerkriege nach kurzer zeit streckte sich waser auf das lager und versuchte zu schlafen aber es gelang ihm nicht einen augenblick war er eingedämmert traumgestalten bewegten sich vor seinen augen jenatsch und lucretia herr magister semmler und die alte am feuer der wirt zur maloia und der grobe lukas setzen sich zueinander in die seltsamsten wechselbeziehungen plötzlich saßen sie alle auf einer schulbank semmler hob als griechische dromete merkwürdigerweise das große pulverhorn an den mund aus dem die unerhörtesten klagetöne hervordrangen beantwortet von einem aus allen ecken schallenden teuflischen gelächter was er erwachte hatte mühe sich zu erinnern wo er sich befinde und war im begriffe wieder einzuschlummern da erschollen wie er meinte von der nebenkammer her in lebhafter zwiesprache ferne männerstimmen was er jetzt hörte war kaum traumgelächter war es die aufregung der reise war es ein die heimlich aufsteigende furcht bekämpfender rascher entschluß oder war es einfache neugier was den jungen zürcher vom lager trieb was immer er stand schon an der tür des anstoßenden raumes überzeugte sich erst horchend dann sachte öffnend daß er leer sei und nun durchschritt er auf leisen zehen die ganze breite der kammer einem schmalen lichtschimmer folgend der durch die gegenüberliegende wand drang der schwache rötliche strahl kam wie der tastende sich überzeugte durch die spalte einer morschen mit schweren eisenbändern beschlagenen eichentür vorsichtig legte er sein scharfes auge an das klaffende holzwerk und was er sah und vernahm war derart daß er seine eigene lage vergessend an seinen posten gebannt blieb es war ein enges durch eine beschirmte hängelampe erhelltes gemach in das er blickte der redenden waren zwei und sie schienen sich an einem kleinen mit briefschaften und unordentlich zur seite geschobenen flaschen und tellern bedeckten tische gegenüber zu sitzen der nähere wandte der tür den rücken zu und die breiten schultern der stiernacken der struppige krauskopf des heftig sprechenden füllten zuweilen den ganzen von der spalte gewährten seekreis jetzt beugte er sich mit demonstrierender gebärde vorwärts und über seiner achsel ward in der grellsten schärfe des lichtes das auf die hand gestützte haupt des andern was er erschrak des herrn pompeius planta sichtbar wie gespannt und kramvoll sah er aus tief eingeschnittene falten zogen seine buschigen brauen zusammen über den eingefallen aber unheimlich blitzenden augen die stolze kräftige lebenslust war geschwunden und in seinen zügen kämpften heißer groll und tiefer jammer erschien seit heute mittag um zehn jahre gealtert ich willige ungern in das blutbad das mir manchen früher befreundeten mann aus meiner sippe kostet und noch schwerer in die dann notwendig werdende spanische hilfe sprach planta jetzt langsam und gedrückt nachdem der andere seine sprudelnde waser unklar gebliebene rede vollendet hatte aber und hier fuhr ein blitz des hasses aus den augen des freiherrn muss blut fließen robustelli so vergesst mir wenigstens ihn nicht die giorgio jenac schlachte der italiener wild und stieß sein messer in einen neben ihm liegenden kleinen brotleib den er herrn pompeius vorhielt wie einen gespießten kopf an einer picke bei dieser nicht zu mißverstehenden symbolischen antwort kehrte der italiener die hälfte seines rohen gesichtes dem lauscher in nächster nähe zu dieser fuhr zurück und fand es geraten sich geräuschlos auf seine lagerstätte zurückzuziehen die szene gab ihm viel zu denken und bestärkte ihn in seinem vorsatze auf dem nächsten wege in das feldlin zu eilen und seinen freund zu warnen wie er es ausführen könne ohne sich selbst in diese hochgefährlichen dinge zu verwickeln dies überlegend entschlummerte er von müdigkeit überwältigt das erste morgenlicht dämmerte durch ein schmales fensterlein das eher eine schießscharte zu nennen war als wasser durch ein klopfen an der falltür geweckt wurde er fuhr in seine kleider und machte sich reisefertig die alte trug ihm grüße an ihren sohn auf hing ihm sorgfältig das pulverhorn um das sie als eine wertvolle familienreliquie zu verehren schien und beförderte ihn mit einiger ängstlichkeit durch das küchenpförtchen ins freie hier zeigte sie ihm den in die berge zur linken der maloja sich verlierenden anfang seines heutigen weges den schmalen eingang zum tallkessel von cavelosch seid ihr einmal drinnen sagte sie so blickt nach dem kahlenhange zur linken des sees dort schlängelt sich weithin sichtbar der pfad und dort müßt ihr ohne anderes den augustino erblicken er ist vor einer viertelstunde mit seinem tragkorbe aufgebrochen und geht wie ihr nach sondrio hinüber den sprecht an und haltet euch zu ihm es ist freilich mit ihm hier sie wies auf die stirne nicht ganz richtig aber den weg weiß er auswendig und ist sonst wie ein anderer wasser verabschiedete sich mit herzlichem dank und entfernte sich schnellfüßig aus dem umkreise des noch stillen hauses zwischen wilden feldstrümmern die den pfad kaum durchließen betrat er bald das eiförmige rings von gletscher beladenen wänden abgeschlossene tal er erblickte den schmalen steig mit dem längstem abhange schreitenden agostino und eilte ihn nach der junge mann hatte die eindrücke der nacht noch nicht überwunden so sehr er sich mühte ihrer herr zu werden und sie in klare gedanken zu verwandeln er ahnte das was er geschaut schweres unheil bedeute und das in der zufall nur einen geringen für ihn zusammenhangslosen und unverständlichen teil sich vorbereitender ungeheurer schicksale enthülle trotz seines leichten jugendblutes war davon tief erschüttert denn zwei der hier sich feindlich entgegengetriebenen persönlichkeiten sein freund und herr pompeius besaßen wenn auch auf verschiedene weise seine liebe und bewunderung und wie eigen bezaubernd und schauerlich war jetzt diese vom morgen gerötete gegend unten eine grüne seetiefe umkränzt von üppig bewachsenen vorsprungen und buschigen inselchen versenkt in eine überall überall sich zudrängende unendliche wildnis dunkelrot blühender alpenrosen wie in ein blutiges tuch ringsum ragten senkrechte schimmernde felswände durchzogen von den silbernen schlangenwindungen stürzender gletscherbäche und im süden wo der im zickzach sich aufwärts windende pfad den einzigen ausgang aus dem talgrund verriet blendete den blick ein glänzendes schneefeld aus dem rötliche klippen und pyramiden hervorstachen jetzt hatte waser seinen vormann erreicht und suchte grüßend ein gespräch mit dem schweigsamen anzuknüpfen der in langsames brüten vertieft ihn gleichgültig kaum ansah und sich seine gesellschaft ohne verwunderung und ohne neugier gefallen ließ er konnte ihm nur wenige worte abnötigen und da der pfad ohne dies immer rauer und bald auf dem schnee schlüpfrig wurde gab er seine bemühungen auf schneller als was er erwartet hatte erreichen sie die passhöhe hier beherrschte den ausflug nach süden eine hochgetürmte düstere gebirgsmasse waser erkundigte sich nach dem namen dieses drohenden riesen er hat deren verschiedene antwortete hier oben in bünden nennen sie ihn anders als wir unten im hier heißt er der berg des unglücks und bei uns der berg des wehs von diesen leidvollen namen unangenehm berührt ließ waser seinen wortkargen begleiter voranschreiten hielt eine kurze rast und blieb dann ohne ihn aus den augen zu lassen eine strecke hinter ihm um sich in der kräftigen bergluft allein der freien lust des wanderns zu ergeben so ging es stundenlang abwärts längs des schäumenden über felsblöcke tobenden malero während die sonne immer glühender in die talenge hinunterbrannte jetzt begannen kräftig aus dem wiesengrund empor gewundene kastanienbäume den pfad zu beschatten und die ersten weinlauben grüßten mit ihren schwebenden ranken auf den hügel schimmerten prunkbeladene kirchen und der weg wurde immer häufiger zur gepflasterten dorfgasse endlich durchschritten sie die letzte schlucht und vor ihnen lag im goldenen abend dufte das breite üppige veltlin mit seinen heißen weinbergen und sumpfigen reisfeldern dort ist sondrio sagte agostino zu dem jetzt wieder an seiner seite schreitenden waser und wies auf eine italienische stadt mit schimmernden palästen und türmen die dem aus der einöde kommenden wie ein feenzauber durch den dunklen rahmen des felstors entgegenlachte ein lustiges land steinfeldlin agostino rief der zürcher und dort am felsen wächst ja hier ich nicht der löbliche sasseller die perle der weine er ist im april erfroren versetzte agostino in schwermütiger stimmung zur strafe unserer sünden das ist schade versetzte jener was habt ihr denn eigentlich verbrochen wir dulden unter uns den giftigen aussatz der ketzerei aber wir werden in kürze gereinigt und das faule fleisch wird ausgeschnitten werden die toten und die heiligen haben in feierlicher versammlung das für und wieder erwogen am achten mai um mitternacht dort zu san gervasio und protasio erwies auf eine vor ihnen liegende kirche der wächter hat es wohl gehört und ist vor schrecken krank geworden sie haben scharf gestritten aber unser san carlo dessen stimme zwanzig gilt ist meister geworden nicht bemerkend wie spöttisch ihn sein begleiter von der seite aus lachenden augenwinkeln ansah tat er jetzt was er unterwegs schon immer getan wo ein kreuz oder heiligenbild am pfade stand er setzte vor einem bunten schreine der mutter gottes angelangt seinen tragkorb nieder warf sich auf die knie und starrte mit brennenden augen durch das gitter sat ihr wie sie mir winkte sagte er nach einiger zeit im weitergehend wie geistesabwesend jawohl meinte der zürcher lustig er scheint bei ihr gut angeschrieben zu sein an was hat sie euch denn erinnert meine schwester umzubringen erwiderte er mit einem schweren seufzer das war dem jungen zürcher zuviel lebt wohl agostino sagte er auf meiner karte steht ein seitenweg nach berben da ist er ja schon nicht wahr ich kann abkürzen und er drückte dem leidigen gesellen ein geldstück in die hand waser wandte sich zwischen den mauern der weinberge rechts um den fuß des gebirges und er blickte nach kurzer wanderung das unter dem schatten grün der kastanien fast verborgenen dorf berben sein reiseziel ein halbnackter bube wies ihm die pfarre ein ärmliches haus aber an seiner vorderseite umhangen und beladen mit einem so reichen prunk von blättern und trauben mit so üppigen kränzen von übermütigem weinlaube daß ein dürftiger bau darunter verschwand ein breites gitterdach auf morschen holz säulen bildete die schwache stütze dieses lastenden reichtums und die vorhalle des häuschens oben spielten die letzten strahlen der abendsonne auf den warmen goldgrünen blättern darunter lag alles im tiefsten schatten während waser diese noch nie geschaute freie fülle bestaunte erschien eine leichte gestalt in der türe und als sie aus dem grünen schatten trat war es ein schönes noch mädchenhaftes weib das einen krug zum wasserholen auf dem kopfe trug der nackte arm stützte leicht das auf den dicken braunen flechten ruhende gefäß sie bewegte sich in schwebender anmut mit gesenkten wimpern heran und als nun waser in achtungsvoller haltung höflich grüßend vor ihr stand und sie die sanften leuchtenden augen auf ihn richtete war ihm er habe noch nie im leben einen solchen triumph der schönheit gesehen auf seine erkundigung nach dem herrn pfarrer zeigte sie ruhig mit der freien hand durch die weinlaube und den dunklen flur nach einer hintertür des hauses wo die goldene abendhelle eindrang von dort her scholl zu wasers verwunderung kriegerischer gesang kein schönerer tod ist in der welt als wer vom feind hinscheidt das lied des deutschen landsknechts das so todesfreudig und doch so lebensmutig klang konnte daran war kein zweifel nur aus der kräftigen kehle seines freundes kommen in der tat da kniete er im schatten einer mächtigen ulme und womit beschloss der pfarrer von berben sein tagewerk er schliff am wetzsteine einen gewaltigen rauftegen vor überraschung blieb waser einen augenblick wortlos stehen der knieende gewahrte ihn stieß das schwert in den rasen sprang auf breitete die arme aus und drückte mit dem rufe herzenswaser den freund an seine breite brust ende des dritten kapitels zweiter teil von jürgenatsch von konrad ferdeland meyer diese librivox aufnahme ist in der public domain viertes und fünftes kapitel nachdem sich der ankömmling aus der umschlingung des pfarrers losgewunden maßen sie sich gegenseitig mit fröhlichen augen waser war etwas verblüfft aber es gelang ihm nichts davon merken zu lassen er fühlte sich ein wenig gedrückt neben der athletischen gestalt des bündners von dessen braunen bärtigem haupt ein feuerschein wilder kraft ausging er ahnte es die gewalt eines unbändigen willens die früher in den düstern fast schläfrigen zügen seines schulgenossen geschlummert haben mochte war geweckt war entfesselt worden durch die gefahren eines stürmischen öffentlichen lebens jenatsch seinerseits war von der fertigen und sauberen erscheinung seines zürcherischen freundes der mit klug bescheidenen blicken doch in seiner weise sicher vor ihm stand sichtlich befriedigt und offenbar erfreut mit einem vertreter städtischer kultur in seiner abgeschiedenheit zu verkehren der bündner lud seinen gast mit einer handbewegung zum sitzen auf die rings um den stamm der ulme laufende bank und rief mit tönender stimme wein lucia das schöne stille weib dem waser beim eintritt in das haus begegnet war erschien bald mit zwei vollen steinkrügen die sie mit einer lieblich schüchternen verneigung zwischen die freunde auf die holzbank setzte demütig sich gleich wieder entfernen wer ist das holzselige geschöpf fragte waser der ihr mit wohlgefallen nachschaute mein eheweib du begreifst daß hier mitten unter den götzendienern jenatsch lächelte ein protestantischer priester nicht unbeweibt bleiben durfte es ist einer unserer hauptsätze überdies schärfte mir das jetzige laue regiment das mich aus dem wege haben wollte und mich auf diese einsame strafpfahre beförderte ausdrücklich ein so viele seelen als möglich aus dem pfuhle des aberglaubens zu ziehen das war mein redlicher vorsatz aber bis jetzt ist mir nur eine bekehrung gelungen die der schönen lucia und wie indem ich meine eigene person dafür verpfändete sie ist aus der maßen schön bemerkte waser nachdenklich gerade schön genug für mich sagte jenatsch seinem gaste den einen krug überreichend während er den andern an die lippen setzte und die sanftmut selbst sie hat von ihren katholischen verwandten meinetwegen viel zu leiden aber was hast du da für ein stattliches pulverhorn freund das ist ja das erbstück aus der familie der alexander richtig der alte ist in pontresina gestorben und nun kommt es an den wackern blasius meinen kollegen in ardenn darum könnte ich ihn beneiden doch wie in aller welt kommst du gerade dazu es ins veltlin zu bringen das gehört zu meinen reiseerlebnissen die ich dir später des näheren berichten werde erwiderte waser der sich mit sich selbst noch nicht im klaren war wie weit er das warnende abenteuer der maloja enthüllen könne ohne gegen seinen vorsatz von dem heißblütigen freunde aus der einen mitteilung in die andere fortgerissen zu werden aber jetzt lieber jürg kläre mich vor allen dingen auf über die merkwürdigen ereignisse die in den letzten jahren die aufmerksamkeit aller politiker auf dein vaterland lenkten quorum pars magna fuisti du warst dabei die hauptperson darüber kannst du leichtlich besser unterrichtet sein als ich wenigstens was den zusammenhang betrifft antwortete jenatsch indem er den linken fuß auf den schleifstein setzte und ein bein über das andere schlug du arbeitest ja auf eurer staatskanzlei und die herren von zürich lassen sich nichts zu viel kosten um immer nur auf dem laufenden zu bleiben übrigens ist alles ganz natürlich zugegangen verkettet nach ursache und wirkung du weißt also denn in eurer ratsstube mag es häufig aufs tapet gekommen sein dass seit jahren spanien österreich unsere katholiken besticht um unser bündnis und freien durchzug für seine kriegsbanden zu erlangen und uns jetzt aus verdruß durch seine mietlinge nichts erreicht zu haben dort er wies nach süden die festung fuentes gegen alle verträge als eine tägliche bedrohung an die schwelle unseres landes feldlin gesetzt hat wir können sie morgen besuchen heinrich wenn du willst und du wirst bei deinen gnädigen herren in zürich einen stein im brette gewinnen durch die beschreibung des an ort und stelle besichtigten streitobjekts das war lästig aber es ging uns nicht ans leben dann aber als es jedem klar denkenden kopfe zur gewißheit wurde daß die katholischen mächte zum vernichtungskriege gegen den deutschen protestantismus rüsteten unbestreitbar warf wasser ein da wurde es zur lebensfrage für spanien sich die militärstraße von seinem mailand ins tirol durch unser feldlin über unser gebirg um jeden preis zu sichern und zur lebensfrage für uns dies um jeden preis zu verhindern unsere spanische partei mußte zum nimmerwiederaufstehen niedergeschmettert werden ganz richtig sagte der zürcher wenn ihr nur nicht zu sogar gewalttätigen mitteln gegriffen hättet wenn nur euer volksgericht in thusis weniger form und regellos und seine strafen weniger blutig gewesen wären bündnerdinge wer bei uns politik treibt setzt seinen kopf ein das ist herkömmlich und landesüblich übrigens war es nicht so schlimm wir wurden durch übertriebene berichte verleumdet und die beiden planta zogen an euren tagssatzungen und in allerherren ländern herum uns anzuschwärzen und schlecht zu machen der keiner parteiverfallene und von allen rechtschaffenen geachtete fortunatus juwald hat nach zürich geschrieben ihr werdet unbarmherzig mit ihm umgegangen geschah dem pedanten recht in einer kritischen zeit muß man partei zu ergreifen wissen es heißt die lauen will ich aus dem munde speien er klagte es wären falsche zeugen gegen ihn aufgestanden mag sein auch kam er ja mit dem leben davon und wurde nur zu einer buße von vierhundert kronen verurteilt wegen zweideutiger gesinnung ich begreife fuhr wasser nach einer pause fort dass ihr pompeius planta und seinen bruder rudolf des landes verweisen mußtet aber war es denn nötig sie wie gemeine verbrecher zu brandmarken und mit henkerstrafen zu bedrohen ohne rücksicht auf die glänzenden verdienste ihrer vorfahren und die tiefen wurzeln ihrer stellung im lande niederträchtige verräter fuhr jenatsch zornblitzend auf die schuld unserer ganzen gefahr und verstrickung lastet auf ihnen und möge sie zermalmen zuerst und vor allem haben sie mit spanien gezettelt kein wort heinrich zu ihrer verteidigung verletzt durch dies herrische ungestüm sagte wasser mit etwas gereizter stimme und dem gefühle jetzt einen wunden punkt zu treffen und der erzpriester nikolaus ruska er galt allgemein für unschuldig ich glaube er war es flüsterte jenatsch dem sichtlich bei dieser erinnerung unbehaglich zumute ward und blickte starr vor sich hin in der dämmerung erstaunt über diese seltsame aufrichtigkeit schwieg der andere eine weile er ist auf der folter mit durchgebissener zunge gestorben sagte er endlich vorwurfsvoll jenatsch antwortete in kurzen abgerissenen sätzen ich wollte ihn retten wie konnte ich wissen daß der schwächling die ersten folter gerade nicht überstehen würde er hatte persönliche feinde die aufregung gegen die römischen pfaffen wollte ihr opfer haben unsere katholischen untertanen hier im feldlin mußten eingeschüchtert werden es kam wie es geschrieben steht besser ist daß einer umkomme als daß das ganze volk verderbe wie um die trübe stimmung abzuschütteln erhob sich nun jenatsch den freund aus dem dunkelten gartenraume ins haus zu führen über der mauer sah man den schlanken kirchturm vom letzten abend gold sich abheben der unglückliche hat übrigens hier noch zahlreiche anhänger sagte er und dann auf die kirche weisend dort las er seine erste messe vor dreißig jahren im hauptgemach das nach dem flur offen stand brannte eine lampe als die beiden das haus betraten sahen sie die junge frau an der vordertür bei einer freundin stehen die sie herausgerufen zu haben schien und ihr mit ängstlichen gebärden etwas zuflüsterte hinter den frauen liefen in der dämmerten dorfgasse leute vorüber und man vernahm ein wirres getön von stimmen aus die ihm jetzt deutlich der ruf eines alten weibes hervorkreischte lucia lucia ein entsetzliches wunder gottes jenatsch dem solche szenen nicht neu sein mochten wollte seinem gaste den vortritt lassend die zimmerschwelle überschreiten als die junge frau sich ihm näherte und ihn angstvoll am ärmel faßte waser der sich umwendete sah wie sie totenblaß die gefalteten hände zu ihrem manne erhob geh an deinen herd kind und besorge uns ruhig das abendessen befahl er freundlich damit du mit deiner kunst bei unserm gaste ehre einlegest dann wandte er sich unmutig lachend zu waser die verrückten welschen hirngespinste sie sagen der tote erzpriester ruska stehe drüben in der kirche und lese messe ich will dem wunder zu leibe rücken kommst du mit waser diesem lief es kalt über den rücken aber die neugierde überwog und warum nicht sagte er mit mutiger stimme dann als sie der vorwärts treibenden menge verstörter leute durch die dorfgasse nach der kirche folgten sagte er flüsternd der erzpriester ist doch wirklich nicht mehr am leben sapomen versetzte der junge pfarrer ich war dabei als man ihn unter dem galgen in thusis verscharrte jetzt traten sie durch die hauptpforte in die kirche das schiff welches sie nun durchschritten war zum behufe des protestantischen gottesdienstes von allen heiligtümern gereinigt und enthielt außer den bänken für die zuhörer nur den taufstein und eine nackte kanzel ein bretter verschlag mit einer kleinen türe trennte davon den weiten chor der den katholiken verblieben und von ihnen zur kapelle eingerichtet worden war als jenatsch öffnete befanden sie sich dem hauptaltare gegenüber dessen heiliger schmuck und silbernes kruzifix in einem letzten durch das schmale bogenfenster einfallenden abendschimmer kaum mehr zu erkennen waren vor ihnen drängte sich kopf an kopf die knieende murmelde menge weiber krüppel alte längs der wände schoben sich dürftige männergestalten mit den langen mageren hälsen vorwärts lauschend und den filz krampfhaft vor dem brust gedrückt auf dem hochaltare flackerten zwei düstere kerzen deren licht mit dem letzten von außen kommenden schimmer der dämmerung kämpfte die zwei flämmchen bewegten sich in einem von zerbrochenen fensterscheiben eingelassenen luftzuge der sie auszulöschen drohte und tanzende schatten trieben auf dem altare ein seltsames spiel der streichende wind bewegte zuweilen mit leisem geknatter die schwachschimmernden falten der altardecke erregte sinne mochten wohl das weiße gewand eines knienden auf den stufen erblicken jenatsch stieß im mittelgange mit seinem freunde vor von den einen in verzückung versunkenen kaum bemerkt von den anderen mit bösen feindlichen blicken und leisen verwünschungen verfolgt aber von keinem zurückgehalten jetzt stand der athletische mann allen sichtbar dem altare gegenüber aber vor diesem hatte sich auch schon eine anzahl unheimlicher gesellen wie eine schutzwehr gegen heiligen schändung drohend zusammengedrängt wasser glaubte blinkende dolfi zu erblicken was ist denn das für ein unchristlicher zauber rief jenatsch mit schallender stimme laß mich zu daß ich ihn breche sacrilegium worte es aus der dichten reihe der veltliner die einen ring um den bündner zu schließen begann zwei griffen nach seiner vorgestreckten rechten andere drängten sich von hinten an ihn aber jenatsch machte sich mit einem gewaltigen rucke frei um sich nach vorn luft zu schaffen packte er den nächsten seiner angreifer mit eiserner faust und schleuderte ihn rücklings gegen den hochaltar der stürzende schlug mit ausgebreiteten armen die nackten füße gegen die menge streckend hart auf die stufen und begrub den buschigen hinterkopf in die altardecken leuchter und reliquienschreine klirrten und es erhob sich ein langes durchdringendes wehgeheul diesen moment der verwirrung rettete den pfarrer er benutzte ihn blitzschnell durchbrach gewaltsam seinen freund nach sich ziehend den verwirrten menschen knäuel erreichte die offene sakristei gewann das freie und eilte mit waser seinem hause zu in dem sicheren wohnraume angelangt stieß der hauser einen schieber an der wand zurück und rief in die küche hinaus trag uns auf meine lucia herr waser aber klopfte den staub des handgemenges aus seinen kleidern und zog manschetten und halskrause zurecht pfaffen trug sagte er diesem geschäfte mit sorgfalt umliegend vielleicht vielleicht auch nicht warum sollten sie nicht etwas gesehen haben irgendein phantom du weißt nicht welche sinnverwirrenden dünste aus den sümpfen dieser atta aufsteigen schade um das volk es ist sonst so übel nicht im oberen feldlin lebt ein geradezu tüchtiger schlag ganz verschieden von diesen gelben kretinen hättet ihr bündner nicht klüger getan ihnen einige beschränkte bürgerliche freiheiten zu gewähren warf waser ein nicht bürgerliche nur auch die politischen rechte hätte ich ihnen gegeben heinrich ich bin ein demokrat das weißt du aber da ist ein schlimmer haken die feldliner sind hitzige katholiken zusammen mit dem papistischen drittel unserer stammlande würden sie bünden zu einem katholischen staate machen und da sei gott vor indessen hatte die reizende lucia die jetzt sehr niedergeschlagen aussah den landesüblichen resort aufgetragen und der junge pfarrer füllte die gläser auf das wohl der protestantischen waffen in böhmen rief er mit waser anstoßend schade dass du deinen plan aufgegeben hast und jetzt nicht in prag bist in diesem augenblicke geht es vielleicht dort los möglicherweise ist es für mich rühmlicher hier bei dir zu sein man darf nach den neuesten nachrichten bezweifeln ob der pfalzgraf den hengst zu regieren weiß auf den er sich so galant gesetzt hat es ist doch nichts daran dass ihr euch mit den böhmen verbündet habt wenig genug leider wohl sind ein paar bündner hingereist aber nicht die rechten leute das ist sehr gewagt im gegenteil zu wenig gewagt keiner gewinnt der nicht den vollen einsatz auf den tisch wirft unser regiment ist erbärmlich lässig lauter halbe maßregeln und doch haben wir unsere schiffe verbrannt mit spanien so gut wie gebrochen und die vermittlung frankreichs grob abgewiesen wir sind ganz auf uns selbst gestellt in ein paar wochen können die spanier von fuentes her einbrechen und es ist kannst du's glauben waser für keine verteidigung gesorgt ein paar erbärmliche schanzen sind aufgeworfen ein paar kompanien einberufen die heute kommen und sich morgen verlaufen keine kriegssucht kein geld keine führung und mich haben sie wegen meines eigenmächtigen eingreifens wie sie's nennen daß ich für meine jugend und mein amt nicht schicke von jedem einflusse auf die öffentlichen dinge abgeschnitten und so fern als möglich von ihren ratsstuben an diese bergpfarre gefesselt die ehrwürdige synode aber ermahnt mich eine faule friedsamkeit zu predigen während über meinem vaterlande stoßfertig die spanischen raubgeier schweben es ist zum toll werden täglich mehren sich die anzeigen daß hier unter den veltlinern eine verschwörung rüdet ich kann nicht länger zusehen morgen will ich selbst noch eine rekognoszierung gegen fuentes vornehmen du kommst mit waser ich hab einen anständigen vorwand und übermorgen reiten wir zum mündnerischen landeshauptmann nach sondrio der versteht nichts anderes als am markt dieses fetten landes zu zehren das wir morgen verlieren können der träge blutsauger aber ich will ihm so zusetzen daß ihm der angstschweiß aus allen poren bricht du hilfst mir waser in der tat bemerkte dieser zögernd und geheimnisvoll auch ich habe auf meiner reise durch bünden eine gewitterung bekommen daß etwas im tun sein möchte und das sagst du mir erst jetzt kind des unglücks rief der andere scharf und gespannt gleich erzähle alles und ganz nach der ordnung du hast etwas gehört wo von wem was waser ordnete geschwind in seinem geiste das erlebte um es seinem gewalttätigen freunde passend vorzulegen auf dem hospiz der maloja begann er vorsichtig sitzt als wirt der scapi ein lombarde also mit den spaniern einverstanden weiter hörte ich freilich halb im schlummer neben meinem schlafkämmerlein ein zwiegespräch ich glaubte es sei von dir die rede wer ist robustelli jackob robustelli vom grossotto ist ein ausbündiger schuft ein dreckritter durch kornwucherreich und durch spanische gunst adelich geworden der patron und spießgeselle aller malandrini und straßenräuber jeder missetat und jeden verratesfähig diese robustelli sagte waser mit gewicht trachtet ihr wenn ich richtig hörte nach dem leben wohl möglich das ist nicht die hauptsache wer war der andere mit dem er zettelte ich hörte seinen namen nicht antwortete der zürcher der es verpflicht hielt dem herrn pompejus das geheimnis zu bewahren und als jenatsch ihn drohend anblitzte fuhr er herzhaft fort und wüßt ich den namen so will ich ihn nicht nennen du weißt ihn heraus damit drang jenatsch auf ihn ein juck du kennst mich du weißt dass ich mir diese faustrecht maniere nicht gefallen lasse ich verbitte mir das wehrte waser mit möglichst kalter miene ab da legte ihm der andere liebkosend den starken arm um die schultern und sagte mit zärtlicher wärme sei offen herzens waserchen du verkennst mich nicht für meine person sorg ich sondern für mein vielteures bünden wer weiß vielleicht hängt an deinen lippen seine rettung und das leben von tausenden schweigen ist hier ehrensache versetzte waser und machte einen versuch sich der leidenschaftlichen umarmung zu entziehen jetzt fuhr eine düstere flamme über das antlitz des bündners bei gott rief er den freund an sich pressend sprichst du nicht so erwürg ich dich waser und als der erschrockene schwieg griff er nach dem dolchmesser womit er brot geschnitten und richtete die drohende spitze desselben gegen die halskrause des zuchers dieser wäre sicherlich auch jetzt noch standhaft geblieben denn er war im innersten empört aber bei einer unvorsichtigen bewegung des sträubens die er gemacht hatte der spitze stahl seinen hals geritzt und ein paar bluttropfen rieselten unheimlich warm gegen die halskrause hinunter laß mich jörg sagte er leicht erbleichend ich will dir etwas zeigen er holte zuerst sein weißes schnupftuch heraus und wischte sich behutsam das blut ab dann zog er sein taschenbuch hervor schlug das blatt mit der skizze der juliersäulen auf und legte es auf den tisch hin vor jenatsch der das büchlein hastig ergriff der erste blick des bündnis auf die zeichnung traf die von lucretia zwischen die juliersäulen geschriebenen worte und er versank plötzlich in finsteres nachdenken waser der ihn schweigend beobachtete erschrak innerlich über den eindruck den lucretias von ihm wider willen übernommene und bestellte botschaft auf jürg jenatsch machte er hatte nicht ahnen können wie rasch der scharfsinn des volksführers den zusammenhang der tatsachen erriet und wie sicher und unerbittlich er sie verkettete trauer und zorn weiche erinnerungen und harte entschlüsse schienen über den halb abgewandten wechselnd gewalt zu gewinnen arme lucretia hörte waser ihn aus tiefster seele seufzen dann wurde sein ausdruck immer rätselhafter verschlossener und härtete sich zur undruchdringlichkeit sie waren auf dem julier ihr vater ist also in bünden stolzer herr pompeius du hast deinen robustell zum spießgesellen tief gesunken sprach er fast ruhig plötzlich sprang er auf nicht wahr war's er meine verwünschte hitze du hattest auf der schule davon zu leiden und ich bin ihrer immer noch nicht herr geworden geh zu bette und verschlafe dein böses abenteuer morgen in der kühlen frühe machen wir den ritt nach fuentes auf zwei untadeligen mautieren du sollst dann mir den leidlichen gesellen finden von ehedem unterwegs lässt sich über manches gemütlich plaudern vierten kapitel fünftes kapitel herr waser erwachte vor tages anbruch als er mit mühe den fensterladen aufstieß der von dem üppigen geäste und blätterwerke eines feigenbaumes gesperrt und dicht überflochten war geschah es im widerstreite zweifelnder gedanken er war mit dem vorsatze entschlafen seinen gewalttätigen freund und das allzu abenteuerliche feldlin ohne zögern und auf dem nächsten wege über kiavenna zu verlassen ein erquickender schlaf jedoch hatte die gestrigen eindrücke gemildert und seinen entschluß wankend gemacht die liebe zu seinem merkwürdigen jugendfreunde gewann die oberhand war es denn dieser heftigen und wie er sich sagte nicht durch städtische bildung veredelten natur stark zu verargen wenn sie losbrach wo heimat und leben gefährdet war und kannte er nicht von früher her jürgs jähn stimmungswechsel seine wilden heißblütigen scherze eines jedenfalls war für ihn außer frage durch plötzliche abreise hätte er ein unheil nicht verhütet das aus dem halben geständnisse entstehen konnte welches jürg ihm abgezwungen blieb er aber teilte er seinem freunde das erlebte vollständig mit so erwiderte dieser sicherlich sein vertrauen und er erfuhr wie sich jürgs verhältnis zu lucretias vater so grenzenlos verbittert hatte dann erst kam der augenblick seinen versöhnenden einfluss geltend zu machen so ritten sie in vertraulichem gespräche nach fuentes jenatsch kam nicht auf das gestrige zurück und war freudig wie der helle morgen fast leichtsinnig nahm er wasers ausführlichen reisebericht entgegen und bereitwillig antwortete er auf dessen eingehende fragen aber wasser erfuhr weniger und minder wichtiges als er erwartete nach einem letzten universitätsjahre in basel erzählte jürg sei er ins domleschg zurückgekehrt dort habe er seinen vater auf dem sterbelager gefunden und sei nach dessen ableden von den charansern trotz seiner grünen 18 jahre einstimmig zu ihrem pfarrer gewählt worden auf rietberg habe er einen einzigen besuch gemacht wobei er allerdings mit herrn pompeius über politische dinge in wortwechsel geraten sei persönliches habe sich nicht eingemischt aber der eindruck auf beide sei der gewesen daß sie sich besser mieden als der erste volkssturm gegen die planta sich erhoben habe er von der kanzel abgewarnt denn er sei damals noch der meinung gewesen ein geistlicher müsse seine hände von der politik reinhalten als aber das staatsruder bei wachsender gefahr keinen mutigen steuermann gefunden habe ihn das mitleid mit seinem volke überwältigt das strafgericht von thusis das er für eine blutige notwendigkeit gehalten habe er allerdings mit einsetzen helfen und ihm sein tagewerk angewiesen die verurteilung der planta hingegen deren praktiken übrigens landeskundig gewesen habe er weder begünstigt noch verhindert sie sei wie ein einstimmiger schrei aus dem volke hervorgegangen so wendete das gespräch sich völlig der politik zu obwohl wasser sich zuerst bestrebte es auf den persönlichen verhältnissen seines freundes festzuhalten aber er wurde überwältigt und hingerissen durch das ungestüm mit dem jürg die den zucker höchlich interessierenden und von ihm gründlich erwogenen probleme europäischer staatskunst anfasste er wurde erschreckt und aufgeregt durch die frechheit mit der jürg die harten knoten rücksichtslos zerhieb deren behutsame lösung warser als die höchste aufgabe und den wünschenswerten triumph der diplomatie erkannte es war ihm denn in diesem raschen wechsel der rede und widerrede kaum die einzige schüchterne frage gelungen ob fräulein lucretia während der traurigen wirren im domleschg auf dem riedberge gewohnt habe da hatte sich jürgs antlitz wie gestern abend wieder plötzlich verfinstert und er hatte kurz geantwortet zu anfang das kind hat gelitten es ist ein treues festes herz aber soll ich die fesseln eines kindes tragen und dazu einer planta torheit du siehst ich habe ein ende gemacht hier hatte er sein tier so heftig gestachelt daß es in erschreckten sprüngen vorwärts setzte und war so nur mühsam daß seinige in zucht hielt in ardent trieben sie ihre maultiere vor die türe des pfarrers aber diese war verschlossen blasius alexander war nicht zu hause jenatsch der mit den gewohnheiten seines einsam lebenden freundes vertraut schien umging das baufällige häuschen fand den schlüssel zur hintertüre in der höhlung eines alten birnbaumes und trat mit dem freunde in alexanders stube der von den bäumen des wilden gartens verdunkelte raum war leer bis auf die längs der fensterseite laufende holzbank und den wurmstichigen tisch auf dem eine große bibel ruhte neben dieser geistlichen waffe blickte aus der ecke eine weltliche dort lehnte eine altväterische muskete über welche nun jenatsch das ihm von seinem begleiter gebotene pulverhorn aus dem müßerkriege an einen holznagel aufhängte dann riss er ein blatt aus wasers taschenbuch und schrieb darauf ein frommer zürcher erwartet dich bei mir heute abend zur zeit des ave maria komm und stärk ihm den glauben den zettel legte er in die beim buch der makabär aufgeschlagene bibel schon brannte die sonne heiß als jenatsch seinem gefährten die aus dem breitgewordenen attatale drohend aufsteigende zwingwurt zeigte das ungeheuer wie er sie hieß daß die eine tatze nach bündenskiavenna die andere nach seinem veltlin ausstrecke auf der straße nach den wellen zog eine lange staubwolke der scharfe blick des bündners erkannte darin eine reihe schwerer lastwagen aus ihrer menge schloß er daß fuentes auf lange zeit und für eine starke besatzung verproviantiert werde und doch ging in bünden die rede daß die spanische mannschaft durch die hier herrschenden zungfieber auf die hälfte zusammengeschmolzen sei und der aufenthalt in der festung oder den spaniern als totbringend gelte das war jenatsch von einem blutjungen lokotenenten aus der freigafschraft bestätigt worden der in fuentes erkrankt war und um solch ruhmlosem untergange auszuweichen ein paar wochen auf urlaub in der bergluft von berben verbracht hatte sich die zeit zu kürzen brachte er ein neues spanisches buch mit eine so lustige geschichte daß er es für unrecht hielt allein darüber zu lachen und er sie dem jungen pfarrer mitteilte an dessen umgang er gefallen fand und der ihm durch seinen geist und seine kenntnis der spanischen sprache zu diesem genusse vollkommen befähigt schien dies buch war im pfarrhause zurückgeblieben und heute gedachte jenatsch den ingeniösen hidalgo don quichotte so lautete sein titel als schlüssel zu der spanischen festung zu benutzen eben öffnete sich ein tor der äußersten umwallung vor dem ersten profiantwagen und jenatsch trieb sein müdes tier an um bei dieser gelegenheit leichter eingang zu erlangen als die freunde jedoch die festung erreichten stand an der fallbrücke die einfahrt beaufsichtigend ein spanischer hauptmann ein gelber zäher geselle nur haut und knochen von dem das fieber abgezehrt was abzuzehren war er maß die ankommenden mit hohlen misstrauischen augen als jenatsch mit anstandsvollem gruße nach dem befinden seines jungen bekannten sich erkundigte erhielt er die knappe antwort verreist wie er darauf argwohn schöpfte und weiter fragte wohin und auf wie lange hinzufügend daß er noch etwas vom besitze des jünglings in händen habe versetzte der spanier bitter dorthin auf immer ihr könnt euch als seinen erben betrachten dabei streckte er den zeigefinger seiner knochenhand nach den dunklen zypressen einer unfern gelegenen begräbniskirche aus dann gab er der schildwache einen befehl und wandte den beiden den rücken kein anderes mittel kannte in die streng bewachte festung einzudringen schlug er dem freunde vor weiter zu reiten bis an das gestade des gomersees den sie in geringer entfernung lieblich leuchten sahen bald erreichten sie den belebten landungsplatz seines nördlichen endes kühl hauchte ihnen die blaue vom geflatter heller segel belebte flut entgegen die bucht war mit schiffen gefüllt die gerade ihrer ladung entledigt wurden öl wein rohe seide und andere erzeugnisse der fetten lombardei wurden zum transport über das gebirge auf karren und mäuler geladen der platz vor der großen steinernen herberge bot den anblick eines bunten marktes mit seinem betäubenden lärm und fröhlichen gedränge mit mühe bahnten sich vorüber an körben voll schwellender pfirsiche und duftiger pflaumen die beiden maultiere den weg bis zur gewölbten pforte des gasthauses in dem düstern torwege kniete der wirt vor einer tonne und zapfte ein rötliches schäumendes getränk für die durstig sich zudrängenden gäste ein blick in den anstoßenden schenkraum überzeugte jenatsch daß hier zwischen lärmenden menschen und bettelnden hunden keine kühle stätte zu finden sei er wandte sich darum nach dem garten der eine einzige dichte weinlaube bildete und dessen mit rankendem grün überhängte mauern und zerfallende landungstreppen von den wellen bespült wurden als sie durch die torhalle am wirt vorüber schritten der von einem dichten kreis von bauern umringt war welche ihm gelehrte krüge entgegen streckten schien er mit einer ängstlichen gebärde gegen das vorhaben des bündners einsprache tun zu wollen doch in diesem augenblicke kam ihnen vom garten her ein nach fremdem schnitte gekleiderter edelknabe entgegen und wendete sich mit anmutigem gruße an den jungen zürcher in zierlichem französisch folgenden auftrag ausrichtend mein erlauchter gebieter herzog heinrich rohan der sich hier auf der durchreise nach venedig befindet glaubte von seinem ruheplatz im garten aus zwei reformierte geistliche vor der herberge absteigen zu sehen untersucht die herren wenn sie dem gewühl auszuweichen vorzögen sich durch seine gegenwart nicht vom besuche des gartens abhalten zu lassen sichtbar erfreut von diesem glücklichen zufalle und der ihm widerfahrenden ehre erwiderte herr wasser etwas steif aber tadellos in demselben idiom sich bewegend daß er und sein freund sich die gunst der beten seiner durchlaucht für die ihnen zuteil gewordene berücksichtigung persönlich zu danken die freunde folgten dem vor ihnen herschreitenden schönen knaben in die lauben des gartens gegen süden hatte er einen balkonähnlichen vorsprung durch dessen laubwände bunte seitengewänder schimmerten und das gezwitscher plaudern der frauenstimmen durchbrochen von dem hellen jubel eines kindes ertönte dort lehnte auf samtenen polstern eine schlanke blasse dame deren hastige rede und bewegliches minenspiel die liebhaftigkeit eines geistes verriet der sie nicht zu erquicklicher ruhe kommen ließ vor ihr auf dem steintische trippelte und jauchzte ein zweijähriges mädchen das eine niedliche zofe an beiden händchen emporhielt dazu klang die melancholische weise eines volksliedes die ein italienischer junge in schüchterner entfernung auf seiner mandoline spielte der herzog selbst hatte sich an der stille ihre nördliche ende des gartens zurückgezogen wo er allein auf der niedrigen von der flut bespülten mauer saß eine landkarte auf den knien mit deren linien er die gewaltig vor ihm aufragenden gebirgsmassen zweifelnd verglich waser hatte jetzt den ruheplatz des herzogs erreicht und stellte sich und seinen freund mit einer tiefen verbeugung vor hoans auge blieb sofort an der in ihrer wilden kraft seltsam anziehenden erscheinung des bündners haften euer rock ließ mich auf den evangelischen geistlichen schließen sagte er sich mit interesse ihm zuwendend ihr könnt also obgleich wir uns auf diesem boden treffen und trotz eurer dunklen augen kein italiener sein da seid ihr wohl ein sohn der nahen rätia und so will ich euch denn bitten mir von den gebirgszügen die ich gestern den splügen überschreitend durchschnitt und die ich zum teil noch vor mir sehe einen klaren begriff zu geben meine karte läßt mich im stich setzt euch neben mich jenatsch betrachtete begierig die vorzügliche etappenkarte und fand sie schnell zurecht er entwarf dem herzog mit wenigen scharfen zügen ein bild der geographischen lage seiner heimat und ordnete ihr tälergewehr nach den darin springenden und nach drei verschiedenen meeren sich wendenden strömen dann sprach er von den zahlreichen bergübergängen und hob sich erwärmend mit vorliebe und überraschender sachkenntnis deren militärische bedeutung hervor der herzog war mit sichtlichem wohlgefallen und steigendem interesse der raschen auseinandersetzung gefolgt jetzt aber erhob er sein mildes durchdringendes auge zu dem neben ihm stehenden mündner und ließ es nachdenklich auf ihm ruhen ich bin ein kriegsmann und rühme mich dessen sagte er aber es gibt augenblicke wo ich diejenigen glücklich preise die dem volke predigen dürfen selig sind die friedfertigen heutzutage darf nicht mehr dieselbe hand das schwert des apostels und das schwert des feldherrn führen wir sind im neuen bunde herr pastor nicht mehr im alten der helden und propheten die doppelrollen eines samuel und gideon sind ausgespielt heute warte jeder in treue des eigenen amtes ich achte es für ein schweres unglück hier seufzte er daß in meinem frankreich die evangelischen geistlichen durch ihren eifer sich hinreißen ließen die gemüter zum bürgerkriege zu erhitzen sache des staatsmannes ist es die bürgerlichen rechte der evangelischen gemeinden zu sichern sache des soldaten sie zu verteidigen der geistliche hüte die seelen anders richtet er unheil an der junge bündner errötete unmutig und blieb die antwort schuldig in diesem augenblick erschien der page mit der ehrerbietigen meldung die reisebarke des herzogs sei zur abfahrt bereit und rohan beurlaubte die freunde mit einer gütigen handbewegung auf dem heimritte erging sich waser in betrachtung über die politische rolle des herzogs der gerade damals seinen protestantischen mitbürgern in heimischer fehde einen ehrenhaften frieden erkämpft hatte er meinte freilich werde derselbe von kurzer dauer sein und fand gefallen daran die lage rohans und der französischen reformierten seinem freunde mit den dunkelsten farben zu malen erschien etwas empfindlich und verdüstert daß seine person vor dem herzog neben jürgseer zurückgetreten ja gänzlich verschwunden war seit heinrich dem vierten behauptete er setze sich die französische politik zum ziele die protestanten in deutschland gegen kaiser und reich zu schützen den reformierten im eigenen lande dagegen den lebensnerv zu durchschneiden sie trachte durch wiederherstellung der staatlichen einheit kraft zum vorstoße nach außen zu gewinnen es ergebe sich daraus das seltsame verhältnis das die französischen protestanten unterliegen müßten damit den deutschen die diplomatische und militärische hilfe frankreichs deren sie höchlich bedürften gesichert bleibe so schwebe über dem herzog trotz der hoheit seiner stellung und seines charakters das traurige verhängnis seine kraft in unheilbaren konflikten aufzureiben und am hofe von frankreich immer mehr den boden zu verlieren jetzt bringe er wohl weib und kind nach venedig um bei dem nächstens neu ausbrechenden sturme freiere hand zu haben du bist ja ein durchtriebener diplomat geworden lachte jenatsch aber findest du es nicht in dieser ebene entsetzlich schwül dort steht eine scheuer wie wär's wenn wir unsere tiere eine weile im schatten anwenden und du dein weißes haupt ins heu legtest waser war einverstanden und in kurzer zeit hatten sich beide auf das duftige lager ausgestreckt und waren entschlummert als der junge zürcher erwachte stand jenatsch vor ihm mit spöttischen blicken ihn betrachtend was schneidest du denn im schlafe für verklärte gesichter sagte er heraus mit der sprache was hast du geträumt von deinem liebchen von meiner innig verehrten braut willst du sagen das wäre nichts ungewöhnliches aber ich hatte in der tat einen wunderbaren traum jetzt weiß ich's dir träumte du seies bürgermeister von zürich so war es merkwürdigerweise sagte waser sich sammelnd ich saß in der ratsstube und hielt vortrag über bündner dinge über die bedeutung der feste fuentes als ich geendet wandte sich das nächstsitzende ratsglied gegen mich mit den worten ich bin ganz der meinung seiner gesträngen des herrn bürgermeisters ich sah mich nach diesem um aber siehe ich saß selbst auf seinem stuhle und trug seine kette auch mir hat geträumt sagte er schon recht seltsam du weißt oder weißt nicht dass in kur ein ungarischer astrolog und nekromant sein wesen treibt mit diesem gelehrten habe ich mich während der letzten langwierigen synode nächtlicherweise eingelassen um zu sehen was an der sache sei ums himmels willen astrologia und du bist ein geistlicher rief waser entsetzt sie vernichtet die menschliche freiheit und diese ist die grundlage aller sittlichkeit ich bin ein entschiedener bekenner der menschlichen freiheit das ist brav von dir fuhr der andere unbeirrt fort beiläufig gesagt es gelang mir nicht aus dem hexenmeister etwas festes und faßbares herauszubringen entweder wußte er nichts oder er fürchtete von mir verraten zu werden vorhin im traume aber sah ich den mann wieder vor mir und setzte ihm in zorniger ungeduld den dolch auf die brust um ein schicksal zu erfahren dann schloss er sich es mir zu zeigen und zog mit den feierlichen worten dieser ist dein schicksal den vorhang von seinem zauberspiegel anfangs sah ich nichts als eine helle seelandschaft dann trat eine grün bewachsene mauer hervor und da saß die karte von bünden vor sich mild und bleich wie wir ihn eben gesehen haben der herzog heinrich rohan ende des fünften kapitels dritter teil von jürgenatsch von konrad ferdeland meyer diese librivox aufnahme ist in der public domain erstes buch sechstes und siebentes kapitel unter diesen gesprächen waren die freunde auf der staubigen landstraße die durch das vetlin hinaufführt eine gute strecke weiter getrabt und schon erglänzten in der ferne das schloß und die mauern von morbenja jetzt blickte jenatsch scharf auf die letzte windung diesen weitem bogen nach dem städtchen laufenden weges dort bewegte sich langsam ein kleiner brauner reiter bravo rief der bündner da machst du eine prächtige bekanntschaft dort kommt der pater pankrazi vor einst das heißt vor einem jahrzehnt almenser kapuziner und peichtiger der nönnchen von katzis wir haben ihm sein kloster aufgehoben wären unsere kapuziner alle so gute bündner wie er und so witzige gesellen man hätte sie unbehelligt gelassen seither hat er sein unterkommen in einem ordenshause irgendwo am komersee gefunden und führt hier herum predigend und terminierend ein fahrendes leben er ist mir nicht unbekannt erwiderte wasser voriges jahr kollektierte er in zürich für die verarmten überbliebenen eurer verschütteten stadt blurs und betonte mit beweglichen worten als die gute seite solcher verheerungen daß man sich in diesen jammerfällen über die scheidewand der konfessionen hinweg christlich die bruder handreiche kurz nachher aber kam mir eine gedruckte bußpredigt von ihm zu gesichte worin er zu meinem ärgerlichen erstaunen in der derbsten sprache behauptet der bergsturz sei ein warnendes gericht und eine göttliche strafe für die duldung der ketzerei das heißt in sträflicher weise mit zwei zungen geredet wer wird das einem kapuziner und praktischen manne verdenken lachte der andere sieh er setzt sein eselchen in trott er hat mich erkannt der kapuziner trabte auf seinem tiere das neben ihm noch zwei volle körbe trug so rasch heran daß der staub in wirbeln aufflog aber die lustige begrüßung die was er erwartete blieb aus pankratis kurze gestalt drängte hastig vorwärts und streckte ihnen die rechte mit abmahnender gebärde entgegen als bedeute er die reisenden ihre mauttiere zu wenden nun hatte er sie fast erreicht und rief ihnen zu zurück jenatsch nicht hinein nach morbenjo was bedeutet das fragte dieser ruhig nichts gutes versetzte pankratius wunder und zeichen geschehen im feldlin das volk ist aufgeregt die einen liegen in den kirchen auf den knien die andern laden ihre büchsen und wetzen ihre messer zeige dich nicht in morbenjo kehre nicht auf deine pfarre zurück wende dein tier und flüchte nach kiavenna was ich soll mein weib im stich lassen fuhr jenatsch auf meine freunde nicht warnen den braven alexander und den redlichen fausch auf seinem bergdorf im bouillon nichts da ich reite zurück natürlich das städtchen umgehend über die atta mein kamerad hier herr waser von zürich kennt keine furcht und du pankratzi tust mir den gefallen und kommst mit du nächtigst bei mir meine berbenner sind nicht so gott verlassen daß sie des heiligen franziskus kutte nicht in ehren hielten nach kurzem besinnen willigte der kapuziner ein meinetwegen am ende sagte er heute bin ich dein schutzpatron ein andermal bist du der meinige so rieten sie was ihre tiere laufen konnten nach berbenn hinüber und wie wenig waser auch diese wilden ereignisse zusagten er machte gute miene und rechnete es sich zur ehre das ihm erteilte lob der tapferkeit zu verdienen eben ertönte die friedliche abendglocke als sie vor der pfarre von berbenn abstiegen unter dem niedrigen eingangsbogen des laubdaches stand ein breitschulteriger ernster mann von kleiner statur aber mit ausdrucksvollem kopfe nachdenklich und aufmerksam seinen hut betrachtend welchen er nach allen seiten drehte und gegen das licht hielt es war ein hoher spitzer filz von schwarzer farbe was stellst du da für tiefsinnige untersuchungen an kollege fausch begrüßte indienatsch was ist's mit deinem filz oben aufgerissen wie ich's sehe willst du ihn hinführen zur verstärkung deines basses als sprachrohr gebrauchen sorgenvoll erwiderte der kleine betrachte das loch näher jürg seine rinder sind verbrannt es ist eine kugel durchgefahren die mir einer deiner berpenner zuschickte als ich durch die weinberge hinunterstieg natürlich galt sie dir denn man sah über der mauer nur meinen kopf und der gleicht dem deinigen wie du weißt zum verwechseln der teufel soll mich holen fuhr er heftiger fort wenn ich nicht den geistlichen stand quittiere der part ist ungleich uns ist nur das schwert des geistes gestattet angefallen aber wird unser fleisch mit eisen und blei gedenken eines schwurs fausch mein sohn das evangelium zu predigen usque admatyrium erscholl aus dem hintergrunde der laube von einer tief beschatteten bank her die etwas dumpfe stimme eines graubärtigen mannes der dort in aufrechter haltung am tische saß und sich von der schönen lucia sacella einschenken ließ das junge weib aber erblickte kaum ihren mann so eilte es ihm entgegen und schmiedte sich bleich und furchtsam an seine seite als suche es schutz vor einer entsetzlichen angst exklusive blasius exklusive bis an den martortod hinan aber nicht hinein antwortete fausch sich zu seinem kollegen wendend dessen glas er ergriff und bis auf den letzten tropfen leerte indessen machte jenatsch seinen zürcherischen freund mit dem glaubens starken pfarrer blasius bekannt und stellte ihn dann lachend in pfarrer lorenz fausch einen schulkameraden aus dem loch in zürich vor dessen waser sich gar wohl erinnerte als eines um ein paar jahre älteren ziemlich liederlichen studiengesellen dieser mann hat seither in bündnerdingen eine hervorragende rolle gespielt behauptete jürg und schlug dem kleinen auf die schulter der kapuziner schien mit beiden pfarrern auf bekanntem fuße zu stehen und fausch fuhr diesmal an waser sich wendend in seiner aufgeregten rede fort glaubst du's wohl herr zürcher während du in deiner löblichen stadt sittsam zur predigt gehst und über das gesangbuch hinweg züchtig nach deinem jungfräulein ausschaust betrete ich armer streiter gottes die kanzel niemals ohne fröstelt den rücken einzuziehen aus furcht es fahre mir das messer oder die kugel eines meiner pfarrkinder zwischen die schultern aber sagte er mit den männern in die stube getreten nun bin ich auch zum längsten pfarrer gewesen dies erlebnis er zeigte auf das loch in seinem filze gibt den ausschlag das maß ist voll ich habe von meiner muhme in papan zweihundert goldgulten geerbt gerade genug um ein sicheres gewerbe zu beginnen herunter mit dem pfarrrock und er legte hand an sein geistliches kleid warte freund rief jenatsch das verrichten wir zusammen auch mein maß ist heute voll geworden nicht eine feindliche kugel verjagt mich von der kanzel sondern eine freundliche rede der herzog heinrich hat recht wandte er sich an den erstaunten waser schwert und bibel taugen nicht zusammen bünden bedarf des schwertes und ich lege die geistliche waffe zur seite um getrost die weltliche zu ergreifen mit diesen worten riß er sein prediger gewand ab und langte seinen rauftegen von der wand herunter und gürtete sich ihn um den knappen lederkoller ihr gebt ein lustiges beispiel rief der kapuziner mit schallendem gelächter fast gelüstet mich es euch nachzutun aber meine braune kutte ist leider zu zäh und hat ein fester gewebe als eure röcklein ehrwürdige herrn blasius alexander der diesem vorgange ohne verwunderung aber mißbilligend zuschaute faltete jetzt die hände und sprach feierlich ich aber gedenke zu verharren im amte bis ans ende usque ad martyrium bis in den martertod zu welcher ehre gott mir helfe kein schönerer tod ist in der welt als wer vom feind hin scheit sang jenatsch mit flammenden augen ich werde ein zuckerbäcker erklärte fausch wichtig ein bischen weinhandel daneben ist selbstverständlich damit setzte er sich an den tisch schnallte eine kleine geldkatze ab die er um den leib trug und begann die goldstücke eifrig rechnend in häuflein zu ordnen jürgienatsch aber umschlang die eben eintretende lucia und küßte sie mit überströmender zärtlichkeit sei getrost mein herz und freue dich eben hat dein georg den schwarzen geistigen rock abgeworfen der dich mit den deinen verfeindet hat wir ziehen hier weg es wird dir wohl ergehen und du erlebst an deinem manne ehre die fülle lucia errötete vor freude und blickte mit seliger bewunderung in jürgs übermütiges angesicht aus dem eine wilde freude sprühte noch nie hatte sie ihn so glücklich gesehen offenbar wich eine dunkle furcht vor ihrem herzen an der sie von tag zu tage schwerer getragen und die ihr das leben in der heimat verleidet hatte hier jürg mein bruder sagte jetzt fausch der mit seiner rechnung fertig war hier mein eingebindet zu deinem tauftage als ritter georg für gaul und harnisch das kapital ist gut angelegt ich komme mit einem hunder zurecht er schob ihm die hälfte seines kleinen erdes zu jürg schüttelte die ihm entgegengestreckte kurze breite hand derb aber ohne sonderliche rührung und strich das gold ein inzwischen hatte sich wasser zu pater pankratz gesetzt um ihm auf den zahn zu fühlen dem zürcher erschien des kapuziners keckes betragen seine lustigkeit und selbstbeherrschung etwas zweideutig und verdächtig aber sein misstrauen schwand als er die ungeschminkt herzliche besorgnis des paters um das schicksal seiner bündnerischen landsleute wahrnahm und er mußte bewundern wie richtig pankratz die gefährlichen verhältnisse auffaßte wie scharf er die vorzeichen des herannahenden sturmes beobachtet hatte ich fürchte es sind große herren sagte der pater spanier vielleicht auch bündner die diesmal das spiel in händen halten und zu ihren habgierigen und herfssüchtigen zwecken den frommen einfältigen glauben des volks mißbrauchen wehe die schüren einen höllischen brand und das blut das sie vergießen wird ihnen bis an die kehle steigen und sie ersäufen in morbenio hieß es die mordbanden des robustell seien schon auf dem weg das tal herunter gott gebe dass solcher gräuel nur in den welschen köpfen spukt eins aber ist gewiß und das beherzigt ihr männer sprach er aufstehend und an die drei bündner sich wendend des bleibens der protestanten im feldlin ist nicht mehr jetzt erhob jenatsch die stimme zweifelt nicht brüder pankrazi rät gut sagte er kein augenblick ist zu verlieren fort müssen wir wir sammeln in eile unsere wenigen glaubensgenossen treiben unsere geistliche herde mann weib und kind über das gebirge nach bünden und decken bewaffneten rückzug er öffnete eine truhe und zog eilig briefschaften daraus hervor die einen zerreißend die andern in den taschen seines wamses bergend blasius alexander schüttelte den kopf als er von der flucht reden hörte lud missvergnügt seine muskete die er mitzubringen nicht versäumt hatte mit pulver aus dem großen an seiner hüfte hängenden familienhorn dann stellte er die waffe zwischen die knie und fuhr fort langsam aber unausgesetzt becher um becher zu leeren ohne dass der feurige wein den kaltruhigen blick seines auges im mindesten belebt oder sein farbloses angesicht gerötet hätte der junge zürcher sah diesem tun bedenklich zu und konnte endlich die bemerkung nicht unterdrücken ob der edle trank in solcher überfülle genossen dem herrn blasius nicht zu kopfe steigen und die im nahenden augenblicke der gefahr so nötige geistesklarheit prüben könnte darauf warf ihm der alte einen etwas verächtlichen blick zu antwortete aber gelassen und ungekränkt ich vermag alles in dem herrn der mich stark macht es ist ein christlich wort rief der kapuziner ließ die gläser klingen und reichte dem greisen prädikanten über den tisch die hand unterdessen war der mond aufgegangen und überrieselte draußen die krone der ulme und die schwere blätterdecke der feigenbäume mit hellem licht aber nur eine spärliche helle drang durch die kleinen fenster in das breite tiefe gemach und schattete ihre massiven gitterkreuze auf dem steinernen fußboden ab lucia stellte die italienische eiserne öllampe auf den tisch und entfachte die dochte in die höhe ziehend drei helle flämmchen die auf ihr über das gerät gebeugtes liebliches antlitz einen roten widerschein warfen der unschuldige mund lächelte denn die junge veltlinerin war freudig bereit mit ihrem manne auf dessen starken schutz sie unbedingt baute aus der heimat wegzuziehen waser dessen blick von der warm beleuchteten erscheinung gefesselt war betrachtete mit rührung diesen ausdruck kindlichen vertrauens da stürzte plötzlich die ampel klirrend auf den boden und verglomm ein schuß war durch das fenster gefallen die männer sprangen allesamt auf und zugleich sank das junge weib ohne laut zusammen eine tödliche kugel hatte die sanfte lucia in die brust getroffen schaudernd sah waser das schöne sterbende haupt auf welches das mondlicht fiel und das jenatsch auf den knien liegend im arme hielt jürg weinte laut während der pater bemüht war die lampe wieder anzuzünden hatte blasius alexander seine büchse ergriffen und schritt ruhig in den mondhellen garten hinaus er musste den mörder nicht lange suchen da kauerte zwischen den stämmen der bäume ein langer mensch dessen vorgebeugtes gesicht dunkle darüber fallende lockenhaare verbargen den rosenkranz in der hand stöhnend und betend neben ihm lag ein noch rauchendes schwerfälliges pistol ohne weiteres legte blasius ein gewehr auf ihn an und streckte ihn mit einem schuß durch die schläfen nieder dann trat er neben den auf das angesicht hingesunkenen drehte ihn um betrachtete ihn und murmelte dacht ich mir's doch er bruder der tolle agostino eine weile stand er horchend nun schlich er über die gartenmauer spähend wieder dem hause zu durch die stille der nacht drang ein ungewisser lärm an sein ohr zwei vögelchen haben gepfiffen sagte er vor sich hin bald fliegt uns der ganze schwarm aufs dach jetzt mit einem mal scholl aus dem dorfe ein gellendes geschrei und jetzt dröhnte es über ihm die kirchenglocke schlug an und läutete in hastigen schwüngen sturm alexanders blick fiel auf den wieder ins dunkel hinaus leuchtenden schein der verräterischen lampe er schlug die dicken laden des erdgeschosses zu und schritt ins haus zurück in der absicht es mit den freunden wie eine festung bis auf den letzten mann zu verteidigen denn schon knallten schüsse von der gasse her und schläge fielen gegen die vordere haustür fausch hatte sie eben verriegelt und stürzte die bodentreppe hinauf um durch die dachlucken auszuschauen der prädikant aber lud seine muskete wieder und stellte sich an das schmale vergitterte küchenfenster das nach der gasse ging wie hinter eine schießscharte die schurken rief er dem zürcher zu der eben hastig aus seiner kammer trat wo er sein ränzchen geholt und seinen leichten reisedegen umgeschnallt hatte mehr wollen unser leben teuer verkaufen um gottes willen herr blasius warnte dieser gedenkt denn ihr ein diener am wort auf die leute zu schießen wer nicht hören will muss fühlen war des bündners kaltblütige antwort jetzt aber faßte pankra zieh den tapferen alten mit beiden armen um den leib und riß ihn von dem mauerloche zurück willst du uns alle verderben mit einer wahnwitzigen gegenwehr mach daß ihr von hinnen und in die berge kommt misericordia dröhnte fauschens stimme durch die treppenöffnung herunter sie kommen in hellen haufen sie stürmen das haus des boretto wir sind verloren mach daß ihr fortkommt schrie der pater während immer heftigere peilhiebe gegen die tür schmetterten auch gut kapuziner sagte blasius der jetzt mit beiden armen reißigbündel und stroh aus der küche schleppte und mit geübten handgriffen im gange zwischen den beiden haustüren aufschichtete wir heben uns von hinnen über den bodasca gletscher ins bergell alle dachlücken auf damit es luft gibt und dann hierher fausch krabbelte die treppe herunter beladen mit allerlei mundvorrat den er oben gefunden hatte und wasser sah sich jetzt nach jenatsch um hier scheiden sich die wege pankratzi sagte der alte prädikant und drückte dem pater die hand über den reißigwall hinweg während das mittelstück des haustors unter dem geheul der belagerer auseinander krachte dein ist die vordertür unser rückzug durch die hintere deckte flamme und er entzündete den holzstoß abgezogen ihr evangelischen männer während das feuren in aufrechter lohe durch die luftige bodenöffnung empor schlug trat jenatsch die tote im arm aus dem wohnraum in die flackernde helle in seiner rechten leuchtete das lange schwert auf dem linken arme trug er als spürte er die last nicht seine tote deren stilles sanftes hauptwege knickte ihm an der schulter ruhte er wollte sie nicht auf der mordstätte zurücklassen wasser konnte trotz der gefahr der stunde den blick nicht verwenden von diesem nachtbilde sprachlosen grims und unversöhnlicher trauern er musste an einen engel des gerichts denken der eine unschuldige seele durch die flammen trägt aber es war kein bote des lichts es war ein engel des schreckens indes die bündner durch den garten nach dem fuße des gebirges enteilten hatte der pater in der küche neben feuer und rauch standhaft den augenblick erwartet wo die tür in splitter flog jetzt sprang er das kruzifix in der vorgestreckten rechten zwischen die pfosten und rief der blutlechzenden menge entgegen heilige mutter gottes wollt ihr mit den ketzern verbrennen feuer vom himmel hat sie verzehrt löschet rettet euer dorf und hinter ihm prasselte die lebendige glut mit einem wehge heul das nichts menschliches mehr hatte wichen die entsetzten zurück und es entstand eine unbeschreibliche verwirrung blitzschnell verbreitete sich die sage sankt franziskus in eigener person habe die kätzer im protestantischen pfarrhause vernichtet und sei in erhabener gestalt den gläubigen erschienen so gelang es dem kapuziner sein eselchen das er in einem benachbarten stalle untergebracht hatte unbemerkt zu besteigen brandröten und mordgeschrei hinter sich lassend ritte auf umwegen die kaputze tief ins gesicht gezogen seinem kloster am gummersee zu ende des sechsten kapitel siebendes kapitel am abend des fünften tages nach diesen außerordentlichen ereignissen näherte sich heiner wasser auf dem von rapperswil her kommenden ordinären markt und postschiffe seiner vaterstadt die schlanken turmspitzen der beiden münster zeichneten sich immer schärfer und größer auf dem klar geröteten westhimmel und bei diesem viel lieben anblick dankte der junge amtsschreiber aus herzensgrunde der gütigen vorsehung für das glückliche ende seiner über erwarten gefährlichen ferienreise bei der abfahrt von rapperswil hatte er sich nur in gesellschaft der schiffer befunden denn eine schar von pilgerinnen aus dem preisgau alte müde weiber verbargen ihre sonnenbraulen gesichterscheu unter den roten kopftüchern und hatten sich im vorderteile des schiffes eng zusammengeduckt sie beteten oder schliefen sie kamen vom heiligen gnadenorte einsiedeln und waren noch über die lange brücke zu den kapuzinern von rapperswil gewandert um von den als geisterbanner und exorzisten bewährten vätern allerlei mittelchen einzuhandeln gegen krankheit von menschen und vieh und gegen teuflischen spuk dort hatten die wallfahrer von einem schrecklichen strafgerichte gehört das in einem tale jenseits der berge über die ketzer herangebrochen sei alle seien sie mit feuer und schwert vertilgt worden wohl erfüllte die weiblein mit freudigem schrecken dies unglück der mißgläubigen aber auch mit dem wunsch so bald als möglich den protestantischen landen die sie zu durchwandern hatten den rücken zu kehren und jenseits der grenze in ihrer katholischen heimat diese großen dinge zu verkündigen so war das gerücht von dem protestantenmorde im veltlin schon vor oder doch zugleich mit dem jungen zürcher hierher gelangt auch waser hatte auf dem heimwege erfahren was zu glauben er sich immer noch in innerster seele gesträubt hatte daß der überfall in berben den er miterlebt nur eine einzelheit nicht die grausamste eines längst geplanten unerhörten blutbades gewesen sei sogar die nach und nach bei den dörfern wo man anlangte einsteigenden marktleute waren voll davon es war eine gesellschaft die sich nicht erst von gestern her kannte die zwei schiffleute vater und sohn vermittelten mit ihren ruderknechten schon seit jahren den verkehr zwischen den beiden seeenden der junge ein von der sonne geschwärztes kräftig aufgeschossenes gewächs war wasers altersgenosse sein vater hatte ihn von kindsbeinen an auf den see mitgenommen und ihn früh zum vertragen der dem schiffe für die stadt anvertrauten briefe und pakete gebraucht so war der bursche mit dem jungen jenatsch schon bekannt geworden als der pfarrer von scharanz seinen dürg nach zürich auf die schule führte hatte ihm später manche botschaft gebracht und wenn waser zu ferienanfang seinen schulkameraden seeaufwärts begleitete hätte dem lustigen tage das beste gefehlt wenn der wort und schlagfertige kurilehmann nicht mitgefahren wäre er war es auch gewesen der mit seinem vater die müde kleine lucretia in das schiff aufgenommen ihr in zürich den weg nach dem karolinum gezeigt und ihr mut gemacht hatte nur frisch und unverzagt dem jürg ihren kram auf die schulbank zu stellen auch die dorfleute ein alter mann von stefa der allwöchentlich seine spanferkel in zürich zu markte brachte der honighändler die fischer und ein paar hühner und eierweiber waren stammgäste des geräumigen bootes die dunkle nachricht welche das postboot von rapperswil brachte versetzte dessen insassen in ungewohnte aufregung ihre vor dem schreckbild scheuende einbildungskraft erging sich in den abenteuerlichsten springen nicht zufrieden mit den überliefernden tatsachen vermuteten sie eine allgemeine verschwörung der pappisten gegen alles volk das sich zur reinen lehre bekenne schließlich waren sie nicht weit davon den ihnen alle dem rufe nach einigen von angesicht bekannten herrn pompeius dem sie die hauptschuld an dem blutbade beimaßen zum feldhauptmann des antichrists zu erheben und ihm ein heerschlauer jesuiten und feuriger teufel zur verfügung zu stellen der letzte sieg der bosheit und das weltgericht steht vor der tür sprach feierlich der alte ferkelhändler welcher etwas taub war und sich um so eifriger auf die seltene kunst des lesens und die selbständige erforschung der schrift verlegt hatte alle zeichen sind da das große tier ihr könntet irren unterbrach ihn der amtsschreiber der bis jetzt in sich gekehrt geschwiegen hatte wißt das seit der apostelzeiten bei allen schweren kalamitäten die über das christenvolk hereinbrachen das ende der welt von heute auf morgen erwartet wurde doch steht wie ihr seht noch albis und uto wie zu der helfezierzeiten und fließt die limmat noch ihren alten weg hütet also euren geist und eure zunge vor irrlehre und eigenmächtiger deutung der alte senkte den kopf murmelte aber zwischen den zähnen daß es so lange nicht eingetroffen ist beweist mir gerade daß es jetzt eintrifft kurilehmann der hart neben waser stehend sein langes ruder führte streifte jetzt diesen mit einem scharfen blicke aus seinen wasserhellen von niedrigen schwarzbuschigen brauen beschatteten augen diese durchdringenden sonst kalt verständigen augen brannten in frechem feuer warum herr amtsschreiber schicken die gnädigen in zürich nicht und seebuben gegen die spanjolen und jesuiten im feldlin ist ihnen das herz in die hosen gefallen sagte er halt das maul um gottes willen bub rief erschrocken der alte lehmann der am steuer diese respektlose rede gehört hatte und fuhr mit der rechten hand in die höhe als wollte er ihm das wort im munde zerschlagen aber er faßte sich und fügte mit ungewohnter süße hinzu die herren in zürich werden in ihrer weisheit das rechte schon treffen kurie aber fuhr unbekümmert fort ihr wißt mehr als wir herr waser hab ich euch nicht mit einem reisebündelein vor vierzehn tagen nach rapperswil geführt er wolltet ein wenig in die berge hinein sagte dir bei meid ihr seid beim jenatsch gewesen war denn der nicht zur stelle der jürg hat sich doch beim strahl von denen äsern vom pfaffen nicht abtun lassen er blickt so traurig drein es ist ihm doch nichts passiert oder hat es gefehlt hat er dran glauben müssen er lebt kurie versetzte waser wie einer der seine worte wägt und keines zu viel sagen will nun dann zählt darauf ehe ich diese schuhe verbraucht habe kurie schonte sie freilich denn er hatte sie ausgezogen und neben sich auf den schiffskasten gestellt um erst in zürich damit staat zu machen ehe ich diese schuhe verbraucht habe hat der jenatsch den pompejus planta kalt gemacht sonst ist er nicht der jenatsch mehr denk daran leid tut es mir um das jüngferchen und wird dem jörg auch leid tun dieses in den tag hineingesprochene wort machte auf waser einen peinlicheren eindruck als er sich nicht gestehen wollte und hätte kuris vater von neuem erbost wäre nicht sein auge unweit vom dorfe küßnach auf einer grünen von hohen nußbäumen beschatteten landungsstelle haften geblieben es ergöß sich dort zwischen steilen mit holunderbüschen und wurzelwerk überwucherten borden ein bach in den see ein stilles und durchsichtiges wässerchen dessen unterhöhlte ausgewaschene ufer aber verrieten wie heftig es im frühling toben konnte von der anhöhe blickte ein landhaus herab dort unter den bäumen stampfte ein kleiner ungeduldiger junge mit degen und federhütchen auf dem schattigen rasen herum während die würdige gestalt eines präzeptors beschwichtigend daneben stand hohe ho hierher lehmann ich will in die stadt schrie der kleine während sein mentor ein tuch aus der tasche zog um das boot heranzuwinken überflüssige bemühung der alte lehmann hatte schon mit dem rufe aha der junger wertmüller von wampisbach sein schiff der nussbaumgrube zugelenkt und die planken einsteigen bereit gemacht noch wenige minuten saß der zappelige kleine auf der ehrenbank zwischen seinem erzieher und herrn waser deren beinbekleidung er mit seinen unruhigen füßen die den boden des schiffes noch nicht erreichten mutwillig und unaufhörlich in gefahr brachte herr werbi divini minister denzler so nannte sich der erzieher ließ sich mit waser über den junker hinweg in ein lispelndes gespräch ein er beklagte höchlich die haarsträubenden wirkungen des fanatismus und obgleich waser das von ihm erlebte so knapp als möglich erzählte und seine eigene person dabei bescheiden in den hintergrund stellte konnte sich der prezeptor nicht genug entsetzen über die unerhörte gefahr leibes und lebens welcher sich der herr amtsschreiber durch seine kühnheit ausgesetzt dann steuerte er seinen persönlichen angelegenheiten zu wobei er gut fand der lateinischen sprache sich zu bedienen niemalen herr amtsschreiber bemerkte er hätte ich diese schwierige erziehung übernommen denn der kleine obgleich ein ausgezeichnetes ingenium ist unter uns gesagt ein bösartiges möhnlein wenn mir nicht der herrn obersten schmied gnaden heilig versprochen hätte daß ich bei zufriedenheit mit meinen leistungen später diesen seinen stiefsohn auf einer bildungsreise begleiten dürfte wie sie noch selten gemacht worden ist die deutschen lande italien frankreich sollte besucht werden und wie caesar werden wir bis nach britannia vordringen ja der werbi divini muß mit rief hier plötzlich der kleine kobold der den gegenstand der unterhaltung erraten hatte aber vorher muß er mich alle sprachen lehren daß ich ihn allen kommandieren kann was willst du denn eigentlich werden rudolf fragte herr wasser um die blöße die der magister sich gegeben zu decken ein general rief das bübchen und sprang von der bank denn eben war man durch das wassertor des kräntels gefahren und legte jetzt vor der schifflände an bald bewegte herr wasser sich wieder in den gewohnten geschäften und saß wie früher täglich auf der ratskanzlei aber die staatsrechtlichen handlungen waren für ihn keine leeren formeln mehr keine bloße übung seiner behenden gedanken er war davon durchdrungen daß dabei wohl und weh der völker auf dem spiele stehe er hatte der wirklichkeit ins drohende antlitz geschaut infolge seiner reise nach bünden und seiner rettung aus dem in allem protestantischen land den entsetzen verbreitenden feldlinermorde war das ansehen des jungen amtsschreibers in seiner vaterstadt außerordentlich gestiegen ja es geschah eines sonntags als er hinter dem herrn amtsbürgermeister in seinem kirchenstuhle saß daß er aus dem munde des antistes der zürcherischen kirche während alle augen sich teilnehmend auf ihn richteten folgende seiner bescheidenheit unwillkommenen worte vernahm ihr seid durch die posaune der die welt durch fliegenden fama davon unterrichtet tönte es von der kanzel herab welch schreckliche hekatombe der papistische fanatismus in einem uns verbündeten lande gehäuft hat wie sechshundert unserer protestantischen brüder ausgerottet wurden durch die schärfe des schwertes wie die blutgerötete atta geschändete leichen wälzte während die verstummelten reste anderer auf offenem felde liegen dem krächzenden gefögel ein schleuslicher fraß aber daß der himmel sogar in allgemeiner vernichtung seine auserwählten rüstzeuge zu bewahren weiß dafür gab er uns geliebteste ein den innigsten dank erweckendes zeugnis in der lebendig hier anwesenden person eines unserer herren mitbürger den er durch das menschliche medium von dessen fürsichtigkeit und tapferkeit voraussichtlich zu höheren zwecken mitten aus diesem verderben gerettet hat eine andere folge war daß wasers vorgesetzte seit seiner reise sich von ihm als einem tüchtigen und im bündnerdingen bewanderten jungen manne der sprießlichsten dienste versprachen man berücksichtigte sein urteil und vorzugsweise seiner gewandten feder ward der öffentliche verkehr mit den bündnerischen behörden und der geheime briefwechsel mit den zürcherischen vertrauensmännern in diesem schicksalvollen lande zugewiesen und wunderbar die toten buchstaben der jetzt schlag auf schlag aus kur eintreffende berichte bewegten was sonst nicht der fall gewesen war sein herz noch mehr als sie seinen scharfsinn beschäftigten zwischen den zeilen blickten die kraftvollen köpfe des stolzen planta des feurigen jenatsch des kaltfanatischen blasius alexander hervor und verdeutlichten die natur dieses ungebändigten parteisüchtigen unter einer ruhigen außenseite tief leidenschaftlichen und seine wilde freiheit über alles liebenden volksstammes oft wenn er ungestört an seinem arbeitstische saß war er unversehens zurückgetragen in die vergangenheit er stand wieder in berben vor dem brennenden hause und sah den schulfreund aus den flammen treten sei noch im blassen tode wunderschönes weib über der schulter er sah ihn unausgesetzt unermüdet wortlos voranschreiten auf dem gefährlichen bergpfaden und über die zerrissenen gletscher bis der schweigsame seine last niederlegte auf dem kirchhofe von vico soprano um sie dort in mündner erde zu bestatten immer mehr wurde heinrich wasser von dem eindrucke bewältigt die lohe welche den häuslichen herd des bündners verzehrt flammefort als verborgener unauslöschlicher rache brannt in seiner brust von einem eisernen entschlusse bis zur günstigen stunde niedergehalten und als jürg tränenlos am grabe seiner lucia gestanden habe er mit ihr alle harmlosigkeit der jugend alle weichen gefühle und vielleicht jedes menschliche erbarmen versenkt hatte doch wasers herzliche teilnahme bei ihm keine stätte nicht ein einziges erwidernes wort gefunden jenatsch war dem freunde gegenüber zu stein geworden und die letzte rede fast die einzige auf der reise die er beim scheiden in stalla an ihn gerichtet hatte dem jungen zürcher beunruhigend und verhängnisvoll nachgeklungen du wirst von mir hören hatte er ihm zugerufen mit jürg war blasius alexander fortgegangen als einziger begleiter dieser auch hatte das gebet über lucias grabe gesprochen und dabei schreckliche alttestamentliche worte so zusammengestellt daß waser sie kaum mehr erkannte und sie ihm als der ausdruck gottes lästerlicher rachsucht erschienen überhaupt war blasius nicht sein mann noch nie war seine heitere für die verschiedenen seiten der dinge empfängliche natur auf einen schrofferen gegensatz gestoßen und ihm graute seinen freund in dessen jetziger stimmung mit diesem kalten fanatiker zusammenzuwissen wie gesagt eine hiobs post folgte der andern unmittelbar nach der schlechte rei besetzen die spanier von fuentes her eindringen mit heeres macht das ganze feldlin die beiden planta führten die österreicher ins münster tal und zwei versuche die verlorenen landschaften wieder zu gewinnen blieben fruchtlos im innern von bünden wuchs täglich die wut gegen die landesverräterischen anstifter des feldlinermordes besonders gegen den verfemten pompeius planta der in der allgemeinen verwirrung sich seines festen hauses riedberg wieder bemächtigt hatte so war wasser als eines tages durch einen reitenden boten die nachricht von dem überfalle des schlosses und der ermordung des herrn pompeius eintraf mehr erschrocken als erstaunt das schreiben kam vom ritter doktor fortunatus sprecher dieser gelehrte jurist behauptete in der von politischer leidenschaft beherrschten zeit eine geachtete und verhältnismäßig unangefochtene stellung von ihm war bekannt daß er dem die waghalsigen demokratenwirtschaft und die spanischen intrigen gleichermaßen verhaßt waren in stillen stunden beflissen sei die in ihm aufsteigende bitterkeit bestmöglich zu versüßen durch tägliche genaue aufzeichnung aller fehlgriffe und greuel welche sich die ihm widerwärtigen extremen parteien zu schulden kommen ließen dies tat er aber mit dem vorsatze die unter dem eindruck des tages entstandenen aufzeichnungen im laufe der jahre gemächlich zu einer ausführlichen und wie er sich schmeichelte völlig vorurteilslosen geschichte seines vaterlandes zu verarbeiten mit diesem wohlunterrichteten mann unterhielt die regierung von zürich beziehungen um wie sich jenatsch ausgedrückt hatte auf dem laufenden zu bleiben der ritter beobachtete die vorsicht seine briefe nicht an die staatskanzlei sondern an heinrich waser den privatmann zu richten das schreiben welches dieser in schweren gedanken immer und immer wieder las und unbewußt mit häufigen tränen benetzte trug das datum chur den februar es erzählte das verhängnisvolle ereignis in einer sprache welche die zornige erregung des berichterstatters verriet in der nacht vom vierundzwanzigsten auf dem fünfundzwanzigsten hätten sich die führer der volkspartei von grüsch in prättigau dem sitze ihrer verschwörung aufgemacht zwanzig mann stark alle gut bewaffnet und beritten voran der wahnwitzige blasius alexander und der teuflische enatsch in rasendem ritte durch das schlafende land und die finstere föhn warme nacht brausend seien sie im morgengrauen wie gespenster vor riedberg aufgetaucht haben das tor mit axthieben gesprengt seien ohne ernstlichen widerstand der schlummertrunkenen entsetzten dienerschaft in die schlafkammer des herrn pompejus eingedrungen die sie aber sei leer gewesen im begriffe fluchend und lästernd wieder abzuziehen habe sie enatsch in einem engen vorzimmer auf ein altes blindes hündlein aufmerksam gemacht das winselnd in den rauchfang des kamins hinaufschnoberte aus diesem sei dann herr pompejus mit frevler faust an seinem langen schlafkleid heruntergerissen und mit wütenden beilheben zu tode gebracht worden unbegreiflicherweise seien die mörder unangefochten in frechem triumphe durch das rings von den sturmglocken aufgestörte land nach grüsch zurückgekehrt am hellen tage durch die straßen von kur im schritt gereitend wo er sprecher durch das pferdegetrappel ans fenster gerufen selbst die entsetzlichen erblickt und von dem blutigen jenatsch hohn lächelnd begrüßt worden sei gegen mittag habe der briefsteller im auftrage der gerechtigkeit und mit hinlänglicher bedeckung nach rietberg sich begeben woher pompejus noch in der lache seines blutes gelegen jämmerlich zerhauen aber stolz und verachtungsvoll noch in der todesruhe das mordbeil habe der alte kastellan lucas den gerichtsleuten vorenthalten und es in ein unzugängliches versteck gebracht um es wie er gesagt habe der göttlichen gerechtigkeit scharf zu halten worunter der alte wohl die blutrache der planter verstanden über der todesstätte seines herrn aber habe er die mauer mit einem großen kreuze bezeichnet sprechers brief endigte mit der schwarzsichtigen dem tacitus entliehenen bemerkung in dieser zeit wo den guten jede macht genommen sei bleibe die bestrafung der bösen das einzige zeichen einer waltenden vorsehung und mit dem trostlosen ausrufe wehe wehe dir dieser wehruf war nicht unberechtigt das lehrte die nächste zukunft nach einigen flüchtigen sonnenblicken die eine bessere wendung der dinge für bünden zu versprechen schienen erfüllten sich seine geschicke bevor seit der ermordung des herrn pompeius ein jahr um war überschwemmten österreichische und spanische heerhaufen die rätischen lande das volk erhob sich zum verzweiflungskampfe selbst frauen und mädchen schwangen rohe todbringende waffen eines tages da die bedrängten in der kirche zu saas den helfenden gott anriefen verirrte sich ein weißes lamm von der weide in die offene sakristei und erschien neben dem taufbecken vor den augen der bewaffneten landleute das bedrohte volk erblickte darin einen göttlichen zeugen von der unschuld und gerechtigkeit seiner sache georg jenatsch war der vorkämpfer des aufstandes er troff von blut und seine übermenschliche tapferkeit wurde zur legende so erschlug er hunderte von österreichern meldet die sage bei klosters in offener felsschlacht er allein mit drei genossen die heldenmütigen bündner wurden von der übermacht erdrückt wasser sah eines nach dem andern ihrer flüchtigen häupte in zürich anlangen es kam ein salis ein ruinell ein violand jürgenatsch kam nicht wohl mochte es ihm schwer werden das bollwerk seiner berge zu verlassen furcht vor dem übermächtigen österreich lähmte diesmal die gastfreundschaft der stadt zürich die sie sonst keinem vertriebenen versagt beim pokale auf den zünften hatte die junge bürgerschaft den bündnerischen tellen so nannte man die mörder des herrn pompeius blanta stürmisch zugejauchzt jetzt aber streckten sich den flüchtigen nur wenige hände entgegen man ersuchte sie sich stille in den häusern zu halten damit in wien ihre anwesenheit geleugnet werden könne die geister waren von dunklen ahnungen erschreckt dreißig kommende kriegsjahre warfen ihren schatten vor sich her an einem winterabend verließ waser ernster als gewöhnlich und in tiefbewegter stimmung das haus seiner jungen braut die er nächstens heimführen sollte und in deren angesehener familie er das nachtessen einzunehmen pflegte ließ er sonst die staatssorgen vor der tür und freute sich in züchten des lebens heute aber quoll ihm der bissen im munde sein schwager ein junger geistlicher hatte aus der eben versammelten synode eine ergreifende nachricht nach hause gebracht von seiner hochwürden dem antistes war ein schreiben verlesen worden mit der nachricht von dem standhaften ende des märtyrers blasius alexander da wurde ausführlich von einem seiner kerchergenossen erzählt wie man ihn auf der flucht ergriffen und nach innsbruck gebracht habe wie er sich in der gefangenschaft unerschütterlich geweigert den reformierten glauben abzuschwören und wie er schließlich zum verluste der rechten hand und des hauptes verurteilt wurde da seine rechte abgeschnitten auf dem block gelag habe er bereitwillig auch die linke ausgestreckt als könne er sich des martertums nicht ersättigen um sein gemüt zu beruhigen machte wasser gegen seine gewohnheit einen raschen gang um die beschneiten stadtmauern als er in seine dunkle stube zurückkehrte und feuer schlug um eine lampe anzuzünden gewahrte er in der fensternische eine hohe gestalt die ihm nun festen schrittes entgegentrat und ihm die hand auf die schulter legte es war jürgenatsch erschrick mir nicht heinrich sagte er sanft ich komme nur für eine nacht und verlasse eure mauern sobald in der frühe ein tor aufgeht hast du platz für mich in deinem kämmerlein wie ehedem du schwankst ob du mir die hand drücken willst sie hat gerecht gerichtet doch jetzt ist in bünden nichts mehr zu tun da ist alles verloren wer weiß für wie lange ich gehe zum mansfeld dort auf dem großen deutschen kampfplatze entscheidet sich mit sieg oder niederlage der protestantischen waffen auch das los meiner heimat ende des siebten kapitels und des ersten buches vierter teil von jürgenatsch von konrad ferdinand meyer diese librivox aufnahme ist in der public domain zweites buch lucretia erstes bis drittes kapitel ein durchsichtig blauer winterhimmel umfing die lagunenstadt und schaute sich mit gleicher kraft und helle tief aus dem spiegel eines ihrer vielen schmalen wasserbänder wieder entgegen hier zeigten die stillen wasser auch das scharfe dunkle ebenbild einer schlank gewölbten marmorbrücke die das engste und bewohnteste quartier venedigs mit dem campo dei frari verbindet dieser kleine platz bildet den spärlichen vorraum zu dem fremdartig erhabenen meisterbau nicolopisanos dem rot schimmernden dome der maria gloriosa dei frari in der engen pforte eines an die lagune gebauten hauses jenseits der brücke stand ein mann von mittleren jahren mit einem ernsten bärtigen kopfe und von gedrungener kurzer gestalt sein blick folgte ruhig den lautlos geführten von zeit zu zeit unter dem brückenbogen durchgleitenden gondeln oder betrachtete die bettler welche auf den stufen des domes lagerten und eben ihr frühstück verzehrten ihm zu häupten war an der mauer dem halbrunde der türwölbung folgend in kolossalen schwarzen lettern und italienischer sprache zu lesen lorenz fausch pastetenbecker ausbünden aus den herrschaftlichen gondeln die an der landungstreppe des campos anlegten war schon manche zarte dame gestiegen manche zierliche gestalt umhüllt von den weichen falten dunkler seile und das antlitz durch die samtene halbmaske vor der kälte geschützt war die stufen hinauf über den platz in die kirche geglitten ohne dass die züge des bündners sich im mindesten verändert hätten jetzt aber ging etwas seltsames auf dem ernsthaft gleichmütigen gesichte vor unter der brücke war der wetterbraune weißbärtige kopf eines ruderers zum vorschein gekommen der aus seinen ungelenken bewegungen zu schließen mit der lagune nicht vertraut war während sein gefährte der auf dem hinterteil des fahrzeuges stand ein jugendlich behänder ein echter gondoliere dieses mit schlanker ruder bewegung an die mauer drückte öffnete der alte langsam die niedrige gondeltür und schickte sich an einer nur leicht verschleierten offen und groß blickenden frau beim aussteigen behilflich zu sein sie aber hatte seine hand nicht angenommen unversehen stand sie auf der treppe und schritt ohne sich umzublicken der pforte des domes zu ehe der in der gondel beschäftigte alte seiner herrin folgen konnte trat herr fausch dessen miene sich plötzlich erhellt hatte an den rand der lagune vor und rief ihm mit gedämpfter baßstimme den romanischen gruß bundi zu aber jener wandte sich nicht nach dem seine bekanntschaft suchenden um er streifte ihn nur mit einem blitze unter seinen buschigen brauen hervor halb misstrauisch halb verständnisvoll dann zog er langsam einen rosenkranz aus der tasche und schritt herrn fausch den rücken kehrend nach der kirche noch folgte ihm dieser mit nachdenklichen blicken als aus dem seitengässchen rasch herauslenkend ein kleiner hagerer kavalier an ihm vorüberschoß und mit einem stählernen sprung auf der brücke stand hier bemerkte er zu seiner rechten den bäcker und dessen behaglichen gruß wandte ihm einen augenblick sein junges nichts weniger als hübsches aber höchst originelles gesicht zu und sagte augenblicklich noch im dienst holt mir ein fläschchen cyprier vater fausch wohlverstanden von der sorte der ihr persönlich huldigt in zwei minuten bin ich hier fausch trat aus dem fröhlichen sonnenlichte in sein etwas düsteres zu dieser morgenstunde noch leer stehendes schenkzimmer zurück das jedoch mit seinen zahlreichen sitzen und den reinlichen weißen marmortischen offenbar auf dem besuch von gästen nicht geringen standes eingerichtet war während er sich in den geheimen wohlverschlossenen raum begab der ihm in der meerstadt als keller diente um ein strohumflochtenes fläschchen von seinem dunklen ehrenplatze herunterzuholen den befehlen des jungen kavaliers gemäß doch alles mit würdiger bedächtigkeit hatte dieser seinen gang gemacht und kam schon wieder über die brücke zurück er hatte die kirche betreten sogleich die hohe gestalt wieder entdeckt die sein blick aus der tiefe des gästchens im fluge erfasst hatte und die ihm durch ihre dunkle kräftige schönheit anziehen erschienen war andächtig kniete sie das antlitz zum gekreuzigten erhoben mit gefalteten händen auf den stufen des hochaltars nicht zweifel nicht trostbedürfnis nicht sehnsucht schien sie hergeführt zu haben keine innere aufregung keine unstete leidenschaft bewegte die hochgewachsene gestalt feste ruhe lag in den schönen noch jugendweichen zügen aber nicht klösterlich kalt war ihr ausdruck sondern von kräftigem leben durchglüht sie flehte nicht rang nicht um erhöhung sie brachte so schien es ein tägliches opfer ein gewohntes gelübde da das ihre seele erfüllte und dem ihr leben geweiht war in steigender neugier war der junge kavalier immer näher herangetreten da hatte sie sich erhoben und war seinem unbescheidenen auge unverschleiert mit einem stolzen fremden blick begegnet dann hatte sie die kirche verlassen zwiefach enttäuscht denn in der ferne war ihm die dame jünger erschienen und auf ihre einfache hoheit war er nach seinen venezianischen erfahrungen und gewohnheiten nicht gefaßt hatte er noch einen blick auf die verschiedenen kirchenbilder geworfen und ein wort mit dem küster gesprochen als fausch das fläschchen auf einem silbernen teller mit einiger feierlichkeit vor sich her tragend in der hinterpforte seines schenkraums erschien hatte sich der gast schon in nachlässigster haltung auf einer ottomane nächster tür niedergelassen er zog seine füße von dem marmortischchen auf das er sie gelegt hatte der bäcker aber holte ein fein geschliffenes kleines kelchglas herbei stellte es neben die flasche und begann nach seiner gewohnheit selbst das gespräch und wer war denn mit euer gnaden erlaubnis das herz und augen erfrischende frauenbild dem der herr lokotenent nachschoß wie eine kugel aus dem rohre wie vater lorenz das solltet ihr nicht wissen meinte der angeredete ihr die lebendige tageschronik und fremdenliste von venedig sie kommt mir sonderbar bekannt vor und wer sie ist werd ich herausbringen sicher keine dieser trägen venezianerinnen dafür erfreut sie sich zu leichter füße wißt nur herr wertmüller als ich sie vorhin so schön und frei über das campo schreiten sah da überkam ich eine rührung mir war als schritte sie nicht neben dieser faulenden lagune sondern auf dem bergpfaden meiner heimat neben senkrechten präzipitien und schäumenden bächen noch eins ihr diener der alte weißbärtige spitzbube mit den jägeraugen und dem rosenkranze ist ein bündner so gewiß als ich also aus euren bergen versetzte wertmüller und von eurem schlage was wunder übrigens meinte fausch wenn ein salis oder ein anderes haupt unserer französischen partei in diesem augenblicke in der gastfreundlichen fenitia zu tun hätte zweifelt ja von uns keiner mehr daran dass euer herr der viel edle heinrich rohan vom richelieu vollmacht erhalten hat eine herfahrt nach bünden zu rüsten nun kommt endlich die stunde da mein land der österreichisch spanischen gewalt entwunden wird gut sagte der andere ihn spöttisch ansehend der gallische hahn also vater faus soll sich für euch mit dem österreichischen adler zausen daß die federn fliegen er traut ihm viel großmut zu denn er sitzt fest in den spanischen krallen in meiner stellung als adjutant des herzogs bin ich freilich weniger in diese geheimen politischen pläne eingeweiht als ihr das von dem venetianischen müßiggange inspirierte lagunen und lügen orakel übrigens fuhr er seine schärfe mäßigend fort und blickte dem bäcker in die augen der in seinem innersten beleidigt sich mit gerötetem angesicht vor ihn hingestellt hatte und nach dem kräftigsten ausdruck zur abwehr solcher missachtung rang übrigens ist heute nicht politik sondern kunst bei uns im herzoglichen palazzo an der tagesordnung eben war beim frühstück von titian die rede eine mit unserer herzogin befreundete nobildonna behauptete unsere kunstsinnige dame habe bis heute eines der edelsten werke des meisters übersehen das ich hier bei den frari befinde es erwies sich dass es bei der herzogin letztem aufenthalt in venedig aus irgendeinem grunde sich in der werkstätte eines malers befand ich ward von ihr abgesandt um den jetzigen tatbestand festzustellen es hängt wieder drüben und ich fliege es den herrschaften zu melden sie werden ihre wallfahrt zu dem titian gleich antreten wollen herr so dürft ihr mir nicht fort sagte fausch und vertrat ihm mit seiner breiten figur den ausweg er verkennt mich grausam in dem was mir hoch und heilig ist was hielte meinen geist in diesem schmerzvollen exil lebhaft und aufrecht wenn nicht die tag und nacht genährte hoffnung mein jahrzehntelang zerfleischtes verheertes gefesseltes bünden wieder befreit zu sehen und soll ich mich nicht um neuigkeiten kümmern soll nicht die fühlhörner nach allen seiten ausstrecken nicht jede günstige nachricht mit durstigen poren einsaugen pocht denn euch nichts hier fürs vaterland herr wertmüller er drückte tief atmend die fette hand auf die brust glaubt nicht dass mir die für bünden unrühmliche hilfe der franzosen willkommen sei ich heiße das den teufel durch belzebub vertreiben aber sie ist gott sei's geklagt der letzte ausweg aus der härtesten sklaverei auch jetzt lebt in bünden ein matteres geschlecht in jener großen zeit freilich wo ich der würgengel jenatsch und der märtyr oblasius alexander die taten eines leonidas und epaminondas vollbrachten hätten wir alle uns lieber die brust mit wunden bedeckt in ein breites grab reihen lassen als in das weltsche heer und unsere seelen eher dem leibhaftigen teufel übergeben als dem französischen kardinal der junge wertmüller den die szene insgeheim köstlich belustigte war im begriffe den begeisterten bäcker auf die seite schiebend die tür zu gewinnen konnte sich aber die schlussbemerkung nicht versagen soweit ich die weltgeschichte kenne vater lorenz sei dir darin nicht berücksichtigt jetzt der griffin fausch heftig aber freundschaftlich bei der hand wie wird heutzutage historia geschrieben herr lokote nennt saftlos und ohne gewissenhaftigkeit die tradition jedoch der volkstümlich großen taten erlischt nicht auch wenn ein pedantischer geschichtsschreiber sie heimtückisch unter den scheffel stellen sollte sie geht über berg und tal von mund zu munde und aus dem meinigen sollt ihr ein euch unbekanntes wichtiges blatt unserer bündner geschichten kennenlernen anno zwanzig als die edle demokratie in unserem lande herrschte vollzog sie einen großartigen einen wahrhaft weltgeschichtlichen akt frankreich zweideutelte damals zwischen licht und nacht zwischen protestantischer und katholischer politik dem beschloß das zu davos versammelte strafgericht in seiner weisheit herzhaft ein ende zu machen an den gesamten frankreichs der gefje warse erhielt damals hof in meyenfeld schickte es eines seiner mitglieder einen schlichten bürger einen einfachen prädikanten der dem franzosen befehl überbrachte augenblicklich einzupacken und dieser tapfere republikaner euer gnaden war niemand anderes als lorenz fausch der hier vor euch steht jetzt aber hättet ihr sehen sollen wie der franzose seinen hut vom kopfe riß und ihn wie toll mit den füßen zerstampfte einen salis oder planta mindestens hätte man an mich abordnen können schrie er wütend nicht einen solchen hier hielt fausch inne und besann sich weinschlauch dies ist des denkwürdigen dialogs beglaub ich der wort laut er scholl es mit heller mächtiger stimme von dem offenen eingang her der in diesem augenblick durch eine große gestalt welche auf die schwelle trat verdunkelt ward und vor dem erstaunt sich umwendenden bäcker stand ein kriegsmann von gewaltiger statur und herrischem blick sagte er wirklich so jürg faßte sich der betroffene herr lorenz aber statt ihm zu antworten neigte sich der stattliche fremde mit leichtem anstande gegen den jungen offizier der den gruß militärisch erwidert und durch die frei gewordene tür hinaus in den sonnenschein eilte ende des ersten kapitels zweites kapitel der kriegsmann schritt klirrend dem hintergrunde des schmalen tiefen gemaches zu schnallte den degen ab legte ihn mit dem federhute und den handschuhen auf einen leeren sitz und warf sich mit einer unmutigen harten bewegung auf einen andern fausch hatte gerade diesen gast heute am wenigsten erwartet auch entging ihm der mit den übermütigen worten auf der schwelle im widerspruch stehende ausdruck des kummers und der abspannung auf dem kühnen gesichte nicht nachdem er noch einen besorgten blick auf dieses geworfen schloss er behutsam die türe seines schankes das schmale gemach lag jetzt im halbdunkel nur durch ein hochgelegenes rundfenster über der tür drang ein rötlicher von goldenen stäubchen durchspielter sonnenstrahl in seine tiefe und blitzte in den aufgereihten feingeschliffenen kelchen und funkelte in dem purpurweine welchen meister lorenz dem in sich vertieften unaufgefordert vorgesetzt hatte eine gute weile noch schwieg dieser das haupt auf den arm gestützt während fausch die hände auf die glänzende marmorplatte stemmte und seiner anrede gewärtig nachdenklich vor ihm stand endlich entrang sich der brust des gastes ein schwerer seufzer ich bin ein mann des unglücks sprach er vor sich hin dann richtete er sich mit einem trotzigen rucke auf als ob ihn sein eigenes mutloses wort aus einem bösen traume geweckt und seinen stolz beschämt hätte heftete seine finsteren augen fest aber voll innern gefreundlichkeit auf meister lorenz und begann du wunderst dich fausch mich hier in venedig zu sehen du glaubtest ich hätte noch eine lange arbeit in dalmatien aber ich bin zuletzt rascher damit fertig geworden und unblutiger als ich selber es dachte die dalmatinischen räuber sind zu paaren getrieben und die republik von san marco kann mit mir zufrieden sein es war kein leichtes spiel bei gott ich kenne den gebirgskrieg von der heimat her aber hätt ich nicht verräter unter ihnen gefunden und sie entzweit durch mancherlei list und vorspiegelung ich säße noch vor ihren bergmauern drüben in zara auch eine hübsche beute habe ich gemacht und ein teil daran lorenz ist ihr wie immer gewiß ich bin nicht jenatsch wenn ich je vergesse daß du mich aus deinem schmalen erbe in den ersten harnisch gesteckt und auf einen kriegsgaul gesetzt hast ein dankbares gemüt ist ein ebenso schönes als seltenes juwel sagte fauscher freud aber wo drückt euch denn der schuh hauptmann jenatsch wenn ihr ruhm und beute vollauf zurückbringt ich bin noch mit dem letzten schritte in eine falle meines tückischen schicksals getreten versetzte der hauptmann die brauen schmerzlich zusammenziehend gestern mittag landete meine brigantine an der riva und ich meldete mich pflichtschuldig bei dem provveditore der mich da ich seine besondere gunst nicht besitze ohne weiteres zu meinem regiment nach padua beorderte dort langte ich bei einbrechen der nacht an und fand meinen obersten in einer lokanda eine halbe meile vor dem tore aufgeregt von becher und würfel und in bestialischer laune er stand gerade mit rotglühendem gesicht am fenster um luft zu schöpfen als ich vorritt prächtig schrie er mich an da weht uns der teufel noch sein schoßkind den jenatsch her herauf hauptmann mit eurem vollen beutel aus dalmatien ich stieg ab und erstattete bericht dann setzte ich mich zur gesellschaft und wir spielten bis zum morgenlicht dabei verlor der oberst an mich etwas wie hundert zechinen doch verbiß er seinen grimm und ohne streit erreichten wir die stadt aber er ließ den missmut an seinem fahrigen rappen aus und das schaumbedeckte tier traf am gemüse markt mit den fliegenden hufen ein bübchen welches dem schulmeister und der zur frühmesse ziehenden schule nachtrottelte wir saßen beim betrocki ab und nahmen ein frühstück natürlich war bald auch der schulmeister da mit einer feierlichen jammermine und forderte für das schülerlein ein dem edelmut und dem hohen stande des herrn angemessene schmerzensgeld ruinell aber fuhr den armen wicht so wütend an dass mich ein mitleid überkam und ich mich dazwischen legte so empfing denn ich die volle ladung und der oberst der seiner sinne nicht mehr mächtig war vergaß ich so weit dass er mich am wams packte und einen schurkischen demokraten schallt der mit dem paduanischen lügenpöbel unter einer decke stecke das bist du auch herrlicher jürg rief der becker dazwischen sobald das wort demokrat sein ohr erreichte denn dieser zauberformel hatte er nie widerstehen können das bist du auch dein treues gemüt hat es mit dem gedrückten volke stets redlich gemeint je ausgelassener ich mich verteidigte desto unbändiger wurde der rasende der dägen soll entscheiden hauptmann tobte er kommt mit mir vors nächste tor ich beschwor ihn wenigstens bis morgen davon abzustehen und mich nicht zu nötigen gegen meinen oberen zu ziehen aber er bedeckte mich mit schmähungen und nannte es eine feigheit wenn ich es nicht auf die waffen ankommen lasse da endlich um dem ehrrührigen ärgernis ein ende zu machen folgte ich ihm ungern genug auf den wall hinter sankt justina wir waren stattlich geleitet auch vom stadthauptmann und seinen spirren tapferen leuten wie du dir's denken kannst lorenz die sich mit vollkommener rücksicht hüteten in fremde händel einzugreifen draußen aber warf der unselige sich meiner klinge in so blindem zorne entgegen daß er sich nach wenigen gängen aufrannte brrrr fuhr fausch zusammen obwohl er diesen schluss der erzählung ahnungsvoll vorausgesehen hatte dann setzte er sich hinter sein rechenbuch das auf einem kleinen pulte hinter dem tintenfasse und einem umfangreichen bis auf eine kleine neigige leerten glase lag und schlug bedächtig blätternd eine seite desselben auf die den namen oberst jakob ruinell als überschrift trug sie war von oben bis unten mit langen zahlen rein bedeckt er punkte die feder ein und zwog zwei dicke striche kreuzweis über das ganze blatt dann setzte er ein kreuzchen auch neben den namen und schrieb dazu obi it diem supremum ultimus sue gentis und das datum requiescat in pace seine schuld sei immer lassen sagte er man versenkt den letzten seines geschlechts mit wappen und helm ich begrabe mit dem ruinell seine rechnung bezahlen würde sie mir doch niemand nun schleppe ich auch das noch hinter mir her seufzte der andere werdet ihr euch flüchten fragte fausch nein ich gehe nicht aus venedig ich lasse mich nicht vom herzog rohan hinwegreißen versetzte jenatsch leidenschaftlich jetzt da der kampf zur befreiung meines vaterlandes wieder entbrennen soll merkt wohl jenatsch sagte fausch den zeigefinger an die nase legend mit listigem blicke der provveditore hat euch nicht umsonst hinüber nach damazien geschickt sein zweck ist euch von rohan fernzuhalten ahnt er doch dass euer gerades natürliches wesen im fluge das vertrauen des edlen herzogs gewinne und dass ihr im bünden seine rechte hand werden müsstet wegen eurer schon im jünglingsalter verrichteten demokratischen großtaten seid ihr dem weichlichen venetianer verhasst und erscheint ihm gefährlich himmel und hölle scheiden mich nicht von den geschicken meiner heimat brauste jenatsch auf und diese liegen jetzt in den händen des herzogs übrigens fuhr er bitter lächelnd fort hat sich grimani verrechnet ich bin schon seit monaten mit dem gelehrten herzog in einem militärischen briefwechsel denn ich habe ernst gemacht aus dem handwerke lorenz das mir einst die not der zeit aufgedrungen und von bünden zeichnet niemand eine bessere karte als ich gut sagte fausch aber wie denkt ihr euch das nächste ihr habt nach venetianischem kriegsgesetze das leben verwirkt denn es verbietet bei todesstrafe sich mit einem vorgesetzten zu schlagen bah es fehlt mir nicht an zeugen daß ich knapp nur mein leben verteidigt habe warf der hauptmann hin grimani freilich hasst mich noch von dünden her wo er früher wie du dich wohl erinnerst venetianischer gesandter war so gründlich dass er den anlass willkommen hieße mich in den kanal werfen zu lassen diese lust aber wird er sich versagen müssen ich habe einen vorsprung von mehreren stunden gleich nach dem zweikampfe warf ich mich zu pferde und eilte nach mestre zurück der amtliche bericht an den providitore kann nicht vor mittag in venetich ankommen das kleine geschäft das mich zu dir führte ist gleich beendigt dann fahre ich ohne weiteres nach dem palazzo des herzogs am kanal grande ich weiß nicht ob ich dort gerade willkommen sein werde aber schutz und sicherheit als seinem gaste versagt mir der herzog nicht keinen schritt aus meiner bude jürg eiferte meister lorenz der herzog wird in wenigen augenblicken hier sein er will drüben bei den frari den titian besehen das hat mir eben sein adjutant gesagt der wertmüller von zürich ein gebildeter mensch ein feiner kopf aber noch grün grün er spricht häufig hier ein um mit mir die öffentlichen angelegenheiten zu verhandeln und sich ein gesundes politisches urteil zu bilden inzwischen hatte er leise die tür etwas geöffnet und sein großes gesicht lauschend an die spalte gelegt sieh sieh fuhr er fort drüben setzen sich die bettler schon in bewegung und bilden in rührenden gruppen auf beiden seiten spaliert der herzog ist im anzug mit diesen worten strieß er beide flügel weit auf der dunkle steinrahmen der tür umschloß ein bild voll farbenglanz leben und sonne im vordergrunde wurden eben an den ringen der landungstreppe zwei mit zierlichem schnitzwerke und wallenden federsträußen geschmückte gondeln befestigt zwölf junge gondoliere und pagen in rot und gold die farben des herzogs gekleidet blieben zur hut der fahrzeuge auf dem von der mauer grün beschatteten kanale zurück und kürzten sich in den gondeln mit allerlei scherz und neckerei die zeit die herrschaften waren ausgestiegen und hatten sich die treppe hinauf nach dem hellen platze vor der kirche begeben hier standen sie noch die schönheit der fassade bewundernd und lebhaft besprechend leicht zu erkennen an seinem vornehmen hageren wuchs und der würdevollen aber anmutigen haltung war der mit kalvinistischer schlichtheit in dunkle stoffe gekleidete herzog die schlanke dame die er führte war nach allen seiten in beständiger bewegung jetzt neigte sie sich gefällig einem kurzen untersetzten herrn zu der ihr mit einiger gravität die gotische architektur des doms zu erklären bestrebt war ein gefolge von jungen edelleuten in militärischer tracht hielt sich in angemessener entfernung und setzte mit französischer lebendigkeit eine unterhaltung fort in der offenbar die maria gloriosa keine rolle spielte in ihrer mitte stolzierte der kleine kecke wertmüller und schien wie ein kampflustiger sperrling seinen raub eine these gegen alle gewandten angriffe seiner jugendlichen genossen zu verfechten jenatsch hatte sich die pforte leer lassen mit fausch etwas in den hintergrund des gemaches gestellt doch dergestalt das sein auge den platz beherrschte und blickte über des beckers schulter mit gespannter aufmerksamkeit auf die gruppe die erscheinung des herzogs fesselte seine ganze seele dies war wieder das ihm unvergesslich eingeprägte blasse antlitz in welches er einmal vor langen jahren am komersee geschaut hatte in diesem augenblicke zeigte ihm der herzog seine scharf gezeichneten züge im profil und der ausdruck lang geübter selbstbeherrschung und schmerzlicher milde der auf dem etwas gealterten geistvollen gesichte unverkennbar vorherrschte überwältigte seltsamerweise den bündner wie mit der macht einer erwachenden alten liebe dieser mann der in magnetisch anzug der in der stunde die über sein leben entschied einen wunderbaren einfluss auf ihn geübt dieser edle mensch an den er sich immer noch in verborgener weise gekettet fühlte hier stand er vor ihm und erschien ihm als der bestimmt sei in das los seiner heimat entscheidend einzugreifen rohan hielt wieder die urne des schicksals in den händen erkennst du in dem schneeweißen rundkragen dort dem ansehnlichen herrn der vor der herzogin schar wenzelt unseren alten schulkameraden waser von zürich unterbrach fausch den stürmischen gedankenflug des hauptmanns seine manschetten sind so sauber und schmuck wie vor ihm sein schulheft im loch richtig dort steht waser was sucht der in venedig flüsterte da habe ich meine vermutungen vielleicht hat zürich ja deine rechnung für seine kompanien im dienste von san marco zu ordnen das ist aber nur ein vorwand sicherlich und der fuchs dort hat wohl mehr mit dem französischen herzog als mit dem geflügelten löwen zu tun das französische heer das der herzog auf das kriegstheater führen wird sammelt sich wie man sagt im elsaß und er kann es nur über den boden der protestantischen kantone nach bünden bringen die herren von zürich aber berühmen sich ihre neutralität zwischen frankreich und österreich streng und peinlich aufrecht zu halten nur durch einen unvorhergesehenen raschen durchbruch könnte sie vorübergehend perturbiert und die scharfsinnigste wachsamkeit betrogen werden dieses jeder vorsicht der zürcherischen regenten spottende ereignis kartet ihr braver kanzler dort mit dem herzog ab vortrefflich sagte jenatsch den degen umschnallend aber nun zu unserem geschäft er zog brieftasche und beutel hervor diese zweihundert sechinen sind dein fausch und er steckte ihm eine rolle zu für gaul und harnisch meine übrige dalmatinische beute hier ist sie in briefschaften und gold bring mir bei dem wechsler amarga in sicherheit ich hoffe die bleidächer zu vermeiden aber es ist gut auf alles gefaßt zu sein adio fauscher griff mit wärme die dargebotene hand und sagte liebe wohl jürg du mein stolz drittes kapitel auch der hauptmann trat durch die pforte der maria gloriosa er sah sich mit einem schnellen blicke um und wandte sich dann unbemerkt links unter die hohen bogen des seitenschiffes in dessen mitte die gesellschaft des herzogs ein altarblatt betrachtete langsam vorschreitend näherte er sich der gruppe der herzog schien gedankenvoll in das bild vertieft während ihm seine gemahlin mit entzückten gebärden und einem strome von worten ihre bewunderung des von ihr bis jetzt ungenossen gebliebenen meisterwerks ausdrückte einen schritt abseits ließ sich herr waser von dem hinter ihm stehenden küster mit leiser stimme die verschiedenen figuren des bildes erklären und schrieb deren namen in feiner schrift über die köpfe einer in kupfer gestochenen winzigen kopie die er aus seiner brieftasche gezogen hatte die edle familie pizarro erläuterte in gedämpftem singenden tone der küster während um seine füße schmeichelnd ein weißes lieblingskätzchen strich das ebenso heimisch im dom wie sein meister und ebenso scheinheilig wie er ihm auf schritt und tritt folgte die edle familie pizarro der allerheiligsten madonna vorgestellt durch die schutzpatrone st franciscus st petrus und st georg hier verbeugte er sich gegen die heiligen und machte eine ehrerbietige pause dann bat er im flüster tone auf das dem beschauer zugewandte lieblich blasse köpfchen der jüngsten höchstens zwölfjährigen pizarro hinweisend den aufmerksamen herrn wasser eine wundersame eigenschaft ihrer durchsichtigen braunen augen nicht außer acht zu lassen diese zaubervollen blicke herr richten sich unverwandt auf mich von woher ich immer das süße kleine fräulein beschaue sie begrüßen mich wenn ich zum altar trete und wohin ich immer geschäftig mich wende die leuchtenden sterne verlassen mich niemals während herr wasser seine stellung zu wiederholten malen wechselte begierig zu erfahren ob sich diese behauptung auch zu seinen gunsten erprobe wurde das interesse der jungen edelleute welche sich um die herzogin ungestört ihrem kunstgenusse zu überlassen etwas im hintergrunde hielten durch ein anderes augenspiel angezogen die blicke die sie fesselten waren nicht die wunderbaren des von titian gemalten kindes auch durfte der küster sich nicht erst bemühen sie auf diesen natürlichen zauber aufmerksam zu machen am fuße des nächsten pfeilers knieten ein paar venezianerinnen jugendlich weiche gestalten durch die das angesicht verhüllenden schwarzen spitzenschleier schienen schwärzere brauen und wimpern und flogen blicke deren schmachten des feuer zwischen der himmelskönigin und ihren kriegerischen beschauern sich teilten nicht zu ungunsten der letzteren die ihrerseits den dank nicht schuldig blieben wie schön wäre diese gruppe sagte jetzt ebenso kunstbegeisterte als gut protestantische herzogin indem sie den arm erhob und mit dem geöffneten fächer die madonna mit den drei heiligen ihren blicke verdeckte wie schön wäre diese gruppe wenn die gottesfürchtige familie ihre andacht ohne die vermittlung dieses oberen hofstaates vor den thron des unsichtbaren brächte er sprecht als gute protestantin lächelte der herzog aber ich fürchte meister tiziano wäre mit euch nicht zufrieden ihr müßtet schließlich über die ganze heilige kunst den stab brechen denn unser himmel und was darin ist läßt sich nicht mit linien und farben darstellen bei den worten der herzogin wagte es der kleine wertmüller hinter dem rücken der dame seinem landsmanne waser einen spöttischen blick zuzuwerfen worüber dieser in entsetzen geraten wäre wenn nicht beide nun plötzlich den fremden wahrgenommen hätten welchem wertmüller schon eine stunde früher auf der schwelle des zuckerbäckers begegnet war für den heiligen georg gnädigste frau muss ich ein wort einlegen sagte jetzt aus dem schatten tretend und vor der herzogin sich verbeugend hauptmann jenatsch ich bin ein erprobter protestant wenigstens habe ich für die reine lehre geblutet doch zu sankt jürg meinem namenspatron halte ich jeweilen andacht der heilige drachentöter befreite vorzeiten mit seiner tapferen lanze das kappadozische königstöchterlein ich aber weiß ein viel beklagenswerteres weib das an den starren felsen geschmiedet und von den krallen eines feuerspeienden drachen zerfleischt den vom himmel gesandten retter mit sehnsucht erwartet die edle magd sie ist mein armes vaterland die republik der drei bünde der sie aber aus den klauen des spanischen lindwurms reißen wird ihr siegreicher sankt georg steht leibhaftig vor mir ihr seid ein bündner sagte der herzog angenehmer berührt durch die hinreißende wärme des redenden als durch die stark aufgetragene schmeichelei die der herzogin ein gewogenes lächeln entlockt hatte irr ich mich oder seid ihr der hauptmann georg jenatsch dieser verneigte sich bejahend ihr habt aus zara an mich geschrieben wurde herzog fort aus den antworten meines adjutanten wertmüller und er stellte dem hauptmann den schmächtigen zürcher vor der des bündners auftreten nicht ohne misstrauen scharf beobachtet hatte und bei der nennung seines namens nun hinzutrat aus wertmüllers antworten habt ihr ersehen dass eure mitteilungen die zustände eures vaterlandes mir alle beachtung zu verdienen scheinen und die beigelegten karten mir von nutzen waren wäre meine zeit durch die vorbereitung des feldzuges nicht vollständig aufgezehrt so hätte ich mir nicht versagt euch persönlich meine zustimmung in den meisten fällen in andern meine zweifel und einwürfe mitzuteilen umso willkommener ist mir nun eure gegenwart in venedig mehr als einmal seit ich im brieflichen verkehr mit euch getreten habe ich mich bei meinem freunde dem providitore grimani um eure rückberufung aus dalmatien verwendet immer vergeblich ich erhielt die antwort ihr wäret dort unentbehrlich eure gegenwart überrascht mich was ist der grund eurer beschleunigten rückkehr größtenteils mein glühender wunsch euch zu sehen erlauchter herr und mein eifer euch zu dienen sagte jenatsch dies verlangen stärkte meine erfindungskraft und ließ mich zur erreichung des ziels die kühnsten mittel ergreifen meine aufgabe in zara ist gelöst und wenn ich nach venedig zurück eilte bevor der providitore mir eine neue herkulesarbeit auf irgendeiner fernen insel aussah so wird es euch leicht werden wofern ihr mir geneigt seid diese dienst und regelmäßigkeit in ein günstiges in ihr wahres licht zu stellen und bei meinem vorgesetzten zu entschuldigen der forschende blick des herzogs versenkte sich eine weile in das feurige gesicht des bündners das für ihn mit irgendeiner fernen erinnerung zusammenhing doch dieser blick wurde immer wohlwollender bestochen durch die innige bitte der finster beschatteten augen während dieses gesprächs hatte sich die gesellschaft dem ausgange zubewegt der küster hob den schweren damastvorhang der pforte und empfing mit devoten bücklingen das goldstück des herzogs und die sorgfältig in ein papier gewickelte gabe des herrn waser ein gutes wort bei grimani für euch einzulegen signor jenatsch das werde ich mir noch heute angelegen sein lassen sprach der herzog als sie draußen in der sonnigen luft standen ihr speist bei mir diesen abend nachdem ihr mir zeit gelassen habt ihn zu euren gunsten zu stimmen stellt euch bei mir ein ich habe dann muße mit euch mich über eure angelegenheiten zu unterhalten die interessen eures vaterlandes sind auch die meinigen ich erwarte euch zu früher abendstunde in meiner wohnung am kanal grande wertmüller rief er bis dahin begleiteten hauptmann ihr haftet mit eurer liebenswürdigkeit dafür dass mein gast nicht anderwärts in dem verlockenden venedig gefesselt wird unterhaltet ihn geistreich bewirtet ihn standesgemäß und bringt ihn mir pünktlich die herzogin war schon huldvoll grüßend in eine der harrenden gondeln getreten nun schied auch der herzog und nur baser welcher mit einigen herren des gefolges die zweite zu benutzen willens war blieb noch einen augenblick zurück er hatte die unterredung des herzogs mit seinem jugend genossen in denen er eine reihe von jahren aus den augen verloren nicht stören wollen auch hatte er nicht ungern die erkennungsszenium einen moment hinausgeschoben den er benutzte um sich in wirks gegenwärtiger gestalt zurechtzufinden seit jenem hoffnungslosen abschied in zürich waren nur zufällige nachrichten von jenatsch und dessen schicksalen in verschiedenen protestantischen heeren an sein ohr gelangt da war die rede gegangen von häufigen lagerduellen mit unvermutet tödlichem ausgange für den oft höher gestellten gegner halsbrechenden abenteuern und blutigen überfällen auch von bewunderten kriegstaten in ehrlicher feldschlacht sprach das gerücht doch alles schwebte und schwankte in unbestimmten umrissen im laufe der zeit hatte sich jürgs bild in wasers seele zu einer rätselhaften traumfigur verzogen so drückte er ihm denn freundschaftlich aber etwas förmlich und verlegen die hand und beschränkte sich darauf angelegentlich nach seinem gegenwärtigen befinden und jetzigen range sich zu erkundigen dann bestieg auch er die gondel und die beiden offiziere standen sich auf dem campo dei frari allein gegenüber wenn es euch genehm ist herr hauptmann begann wertmüller erfülle ich von meinen drei aufträgen den mittleren zuerst und führe euch auf dem markusplatz in das von mir erprobte und gut geheißene gasthaus zu den spiegeln hernach lust wandeln wir ein stündchen in den arkaden unter den venezianischen schönheiten erfreut sich dieses programm der zustimmung des herrn kameraden der streng wissenschaftlich geschulte ehrsüchtige wertmüller glaubte sich die vertrauliche anrede dem älteren aber in regelloser laufbahn vorgedrungenen kriegsmannen gegenüber erlauben zu dürfen wie er meint wertmüller sagte jenatsch anscheinend mit heiterer einwilligung doch schlag ich zuerst noch eine kleine spazierfahrt vor nach murano diese laut mit fröhlicher stimme gesprochenen worte wurden augenblicklich von zwei gondolieren aufgefangen die im vorüberfahren die beiden offizieren auf dem campo erblickt und an der landungstreppe auf die glänzende beute gelauert hatten schon hatten sie ihr leichtes offenes fahrzeug von der mauer gelöst und die ruder ergriffen der hauptmann sprang rasch in die gondel und wertmüller folgte dritten kapitel der auftrag des herzogs war der unruhigen neugier des jungen zürchers in hohem grade willkommen in seiner heimat hatte er vor dem dem mündnerischen parteiführer aufs verschiedenste beurteilen hören auf den lärmenden zunftstuben der handwerker galt damals jürgen atsch als ein volkstümlicher held in den landesväterlichen diplomatisch gefärbten kreisen als ein gewissenloser blutbefleckter abenteurer aber rudolf wertmüller hatte seiner heimat frühzeitig den rücken gewandt um einen militärischen bildungsgang anzutreten der den begünstigten schon mit 16 jahren in das kriegsgefolge und die persönliche nähe des edlen herzogs heinrich geführt hatte noch war ihm gegenwärtig wie einst die unglaubliche verwegenheit und zähigkeit welche in atschenden volkskämpfen gegen die spanier bewiesen seine junge phantasie beschäftigte doch aus noch früherer zeit erinnerte er sich auch daß der wilde anteil des protestantischen prädikanten an den ruchlosen demokratischen strafgerichten mit ihren erpressungen und politischen morden in seiner familie abscheu erregt hatte und daß es ihm besonders spaß gemacht als sein prezeptor darüber weglagend die händigen himmel erhob daneben schwebte ihm ein anderes erlebnis seiner kinderjahre mit frischester deutlichkeit vor am städtischen jahrmarkte stand er einst mitten in der gespannt lauschenden volksmenge vor dem schauer gemälde eines benkelsängers und lauschte den endlosen versen einer tragischen mordgeschichte die ruckweis wandernde gärte des leiermanns wies auf die szenen einer mit den grellsten farben bemalten tafel auf dem mittelstück umstanden die sogenannten dreibündnerischen tellen ihr nur mit dem hemde bekleidetes aus einem schlot heruntergerissenes opfer den unglücklichen herrn pompeius einer von ihnen schwang ein langgestieltes fleischerbeil das war der berühmte pfarrer jenatsch als dann der aufgeregte knabe beim abendbrot vor seinem stiefvater dem obersten schmied von den neuen tellen erzählte verbot ihm dieser zornrot der blutrünstigen kamneien in seiner gegenwart erwähnung zu tun jetzt schaute er dieser persönlichkeit von bestrittenem werte aug in auge und sie war anders als sie in seiner vorstellung gelebt hatte statt der rohen und zweideutigen erscheinung eines geistlichen demagogen saß ein weltgewandter mann mit der sicherheit und freiheit des kavaliers in wort und bewegung vor ihm von der ungewöhnlichen militärischen begabung des ehemaligen pfarrers hatte ihm der im namen des herzogs mit diesem geführte briefwechsel genügend überzeugt aber was ihn überraschend berührte war ein gewisser zauber der anmut der die kühnen züge und warmen worte des bündners verschönt hatte als dieser mit dem herzog sprach der nichts weniger als arglose zürcher fragte sich ob diese herzlichkeit echt sei ja sie sprudelte voll und natürlich aber es war ihm nicht entgangen daß die unausbleibliche wirkung dieses warmen eindringens auf den herzog eine gewollte vielleicht im voraus berechnete war nachdem die gondel einige schmale wassergassen durchglitten folgte sie auf kurze zeit der hauptader des venezianischen verkehrs dem canal grande wo in der ferne mitten im gewimmel der gondeln und fischer barken noch das langsam und stolz dahin ziehende fahrzeug des herzogs sichtbar war dann aufs neue in die schatten enger lagunen sich vertiefend eilte sie der die stadt nördlich begrenzenden stillen meerfläche zu ihr forchtet in deutschland hauptmann bevor ihr der republik von san marco dienste angeboten habt begann der ungeduldige wertmüller das gespräch da sein gefährte eigenen gedanken nachzuhängen schien unter mansfeld dann folgte ich der schwedischen fahne bis zu dem unseligen tage von lützen war die zerstreute antwort unselig es war eine entschiedene victorie meinte der junge offizier wäre es doch lieber eine niederlage gewesen und hätten zwei strahlende augen sich nicht geschlossen sagte der bündner durch den tod eines mannes ward die weltlage eine andere unter gustav adolf war der krieg kein mutwilliges blutvergießen er führte ihn für seinen großen gedanken zum schutze der evangelischen freiheit ein starkes nordisches reich zu gründen und ein solches reich wäre der halt und hort aller kleinen protestantischen gemeinwesen auch meines bündens geworden dieser ersehnte ziel ist uns mit dem großen toten entrückt und der seiner seele beraubte krieg entarte zur reißenden bestie was bleibt übrig zweckloses morden und habgierige teilung der beute unter gustav adolfs fahne konnte ein bündner freudig fechten blut und leben für die protestantische sache verströmend war er sicher daß es in segensbächen zurückrinne in sein kleines vaterland jetzt sehe jeder zu daß er heimkehre und für das seine sorge glaubt ihr denn daß ein einzelner mann nun wäre er gustav adolf so schwer in der schicksalswaage der welt wiege fragte rasch der widerspruchslustige wertmüller die eifersucht der deutschen fürsten hätte wie ein geschling von sumpfpflanzen seinen fuß gehemmt sein neidischer bundesgenosse richelieu hätte ihn sobald er die hand nach der deutschen krone ausstreckte arglistig zu falle gebracht und erreicht hätte er nichts als das zusammenkrachen der alten verrosteten maschine des heiligen römischen reiches im grunde erscheint mir der schwedenkönig als ein frommes gegenstück zum wallenstein dieser wird als gottloser empörer schwarz wie der teufel an die wand gemalt und jener ist im geruch der heiligkeit gestorben meines erachtens haben aber beide unberechtigter weise der welt ihre willkürlichen pläne aufgedrängt und beide sind wie feurige meteore nach kurzem glanze erloschen heute geht nun das räderwerk der welt wieder seinen geregelten gang wir rechnen wieder mit den gebräuchlichen zahlen und nach den bekannten gesetzen frankreich und schweden verschaffen den deutschen protestanten die von ihnen so heftig begehrte evangelische freiheit aber die beiden gönner werden sich diesen liebesdienst mit fetten stücken deutschen landes nach gebühr bezahlen lassen wie junger freund sprach der bündner aufmerksam werdend von schmählichem länderraube muss ich euch reden hören wie von alltäglichem schacher euch einen schweizer schämt euch wertmüller müßt ich sagen wenn ich es für euren ernst hielte und das nennt ihr den geregelten lauf der dinge ihr anerkennt das recht des stärkeren in seiner rohesten seelenlosesten gestalt und leugnet seine göttliche erscheinung in der macht der persönlichkeit hier blickte wertmüller mit einem unmerklichen zuge des hohens zu ihm auf und ließ seinen leisen pfiff hören die vor ihm sitzende nach seinem begriffen immerhin schwankende und zweideutige persönlichkeit schien ihm wenig berufen in die weltgeschichte einzugreifen der andere aber maß ihn mit einem zornigen blicke ihr missversteht mich kläglich sagte er wenn er meint ich denke an die vom boden abgelöste persönlichkeit des einzelnen mannes wie sie entwurzelt und eigensüchtig sich umhertreibt sondern ich rede von der menschwerdung eines ganzen volkes das sich mit seinem geiste und seiner leidenschaft mit seinem elend und seiner schmach mit seinen seufzern mit seinem zorn und seiner rache in mehreren oder meinetwegen in einem seiner söhne verkörpert und den welchen es besitzt und beseelt zu den notwendigen taten bevollmächtigt dass er wunder tun muss auch wenn er nicht wollte blickt umher seht euer und mein kleines vaterland wie es zusammengedrückt wird von der wucht rings um sich bildender großer monarchien und sprecht genügt da wenn wir ein selbstständiges leben behaupten wollen eine gewöhnliche vaterlandsliebe und ein haushälterisches maß von opferlust diese mit der heftigkeit eines verwundeten gefühls hervorstürzenden worte ließ der lokotenent anfangs ohne entgegnung in seinen gescheiten grauen augen lag die frage bist du ein held oder ein komödiant er spielte mit seinem jungen spitzen kinnbarte und schaute nach der stadt zurück wo sich auf dem in diesem augenblicke hervorragendsten bauwerke der neuen jesuitenkirche die effektvolle statuengruppe des daches von der rückseite in den wunderlichsten verkürzungen zeigte die von eisernen stangen gestützten engel und aposteln mit ihren flügeln und flatternden mänteln erinnerten auffallend an kolossale gespießte schmetterlinge zürich warf er jetzt ein sind die menschen so klein wie die verhältnisse und bünden haltet es mir zu gut hauptmann kenne ich bis jetzt nur durch mein fachstudium das heißt als eines der interessantesten operationsfelder wollt ihr dort den leonidas spielen und mehr glück als der erste so will ich's euch nicht neiden ich aber meine das auftauchen außerordentlicher menschen und das aufflackern großer leidenschaften das bei der mieslichen beschaffenheit der menschlichen natur doch einmal nicht von dauer ist reiche nirgends aus um aus den durcheinander gewürfelten elementen der welt etwas planvolles zusammenzubauen braucht es meines bedünkens kältere eigenschaften menschenkenntnis will sagen kenntnis der drähte an welchen sie tanzen eiserne disziplin und im wechsel der personen und dinge festgehaltene interessen aus diesem gesichtspunkte muss ich jene dort als meister loben und erwies mit einer komischen zwischen ernst und spott schillernden miene hinüber nach dem prachtgiebel der jesuiten und der lokotenent ließ sich von der muße und laune des augenblicks verlocken eine lobrede auf den berühmten orden zu halten welche aus dem munde des zuchers und eines adjutanten des kalvinistischen herzogs den gelassensten zuhörer befremden musste erst begann er mit einzelnen probewürfen als aber der hauptmann den zu reizen und bloßzulegen er sich heute zu besonderen aufgabe gemacht hatte den ball nicht auffing und zurückschickte setzte er den frommen vätern immer fantastischere kronen auf sie waren es behauptete er dreist die zuerst sinn und verstand in die sich widersprechenden menschen und staatsfeindlichen lehren des unvermittelten christentums gebracht hatten erst durch die umarbeitung der christlichen moral die der kluge orden unternommen sei diese annehmbar ja verlockend geworden so hätten die unvergleichlichen väter etwas ursprünglich dunkles unberechenbares weltfeindliches mit erstaunlicher geschicklichkeit praktisch verwertet und allen bedürfnissen und bildungsstufen angepasst kennt ihr das innere ihrer neuen kirche fragte er plötzlich sie ist meiner treu so lustvoll und heiter eingerichtet wie ein theater der bündner ließ dieses kecke und sprunghafte geplauder schweigend über sich ergehen wie die große docke die in ihrer hütte liegt ungern aber nur mit leisem knurren die neckerei eines unterhaltungs lustigen kleinen kläffers erträgt der als überlästiger gast zu ihr hinein gekrochen ist die gondel hatte inzwischen murano erreicht wo sie unfern der kirche anlegte jenatsch wandte sich nach der nächsten lokanda forderte ein einfaches mahl und entschuldigte sich bei seinen gefährten er sei abgespannt und hungrig von der gestrigen seereise und einem scharfen nächtlichen ritte nach padua schlage vor hier im anblicke des meeres eine stunde zu rasten und diesmal auf die mahlzeit in den spiegeln und die venezianerinnen auf dem markusplatze zu verzichten wertmüller der sowohl durch diesen tausch der mittagstafel als durch das behörliche schweigen des bündners etwas verstimmt war er ging sich die kosten der unterhaltung allein bestreitend in immer willkürlicheren gedankensprüngen er kam wie gestachelt durch einen geheimen groll von neuem auf seine vaterstadt zu sprechen und da der bündner sich der edlen zürich und seines dortigen jugendfreundes waser nur zu rühmen hatte so ries den lokotenenten der widerspruch und der feurige lyrische wein so weit fort dass er von den angesehensten heimischen persönlichkeiten frevelhafte zerrbilder entwarf und bei der dritten flasche seine gestrengenden herrn bürgermeister einen gockel auf dem mist und seine hochwürdenden herrn antistes einen steif gehörnten farren nannte der hauptmann der diese tollen und geschmacklosen ausfälle der eingebung des weines zuschrieb wie sie sich bei dieser ehrgeizigen und auf jedes fremde verdienst eifersüchtigen natur äußerte ließ den jungen offizier der den gegenstand nicht erschöpfen konnte und dem darüber die zeit verging seine laune weidlich tummeln und blieb dabei zürich habe in den letzten gefahrvollen zeiten ebensoviel klugheit als festigkeit gezeigt und wenn es sich mit dem schilde vorsichtiger neutralität gedeckt sei das wie der schweiz so graubündend zustatten gekommen dann trat der in venedig sich unsicher fühlende bündner welcher ohne dass wertmüller es ahnte allem was im bereiche seines geübten und weit tragenden auges sich begab die schärfste aufmerksamkeit zuwandte und auch in dieser abgelegenen lokanda keine rast fand hinaus an den schmalen strand ohne auf wertmüllers spöttisches gelächter zu achten neutralität rief dieser dem hauptmann in die gondel nachspringend aus da hat mir der witz des zufalls ein zettelchen in die hand gespielt das für unsere aufrichtige streng abgewogene neutralität und nebenbei für unsere schlichte bürgertugend ein rührendes zeugnis ablegt die gleißner und pharisäer wollt ihr wissen hauptmann was jeder unserer ratsherrn und zunftmeister wert ist ich hatte neulich im namen meines herzogs sagte er seine brieftasche hervorziehend dem französischen gesandten in solothorn ein heft zu überschicken worin ihm sein verhalten in den verschiedenen möglichkeiten des bevorstehenden feldzuges im feldlin von meinem herrn vorgezeichnet wurde und erhielt es mit randbemerkungen und einlagen der gesandtschaft zurück seht hier was ich in form eines zufällig stecken gebliebenen buchzeichens zwischen den blättern fand er entfaltete einen schmalen papierstreifen auf dem eine reihe von namen zürcherischer standespersonen verzeichnet stand mit beigesetzten höheren und niedrigenden zahlen neben welchen das verräterische livrezeichen unverkennbar zu lesen war das ganze stellte freilich nur eine unbedeutende summe dar diesmal konnte sich jenatsch eines herzlichen lachens nicht enthalten das gestehe ich eine großartige bestechung spottete er wer konnte das ahnen aber gerade dass sie dieses taschengeld so verschämt und vorsichtig einstecken das dürfen wir als einen ganz anständigen rest von tugend nicht unterschätzen unsere salis und plant daneben ausländisches gold mit edler unbefangenheit am hellen tage auch sind es ganz andere summen während wirtmüller noch die papiere seiner überfüllten brieftasche musterte durchlief jenatsch mit einiger spannung die unrühmliche liste auf welcher er zu seiner befriedigung den namen waser nicht fand jetzt zerriss er sie plötzlich in kleine stücke erst als die weißen fetzen schon fern auf der von der abendbrise bewegten flut schwebten ward wertmüller seinen verlust gewahr und hielt mit mühe einen ausbruch seines ärgers zurück jenatsch erklärte ihm ruhig er habe als freund sein bestes wahrgenommen dieses papier würde ihm und andern nichts als verdruß gebracht haben zürich sei seine wiege und sohnes pflicht sei es die kleinen schwächen einer treuen mutter zu verheimlichen was mich abhielt euch auf die finger zu sehen hauptmann war dieser brief sagte der lokotenent er ist noch uneröffnet wie ich gewahre und steckt schon seit drei tagen in meiner brieftasche ich habe wahrhaftig vergessen ihn zu lesen er kommt von meinem vetter der in mailand trotz eines protestantismus als handelsherr gute geschäfte macht und beim gubernatore serbelloni in gunsten steht gestattet mir in eurer gegenwart von dem inhalte des schreibens kenntnis zu nehmen jenatsch winkte bejahend und wertmüller vertiefte sich eine geraume weile in den brief erst um sich haltung zu geben denn das eigenmächtige tun des hauptmanns hatte ihn beleidigt nach und nach mit immer größerem interesse eine gloriose geschichte beim jupiter eine alte römerin rief er endlich aus ich kann euch das nicht vorenthalten obgleich ihr eben hauptmann mein kameradschaftliches vertrauen hinterlistig missbraucht habt um so weniger da euch das ereignis sozusagen persönlich angeht denn die hauptrolle hat eine bündnerin mit den worten dieser krämerseele ich meine dem briefsteller meinen langweiligen vetter mag ich es euch freilich nicht mitteilen es wäre schade darum erlaubt mir euch die seltene historie frei vorzutragen also in mailand lebt wie euch nicht unbekannt sein wird euer alter bissiger herr rudolf der planta von zernetz mit seinem gleichnamigen die brave bärentatze mit unehren im wappen führenden sohne in den ärmlichsten umständen jener integriert und speist bei dem gubernatore und dieser treibt sich mit dessen neffen in den eines weiten rufs genießenden spielhäusern und spelunken der stadt herum die zwei jungen gesellen sind von der gleichen gemütsart und während der alte planta vom oheim mit politischen hoffnungen kerlig genährt wird erhält der junge vom neffen dem ein gefährde seiner tollheit erwünscht und ein waffenkundiger gehilfe seiner nicht über jeden zweifel erhabenen tapferkeit unentbehrlich ist reichliche mittel zum ausgiebigen genusse der gegenwart dafür wollte sich der knabe rudolf dankbar erweisen und da es ihm an herz und geist fehlt um seinen freiengebigen freunde einen ehrenvollen und guten dienst zu leisten verfiel er auf einen schlechten und schimpflichen bei dem alten planta der einen verfallenen palast im einsamsten stadtquartiere bewohnt hatte eine verwaiste nichte ich weiß nicht von welcher geächteten seitenlinie des hauses zuflucht gefunden dies mädchen eine seltene schönheit soll auf einem großen besitz in bünden gerechten aber unter den gegenwärtigen politischen umständen unsicheren anspruch haben und wurde um dieser aussicht willen von dem alten rudolf seinem sohne zur frau bestimmt lucretia jedoch ist edlen sinnes und verschmäht den nichtswürdigen und unnützen gesellen nun mag rudolf um auf einen wurf seinen groll zu kühlen und seine schuld abzutragen mit dem jungen serbelloni dem die nur in der kirche sichtbare bündnerische schönheit als das höchste gut erschien einen niederträchtigen handel abgeschlossen haben genug in einer nacht da der alte rudolf beim gubernatore der junge im spielhaus sitzt und lucretia mit einer bejahrten lombardischen dienerin in dem öden hause allein ist hört sie verdächtiges geräusch im nebengemach diebe vermutend ergreift sie das erste beste messer und tritt in ihre vom monde nur schwach erhellte kammer da drückt sich eine dunkle gestalt in den schatten lucretia schreitet auf sie zu und ruft sie an der junge serbelloni tritt ihr entgegen stürzt ihr zu füßen und umfängt ihre knie mit den glühendsten liebesbeteuerungen sie nennt ihn einen nichtswürdigen und behandelt ihn mit so kalter verachtung dass sein flehen sich je in drohung verwandelt und er ihr sagt sie seien seiner gewalt die türen seien bewacht doch lucretia von stattlicher gestalt und hohem gemüt hält den emporspringenden mit der linken kraftvoll nieder und stößt im mitte rechten von oben das messer in die brust er schwankt und schreit nach seinen knechten jetzt stürzt die bestochene kammervettel die an der tür gehorcht hatte mit jammergeschreiens gemach und schreckt mit ihrem mörderischen hilferufen die nachbarschaft aus dem schlafe die gewaltsame entführung ist vereitelt man hebt den blutenden serbelloni auf und trägt ihn weg die wahrheit wird vertuscht der vorfall durch einen unzeitigen besuch bei dem jungen plantanot dürftig erklärt und als ein missverständnis achselzuckend beklagt die schöne lucretia aber begibt sich schon am nächsten morgen in den palast des gubernatore bittet um seinen schutz wird da der neffe nicht auf den tod verwundet ist vom oheim mit höchster auszeichnung ja mit bewunderung aufgenommen und tut ihm den entschluß kund welches schicksal ihrer dort warte in ihre bündnerischen berge zurückzukehren denn es sei besser daheim zu darben als das schmachvolle brot der verbannung zu essen nach einer längeren pause fuhr wirtmüller fort der schluss des briefes ist merkwürdig man meint sie habe sich nach venedig gewandt um von meinem herzog einen freibrief zur heimreise zu begehren seid ihr nicht stolz auf diese bündnerische judith diesmal hätte ich für meine erzählung sicher auf euren beifall gerechnet und ihr schweigt wie eine statua herr hauptmann mit neugierigen augen schaute der lokotenent dem gegenüber sitzenden jenatsch der sich zum schutze gegen den abendwind fest in seinen mantel gewickelt hatte in das von dem spanischen hute beschattete gesicht aber ein scherzwort das er ihm zuzuwerfen im begriffe war er starb auf seiner lippe und ihn fröstelte das braune antlitz des in der gondel zurückgelehnten das er im laufe dieses tages immer belebt und bewegt gesehen hatte von den verschiedensten äußerungen eines feurigen temperamentes und geschmeidigen geistes es war wie erstorben und erkaltet zu metallener härte unverwandt staute es vor sich hin auf die dämmernd geröteten wellen und erschien fremdartig verzogen und drohend in seiner erstarrung der zürcher indessen ließ sich nicht gerne verblüffen und da ihm nichts schickliches und kluges einfiel kam er noch einmal mit bewundernden ausführungen auf die bündnerische judith zurück laßt doch die unwürdige die überaus unpassende vergleichung fuhr der andere jetzt heftig und scharf aus seinem traume auf jede bündnerin hätte an lucretias stelle wie sie getan dann schien er plötzlich die nahenden lichter der stadt zu bemerken und sprang auf sie hinweisend ohne jede vermittlung in einen liebenswürdigen ton über da langen wir ja schon an sagte er leichthin könnten wir nicht bevor wir an der treppe des herzogs anlegen hinaus an die satere fahren wohin ich meine dienerschaft mit den aus dalmatien zurückgebrachten habseligkeiten beordert habe ich möchte diese gleichen palaste des herzogs in sicherheit bringen das geht kaum an hauptmann der umweg wäre bedeutend und die nacht bricht ein ich hafte für euch und der herzog ist pünktlich bis zur peinlichkeit erwiderte dazu schon und er wunderte sich insgeheim und fragte sich warum je natsch für sich und das seinige wohl schutzbedürfe noch einmal suchte er auf dem tief beschatteten gesichte vor ihm zu lesen aber die gondel bog eben in eine schmale finstere lagune ein und nur zwei glühende augensterne blickten ihm wie die eines löwen aus der nacht entgegen als die gondel im kanal grande vor den marmorstufen des herzoglichen palastes neben einer andern zur abfahrt bereiten anlegte zeigten sich auf der schwelle des schön gewölbten tors zwei männergestalten in staatstracht die sich in ausdrucksvoller silhuette vom hellen hintergrunde der glänzend erleuchteten halle abhoben die eine zeigte den feinen bau und die ruhige geschmeidige bewegung des vornehmen venezianers die andere von behaglicher fülle und deutsch ehrbarem ansehen weigerte sich mittels kleinstädtischer höflichkeiten vortritt zu nehmen voran herr wasser ihr seid mein verehrter gast sagte der schlanke den jetzt jenatsch und wertmüller als den providitore der republik mit höchster ehrerbietung begrüßten grimani wandte sich dem bündner mit gewinnender freundlichkeit zu für diesmal keine auseinandersetzung sagte er ich darf euch da ihr von dem edlen herzog erwartet seid hier nicht aufhalten von minder wichtigem später wir sehen uns wieder herr wasser konnte es nicht unterlassen auch seinerseits bevor er den fuß in die gondel setzte dem jugendfreunde die hand zu reichen und ihm zuzuflüstern der herzog ist ihr überaus günstig und auch grimani mein gütiger wirten venedig äußerte sich wohlwollend über deine person und rühmte deine leistungen die gondel fuhr ab während sie die halle durchschritten sagte jenatsch lächelnd zu wertmüller ich bin in den dalmatinischen bergen verwildert und soll jetzt ohne vorbereitung die sphäre der zarten herzogin betreten sie ist ohne frage an rang und geist die vornehmste dame der mich meine sterne zu füßen legten erlaubt lockotenen daß ich in eurer kammer mein wams bürste und leit mir euren schönsten spitzenkragen damit eilten die beiden offiziere in raschen sätzen die breitgestuften treppen hinauf ende des vierten kapitels fünftes kapitel der herzog ist allein er wünscht euch wohl vertraulich zu sprechen sagte wertmüller zu jenatsch als er ihn einige augenblicke später in die herzoglichen gemächer einführte er ließ ihn zuerst in ein mäßig beleuchtetes mit dunklem holzwerke bekleidetes vorzimmer treten das durch eine von säulen geteilte dreifache bogenpforte den vollen blick in den einige stufen höher gelegenen prachtzahl gewährte dieses reich vergoldete längliche gemach mit seiner reihe von fünf fensterbogen mochte die auf den kanal schauende fassade des bronkenden bauwerks bilden der herzog kehrte der dämmerigen fensterwand den rücken zu er saß in einem buche lesend vor dem hohen mit verschlungenen figuren und fruchtschnüren von marmor umrahmten und überladenen kamine in welchem ein lebhaftes feuer flammte schon setzte wertmüller den fuß auf die mit türkischen teppichen belegten stufen um den hauptmann anzumelden als der herzog sein buch schloss und sich von seinem sitze erhebend es auf den kaminsims legte ohne jedoch den eintretenden die er noch nicht bemerkt hatte sich zuzuwenden im gleichen augenblicke hielt jenatsch den jungen offizier der ihn vorstellen wollte mit einem raschen griffe seiner eisernen hand zurück halt flüsterte er auf die türe eines zweiten ihnen gerade gegenüberliegenden nebenraumes weisend ich komme zur unzeit durch diese türe trat mit lebhafter bewegung und verweintem angesichte die herzogin und führte an der hand eine große ruhige frauengestalt ihrem gemahle entgegen in welcher wertmüller auf den ersten blick die beterin vor dem hochaltare der frari wiedererkannte unwillkürlich dem gefühle des ihn zurückziehenden gehorchend wich er mit jenatsch hinter die draperie des einganges zurück und blieb dort stehen als ein verborgener aber aufmerksamer zeuge auch des geringsten was im saale vorging hier bringe ich euch eine vom schicksal verfolgte mein gemahl begann die erregte herzogin sie ist eurer christlichen hilfeleistung und eures ritterlichen schutzes bedürftig und wahrlich es ist eurer hohen tugend würdig ihr schimpfugt zu werden sie hat mir ihr volles vertrauen geschenkt und ihr schmerzensreiches los ohne rückhalt entschleiert dabei war mir vergönnt ich kann es auch in ihrer gegenwart nicht verschweigen einen erhebenden blick in die tragödie eines mit dem ehren schicksale kämpfenden antiken charakters zu tun dieses edle wesen trägt nicht ohne bedeutung den namen lucretia sie stammt aus einem der besten geschlechter jenes wilden berglandes das euch als seinem retter entgegenhart noch war sie ein harmloses kind als ihr vater der einzige gegenstand ihrer liebe von grausamen feinden nächtlich gewürgt und sie schutzlos und geächtet dem elend und der bosheit dieser gottlosen welt preisgegeben wurde aber ihr herz blieb rein und ihre tapfere hand zerschnitt mit dem dolche die schlingen des lasters seid ihr hilfreich teurer herr alle dieser geliebten lucretia erzeigte gnade sehe ich an als hättet ihr sie mir erwiesen denn ihr unglück erfüllte meine ganze seele hier brach die gerührte fürbitterin von neuem in tränen aus und warf sich das antlitz mit den händen bedeckend in einen lehnstuhl während dieser rede der vornehmen hugenottin in welcher sich der schwung des damals mode werdenden corneille fühlbar machte hatte der herzog seine blicke voller güte auf die schweigend und bescheiden vor ihm stehende bündnerin gerichtet als suchte er in ihren ruhigen zügen und in ihren warmen dunklen augen das anliegen zu lesen welches sie zu ihm führte denn dieses war ihm bis jetzt trotz der eifrigen verwendung seiner gemahlin vollkommen unverständlich und verborgen geblieben ich bin des pompeius planta tochter lucretia beantwortete jetzt die fremde seine stumme frage als mein vater in bünden geächtet ward brachte er mich die fünfzehnjährige zu den klosterfrauen nach monza und dort traf mich die kunde seiner ermordung erlaßt mir euch zu sagen wie sie mein leben zerstörte und wie ich seither völlig verwaist bin heim in mein bünden konnte ich nicht kehren und kann es auch jetzt nicht ohne eure hilfe es ist geschlagen von krieg und schwerer innerer zwietracht denn der fluch ungerochener mordtat ruht auf ihm und das blut meines vaters schreit gen himmel wohl lebt mir noch ein ohm in mailand der geächtete rudolf planta der bis heute mit mir das brot der verbannung teilte denn in das stift zu monza trat ich nicht weil ich zu arm war und meine berge nicht auf ewig missen wollte warum ich jetzt den ohm verlasse gestattet mir zu verschweigen ich bin ein vom stamme gerissen auf dem strobe treibender zweig und kann nicht wurzel schlagen bis ich den boden der heimat erreiche und gedrängt werde mit dem blute gerechter sühne gebt mir einen freibrief nach bünden edler herr ich habe vernommen dass euer einfluss schon jetzt dort mächtig ist und sich bald auf eure siegreichen waffen stützen wird ich habe gegen mein vaterland nie gefrevelt und bin den anschlägen meines ohms und der spanischen parteien gedanken und taten völlig fremd geblieben ich will mein erbhaus zurückfordern und das recht meines vaters suchen denn allein dazu bin ich noch da der herzog hatte der schönen fremden mit aufmerksamkeit zugehört jetzt ergriff er väterlich ihre hand und sagte mit überlegener milde ich begreife den schmerz eurer verlassenheit mein fräulein auch bin ich damit einverstanden dass ihr euren heimatlichen boden wieder gewinnt und dort dem andenken eures vaters lebt gern werde ich durch einen freibrief euch dazu behilflich sein anders verhält es sich mit dem was ihr sühne nennt bedarf es einer solchen so glaubt es wird sie nicht ausbleiben unser ganzes leben ja das leben der menschheit seit ihrem anfange ist eine verkettung von schuld und sühne schwer aber ist es dem menschlichen kurzblicke die richtige vergeltung zu wählen und sicherer in jedem falle frevel durch opfer der liebe zu tilgen als gewalttat durch gewalttat zu rächen und so fluch auf fluch zu besonders die unsichere frauenhand berühre niemals in den leidenschaften des bürgerkriegs die zweischneidige waffe persönliche rache mehr als einmal in unseren heimischen kämpfen war auch ich von mörderhand bedroht aber hätte sie mich getroffen mit dem letzten atemzuge hätte ich frau und kind angepflegt sich mit keinem rache gedanken geschweige mit einer rache tat zu beflecken denn ich will vergelten spricht der herr lucretia sah den herzog mit ernsten zweifelnden blicken an die christliche milde des feldherrn befremdete sie und sein tadel traf sie unerwartet aber bevor sie noch ihre gedanken zur antwort gesammelt hatte veränderte sich plötzlich ihr angesicht als erblicke sie etwas unmögliches ihre ganze seele trat in die erschrockenen augen die wie gebannt auf der mittleren säulenpforte haften blieben dort erschien festen trittes die stufen herankommend die hoch aufgerichtete gestalt eines mannes stolz und gefaßt wie ein verurteilter könig sein blutgerüst besteigt schritt jürgenatsch der erstarrenden mit den plößtem haupte entgegen nach einer stummen begrüßung des herzoglichen paares trat er vor die tochter des herrn pompeius hin heftete seinen blick auf die lange nicht gesehene und sprach in abgebrochenen sätzen dein recht soll dir werden lucretia der mann der den planta erschlug ist dir von rechts wegen verfallen er stellt sich dir und erwartet hier deinen spruch nimm sein leben es ist dein zwiefach dein schon der knabe hätte es für dich geopfert seit ich die hand an deinen vater legen mußte ist mir das dasein verhaßt wo ich es nicht für das von tausenden meines volkes einsetzen kann danach dürstet meine seele und dazu bietet mir dieser edle herr vielleicht morgen schon gelegenheit das bedenke lucretia planta bei dir steht die entscheidung wer von euch beiden das größere recht auf mein blut habe ob bünden oder du der eindruck dieser erklärung auf das fräulein war ein gewaltsamer und beirrender der mörder in dessen verfolgung sie die pflicht ihres lebens sah legte aus freiem entschlusse das seinige in ihre hand und er tat es mit einer hochherzigkeit die eine ebenbürtige seele reizen mußte sich mit einer großen tat der verzeihung gleichzustellen diesen wetteifer edler gefühle schien wenigstens die herzogin zu erwarten die aus der rede des bündners und der gewalt ihres eindrucks auf lucretia leicht erraten hatte dass seine gemeinsam verlegte jugend und warme neigung die beiden verkette sie glaubte nach der eigenen gemütsstimmung urteilend lucretia werde ihre arme die sie einen augenblick in inniger bewegung gegen den jugendgenossen erhoben hatte rasch um seinen hals werfen und den gerechten langjährigen hass gegen den mörder ihres vaters dem zauber einer alten liebe und der unwiderstehlichkeit dieses wundersamen mannes zum opfer bringen aber es geschah nicht also die erhobenen arme sanken und die herzogin sah lucretias schöne gestalt erbeben vom tiefsten jammer erschüttert sie stöhnte laut auf dann machte sich ihren jugend leben lang stolz getragene seelen luft und sich und ihre fremde umgebung gänzlich vergessend brach die qualvoll bedrängte in einen strom leidenschaftlicher klage aus jürg jürg rief sie warum hast du mir das getan gespiele meiner kindheit schutz meiner jugend oft im finstern italienischen kloster oder in der unheimlichen behausung eines oms wenn mein herz nach der heimat schrie und ich sie doch nicht betreten durfte ohne die rache meines vaters besorgt zu haben dann im bangen halbträume sah ich dich den treuen gesellen zum gewaltigen kriegsmann erwachsen und ich rief dich an jürg räche meinen vater ich habe niemand als dich du tatest mir sonst alles zuliebe was du mir nur an den augen absehen konntest jetzt hilf mir jürg meine heiligste pflicht zu erfüllen und ich ergriff deine starke hand aber weh mir sie trifft von blut du entsetzlicher du bist der mörder mir aus den augen denn meine augen sind mit dir im bunde und sündigen und sind mitschuldig am blute des vaters hinweg kein friede kein vertrag mit dir so klagte lucretia und rang die hände in innerem zwiespalte und trostloser verzweiflung die herzogin legte beschwichtigend ihren feinen arm um den nacken der haltungslosen und die weinende lucretia ließ sich willig von ihr an das nebengemacht zurückführen dann erschien die edle dame noch einmal auf der schwelle und flüsterte dem ihr entgegentretenden gemahle zu ich werde sie mit eurer bewilligung sobald sie sich erholt hat persönlich in meiner gondel nach ihrer wohnung bringen sie ist bei amarga eurem wechsler abgestiegen dessen frau ihre entfernte verwandte ist die treue es mag uns begleiten der herzog bezeugte der hilfreichen seine freundliche beistimmung und die gefühlvolle dame verschwand mit einem letzten halb vorwurfsvollen halb bewundernden blick auf den bündner ihr tragt ein schweres schicksal georg jenatsch sagte als jetzt allein waren der herzog zu dem hauptmanne dessen blässe ihm auffiel und der einen harten ausdruck auf dem antlize trug als bekämpfe und verberge ihr gewaltsam den stechenden schmerz seiner alten wunde euch aber ist sühne für das mörderisch von euch vergossene blut gezeigt was ihr in wildem jugendfeuer verbrochen dafür sollt ihr mit der arbeit geläuterter manneskraft zahlen in rasender selbsthilfe mit willkürlichen taten des hasses wolltet ihr euer vaterland befreien und habt es dem verderben zugeführt heute sollt ihr es retten helfen durch selbstverleugnende taten des gehorsams und kriegerischer zucht durch die unterordnung unter einen leitenden planvollen willen wo die tollkönheit nützt da will ich euch hinstellen ich weiß nun warum ihr die gefahr sucht und liebt von jetzt an betrachtet euch als in meinen diensten stehend denn ich habe mich heute überzeugt daß mein einfluß genügen wird euch hier frei zu machen ich glaube nicht daß der provveditore grimani euch mir streitig machen wird sein interesse an euch schien mir lau er äußerte sich gleichgültig über die möglichkeit eurer beurlaubung wann wird eure venezianische kapitulation abgelaufen sein vor monatsfrist erlaucht der herr dann ist es gut überlaßt mir die vermittlung am einfachsten nehmt ihr schon heute bei mir wohnung und sendet sogleich nach dienerschaft und gepäck hier näherte sich wertmüller der bis dahin im vorgemache unsichtbar geblieben war mit einer ingrimmigen tragikomischen mine denn die von ihm scharf beobachtete szene hatte einen gemischten eindruck auf ihn gemacht und er meldete der hauptmann habe gepäck und leute an der landungsmauer der zattere zurückgelassen sofern ihn dieser vollmacht gebe werde er sie abholen war in einen fensterbogen getreten und überstreifte mit scharfem blicken den mondbeschienenen kanal bis in die von den uferpalästen geworfenen tiefen schatten hineinspähend aufwärts abwärts bot die wasserstraße das gewohnte friedliche nachtbild nun wandte er sich rasch und beurlaubte sich beim herzog um selbst nach seiner habe und seiner bedienung zu sehen welcher er wie er sagte strengen befehl hinterlassen habe keiner andern weisung folge zu leisten als seiner eigenen mündlichen der herzog trat auf den schmalen balkon und blickte noch unter dem eindrucke der seltsamen vorgänge des abends in die ruhige mondnacht hinaus er sah wie jenatsch eine gondel bestieg wie sie abstieß und mit schnellen leisen ruderschlägen der wendung des kanals zu glitt jetzt hielt sie wie unschlüssig still jetzt strebte sie eilig der nächsten landungstreppe zu was war das aus einer seitenlagune und gegenüber aus dem schatten der paläste schossen plötzlich vier schmale offene fahrzeuge hervor und darin blitzte es wie waffen schon war die gondel von allen seiten umringt der herzog beugte sich gespannt lauschend über die brüstung er glaubte im augenblick im unsicheren mond lichte eine große gestalt mit gezogenem degen auf dem vorderteile des umzingelten nachens zu erblicken sie schien ans ufer springen zu wollen da verwirrte sich die gruppe zum undeutlichen handgemenge leises waffen geräusch erreichte das ohr des herzogs und jetzt laut und scharf durch die nächtliche stille schmetternd ein ruf deutlich erscholl es und dringend herzog rohan befreie deinen knecht ende des fünften kapitels sechster teil von jürgenatsch von konrad ferdinand meyer diese librivox aufnahme ist in der public domain zweites buch sechstes und siebtes kapitel in einer vorgerückten morgenstunde des folgenden tages saß der provveditore grimani in einem kleinen behaglichen gemache seines palastes das einzige hohe fenster war von reichen bis auf den fußboden herabfließenden falten grüner seide halb verhüllt durchstreifte ein voller lichtstrahl die silberglänzende frühstückstafel und verweilte von den verlockend zarten farben angezogen auf einer lebensgroßen venus aus titians schule von der sonne berührt schien die göttin die auf mattem hintergrunde wie frei über der breiten türe ruhte wonnevoll zu atmen und sich vorzubeugen das stille gemach mit blendender schönheit erfüllend dem provveditore gegenüber saß sein ehrenwerter gast herr heinrich waser diesmal mit sorgenbelasteter stirne er war nicht gestimmt auf die feine über das gewöhnliche mit geist und anmut hinspielende unterhaltung seines gastfreundes einzugehen und hatte sogar versäumt seinen hochlienigen stuhl so zu setzen dass er dem verlockenden götterbildeten rücken zuwandte was er sonst nie zu tun vergaß denn die schmiegsame gestalt mit dem siegeszeichen des barisapfels in der hand pflegte ihn allmorgendlich zu ärgern und zu betrüben sie erinnerte ihn gewissermaßen an seine jung verstorbene selige frau aber wie ganz verschieden war ihn wiederum dieses reizende blendwerk von der unvergessenen deren seelenspiegel nie ein anhauch von üppigkeit getrübt und die einen ausgesprochenen abschau empfunden gegen alles was sich im mindesten von sittsamer bescheidenheit entfernte heute aber nahm er an der göttin keinen anstoß er war weit davon entfernt sie nur zu beachten sein ganzes denken war darauf gerichtet das gespräch auf seinen freund jenatsch zu bringen ohne durch die sichere unterhaltungskunst des provveditore von der fährte abgebracht und spielend im kreise herumgeführt zu werden er hatte heute schon in der frühe wie er daheim in zürich zu tun pflegte einen kurzen morgengang gemacht was hier in dem gästchen und wasserlabyrinthe der lagunenstadt seinen vorzüglichen ortsinn in spannender übung erhielt er hatte zuerst den durch seine weltlustige pracht ihn täglich überraschenden markusplatz aufgesucht und sich hierauf sinnreich durch die enge lärmende merceria nach dem rialto durchgefunden dort hatte er von der höhe des brückenbogen mit aufmerksamem auge den unendlichen handel und wandel der mehr beherrschenden stadt gemustert dann war ihm plötzlich eingefallen hinunter zu steigen auf den nahen fischmarkt und die eben anlangenden seltsam geformten see ungetüme zu besichtigen hier fiel sein blick auf den von herzog rond bewohnten palast und in seinem herzen erwachte der wunsch den gestern zweimal nur flüchtig begrüßten jugendgenossen zu besuchen und sich nach dessen fahrten und schicksalen freundschaftlich zu erkundigen sicher im palaste des herzogs ermitteln zu können wo jenatsch hause und nicht ohne hoffnung ihn dort vielleicht persönlich zu treffen winkte er einem gondolier der ihn mit wenigen ruderschlägen an die aufgangstreppe des palastes brachte da er von der dienerschaft erfuhr jenatsch sei nicht hier und der herzog beschäftigt ließ er sich bei der frau herzogin anmelden die hohe dame hatte ihm dann die gestrigen ereignisse bewegt und wirkungsvoll aber höchst unklar geschildert und dabei andeutungen gemacht über das seinen freund zermalmende verhängnis die den nüchternen mann befremdeten und höchlich beunruhigten der verhaftungsszene nächtliches dunkel hatte sie mit der fackel ihrer einbildungskraft keineswegs aufgehellt dennoch wurde es dem klugen zürcher sofort klar daß jenatsch in keiner andern gewalt als in der grimanis sich befinden könne er war dessen vollkommen gewiß denn er erinnerte sich jetzt der nachlässigen ruhe mit welcher dieser meister der verstellungskunst gestern an der tafel des herzogs über die unbefugte rückkehr des bündners weggeglitten war die er unter andern umständen sicherlich als einen schweren disziplinarfehler gerückt hätte wasser war sogleich nach hause geeilt und jetzt saß er dem undurchdringlichen grimani gegenüber aus dem er des bündners schuld und schicksal herausbringen mußte der provveditore war in glänzender laune er erging sich in heiteren reise erinnerungen erzählte von london und dem hofe jakobs des ersten wohin ihn vor einigen jahren eine diplomatische sendung geführt hatte und entwarf von dem wunderlich pedantischen aber wie er hinzuzufügen sich beeilte keineswegs auf den kopf gefallenen könig ein ergötzliches bild auch gedachte er in liebenswürdigster weise seiner einkehr im waserschen hause zu zürich dessen patriarchalische einfachheit und fromme zucht ihn nach den lärmenden und sittenlosen london wahrhaft erquickt hätte dies brachte ihn auf den besonderen charakter der schweizerischen eidgenossenschaft und ihre stellung in der europäischen politik er beglückwünschte den zürcher dass dem kleinen lande aus dem erwarteten friedensschlusse ohne zweifel eine durch feste verträge verbürgte staatliche unabhängigkeit erwachsen werde auf die von nicolo macchiavelli euch vorausgesagte weltstellung werdet ihr freilich verzichten müssen sagte er lächelnd aber ihr habt dafür euer eigenes herdfeuer und eine kleine musterwirtschaft in der auch große herren manches werden lernen können da hierauf waser mit leisem kopfschütteln bemerkte dieses an sich wünschenswerte resultat dürfte neben schönen lichtseiten auch manche schattenseiten zeigen und er persönlich sehe sich nur mit schmerz von dem protestantischen deutschland abgedrängt nickte ihm der venezianische staatsmann einverstanden zu und sagte staatliche unabhängigkeit sei eine schöne sache und es lasse sich dabei auch bei kleinem gebiete ein gewisser einfluß nach außen üben vorausgesetzt daß politische begabung vorhanden sei und auf ihre ausbildung aller fleiß verwendet werde aber um weltbewegend einzuwirken sei nationale größe notwendig wie sie gegenwärtig nur das durch seinen genialen kardinal zusammengefaßte frankreich besitze das wesen dieser größe und in welchem letzten grunde sie wurzle habe er oft mit forschenden gedanken erwogen und sei zu einem eigentümlichen schlusse gekommen es erscheine ihm nämlich als beruhe diese materielle macht auf einer rein geistigen ohne welche die erste über kurz oder lang zerfalle wie ein körper ohne seele dieser verborgene schöpferische genius nun äußere sich nach seinem ermessen auf die feinste und schärfste weise in muttersprache und kultur hier ist allerdings die schweiz mit ihren drei stemmen und sprachen im nachteile fuhr der provveditore fort der offenbar mit vorliebe an italien gedacht hatte aber mir ist um euch nicht bange ihr haltet durch andere zähe bande zusammen für unsere gesegnete halbinsel aber gereicht mir diese meine wahrnehmung zum troste heute unter verschiedene zum teil fremde herren geteilt besitzt sie immer noch das gemeinsame gut und erbe einer herrlichen sprache und einer unzerstörbaren in das leuchtende griechisch römische altertum hinaufreichenden kultur glaubt mir diese unsterbliche seele wird ihren leib zu finden wissen was er dem diese mystischen gedankengänge sehr ferne lagen und aus dem munde seines sonst so kalten diplomatischen gastfreundes befremdlich klangen bemächtigte sich jetzt der rede um in ein glänzendes lob der republik von san marco auszubrechen die einzig in italien mit der staatsweisheit und dem rechtssinn der alten roma eine parallele bilde was die fabeleien von willkürlicher justiz und geheimen nächtlichen hinrichtungen betrifft so bin ich nicht der mann mein verehrter gastfreund an solche märlein zu glauben schloss der zürcher erfreut mit einer wie er überzeugt war ungezwungenen wendung an das heiß erwünschte ziel zu gelangen und darum kann ich ganz ohne rückhalt ein mir unerklärliches ereignis mit euch besprechen das sich gestern im canal grande begab und wobei mein jugendfreund der hauptmann in venezianischen diensten georgienatsch ohne spur verschwunden sein soll die durchlauchtige frau herzogin rohan welche die gnade hatte mich mit dem vorfalle bekannt zu machen schien mir soweit ich ihre andeutungen zu fassen vermochte nicht ferne zu sein von der absicht der hauptmann wäre seiner unbefugten abreise aus dalmatien wegen den venezianischen bleidächern verfallen eine vermutung die ich bei dem eine höchste kulturstufe erreichenden venezianischen gesetze und der milde seines vollstreckers hier machte er eine verbindliche handbewegung gegen den providitore auch nach dessen gestrigen äußerungen an der tafel des herzogs unmöglich teilen kann von hauptmann jenatsch habe ich sichere kunde sagte grimani mit einem unmerklichen lächeln über die gewandtheit seines gastes er sitzt unter den bleidächern aber lieber freund nicht wegen eines disziplinarfehlers sondern belastet mit einer mordtat gerichter gott und ihr habt beweise dafür rief waser dem schwül wurde sprang auf und schritt in dem kleinen gemache bestürzten gemütes auf und nieder ihr werdet wenn er es wünscht die akten lesen versetzte grimani ruhig und ließ seinen schreiber rufen dem er befahl ein portefeuille das er ihm bezeichnete sogleich zur stelle zu bringen nach wenigen minuten hielt waser zwei aktenstücke über den zweikampf zwischen jenatsch und ruinell hinter sankt justina zu padua in den händen mit denen er sich eifrig lesend in die etwas erhöhte fensternische zurückzog das eine dieser schriftstücke war das mit dem magister pamphilio deutsche aufgenommene verhör worin derselbe den unfall des ihm zur erziehung und schutz befohlenen unschuldigen knäbleins mit beweglichen worten schilderte als dann zu der großen szene bei petrocki überging wo der barbarische oberst sein in rühmlichen studien ergrautes haupt mit schimpf bedeckt der großherzige hauptmann aber von seiner des magisters ehrwürdiger erscheinung und bescheidener forderung gerührt mit schöner menschlichkeit und antikem edelmut für ihn eingetreten sei dem mörderischen duell hatte der magister nicht beigewohnt dagegen vom gerichte sich die gunst der beten dem protokoll eine wichtige papierrolle beilegen zu dürfen diese fiel waser in die hand aber er warf jetzt nur einen flüchtigen blick auf deren erste seite er ergreife sagte der magister in der auf diesem blatte stehenden widmung einem meisterstücke kalligrafischer kunst die durch das schicksal unverhofft ihm gewährte gelegenheit dem erlauchten provveditore als dem hohen gönner aller wissenschaft die gesammelte frucht eines arbeitsamen langen lebens in demut ersterbend anzubieten eine abhandlung über die patavinität seines unsterblichen mitbürgers titus livius das heißt über die indessen unvergleichliches latein eingeflossenen charaktervollen paduanischen provinzialismen das zweite schriftstück das wasser entfaltete war die relation des stadthauptmanns die sich ausschließlich mit der schlußszene des handels beschäftigte ein erschreckter bürger habe ihn danach richtigt hinter sankt justina stehe ein gefährlicher zweikampf bevor zwischen zwei offizieren der venezianischen armee er sei hingeeilt von seinen tapferen leuten zusammentraffend was er auf dem wege gefunden und habe schon von ferne die gruppe der kampfbereiten und der um sie versammelten neugierigen erblickt auch deutlich erkennen können wie nur der eine der herren grisonen mit grausamer wut und rasenden gebärden auf dem kampfe bestand der andere aber kaltblütig mit ernst und würde ihn zu beschwichtigen suchte von den vernünftigen vorstellungen höflichen bitten der anwesenden paduanischen bürger hierin unterstützt und sich dann mäßig und nur gezwungen verteidigte er habe sich mit seinem gefolge voran auf das eiligste genähert um wie sein ehrenvolles amt erheischte seinen leib als schranke zwischen die frevler am gesetze zu werfen und den degenspitzen im namen der republik halt zu gebieten als er dies mit eigener lebensgefahr getan sei zwar der eine gehorsam zurückgewichen der andere aber durchbohrt mit einem fluche zusammengestürzt nach seinem dafürhalten habe sich der sinnlose mit blinder wut in die nur zur verteidigung ihm entgegengehaltene waffe des andern geworfen einen augenblick eh er die beiden degen mit dem seinigen niedergeschmettert so glaube er seine pflicht mit aufopferung erfüllt zu haben und auf die anerkennung der erlauchten republik sowie auf ein angemessenes ehrengeschenk ohne unbescheidenheit rechnen zu dürfen mit diesen papieren herr providitore lässt sich eine anklage auf mord nie begründen sagte wasser vor seinen gastfreund hintretend und die akten nicht ohne sichtbare zeichen der entrüstung auf den tisch legend wobei der traktat über die patavinität des livius auf dem marmorboden fiel sie sprechen durchaus zu gunsten des hauptmanns und bezeichnen den fall als strikte notwehr wollt ihr noch von den aussagen der andern zeugen einsicht nehmen sagte grimani kalt sie stimmen übrigens durchaus überein mit denjenigen des bettelhaften pedanten und des prahlerischen eisenfressers die zeugnisse dieses gesindels er stieß mit der fußspitze an die gelehrte arbeit des magisters bamfilio die langsam über die mosaiksterne des glatten bodens rollte führen nur den gutmütigen irre der nicht versteht zwischen den zeilen zu lesen verzaubert und belügt doch dieser ungesegnete jenatsch mit seiner heuchlerischen herzenswärme und seiner ruchlosen kunst auch das absichtlichste als eingebung des augenblicks oder als harmlosen zufall darzustellen ohne ausnahme alle von oben bis unten von dem edlen herzog rohan bis zu diesen larven hinab angenommen daß diese zeugnisse den sachverhalt in völliger wahrheit darstellen so führt sie doch erst die kenntnis der verhältnisse des hauptmanns und seines ränkevollen charakters auf ihren richtigen wert zurück und mittels dieser kenntnis bin ich imstande mein werter freund euch vielleicht zum schrecken eures harmlosen gemüts die geschichte der tötung des obersten ruinelles in ihr wahres licht zu stellen ich will mich kurz fassen jenatsch hatte sich zum ziele gesetzt um jeden preis eines der vier bündnerischen regimenter zu erlangen die herzog rohan zum bevorstehenden feldliner feldzuge mit französischem solde bildet alle vier aber waren schon vergeben eines davon an ruinelles folglich musste einer der obersten am bequemsten ruinelles den der degen des ehrsüchtigen erreichen konnte weggeräumt werden als nun der schulmeister den heißblütigen oberst mit seinem unverschämten bettel belästigte ergriff der geistesgegenwärtige jenatsch blitz schnell die gelegenheit ihn zu reizen indem er für den pedanten partei nahm wie die flamme einmal aufstieg war es dem kühlgebliebenen ein leichtes sie mit einem boshaften hauche zu schüren er wußte mit seiner absichtsvollen sanftmut den zornigen bis zur raserei zu reizen und als geschickter fechter den degen so zu führen daß keiner den sichern leisen todesstoß gewahr wurde so trug die sache sich zu mein braver herr wenn die republik nicht einen menschenunkundigen neuling zu ihrem proveditore hat hat bei seiner dalmatinischen sendung zehnmal mehr list aufgewendet als es nicht brauchte diesen armen trunkenbold aus dem wege zu räumen wasser hatte diese auseinandersetzung mit grauen angehört ihn fröstelte beim gedanken an die gefahr die jedem angeklagten aus dieser scharfsinnig argwöhnischen auslegung an sich unverfänglicher tatsachen erwachsen musste sogar ihn den wohlwollenden dem hauptmanne befreundeten mann durchfuhr einen augenblick der gedanke des finanzianers grausame logik könnte recht haben aber sein gerader menschenverstand und sein rechtliches gemüt überwanden rasch diesen beängstigenden schwindel so hätte es sein können aber nein es war nicht so er erinnerte sich indessen daß der argwohn in venedig ein staatsprinzip sei und verzichtete darauf in diesem augenblicke grimanis voreingenommenheit zu bekämpfen die tatsachen entscheiden sagte er mit überzeugter festigkeit nicht deren willkürliche interpretation und hauptmann jenatsch ist nicht ohne schutz in venedig denn in ermangelung eines bündnerischen gesandten bei der republik von san marco glaube ich geringer im sinne meiner obern zu handeln wenn ich die interessen des mit zürich verbündeten landes in venedig nach kräften wahrnehme da verwendet sich noch ein anderer schutzpatron für die unschuld die ich in der person des hauptmanns jenatsch verfolge sagte der venezianer mit schmerzlichem spotte denn eben wurde ein in roteseidige kleider der französischer edelknabe angelassen um in des herrn providitore eigene hand ein schreiben seines gebieters des herzogs heinrich rohan zu legen der erlauchte herzog will mir die ehre eines besuches erweisen sagte grimani die zeilen durchlaufend das darf ich nicht zugeben meldet daß ich mich ihm in einer stunde vorstellen werde eure begleitung signor waser würde mich erfreuen damit erhob sich der feine bleiche mann mit den melancholischen augen und zog sich in sein ankleidezimmer zurück waser blieb zögernd stehen dann trat er zum tische und durchlas sorgfältig die übrigen zeugenaussagen zuletzt fiel sein blick auf die unter einen stuhl gerollte abhandlung des magisters pamphilio dolce aus padua ihn jammerte ihr schmachvolles schicksal da klebt viel schweiß daran sagte er und hob die rolle auf ein plätzchen in unserer neu gegründeten stadtbibliothek wird sich schon für dich finden werk eines dunklen daseins ende des sechsten kapitels siebentes kapitel der provveditore und herr waser wurden vom herzog in seinem bibliothekszimmer empfangen wo dieser der wenig schlaf bedurfte und die einsamkeit der morgenfrühe liebte schon manche stunde des vormittags in ungestörter arbeit mit seinem schreiber dem venizianer priolo verbracht hatte der herzog begann mit einigen worten des dankes für grimannis zu vorkommen ihr errietet sicherlich aus meinen zeilen sagte er das persönliche anlegen welches mich schon heute wieder eine unterredung mit euch dringend wünschen ließ ich war gestern von meinem balkon aus zeuge einer nächtlichen szene unter der ich mir nichts anderes als die verhaftung eines übeltäters denken konnte verschiedene umstände lassen mich mit sicherheit schließen dass dieser gefangene der republik der bündner george natsch sei ich hatte nun wie ich euch mein edler herr schon gestern andeutete auf die dienste desselben mannes für meinen bevorstehenden feldzug in bünden gezählt und mir davon bei seinem militärischen talent und seiner mir höchst wertvollen kenntnis seines vaterlandes großen vorteil versprochen ihr seht ein wie sehr mir daran liegen mußt zu erfahren welcher übertretung des gesetzes er sich schuldig gemacht und wenn sein verbrechen kein schweres und schmachvolles ist mein fürwort für ihn einlegen niemand ist williger euch zu dienen als ich erlauchter herr antwortete grimani und in wahrheit glaubte ich gerade euch einen nicht geringen dienst zu leisten wenn ich diesen mir schon längst verdächtigen menschen in dem die keime vieler gefahren liegen jetzt da er sich durch eine blutige tat in meine hand gegeben hat auf die seite räumte er ist wie ihr aus der aktenmäßigen darstellung erfahren werdet dem wortlaute unseres gesetzes nach der todesstrafe verfallen ob ich ihn mildernde umstände annehmend begnadigen will das steht vollkommen in meiner willkür ist dies euer verlangen an mich so werdet ihr keine weigerung erfahren aber höret vorher gütig an was ich von dieser persönlichkeit denke den vorfall selbst bitte ich meinen würdigen freund wasser euch zu berichten er hat soeben von den akten kenntnis genommen und es ist mir angenehm den vortrag ihm zu überlassen da mich insgeheim vergiftenden argwohns und schnöder menschenverachtung bezichtigt der zürcher entledigte sich dieses auftrages mit freundeseifer und sachkundiger gewandtheit zum schlusse fasste er seine meinung dahin zusammen dass hier ein fall reiner notwehr vorliege und nun erlaubt mir meinerseits euch auszusprechen sagte grimani und seine stimme trübte sich vor innerer bewegung dass ich die tat für eine vorbedachte absichtsvolle und diesen charakter kennzeichnende halte georgenatsch ist unermesslich ehrsüchtig und ich glaube er sei der mann jede schranke welche diese ehrsucht eindämmt rücksichtslos niederzureißen jede den militärischen gehorsam das gegebene wort die heiligste dankespflicht ich halte ihn für einen menschen ohne treu und glauben und von grenzenloser kühnheit mit wenigen aber noch schärferen zügen als er es wasser gegenüber getan bezeichnete er so dann dem herzoge die selbstsüchtigen ziele welche nach seiner beurteilung jenatsch durch die ermordung seines landsmanns habe erreichen wollen der herzog war fein es sei ihm kaum glaublich dass eine so ursprüngliche und warme natur wie dieser so unter berge eines so kalt konsequenten und verwickelten verfahrens fähig sei dieser mensch erscheint mir unbändig und ehrlich wie eine naturkraft fügte er hinzu dieser mensch berechnet jeden seiner zornes ausbrüche und benützt jede seiner blutwallungen erwiderte der venezianer gereizter als es von seiner selbstbeherrschung zu erwarten war er ist eine gefahr für euch und wenn ich ihn verschwinden lasse so habe ich euch noch nie einen besseren dienst erwiesen der herzog verharrte einige augenblicke in schweigendem nachdenken dann sprach er mit großem ernste und dennoch ersuche ich euch um die begnadigung des georginatsch grimani verbeugte sich trat an den arbeitstisch des geheimsekretärs priolo der in seiner fensternische ruhig weitergeschrieben hatte warf ein paar worte auf ein papier und bat den jungen mann den befehl in das staatsgefängnis zu bringen herzog rohan fügte bei sein adjutant wertmüller möge den schreiber begleiten jetzt heftete grimani seine ruhigen dunklen augen auf den herzog und fragte plötzlich ob er ihm nicht die gunst gewähren könne die unterredung noch eine kurze zeit ohne zeugen fortzusetzen wandte sich zu herrn waser und sagte lächelnd gerade wollte ich euch bitten die herzogin über das los des hauptmanns jenatsch an welchem sie mitleidigen anteil nimmt an meiner stadt vorläufig zu beruhigen geschmeichelt durch dieses wohlwollen und erfreut der überbringer einer guten botschaft zu sein beurlaubte sich der zürcher und folgte einem pagen der in der ungeduldig harrenden hohen frau zuführte betrachtet edler herzog es als ein zeichen meiner besonderen ergebenheit begann der venezianer wenn ich ganz gegen meine gewohnheit mich nicht scheue aufdringlich zu sein und den vorwurf unzarten eingreifens in fremde verhältnisse mir zuziehe abgesehen von unseren gemeinsamen politischen interessen bin ich überzeugt dass ihr meine hohe verehrung für euren charakter genugsam kennt um sie als einzige triebfeder und als entschuldigung dieses außerordentlichen schrittes gelten zu lassen für euch wollte ich diesen mann unschädlich machen ich kenne seine vergangenheit in bünden wo ich vor jahren die interessen meiner republik als gesandter wahrnahm habe ich ihn an der spitze rasender volkshaufen gesehen und seine herrschaft über die tobenden massen hat mich entsetzt meiner lauchter freund erlaube mir einen blick auf das werdende zu richten denselben blick den ich wider willen auf die sich vollziehenden geschicke unserer republik wende und der mir in unseren räten den trübseligen namen kassandro zugezogen hat und nach verdienst denn mir ist weh dabei und mir wird nicht geglaubt nicht apollo aber hat mich zum seher gemacht sondern ein enttäuschter geist und ein erkältetes gemüt ihr seid im begriffe bünden der spanischen macht zu entreißen und ich zweifle keinen augenblick am erfolge eurer waffen aber was dann wie werden sich nach vertreibung der spanier die absichten der französischen krone die das strategisch wichtige land bis zum allgemeinen frieden unmöglich aus den händen geben darf mit dem stürmischen verlangen seiner wilden bewohner nach der alten selbständigkeit vereinigen lassen da richelieu ich will sagen der aller christlichste könig euer herr nur den kleinsten teil seiner in deutschland unentbehrlichen truppen euch zur verfügung stellt werdet ihr in bünden selbst werben und dem durch jegliches elend erschöpften lande neue opfer zumuten müssen das aber ich schäme mich zu sagen was ihr sicherlich längst bedacht habt wird euch nur durch das mittel weitgehender versprechungen gelingen ich wenigstens kann mir nichts anderes denken als dass ihr mit eurem persönlichen werte den bündnern euch werdet verbürgen müssen ihnen sobald euer sieg erfochten ist ihr ursprüngliches gebiet und ihre alte selbständigkeit unvermindert zurückzugeben darum sendet wie ich vermute richelieu gerade euch dessen name von reiner ehre leuchtet nach bünden weil eure gewalt über die protestantischen herzen ihn dort ein heer ersetzt so werdet ihr mir einräumen edler herr dass euer eine schwere stunde und eine feindliche doppelstellung zwischen dem kardinal und bünden wartet wohl wird es eurer weisheit gelingen das interesse der französischen krone welcher ihr dient und die von euch verbürgten ansprüche des gebirgsvolkes ohne jenes zu verleugnen oder diese zu täuschen durch umsichtige politik und kluge zögerung in der schwebe zu halten und endlich auszugleichen aber nur unter der bedingung dass das hingehaltene bünden in keiner weise gegen euch und frankreich eingenommen und aufgestachelt werde ihr lächelt gnädiger herr in der tat wer in bünden sollte es wagen gegen das mächtige frankreich sich zu verschwören oder gar mit offener gewalttat zu erheben gewiß keiner ihr habt recht wenn nicht vielleicht jener heillose euer schützling george natsch der herzog lehnte sich mit einer abwehrenden hand bewegung und dem schmerzlichen ausdrucke verletzten selbstgefühls zurück eine wolke zog über seine stirn das bild des bündners wie es der haß grimanis entwarf schien ihm vergrößert und entstellt doch nicht die seine menschenkenntnis infrage stellende übertrieben schlimme und große meinung die grimani von dem begabten halbwilden hatte welchen er sich zum werkzeuge erlesen war ihm empfindlich wohl aber dass der venezianer die geheime wunde seines lebens seine schiefe stellung zur richelieu scharfsinnig erkannte und zu berühren sich nicht scheute der frankreich nach großem plane regierende aber ihm persönlich abgeneigte kardinal war imstande wußte es wohl seine protestantische glaubenstreue als mittel zum zweck auszubeuten und ihn persönlich aufzuopfern die gefahr welche er sich selbst auszureden suchte und in schlaflosen nächten doch immer und immer wieder sorgenvoller wog war also fremden augen offenbar verzeiht teurer herr meine vielleicht schwarzsichtige sorge für euch sagte grimani der den verborgenen kummer des herzogs in seiner erkälteten miene las frankreich darf und wird sich gegen seinen edelsten sohn nicht unbankbar erzeigen nur um eines bitte ich euch flehe ich euch an wenn ihr an meine ergebenheit glaubt hütet euch vor jenatsch kaum war das wort gesprochen so klirrten rasche tritte im vorsaal und der genannte trat mit dem adjutanten wertmüller in das gemach wo eben noch edelmütige größe und menschenverachtender scharfsinn über ihn zu gerichte gesessen und um ihn gestritten hatten jenatsch sah finsterer als je und tief bewegt aus den provveditori der ihm zunächst stand bedachte er mit einem untertänigen gruße und einem blicke voll tödlichen hasses welchem dieser mit vornehmer ruhe begegnete dann trat er raschen schrittes vor den herzog er schien in leidenschaftlichem dankgefühle seine knie umfassen zu wollen aber er ergriff nur rohens hand und ließ das gesenkte auge verbergend eine heiße träne auf dieselbe fallen der kalte grimani den diese glühende bewegung einen widerwärtigen eindruck machte brach zuerst das schweigen und bemerkte mit scharfer leiser stimme vergesst nie signor jenatsch daß er nicht der güte eurer sache sondern nur und allein der fürsprache dieses hohen herrn euer verwirktes leben verdanket der hauptmann schien in seiner bewegung das wort des venezianers nicht gehört zu haben er richtete seinen feurigen blick auf den herzog und sprach meinen dank teuerster herr lasst mich euch sofort durch die tat bezeugen ich hoffe ihr habt manche gefahr für mich bereit lasst mich eine vorweg nehmen übertragt mir ein geschäft das ich allein wie er bedürft verrichten kann bei dem ich das mir geschenkte leben zehnfach auf das spiel setze und welches doch nicht rühmlich genug ist dass es mir irgendeiner neide oder streitig mache ich rede hier frei ich bin unter eingeweihten wie mir mein kamerad wertmüller in seinen briefen euren plan angedeutet hat werdet ihr von norden über die bernina ins feldlina vordringen um mit dem scharfblicke des großen feldherrn die feindliche stellung in der mitte zu fassen und spanier und österreicher auseinanderwerfend die einen zurück in das gebirge die andern hinunter nach den seen zu jagen nun ist von höchster bedeutung die von den spaniern vielfach neu angelegten verschanzungen des feldlins genau zu untersuchen lasst mich hin ich nehme euch pläne davon auf kenne ich doch das land wie wenige davon reden wir morgen mein georg sagte der herzog und legte ihm seine schmale hand auf die mächtig gebaute schulter am abende des tages der den hauptmann jenatsch zum kameraden des lokotenenten wertmüller im dienste des herzogs machte fiel es diesem ein den brief seines vetters in mailand zu beantworten er meldete daß er einen kurzen urlaub nach zürich genommen obschur er sich nicht absonderlich freue den duft seines nestes wieder zu riechen aber er verschwieg dabei natürlich daß er sich dort dem herzoge bei seinem durchbruche aus dem elsastach graubünden anschließen und die wartezeit zu werbungen für frankreich verwenden werde dagegen berichtete er weitläufig die aus mailand entflohene dolch führende schönheit habe er nicht nur kennengelernt sondern es werde ihm sogar die ehre zuteil besagte tapfere person auf geheiß des herzogs über das gebirge nach bünden zu geleiten was ihn von seiner eigenen reiseroute nicht abführe als belohnung für die vom vetter ihm zum besten gegebene geschichte und als deren vervollständigung erzählte er ihm den unerwarteten auftritt im saale des herzogs dem er persönlich unbeteiligt mit gekreuzten armen als vergessener beobachter hinter einer bergenden säule beigewohnt habe halb gerührt halb ärgerlich denn er sei eigentlich kein liebhaber heftig ausbrechender gefühle in einen solchen vulkanischen ausbruch aber habe die bescheidene von der sentimentalen herzogin in szene gesetzte vorführung einer schutzflehenden plötzlich umgeschlagen er selbst habe die lunte angezündet indem er den heldenspieler eingeführt einen tapferen soldaten aber leider ehemaligen pfarrer der ihm trotz einiger tüchtiger eigenschaften wenig sympathisch sei da demselben gewisse pompöse manieren wahrscheinlich von der kanzel her ankleben und ein leidiger hang zu grandiosem komödienspiele in seiner jugend sei der pfarrer ein wütender demokrat gewesen und einer der bösen gesellen die den pompeius planta umgebracht statt nun still wie er der taktvolle wertmüller es getan im hintergrunde zu bleiben habe sich der abenteurer sofort der bündnerischen dame als mörder ihres vaters und zugleich als ehemaligen zärtlichen liebhaber vorgestellt daraus sei plötzlich eine solche explosion verrückter dinge entstanden ein so einzigartiger spektakel das ihm heute noch der kopf davon schwirre für die herzogin deren poetischer schwung allen verstand übersteige sei es eine wonne gewesen sie habe schnatternd auf dem tränen meere herumgerudert wie die enten im teiche jetzt arbeite sie daran einen würdigen schlussakt herbeizuführen nach dem muster der gegenwärtigen paris furore machenden komödie deren autor einen vogelnamen etwas wie dole oder krähe trage und die einen ganz ähnlichen gegenstand behandle dort schließe der konflikt mit heiratsaussichten hier aber werde es hoffentlich und wenn noch vernunft im lebensein nicht dazu kommen es wäre schade um das mädchen er gönne sie dem volks helden nicht sie sei zwar keine blondlockige üppige schönheit wie sie paul der veroneser und der flottet in tourette die naturmöglichkeit überbietend aus gold durchwirkten damast hervorkellen lassen noch habe sie die nächtlichen halb geschlossenen augen und die blau schwarz schimmernden flechten um die sanfte listige schläfe die ihn an anderen töchtern der legunen stadt berücken aber sie habe es ihm nun einmal angetan mit einem gewissen ehrlichen großen wesen was bei lucretia wahrheit sei halte er bei jenatsch zum guten teil für schein gerade jene große manier von der er gesprochen sei übrigens der hauptmann jenatsch auf hohes spiel erpicht so habe er gestern abend seine lust büßen können mitten aus der rührung sei er von spirren herausgeholt und oder die bleidächer gesetzt worden der provveditore grimani der den bündner merkwürdigerweise für ein wichtiges und staatsgefährliches subjekt halte ihn gern sogleich in den kanal versenkt aber der umständliche alte herr habe dabei eine kostbare zeit verloren die sich der herzog zunutze gemacht um seinen neuen günstling sich wieder zurückliefern zu lassen ihm persönlich sei das nicht gerade unlieb denn er verspreche sich bei den merkwürdigen lebensumständen des neuen kameraden noch manchen schlagenden witz des zufalls und freue sich besonders darauf mit dem gewesenen pfarrer an seinen ehemaligen kirchen in bünden vorüber zu reiten wo ihn dann ein gewisser darüber zur rede stellen werde was alles er da drinnen dem volke vorgemacht hier strich sich der lokotenent vollgnüg das magere kinn und schloß das schreiben an seinen vetter in mailand drittes buch der gute herzog erstes bis drittes kapitel auf einer erhöhung des linken rheinufers am fuße des lieblichen heinzenbergs überschauen die mäuerlein und anspruchslosen gebäude des frauenklosters katzis die hütten eines dem katholischen glauben zugetan gebliebenen dorfes am schmalen bogen fenster einer zelle die nach dem grauen jetzt vom morgen lichte beschienen schlossturme von rietberg hinüberschaute saß die schöne lucrezia planta der frühling war vorübergegangen auch auf der nordseite der rätischen alpen hatte der laue fön schon längst den schnee von den halten weggeschmolzen und in tobenden wildbächen dem rheine zugeführt durch die felsspalten der via maler hatte der südsturm gebraust mit dem jugendlich unbändigen strome um die wette wochenlang hatte der schäumende rein zornig an seinen engen kerkerwänden gerüttelt und herausstürzend die flacheren ufer verheert jetzt führte er ruhiger die gemäßigten wasser zu tal und blüht von den warmen matzen und üppigen fruchtgärten dies gegen die rauen nordwindige schützend umläscht es war ein klarer morgen zu anfang des juni und die älteste ordensschwester perpetua hatte eben nach einer längeren unterredung das edle fräulein verlassen die frommen frauen von cassis hegten schon längst einen herzenswunsch das amt einer priorin war während langer kriegsjahre unbesetzt geblieben und sie sehnten sich danach dass es endlich wieder würdig bekleidet und geehrt werde von einem bei gott und menschen angesehenen sprösslinge einer großen familie wen konnten die heiligen dazu außersehen haben wenn nicht die im tale aufgewachsene und begüterte lucrezia planta das kloster hatte dem planta schon aus den zeiten vor der reformation manche schenkung zu verdanken nun waren mehrere glieder der berühmten familie voran herr pompeius in den schoß der alleinseligmachenden kirche zurückgekehrt dieser edle herr aber hatte ohne letzte wegzählung einen bösen jähen tod erlitten was war natürlicher und christlicher als dass seine vereinsamte tochter den schleier nehme um für das heil seiner seele zu beten und das kloster in diesen möglicherweise noch nicht so bald endenden schlimmen zeiten mit ihren edlen namen zu schirmen es mit ihrem erbe zu bereichern die zurückgabe ihrer väterlichen güter von welcher wegen der planta landesverrat und mitschuld am feldliner morde selbst zur zeit der unterjochung durch die spanier nicht die rede sein konnte stand jetzt in naher aussicht sonderbarer weise durch die vermittlung des obersten georg jenatsch die taten des jetzt im feldlin unter herzog rohan fechtenden scharanzer pfarrersohn gingen in seinem heimatstale von mund zu mund und sein ruhm im ganzen land stieg täglich zu dieser fürsprache hatte den obersten jenatsch wohl ein nagender gewissensbiß getrieben oder wenn sie einen weltlichen dem verstande der frauen von katzis undurchdringlichen grund hatte so wußte gott von jeher auch die gedanken der bösen zu seinen zwecken zu biegen das aber das edle fräulein in katzis seine bleibende stätte finde und als priori in die verlassene herde weide das war offenbar die meinung des heiligen dominikus selber dessen regel das haus befolgte lucretia hatte schon im kloster zu monza sein himmlisches wohlgefallen auf sich gezogen damals hatten kaiserliche kriegsbanden die kirche zu katzis geplündert und darin so unchristlich gehaust das wie perpetua dem fräulein schrieb von der heiligen mutter gottes nichts als das nackte holz zurückblieb das junge mädchen hatte dann in der schule der geschickten italienischen nonnen ein kostbares kleid für die beraubte heimische gottes mutter gestickt und bald gelegenheit gefunden es durch den herzhaften und wanderlustigen pater pankrats an seine bestimmung gelangen zu lassen seither hatte der heilige dominikus der unwürdigen schwester perpetua seinen wunsch und willen in wiederholten erscheinungen kundgetan am deutlichsten und wunderbarsten war aber dies in der verwichenen nacht geschehen die betrübte ordensschwester hatte in gottbegnadetem traume die öde zelle der priorin betreten und dort plötzlich lucretia erblickt wie sie leibte und lebte doch mit demütigem angesichte und gesenkten augen neben ihr aber stand sankt dominikus selbst im glanze des himmels und seiner schneeweißen kutte der ihr einen lilienstengel überreichte der träumenden war als dann vorgekommen als lege sich ein abglanz seines heiligen scheins um lucretias erwähltes haut die schwester öffnete die augen voller freude und durchdrungen von dem gefühle dass sie diese offenbarung nicht für sich behalten dürfe so war sie denn gekommen das gesicht lucretia mitzuteilen und mit ihr dessen bedeutung zu besprechen der eindruck des traumbildes auf das fräulein war indessen weniger erfreulich und überzeugend gewesen als die nonne gehofft und sie hatte sich darauf lange bemüht zu ergründen welche wurzeln der weltlust oder der weltsorge das fräulein noch immer draußen zurückhielten denn diese sprach von dem kloster trotz seines wohlwollens für dasselbe nur als von seiner einstweiligen herberge an irdischem besitz schien lucretias herz nicht zu hangen noch weniger an irdischer liebe denn einige bescheidene kloster scherze die sich schwester perpetua einzig in der absicht das fräulein zu erforschen in diese richtung erlaubte wurden mit stolzem lächeln abgewiesen noch eine möglichkeit hatte die schwester beunruhigt lucretia wolle in der welt bleiben bis sie einen würdigen bluträcher finde der nach altem landes brauche den tod ihres grausam erschlagenen vaters mit demjenigen der mörder sühne oder sie trage am ende selbst blutige gedanken mit sich herum die sich mit dem frieden des klosters nicht vertrügen diese schreckliche vermutung die ursprünglich ihrem zahmen und früh durch klosterzucht geregelten gemüte ferne lag perpetua war keine schwerblütige bündnerin sondern entstammte einer ehrbaren zuger familie hatte ihr der alte lucas zu riedberg noch vor der fahrt die er nach italien getan um das fräulein heim zu geleiten zu wiederholten malen nahegelegt er selbst war ganz davon durchdrungen wie von einer unabwendbaren notwendigkeit aber auch diese mutmaßung hielt nicht stand lucretia war der schwester heute so kindlich weich und versöhnlich erschienen daß sie sich einen derartigen verdacht als ein unrecht gegen das verwaiste fräulein vorwarf in wahrheit heute hegte lucretia keine rache gedanken sie sann mit einer trauer die ihre geheime süßigkeit hatte den erlebnissen ihrer heimreise aus venedig nach ein seltsames verhängnis hatte das leben des ihrer rache verfallenen in ihre hand gegeben und sie hatte es nicht genommen sie wußte heute mit voller herzensüberzeugung daß sie es nicht nehmen dürfe der widerstreit ihrer gefühle hatte sich gelegt sie war zur ruhe gekommen lucretia hatte venedig begleitet von ihrem treuen lucas im frühjahr verlassen und die lange strecke bis nahe an die grafschaft giavenna erst über verona und bergamo und dann längst der blühenden ufer des gomersees in mäßigen tag ritten ohne aufenthalt und abenteuer zurückgelegt grimani hatte sie mit einem geleit briefe durch das venezianische versehen im mailändischen genügte ihr name und von drohan war ihr als schützender kavalier der junge wertmüller mitgegeben worden wohl hatte die herzogin gegen dieses für die schöne reisende wie sie behauptete in keiner weise passende geleite zuerst einspruch erhoben aber der herzog kannte die guten und schlimmen eigenschaften seines wertmüller nicht erst seit gestern und wußte daß sein wunderlicher adjudant sich noch in jeder ernsten probe ehrenhaft zuverlässig und tapfer erwiesen hatte so strebte donna lucretia von dem triumphierend neben ihr reitenden lokotenenten geistvoller als ihr wohltat unterhalten den täglich sich vergrößernden silberspitzen ihrer heimischen gebirge entgegen und eines tages gelangte der kleine reisezug in die sumpfige ebene durch welche die atta sich langsam dem nordende des gomersees zuwendet da sie am morgen in der kühlen frühe aufgebrochen waren beschlossen sie an einem kreuzwege unfern der drohenden festung fuentes vor einer loganda kurze mittagsrast zu halten um dann heute noch chiavenna zu gewinnen und am nächsten tage den saumpfad über den splügen einzuschlagen lucretia zog es vor die unreinliche herberge nicht zu betreten sie setzte sich allein in eine weinlaube deren blasses frühlingsgrün sich eben aus den springenden knospen entwickelte so hatte sie eine weile den hühnern zugesehen die neben der krippe das von den fressenden pferden herausgeworfene futter aufpickten da erblickte sie zwischen den zarten blättern und jungen ranken hindurch auf der staubigen landstraße einen zugläute der sogleich ihre ganze aufmerksamkeit fesselte sie erriet daß ein gefangener eingebracht werde und als er näher kam erbebte ihre seele ein halbes dutzend spanischer soldaten voran ein alter dürrer hauptmann zu pferde führten in ihrer mitte einen mann in der alltagstracht des fettlinerbauern dessen kleider zerrissen und über und über vom sumpfwasser geschwärzt waren staub und blut entstellten sein angesicht und die hände waren ihm mit groben stricken hinter dem rücken zusammengebunden das fräulein erkannte mit entsetzen die hohe gestalt und die trotzige haltung des jürgenatsch auf den spuren des eingeholten flüchtlings schnüffelten spanische bluthunde welche wohl bei dieser menschenjagddienst geleistet hatten und gelbe halbnackte jungen und blödsinnige zwerggestalten liefen johlend hinter dem gewaltigen wehrlosen manne her beim herannahen des trupps eilten die bewohner des hauses vor der türe zusammen auch lucas kam vorbei der eben die pferde wieder gesattelt hatte und wertmüller trat hinter lucrezia der spanische hauptmann gebot seinen leuten halt stellte sich in den schatten der hauspforte und nahm seine sturmhaube von dem toten kopfähnlichen haupte dessen braune knochen nur durch zwei erhitzte tiefliegende augen belebt erschienen dann hieß er sein abgejagtes tier dessen riemenzeug zerrissen war zur zisterne führen und fragte kurz und parsch ist jemand hier der in diesem späher den vormaligen ketzerischen prädikanten und vielfachen mörder georg jenatsch erkennt es schlurfte in zerfetzten schuhen ein ältlicher knecht herbei und sagte mit kriechender miene zu dienen exzellenz ich hauste anno 1620 in berben und war dabei als dieser gotteslästerer mit verfluchter hand meinen leiblichen bruder gegen den hochaltar von sankt peter schleuderte das der ärmste für sein lebtag an gepressten davontrug das passt sagte der spanier ich betraf denselben prädikanten im gleichen sommer an der zugbrücke unserer festung eure ausflüchte man helfen euch nicht und der strick ist euch gewiss lucretia hatte im hintergrunde der laube den auftritt mit laut klopfendem herzen angesehen konnte sie georg retten wollte durfte sie es hinter ihr stand wertmüller dessen angriffslustige ungeduld sie fühlte und den sie leise den hahn seines pistols spannen hörte lucretia erhob sich und schritt von einer unwiderstehlichen macht gezogen langsam vor bei des spaniers letzten worten stand sie zwischen ihm und dem an einem steinernen stützpfeiler der laube geschnürten gefangenen in diesem augenblick flog eine handvoll kot und steine von einer lachenden kropfgestalt geworfen an die blutende stirn des gefesselten aber seine miene blieb stolz und ruhig nur seine lippen bewegten sich flüsternd lucretia deine rache vollzieht sich klang es in romanischen lauten ohne daß sein blick sich nach ihr gewendet hätte senor redete die bündnerin den spanischen hauptmann mit fester stimme an ich bin lucretia die tochter jenes planta den georgienatsch erschlagen hat ich habe seit dem tode meines vaters keinen lieberen gedanken gehabt als den der rache aber in diesem manne hier erkenne ich den mörder meines vaters nicht der spanier richtete seinen bösen blick erst fragend und dann höhnisch auf sie aber lucretia beachtete ihn nicht schon hielt sie ihren kleinen reisedolch in der hand und begann ohne zögern die bande des gefangenen zu durchschneiden was jetzt um sie vorging traf ihre sinne kaum sie vernahm noch den raschen befehl wertmöllers an lucas pferde vor die warte noch wie der loko den ent dem spanier mit der pistole in der hand entgegentrat und dieser den gegen aus der scheide riss dann wurde sie rasch aufs pferd gehoben das musketenschöss sie hinter sich hörend in wilden sprüngen sie von dannen trug und in jagendem lauf an der festung fuentes vorüber der straße nach giavenna folgte auf dem staubigen heerwege sprengte sie vorwärts mit mühe sich auf dem erschreckten pferde haltend und doch angstvoll zurücklauschend ob ihr freund oder feind nacheile noch fielen schon aus der ferne vereinzelte schüsse sonst hörte sie nichts als das schnauben und den hufschlag ihres eigenen tiers endlich brauste galopp hinter ihr und schon ritt an ihrer rechten seite zerrissen und blutig aber in hellem übermute george jenatsch hinter welchem ihn mit grimmermine umfassend der alte lukasturrosse saß zu des fräuleins linken schnaubte einen augenblick später ein zweites rosshaupt und über demselben grüßte das aufgeregte gesicht des kleinen lokotenenten der den rückzug gedeckt hatte und von der rolle die er gespielt höchlich befriedigt schien in der festung wird der larm geschlagen sagte jenatsch hinter jenem waldhügel biegen wir linksab von der heerstraße auf der man uns verfolgen wird reiten durch die seichten nebenwasser der atta und gewinnen auf wegen die ich als gangbar kenne längs des sees und über die berge das sichere bellenz als die pferde den beweglichen kiesboden des flußbettes betraten sprang lukas ab und ergriff sich vor das pferd seiner herrin stellend mit treuer hand dessen zügel im grunde habt ihr recht sagte der alte und blickte zu lucretias glücklichem angesichte auf es war heute nicht der passende anlass und nicht der richtige ort euch zuliebe würd ich mit dem leidigen satan selber an der reiten aber wahr bleibts einem ehrlichen gaul und einem gut katholischen christen wird heutzutage viel geduld zugemutet die darauf folgenden beschwerlichen reisetage lebten als selige erinnerungen in dem herzen lucretias fort nach dem ermüdenden zuge quer über die südlichen vorberge der alpen hatte die gesellschaft in belenz gerastet und jenatsch sich beritten gemacht dann zogen sie langsam durch das von wasserstürzen rauschende misox das südlichste und schönste teil des über dem bergdorfe san bernardino begann der pass jäh zu steigen und führte zu dieser frischen jahreszeit bald über eine blendende schneedecke der himmel war von tiefer klarheit und noch südlicher blaue lucretia fühlte sich umweht von den kräftigen alpenlüften der heimat und ihr war auf augenblicke als sei sie in die fröhlichen reisetage der kindheit zurückgekehrt herr pompeius war häufig mit ihr aus einem seiner festen häuser ins andere über die bergjoche des tälerreichen bündens gezogen ihre augen suchten mit ungeduld den kleinen bergsee der wie sie sich deutlich erinnerte auf keiner der heimischen wasserscheiden ausblieb da endlich nahe dem nördlichen abhange leuchtete er ihr entgegen unter den heutigen scharfen sonnenstrahlen aufgetaut gewiß nur eine kurze befreiung denn der sommer kehrt spät ein auf diesen höhen trotz einer täuschenden vorboten und das den himmel spiegel der auge mußte sich unter eisigen stürmen wohl bald wieder schließen auf der halb geschmolzenen schneedecke kamen die pferde nur mühsam vorwärts die bündner auch lucretia waren auf der höhe abgestiegen und nur der eigensinnige wertmüller beharrte im sattel und blieb wo der berg sich zu senken begann mit seinen bei jedem schritte gleitenden tiere immer mehr hinter den anderen zurück zuletzt versank er in eine vom schnee verräterisch bedeckte spalte aus welcher ihm der die übrigen pferde am zügel führende lucas nur mit zeitverlust und mühe herauf half während dieser bei dem fluchenden locotenenten zurückblieb schritten jenatsch und lucretia rüstig und allein bergab und überließen sich der ungewohnten lust die heimatluft in vollen zügen einzuatmen das fräulein lachte nicht daran daß sie zum erstenmal auf der reise mit jenatsch allein sei waren ihr doch wenn sie still neben jürg einherritt ihre beiden anderen begleiter der locotenent trotz eines unausgesetzten bestrebens sich angenehm oder unangenehm geltend zu machen der alte knecht trotz seiner unverhohlenen rache gelüste in gleichgültige unpersönliche ferne getreten sie lebte in einem traumartigen glücke unter dem zauber ihrer berge und ihrer jugendliebe den sie furchtsam sich hütete mit einem an die grausame gegenwart erinnernden wort zu zerstören jetzt hatten sie das erste grün über einem schmalen baumlosen tale erreicht und setzten sich auf ein besonntes felsstück um den zurückgebliebenen locotenenten zu erwarten ein wässerchen quoll daneben aus dem feuchten dunklen boden lucretia kniete nieder und mühte sich mit der hohlen hand einen trug daraus zu schöpfen ich muß doch sehen sagte sie ob das bündnerische bergwasser noch so gut schmeckt wie in meiner jugend nicht warnte jenatsch ihr seid der eiskalten quelle entwöhnt hätt ich ein becherlein so mischte ich euch einen gesunden trank mit ein paar feurigen weintropfen aus meiner feldflasche da blickte ihn lucretia liebevoll an holte aus ihrem gewande einen kleinen silberbecher hervor und ließ ihn in seine hand gleiten es war das becherlein das er ihr einst als knabe zum gegengeschenk für ihre kecke kindliche wanderfahrt nach seiner schule in zürich gemacht und das sie nie von sich gelassen hatte jürg erkannte es sogleich umfing die knieende und zog sie mit einem innigen kusse an seine brust empor sie sah ihn an als wäre dieser einzige augenblick ihr ganzes leben dann brachen ihr die tränen mit macht hervor das war zum letzten male jürg sagte sie mit gebrochener stimme jetzt mische mir den becher dass wir beide daraus trinken zum abschiede dann laß meine seele in frieden schweigend füllte er den becher und sie tranken siehe dieses rinnsaal zwischen uns begann sie wiederum es wird unten zum reißenden strome so fließt das blut meines vaters zwischen dir und mir und überschreitest du es so müssen wir beide darin verderben sie fuhr sie mit weicher stimme fort und zog ihn neben sich auf den feldsitz als ich dich unten in den händen der häscher sah hätte ich dich lieber mit eigener hand getötet als dich ein schmähliches ende nehmen zu lassen du hast mir das recht dazu gegeben du bist mein eigen du bist mir verfallen aber ich glaube dir diesem boden dieser geliebten heimaterde bist du zuerst pflichtig so gehe hin und befreie sie aber jürg sie mich niemals wieder du weißt nicht was ich gelitten habe bis ich mir alle jugendlust und lebenskraft in dunkle gedanken und entwürfe verwandelte bis ich zu einem blinden willenlosen werkzeuge der rache wurde hüte dich vor mir geliebter kreuze nie meinen weg störe nie meine ruhe so saßen die beiden in der einöde seit jenatsch die tochter des herrn pompeius bei der herzogin wiedergesehen war die in den wagnissen und verwilderungen eines stürmischen kriegslebens nie ganz vergessene liebe seiner kindheit flammend aus der asche entstanden und mit ihr ein trotziger geist der empörung gegen sein schicksal mit einer bluttat die dem jünglinge als vollstreckung eines gerechten volksurteils erschienend war und die der jetzt gereifte und welterfahren als eine unnützige befleckung seiner hände verwünschte hatte es ihn für immer geschieden von einem großen und hilfreichen herzen das von jeher sein eigen war dieser geist der auflehnung und verzweiflung reizte ihn jetzt die als begehrenwertes weib vor ihm stehende lucretia um jeden preis zu gewinnen und wenn sie ihm verderblich werde den erkannte sie triumphierend mit ihr unterzugehen aber er erdrückte den dämon stand ehrlich mitten in einem andern kampfe der den einsatz des ganzen mannes forderte und alle seine kräfte und leidenschaften ihn eine anstrengung zusammenfaßte auch war seine natur von jenem stahl der aus den steinwänden der unmöglichkeit immer wieder die hellen funken der hoffnung herausschlägt er war gewohnt an nichts zu verzweifeln und nichts aufzugeben konnte sich lucretias gemüt nicht wieder erhellen war es gänzlich unmöglich das vergangene zu sühnen durch taten von ungewöhnlicher größe mußte denn unabänderlich auf den liebsten kampfpreis verzichtet sein im augenblicke das sich des ruhmes glänzende staffeln hart vor seinen augen erhoben auch war lucretia heute so weich und als sie ihm den kleinen silberbecher in die hand drückte hatte ihn aus ihren vertrauensvollen braunen augen das mägdlein angeschaut das ihn einst beim kinderspiele zu seinem beschützer und hüter erkoren so bezwang er mit starkem willen seine leidenschaft legte ihr haupt sanft an seine brust drückte noch einen leisen kuss auf ihre stirn und sagte wie er vor vielen jahren zu dem weinenden mägdlein zu sagen pflegte wenn sie sich einmal entzweit hatten sei gut und stille kind der friede ist geschlossen lucretia hatte damit ernst gemacht ruhe war über ihr gemüt gekommen mit dem gefühle dass die höhe des lebens überstiegen und die erinnerung ihr größter besitz sei nun wohnte sie seit monaten in den klostermauern von katzis das wort des frommen herzogs daß es sicherer sei frevel durch opfer der liebe zu sühnen als durch neue gewalttat begann in ihrer gestillten seele wurzel zu schlagen wenn sie den wunsch der frauen von katzis nicht erfüllte so war der herüberschauende turm von riedberg daran schuld der sie an ihre freien kindertage erinnerte und ihr das unabhängige leben einer burgherrin im ringe ihres gesindes und ihrer dorfleute vor augen stellte sie sehnte sich nach den alten schlossräumen um darin den haushalt ihres vaters wieder aufzurichten auch schlummerte ihr unbewusst ein anderer widerspruch in ihrem herzen sie konnte der welt nicht klösterlich entsagen solange jürg in taten schwelgte und immer größere kampfbahnen sich vor ihm aufschlossen in dem messbuche welches aufgeschlagen neben dem fräulein auf dem sins lag hatte der durch das offene fenster spielende bergwind schon lange ungestüm hin und her geblättert ohne dass lucretia es gewahrte jetzt aber wurde sie durch den ton einer wohlbekannten stimme aus ihren träumen aufgeschreckt sie trat an den fensterbogen und er blickte neben der pförtnerin die braune kutte des paters bankrats sein käkes sonnenverbranntes gesicht schaute diesmal noch zuversichtlicher als gewöhnlich in die welt und er verlangte dringend ohne aufschub vor das fräulein geführt zu werden dem er glückhafte nachricht zu bringen habe kurz darauf trat er ein und verkündete seine botschaft freuet euch fraulein lucretia ihr seid wieder herrin von liridberg es beginnen die verdienstlichen werke mit denen unser großer oberst für seine alte schwere schuld buße tut morgen kommen die staatskrägen von chur um die siegel zu lösen und euch das haus eurer väter wieder aufzutun gott gebe euch einen gesegneten einzug ende des ersten kapitels zweites kapitel während der sommer und herbst monate eines einzigen jahres hatte herzog heinrich rohan seinen feldzug im feldlin mit raschen entscheidenden schlägen zu ende geführt die frischen lorbeeren von vier siegen wie sie nur selten ein feldherr erficht verherrlichten seinen namen diesmal hatte sich sein talent kühn und freudig entfaltet denn der kampf hatte den äußeren feinden frankreichs gegolten nicht auf französischem boden zwischen kindern derselben erde gewütet während er früher gezwungen gewesen landsleute gegen landsleute seine kalvinistischen glaubensgenossen gegen das katholische frankreich mit blutendem herzen zu führen so befehle ich dir jetzt zum ersten male ein aus beiden bekenntnissen verschmolzenes französisches heer vor der schlacht von morbegno wo seine schar vor einer in günstigen stellungen drohenden spanischen übermacht stand ließ er seine leute gegen gallische kriegssitte auf den knien den göttlichen beistand anrufen der kalvinistische kaplan des herzogs betete mit den protestanten während ein katholischer priester über seinen glaubensgenossen das segnende zeichen des kreuzes machte noch nie hatte rohan einen so genialen feldherrnblick bewiesen wie jetzt auf diesem von tiefen talschluchten zerrissenen und von gletscherbergen eingeengten schwer zu übersehenden kriegsfelde seinem raschen unfällbaren eingreifen kam seine bewundernswerte ausdauer gleich und eine asketische natur von seltener bedürfnislosigkeit zu hilfe er war imstande vierzig stunden lang angespannt tätig zu sein ohne der erfrischung des schlafes zu bedürfen so eilte er in der mitte zwischen zwei gegen ihn vordringenden heeren deren jedes dem seinen fast doppelt überlegen war talauf talabwärts und warf sich jetzt dem einen dann die stirne wendend dem anderen entgegen immer siegreich bis er sie beide spanier und österreicher vom bündner boden verdrängt hatte und das ganze lang gestreckte tal der ada das seit jahrzehnten herrenlose und strätige feldlin in der gewalt seiner waffen war bei dem dritten dieser siege der schlacht im walfrele grenzte die ungleichheit des verlustes an das unglaubliche der herzog büßte nach seinem eigenen zeugnisse nicht sechs mann ein während zwölfhundert feinde auf der waldstadt blieben es gibt nur eine erklärung für eine so ungleiche verteilung der todeslose der französische feldherr hatte vor den österreichern die vollkommene kenntnis dieser verlorenen hochteiler voraus rohan hatte bündner neben sich die das bergland wie die mit arfholz getäfelte stube ihres vaters und das stammwappen über dem haustore kannten und keiner war mit bündensbergen vertrauter als georgienatsch in dem schreiben das der herzog über diesen sieg an die bündnerischen behörden richtete hebt er die tapferkeit des obersten jenatsch und des von ihm geführten heimischen regimentes mit dem wärmsten lobe hervor diese schrankenlos erscheinende und doch besonnene tollkühnheit die schwerglaubliche sage der früheren volkskämpfe in prättigau wurde jetzt von dem geschulten französischen heere und besonders von dem respektlosen lokotenenten mit kritischen augen gemessen und aufrichtig bewundert überhaupt stieg georg jenatsch unaufhaltsam in der achtung und im vertrauen des herzogs und wurde ohne daß rohan selbst sich dessen bewusst war sein am liebsten gehörter ratgeber versammelte der feldherr in fällen wo sich kühnheit und vorsicht bestreiten mochten einen kriegsrat so trieb jenatsch immer zu den gewagtesten angriffen und beansprachte für sich selbst den gefährlichsten posten aber seine ratschläge bewerten sich und seine verwegenheiten missglückten nie denn die gunst des schicksals war mit ihm er aber ergriff jede gelegenheit der person des herzogs nahe zu bleiben und sie in jeder fährlichkeit mit der seinigen schützend zu decken weniger noch im gedränge der feldschlacht als auf den einsamen gebirgspfaden welche er ihn zuweilen führte um die feindlichen stellungen zu erforschen so gelang es ihm einst da sich ein tückisches feldstück unter den füßen des herzogs löste denselben mit raschen armen am rande des abgrunds festzuhalten und ein andermals erhebe er schnell zielend eine otter die aus dem gestrüppe zischend nach der hand des herzogs fuhr so trat er dem herzog immer näher der sich freudig bewußt war diesen bedeutenden geist aus schmählichem dunkel gezogen und durch seinen einfluß entwickelt zu haben oft musste rohan sich wundern wie willig und streng der unbändige grisone der kriegssucht sich unterwarf und was er ihm ebenso hoch anrechnete mit welch unbedingtem vertrauen der vormalige bündnerische volksführer jede besorgnisvolle äußerung über das letzte ergebnis des krieges und die zukunft bündens unterließ ja vermied dies ergebnis war der herzog gesonnen für bünden so günstig als möglich zu gestalten er täuschte sich nicht über die abneigung des französischen hofes gegen seine person aber dennoch hoffte er dort mit seinen billigen und weislich erwogenen vorschlägen durchzudringen eine reihe mit geringer truppenmacht durch seinen individuellen wert erfochterner siege welche die französischen waffen mit einem blendenden glanze umgaben mussten bei dem sohne heinrichs des vierten mussten sogar bei rohans alten gegner dem immerhin das banner mit den französischen lilien hoch emporhaltenden kardinal entscheidend ins gewicht fallen was noch aus der zeit der bürgerkriege im gemüte des königs gegen den ehemaligen kriegsführer der hohennotten geschrieben stand hatten sagte sich der herzog und die von ihm jetzt in die französischen annalen eingezeichneten triumphe gänzlich verwischt und unleserlich gemacht rohan hatte das land bünden und sein zugleich nordisch mannhaftes und südlich geschmeidiges volk liebgewonnen der aufenthalt in diesen bergen ruhte seinen geist aus und erfrischte seine lebenskraft aber nicht die ernsten kühl durchwehten hochtäler wo er siege erfochten mit ihren felshörnern und schneehäuptern übten einen zauber auf ihn aus sondern er zog dem geschmacke der zeit und seinem eigenen milden gemüte gemäß die mittleren mit weichem grün bekleideten alpen vor die mit hütten und läutenden herden bedeckt waren seine lieblinge waren die höhen die das warme domlesch einrahmen und er pflegte zu sagen der heinzenberg sei der schönste berg der welt das geschenk seiner neigung gaben ihm die bündner mit wucher zurück im ganzen lande wurde er nur der gute herzog geheißen in chur war er der abgott aller stände denn die vornehmen familien fesselte er an sich durch die feinheit seiner adeligen sitte das volk aber bezauberte er durch eine aus dem herzen kommende unbeschreibliche leutseligkeit in den protestantischen gemeinden des landes hörten überdies die bündner fast all sonntäglich sein lob von der kanzel verkündigen er ward ihnen gezeigt und gerühmt als ein muster evangelischer glaubens treue und als ein hort der bedrängten protestanten in allen landen der glückliche stern der seine kriegerischen unternehmungen begünstigt hatte schien jetzt auch über seinen politischen zu leuchten er beschied einige ausgezeichnete bündner zu sich nach beriet mit ihnen satz um satz den entwurf eines übereinkommens und dieses wurde kurz darauf von dem in thusis versammelten bündnerischen bundesrate angenommen man machte sich von beiden seiten die äußersten zugeständnisse um die bündner in ihrer hauptforderung zu befriedigen gab ihnen rohan durch diesen vertrag das feldlin im namen frankreichs zurück aber er sicherte zugleich das militärische interesse und die katholische ehre seines königs indem er fest setzte daß die bündnerischen bergbässe bis zum allgemeinen friedensschlusse von bündnertruppen in französischem solde gehütet werden müssten und die katholische religion im feldlin als die herrschende anerkannt werde so lauteten die von herzog heinrich mit den häuptern bündnens zu kiavenna beratenen und im domlesch bestätigten vertragspunkte die sogenannten tusner artikel genehmigte der könig von frankreich diesen von rohan für ihn geschlossenen vertrag und wie hätte er es nicht tun sollen so waren bündnens alte grenzen hergestellt und herzog heinrich rohan hatte sein gegebenes wort gelöst denn in der tat für diese herstellung ihrer alten grenzen hatte er sich den bündnern vor dem feldzuge persönlich verbürgt verbürgen müssen dies versprechen zu verweigern war ihm unmöglich gewesen sollte sich das verschöpfte elende land noch einmal zum kriege aufraffen darin hatte die unerbittliche logik des scharfsinnigen venezianischen providitore das richtige vorausgesagt aber wie sehr wie vollständig hatte er sich geirrt als er den herzog vor georgienatsch glaubte warnen zu müssen gerade für die annahme der tusner artikel hatte der oberstes unglaubliche getan es war wahrlich kein leichtes gewesen es hatte gewandtheit und ausdauer genug auch den liebling des volkes gekostet um diese bei den argwöhnischen auf ihre unabhängigkeit eifersüchtigen bündnern durchzusetzen aber jenatsch hatte sich vervielfacht und von tal zu tal von gemeinde zu gemeinde eilend hatte er überall den zauber seiner rede ausgeübt überall seinen willensstarken feurigen einfluss geltend gemacht er hatte darauf gedrungen das sichere teil nicht aus der hand zu lassen um eines ungewissen ja undenkbaren größeren gewinnes willen er hatte geraten sich mit der hauptsache zu begnügen dem edlen anwalt des bündens bei der französischen krone nicht sich undankbar zu erzeigen und den mit jedem jahre sich minder den rest des französischen ruckes willig in kauf zu nehmen doch noch eine sorge drückte die ehrenhaftigkeit des herzogs der ungeheure summenverschlingende krieg in deutschland hatte den französischen schatz erschöpft die sendungen des schatzmeisters an herzog ron flossen schon lange spärlich und blieben jetzt aus es war diesem seit einiger zeit nicht mehr möglich seine bündnertruppen zu besolten freilich teilten die französischen regimenter dasselbe los man schien am hofe zu saint germain des glaubens zu leben die ehre unter dem ruhmreichen feldherrn zu dienen ersetze dem soldaten nahrung und kleidung rohan sandte schreiben auf schreiben und erhielt als antwort versprechen auf versprechen die erhebung einer neuen kriegssteuer in frankreich so schrieb man dem herzog aus saint germain sollte dem missstand den nächsten sein ende machen welche hemmungen und säumnisse also das werk des herzogs erfuhr durch den menschen und dingen innewohnenden widerstand gegen gerechte einen selbstsüchtigen interessenkreis durchbrechende lösungen nun stand er hart vor seinem ziele und die bündner erreichten dank der ihnen von rohan auferlegten mäßigung die befreiung ihres landes da plötzlich verbreitete sich zur zeit der fallenden blätter eine unheimliche botschaft durch die bündnerischen täler der gute herzog hieß es weile nicht mehr unter den lebenden er sei in seinem palaste zu sondrio einem sumpffieber zum opfer gefallen schon habe ein bote das stilfser joch überschrittenen und sei nach brixen geeilt um die spitzerei zur einbalsamierung seines leichnams zu holen dieses gerücht erschreckte die gemüter wo es hinlangte man war sich plötzlich sorgenvoll bewusst was alles an diesem edlen leben hing wie in den bergen wenn eine wolke vor die sonne gleitet die landschaft mit einem schlage dunkel wird und zugleich in ihren einzelnen schroffen zügen schärfer hervortritt so erschien den bündnern als sie den herzog sich hinweg dachten die unsichere abhängigkeit und die gefahr ihrer lage mit drohender deutlichkeit war ihnen doch nur in seiner vertrauen erweckenden person frankreich als helfende macht nahe getreten er war es der für seinen könig mit ihnen unterhandelt den von ihnen begehrten kampfpreis zugesagt für frankreichs rechtlichkeit im worthalten dem kleinen lande gegenüber sich verbürgt hatte was geschah wenn ihr mittler der gute herzog verschwand wen gab ihm richelieu zum nachfolger war der die welt mit kalter berechnung überschauende kardinal der rücksichtslose staatsmann gesonnen das unbequeme erbe der gerechtigkeit des protestanten heinrich rohan anzutreten das unheil ging diesmal noch vorüber die nachricht vom tode des herzogs war eine falsche nach einigen wochen erfuhr man er habe zehn tage lang mit geschlossenen augen bewusstlos gelegen dann sei er wieder zum leben erwacht und erhole sich langsam welcher böse zweifel aber ihn gefoltert hatte bis er todesmatt aufs lager sank das ahnte damals noch niemand ende des zweiten kapitels drittes kapitel an einem hellen warmen oktober tage bewegte sich in den gassen des an der splügenstraße gelegenen städtisch reichen fleckens tuses eine tosende volksmenge der ort liegt an der nördlichen pforte der bergschrecknisse des passes hier pflegte der aus italien kehrende reisende nach überstandener mühsam und gefahr sich einen guten tag zu machen der von norden kommende dagegen seinen mut zu stärken saumtiere zu mieten und für die beschwerliche reise die letzten einkäufe zu besorgen diese für handel und wandel günstige lage hatte dem seit einer großen feiersbrunz neu erbauten orte schnell wieder zu stattlicher blüte verholfen heute wurde zudem der große tusner jahrmarkt abgehalten der von nah und fern das volk herbeigelockt und die verschiedenen staturen trachten und sprachweisen aller bündnerischen täler am fuße des heinzenbergs versammelt hatte manche waren auch gekommen um den guten herzog zu sehen der wie die sage ging gestern in einer sänfte die passhöhe überwunden und im dorfe splügen genächtigt hatte diesen abend wurde er in kusis erwartet wo ihm in einem etwas abseits liegenden herrenhause ein ruhiges nachtquartier bereitet war einige splügner hatten ihn gestern in ihrem dorfe von angesicht geschaut und beschrieben den edlen herrn als auffallend gealtert blass und abgezehrt seine haare seien völlig gebleicht auch kühne kriegerische gestalten schritten in der menge die obersten der bündnerischen regimenter waren gekommen den herzog zu empfangen hatten sie über ihrem stürmischen verlangen ihn wiederzusehen die kriegerische disziplin außer acht gesetzt welche sie an der österreichischen grenze festhielt auch ihre truppen waren sonderbarerweise zur begrüßung des herzogs auf seinem wege von tusis nach chur in gleichmäßigen entfernungen aufgestellt warum hatten die obersten sie aus ihren stellungen an der grenze ins innere des landes zurückgezogen wild und laut ging es diesen abend in der ehrbaren herberge zum schwarzen adler zu das behäbige haus schenkte sein getränk den dunklen mit seiner herbe das blut nur langsam wärmende feldliner und den gefährlichern helleren traubensaft der vier weinberühmten dörfer am rhein nach landessitte in zwei verschiedenen stuben aus die rechts und links von dem gepflasterten flur sich gegenüber lagen der eine raum die eigentliche schenke mit dem rohen bänken und tischen aus tannenholz war von lärmenden marktleuten viehhändlern sennen und jägern dermaßen überfüllt daß es schwer wurde sein eigenes wort zu verstehen die jugendliche schenkein eine ruhige dunkelhaarige brettigauerin hatte mehr zu tun als ihr lieb war um die bauchigen steinkrüge wieder und wieder zu füllen und warf von allen seiten gerufen und festgehalten immer trotziger den kopf zurück zog immer finsterer die brauen zusammen in der herrenstube gegenüber ließen sich die vornehmen kriegsleute nicht weniger als laut vernehmen und setzten dem becher noch schärfer zu zwischen den beiden räumen schritt das chaos überblickend der feste wirt amann müller in unerschütterlicher gelassener gutmütigkeit hin und her eben füllte seine breite viereckige gestalt wieder die tür der schenke hier wurde gerade politik getrieben natürlich wie es der gemeine mann zu tun pflegt nur von dem standpunkte persönlicher bedrängnis aus eine schande vor gott und menschen ist es übertönte ein engadiner viehhändler das stimmengebraus dass wir bündner unsere eigene landesgrenze nicht mehr überschreiten dürfen ohne einen französischen passaport jüngst wollte ich mit einer rinderherde ins wertenbergische hinüber da wurde ich an der grenze schnöde zurückgewiesen weil ich versäumt hatte mir einen solchen fetzen auf der französischen kanzlei in kur einzuhandeln noch von glück konnte ich sagen daß ich alle meine stücke zurückbrachte sie wollten die glänzenden rinder in ihr verwünschtes viereck bei meienfeld treiben und begehrten sie mir abzukaufen zur verprofiantierung der festung wie sie sagten abkaufen schöner handelt das ihr schlechter ein ruppiger kleiner kerl dem solche prachtstücke offenbar noch nie zu gesicht gekommen schätzte sie mir zu einem schandpreis und diese knirpse wollen behaupten ihr brot zu hause sei besser als meine vortrefflichen leibe sagte der bäcker ein bürger von tusis als sie voriges jahr hier im quartier lagen warf mir einer mein roggenbrot vor die füße weil er nur an zarten weißen weizen gewöhnt sei nicht genug ich mußte gleich darauf als hausvater ordnung schaffen und dem affen unsere kleine braune magd die oberhalbsteinerin aus dem pfoten reißen die fand er nach seinem geschmacke ob schon sie wahrlich schwärzer ist als mein roggenbrot und nicht halb so appenditlich hier ging ein seltsames lächeln über das finstere gesicht eines gemmsjägers der dem bäcker gegenüber den rücken an die wand gestemmt mit gekreuzten armen hinter dem tische saß und jetzt ohne einen zug zu verändern unter seinem schnurrbarte eine reihe blendend weißer zähne zeigte der bäcker gewahrte dies stille hohen lächeln und sagte im tone vorwurfsvoller rüge ans leben aber griff ich ihm nicht um seines süßen gelüstens willen wie du joder dem armen korporal dessen seele gottgenade das war eine unnötige grausamkeit denn deine schlanke briede der er zärtliche blicke zuwarf ist ein herbes und scheues weib der angeredete erwiderte mit der größten ruhe ich weiß nicht wer das tolle zeug über mich ausstreut das du da vorbringst was jenen vorfall betrifft so habe ich ihn selbst damals ohne arg und aufschub dem amte dargetan die sache verhält sich einfach der franzose machte sich täglich mit meinem gewehr zu schaffen und lag mir an ihn auf die gemmsjagd mitzunehmen auf die er sich besser als ich zu verstehen behauptete ich nahm ihn mit und stieg mit ihm am pizbewerin herum als wir über den gletscher kamen hatten sich die spalten während des langen regens etwas verändert ich sprang über ein paar breite hinweg und als ich mich umsah war der franzose nicht mehr hinter mir er muss den schwung zu kurz genommen haben so war es und so habe ich es vor gericht niedergelegt das müsst ihr mir bezeugen amann müller das bezeug ich dir amtlich schwarzer joder bestätigte der gelassene mit großer gutmütigkeit während auf den gesichtern einzelner gäste zweifelndes nachsinnen oder einverstandene schadenfreude deutlich zu lesen war nun das ist abgetan sagte der viehhändler kaltblütig und es geht keinen etwas an auch die franzosen werden sich nicht mehr darum kümmern denn in wenigen wochen sind wir gott und dem guten herzog sei es gedankt die fremde brut samt und sonders los das steht voran in den tusner artikeln die kräftig werden sobald der name des königs darunter steht und diese unterschrift geht die rede bringt uns heute der herzog wenn er sie bringt sagte langsam ein prächtiger alter aus dem lugnetz mit feurigen augen und weißem barte der bisher die hände auf seinen dicken hakenstock und das kinn auf die hände gestützt aufmerksam geschwiegen hatte kein zweifel meinte amann müller jürgenatsch hat uns versammelten leuten vom heinzenberg und domleschk die schwere sache erklärt und stand uns dafür daß sie richtig abgewickelt werde er muß das wissen kasutt denn er ist des guten herzogs rechte hand an jürg will auch ich mich halten sagte der weißbart denn er hat sich bei uns im lugnetz gleichermaßen dafür verbürgt daß wir durch annahme der tusner artikel in kürze das fremde volk los würden und wieder zu freiheit und ehre kämen sitzt er drüben bei den raufstegen ich möchte wohl ein wort mit ihm reden drüben habe ich ihn noch nicht erblickt antwortete müller aber angekommen ist er das ist sein rappe damit wies er durch das fenster auf die straße wo eben ein schäumendes kohlschwarzes tier in prächtigem geschirr von einem reitknechte abgeführt wurde durch das gewühl des andrängenden volkes ward auf dem platze vor der herberge von zeit zu zeit der schimmer eines scharlachkleides und eine hochragende blaue hutfeder sichtbar der alte schritt rasch auf den flur hinaus die volltönende stimme des obersten jenatsch klang jetzt von den steinstufen vor der hauspforte her wo er von einem haufen umringt neue ungestüme frager zur ruhe wies der greise lugnetzer bemächtigte sich seiner und jetzt erschienen beide vor dem offenen eingang der schenkstube deren türe dem jahrmarkte zu ehren ausgehoben worden war um den gästen freien ein und austritt zu gönnen hier hinein jörg rief der alte und gib mir und allem volke rechenschaft willig ließ sich der oberst von dem lugnetzer gewalt antun und trat neben ihm in den kreis der sich rasch durch die von ihren sitzen springenden um ihn bildete und immer dichter wurde was ist denn für ein geist des zweifels in euch gefahren sagte jenatsch indem seine augen freundlich blitzten ihr bestört mich um gewißheit ob der vertrag von kiavena unterschrieben sei natürlich ist er's jetzt komme ich von finster münz wo ich grenzstreitigkeiten zu schlichten hatte wie sollt ich da um das neueste wissen aber als ich den herzog verließ war er der sache gewiß und der erlauchte herr wurde wohl nur durch seine krankheit abgehalten die akte allem volke kund zu geben höre jürg erwiderte nach einigem nachdenken der lugnetzer den herzog kenne ich nicht aber dich kenne ich und bin schon zu deinem gottesfürchtigen vater nach scharans hinüber gekommen als du noch ein blödes schamhaftes büblein warst deshalb hab ich zu dir vertrauen denn ich weiß aus welchem stoffe du gemacht bist nicht aus dem unserer salis und planta die das vaterland nach rechts und nach links verkaufen und ein großteil des elends auf dem gewissen haben das über uns gekommen ist von den schlichen der politiker verstehe ich nichts du aber bist ihnen gewachsen mit einer golddurchzogenen scherpe werden dir die herren die hände nicht binden und unter diesem scharlach rocke er berührte den feinen stoff des geschlitzten ärmels klopf dein herz dennoch für dein volk und für dein land schaff uns die alte freiheit wieder mit dem herzog wenn er dazu taugt ohne ihn wenn es nicht anders gehen will du bist der mann das auszurichten der oberst schüttelte lachend sein kühnes haupt du hast eigene begriffe vom weltlaufgasut sagte er dein vertrauen aber sollst du nicht weggeworfen haben bleibe hier vielleicht bring ich euch heute nacht noch selber sichere nachricht däte blöd erscholl hinter jenatsch eine fröhliche bassstimme du hast die rechte tür verfehlt herr kamerad drüben erwartet man dich mit ungeduld und ein gewaltiger kriegsmann schob seinen arm unter den des obersten jenatsch und zog ihn ohne umstände in die herrenstube hinüber wo er mit lärmendem willkommen empfangen wurde der oberst grüßte aber ließ keinen seiner kameraden zu worte kommen vor allem gebt mir über eines auskunft herr und rief er ihnen entgegen was ficht euch an daß ihr eure stellungen an der grenze verlassen und eure regimente im sicheren domleschg aufgestellt habt dazu kann euch der herzog nicht order gegeben haben still gohler dir steigt das blut zu haupte gebt ihr mir geneigten aufschluß graf travers ihr seid der ruhigste der graf ein noch jugendlicher mann mit scharf ausgeprägten italienischen zügen und fester feinheit des ausdrucks erzählte alle hätten sie bei der nachricht vom tode des herzogs dessen ehre und persönlichkeit ihre einzige bürgschaft gewesen den gänzlichen verlust des rückständigen soldes ihrer regimenter befürchtet dieser verlust für den sie bei ihren soldaten wie der kontrakt einmal sei persönlich einzustehen hätten wäre ihrem völligen ruin gleich gekommen um diesem vorzubeugen hätten sie nur ein mittel gekannt und es zu ergreifen anstimmig beschlossen das verlassen ihrer stellungen an der grenze mit der erklärung dieselben erst dann wieder beziehen zu wollen wenn der französische kriegsschatz meister die rückstände ausgeglichen habe die kunde vom tode des herzogs hätte sich glücklicherweise nicht bestätigt aber nachdem der schritt einmal getan gewesen hätten sie vorgezogen statt ihn zurückzutun auch dem von ihnen allen hochverehrten herzog heinrich gegenüber auf ihrem entschlusse zu beharren bis ihre gerechte forderung befriedigt sei als dieser davon gehört habe er ihnen den kriegsschatz meister lanier mit einer kleinen abschlagszahlung der unbedeutenden summe von dreißigtausend livres zugesendet und zugleich die weisung ohne verzug ihre früheren stellungen an der grenze wieder zu beziehen was moralisch unmöglich war brach gulerlos da dieser kleine bösewicht uns mit gift und galle überschüttete und die unglaubliche drohung ausstieß er wolle uns den bauch zertreten das ist unendlich unschuldiger als es klingt du scheinst vom französischen unserer kriegskameraden nur die flüche erlernt zu haben morbleu rief guler hitzig da will ich dir ein anderes beweisen ich weiß einen häßlichen witz des boshaften kobolds den ich ganz allein verstanden habe der herzog habe ihn gesagt uns an die grenze zurückzutreiben und solcherweise das amt auszuüben das sein name bedeute dieser ausspruch ließ mir keine ruhe ich suchte das wörterbuch hervor welches mir mein in paris verstorbener bruder gewissermaßen ein verlorener sohn als einziges erbstück hinterlassen hat was heißt nun lanier ihr herren der eselträber hättest gewußt als er noch da war ich hätte das männchen trotz eines korpionengifts zwischen daumen und zeigefinger zerrieben der während dieser rede mit zusammengezogenen brauen nachgedacht hatte wandte sich auf einmal zur ganzen gesellschaft mit den worten haltet ihr mich für zahlungsfähig ihr wisst ich war immer ein guter haushalter aus meiner kriegsbeute habe ich mir in davos ein stattliches haus erbaut und mir ringsum schöne alpen erworben überdies liegen mir summen bei amarka in venedig welche der kluge wechsler nicht müßig gehen läßt das alles deckt euch freilich nicht aber mein kredit ist aufrecht und es wäre mir nicht unmöglich das fehlende zu schaffen ich verbürge mich euch mit schriftlichem kontrakt für die ganze summe die euch der herzog schuldet ihn sollt ihr mir heute nicht belästigen denn er ist müde und krank zur gelegenen stunde werde ich beim herzog für euch reden und auch für mich denn eure sache ist die meinige und ich werde zum bettler wenn sie scheitert jetzt erhob sich ein sturm der rede in dem stimmen des bedenkens des beifalls des erstaunens sich bekämpften und mischten eine lärmende begeisterung behielt die oberhand da öffnete sich die tür und das scharfe gesicht die kleine straffe gestalt des herzoglichen adjudanten wertmüller wurde auf der schwelle sichtbar sein schnelles graues auge erfaßte die zügellose stürmische szene und sie erregte seinen entschiedenen widerwillen er meldete in kurzen worten der erlauchte herzog nähere sich thusis verbitte sich aber jeden öffentlichen empfang er wünsche auszuruhen nur dieser herr wird in einer stunde bei ihm vorgelassen schoss der einsilbige lokotenent und grüßte den obersten natsch gerade so flüchtig und so knapp als es der militärische anstand noch erlaubte ende des dritten kapitels achter teil von jürgen natsch von konrad ferdeland meyer diese librivox aufnahme ist in der public domain drittes buch viertes bis sechstes kapitel als der oberste natsch zur zeit des sonnenuntergangs die für die kurze ruhe des herzogs bereitete wohnung betrat fand er die steintreppe hinan eilend in der offenen vorhalle des ersten stocks den zürcherischen lokotenenten mit der wachsamkeit einer bissigen docke hütete wertmüller die tür seines feldherrn vor jedem unbefugten eindringen eben durchschritt eine schlanke feine gestalt abschiednehmend leisen fußes die halle der herzogliche privatsekretär priolo den der adjutant mit bösen blicken begleitete denn er war in seiner stachlichsten laune und mit stillen wünschen die offenbar keine segenswünsche waren aus welcher himmelsgegend hat der wind diesen her geweht fragte der oberst mit gedämpfter stimme er ist soviel ich weiß nicht mit dem herzog über den berg gekommen er wurde voll schon von einer woche nach chur vorausgesandt um die neuesten pariser depeschen abzuholen nach denen der herr verlangen trug versetzte wertmüller und sie sind in des herzogs händen fragte jenatsch leisem und mit ungewohnter hast denn sein herz fing an zu pochen kennt ihr den entscheid ist die unterschrift des königs da ich kenne nur meine order sagte der andere unhöflich und diese ist den obersten jenatsch ohne zeitverlust einzulassen wertmüller schritt voran hinein vom widerschein des abends erhelltes wohnliches zimmer dessen fenster auf die sonnig leuchtenden halden und herbstlich geröteten wälder des schönen heinzenbergs hinausschauten der oberst trat in den kleinen erker während wertmüller sich leise in ein nebenzimmer begab wo der herzog noch ausruhte es belieb euch einen augenblick zu warten schnarrte zurückkommend der lokotenent der sich unverzüglich wieder auf seinem posten in der vorhalle zurückzog der blick des allein gebliebenen haftete auf einer geöffneten ledertasche und zwei daneben auf den tisch geworfenen entsiegelten briefen die federzüge welche sie bargen entschieden über das wohl oder wehe seines landes jetzt öffnete sich langsam die türe der kammer und heinrich rohan erschien blass und hager auf der schwelle mit einer unwillkürlichen freudigen bewegung schritt er dem bündner entgegen der dem hohen herrn in raschem diensteifer einen tiefen lehnstuhl neben das fenster rückte wo der blick des reisemüden sich an der goldenen abendruhe seines berges erquicken konnte der herzog ließ sich jetzt mit sichtbar werdender abspannung nieder und richtete sein klares auge auf georgienatsch dann begann er mit leiser stimme in fragendem tone er kommt von finstermünz dieser hatte sich eher furchtvoll vor den in den sessel zurückgelehnten gestellt und betrachtete unverwandt die edlen züge welche ihn mehr als einer weise ihm verändert erschienen neben den erwarteten spuren der schweren krankheit befremdete ihn darin ein tief eingegrabener zug verschwiegenen hoffnungslosen grames der peinlich hervortrat wenn der herzog seinen lauteren strahlenden blick zeitweise senkte jenatsch brannte vor begierde zu erfahren ob der von ihm mit rastloser anstrengung in bünden durchgesetzte vertrag in saint germain durch die unterschrift des königs endgültig geworden sei aber diesem antlize gegenüber hatte der sonst vor nichts zurückschreckende keinen mut zur frage er begnügte sich auf des herzogs erkundigung zu antworten und ihm einen genauen bericht über die feststellungen der grenze zwischen tirol und unterengadin zu geben wie sie während des waffenstillstandes gelten sollten die österreicher sind langsam und umständlich ich wurde hingehalten und bis nach innsbruck gezogen sagte er wäre ich im lande gewesen niemals hätten mir meine störrischen kameraden ohne euren befehl erleuchter herr ihre posten verlassen niemals euch in tussis als erste begrüßung den widerwärtigen anblick ihres ungehorsams entgegengebracht einen schlimmeren ausdruck vor euren augen schloss erzögernd habe ich nur mit mühe verhütet und indem ich mich da mir kein anderes wirksames mittel mehr zu gebote stand meinen kameraden mit hab und gut für den ruckständigen französischen sold verbürgte ich hoffe daß ihr mir meine ungemessene ergebenheit nicht verargen werdet fügte er schmeichelnd hinzu der herzog lehnte zusammenzuckend tiefer in die kissen zurück und der schmerzliche zug in seinem angesichte trat schärfer hervor es durchblitzte ihn der gedanke welche gefährliche gewalt in die hand des menschen falle dem er einen so unerhörten von ihm nie begehrten dienst schulde aber er hielt an sich ich danke euch mein freund sagte er ihr sollt nicht zu schaden kommen solange ich selber noch etwas besitze ich fürchte lanier den ich zur beruhigung der obersten mitgeldern an sie voraussandte hat im verkehr mit ihnen nicht den rechten ton getroffen er hat sie aufs tiefste beleidigt darin muß ich zu ihnen stehen erlauchter herr und mit ihnen verlangen daß er abberufen werde nicht seine zornesausbrüche noch seinen unsere personen treffenden spott will ich ihm verdenken aber daß er wie ich aus sicherer quelle weiß unserm vaterlande das recht bestreitet überhaupt da zu sein weil es ein kleines land ist und diese vernichtende behauptung uns auf unserem eigenen bündnerboden entgegenwirft daß er uns als ein verachtetes anhängsel frankreichs behandelt das dreht jedem bündner das herz um und unmöglich ist es daß ein solcher mann länger unser brot esse und unseren wein trinke tut mir die liebe edler herr bat er in gemäßigtem tone und sorgt für seine abberufung abberufung ist auch mein entschiedener wunsch den der kardinal ohne zweifel erfüllen wird betrachtet es als abgetan um auf wichtigeres zu kommen lenkte rohan ab der die auflodernde vaterlandsliebe des bündners in diesem momente der abspannung zu schreuen schien ihr waret in innsbruck da habt ihr wohl etwas von der stimmung des erzherzoglichen hofes gegen uns erfahren gedenken uns die österreicher noch einmal im feldlin anzugreifen dazu sind eure lorbeeren noch zu frisch erlaubt der herr solange eure hand den feldherrnstab führt dürfen sie's nicht wagen aber der bündner seufzte tief laßt mich mein ganzes herz vor euch ausschütten bei der falschen kunde von eurem hinscheiden regte sich wieder alles kriechende gewürm der kabale und unsere landesverbanden von der spanischen partei fingen wieder an unterirdisch zu wühlen diese ekeln totengräber glaubten schon bündens zwei höchste kleinodien eure geliebte person und seine teure freiheit deren bürge ihr seid in die gleiche gruft versenkt in innsbruck fuhr er nach einer beobachtenden pause mit unverhehlter bewegung fort glaubt man auch jetzt da gott euch uns wieder zum leben erweckt hat nicht an den vertrag von wie hätten sie es sonst gewagt mir spanischerseits bündensunabhängigkeit in seinen alten grenzen als preis unserer trennung von frankreich anzubieten ja versucht mich durch gemeines gold von euch zu scheiden ich beschwöre euch edler herr macht diesen vorspiegelungen ein ende indem er die zwischen uns vereinbarte und von eurem könig unterschriebene akte allem volke kundgebt sonst wird bünden an frankreichs absichten irre die spanischen versprechungen verwirren die gemüter und wir versinken wieder in das blutbad des bürgerkriegs aus dem ihr uns empor zogt der herzog antwortete nicht er erhob sich rasch trat ans fenster und blickte nachdenklich in die berglandschaft hinaus deren untere stufen im schatten lagen während die höchstgelegenen weiler noch in der sonne glitzerten gott weiß wie lieb mir dieses land ist wandte er sich jetzt zu jenatsch und wie gerne ich alles daran setze um es wieder glücklich und frei zu machen darum versteht niemand besser als ich eure eifersüchtige vaterlandsliebe auch wo sie sich ungeduldig und rau und heute mir dem redlichsten freunde bündens gegenüber ehrlich gestanden grausam äußert doch gebt ihr mir zugleich so überzeugende beweise von eurer aufopferung und treue da ihr bei euren kameraden für frankreichs ehrenhaftigkeit mit all dem euren einsteht und mir die von spanien versuchten intrigen und bestechungen aufdeckt dass ich glaube euch volles vertrauen schenken und auch in den schwierigsten fällen auf eure sicheren dienste zählen zu dürfen darf ich das georg auch wenn ich euch viel geduld und selbstverleugnung zumute wie könnt ihr an mir zweifeln sagte jenatsch mit leidenschaftlicher wärme und einem blicke schmerzlichen vorwurfs offenheit also gegen offenheit fuhr rohan fort und legte die hand auf des bündners schulter vertrauen gegen vertrauen es ist mir peinlich auszusprechen der vertrag von kiavenna ist von paris zurückgekommen ohne unterschrift und mit änderungen die ich nicht billige die ich eurem volke nicht zumuten und nicht vorschlagen will bei diesen traurig und leise gesprochenen worten sah der herzog dem bündner in das ausdrucksvolle gesicht wie nach der wirkung des ungern gemachten geständnisses forschend es blieb unbewegt aber überzog sich langsam mit fahler blässe und welche sind diese änderungen gnädiger herr fragte jenatsch nach kurzem schweigen zwei hauptpunkte französische besatzungen in der rheinschanze und im feldlin bis zum allgemeinen frieden und für die in diesem katholischen landesteile begüterten protestantischen bündner beschränkung ihres dortigen aufenthalts auf jährlich zwei monate ein unheimliches wetterleuchten flog durch die züge des bündners dann sagte er fast gelassen das eine ist unsere politische auslieferung an frankreich das andere ein unerträglicher eingriff in die verwaltung unseres eigentums beides sind unmögliche bedingungen auch dürfen sie nicht im vertrage stehen bleiben sagte rohan mit bestimmtheit ich will meinen ganzen persönlichen einfluß beim könige in die wagschale werfen will meine ganze überredungsgabe erschöpfen den kardinal über den entscheidenden ernst der lage aufzuklären will nichts unversucht lassen die verderbliche einwirkung des paters joseph zu lähmen denn dieser vermutlich ist der böse der unkraut unter unseren weizen sät wegen des schnöden roten hut des wonach dieser kapuziner gelüstet und für den er dem heiligen stuhl eine berücksichtigung in der politik meines edlen vaterlandes verschaffen soll die einer fremden macht nicht gebührt darf das ehrenwort eines rohens keinen schaden leiden schon habe ich beschlossen meinen geschickten priolo nach paris zu senden mit dringenden briefen an den könig selbst und an den kardinal morgen wird er abreißen gehorchte ich meinem verletzten persönlichen ehrgefühle wahrlich heute noch legte ich mein kommando nieder aber das darf ich nicht um euretwillen ich zweifle daß meine liebe zu euch und meine persönlichen verbindlichkeiten mit meinem feldherrnstab auf meinen nachfolger in bünden übergingen das tut uns nicht an rief jenatsch erschrocken bei eurem heil nein bei dem unsern beschwör ich euch tut es nicht lasst nicht das werk eurer hände stoßt uns nicht in einen solchen abgrund der ratlosigkeit darum will ich bis ans ende ausharren fuhr der herzog mit einer festigkeit fort wie sie die klar erkannte pflicht gibt aber wisst jenatsch von euch erwarte ich hier im lande alles durch mein grenzenloses zutrauen seid ihr in meine sorgen und in die schwankungen des loses eingeweiht dass ich im festen glaubend war eurer heimat schon gesichert zu haben ihr seid es allein ich weiß ihr ehret mein vertrauen durch unverbrüchliches schweigen beruhigt eure landsleute ich sehe welche außerordentliche ja wunderbare macht ihr auf die gemüter ausübt schaffet frist haltet den glauben an frankreich aufrecht versichert eure bündner dass der vertrag von chiavenna wenn auch heute noch nicht verkündet doch in bälde in kraft treten muss und ihr werdet bei der wahrheit bleiben denn mit gottes hilfe überwinden wir die widerwärtigen heute nacht noch ziehe ich weiter nach kur bringt mir dorthin bald über die stimmung des landes bericht jenatsch bückte sich tief über die hand des herzogs und suchte dann noch einmal sein auge mit einem ausdruck gesprachlosen schmerzen rohan sah in diesem langen seltsamen blicke die teilnahme eines getreuen an seinem ausnahmsweise herb und lose er ahnte nicht welche wandlung sich im geiste des bündners zu dieser stunde vollzog und daß george natsch nach innern schweren kampfe sich von ihm lossagte ihr tut wohl edler herr sagte der oberst sich beurlaubend in der guten stadt kur euren sitz zu nehmen ihr seid dort hochgeliebt und solange die kurer euer angesicht sehen und ihr es seid o herr der den könig in bünden vertritt wird das land nicht aufhören von frankreich das beste zu hoffen der herzog sah dem scheidenden sorgenvoll nach ohne misstrauen aber im gefühle das wie er selber eine zuversicht an den tag gelegt die nicht in seinem müden herzen war auch der bündner die stürme seines unbändigen gemüts niedergehalten und vor ihm verheimlichte habe er blickte noch eine weile im innersten entmutigt und traurig hinüber an den dunkelnden berg eine klage entwand sich seiner brust herr seufzte er warum hast du deinen diener nicht in ehren dahinfahren lassen ende des vierten kapitels fünftes kapitel jenatsch war hinausgeeilt ein sturm wild streitender gedanken tobte in seinem innern den vor dem herzog niederzuhalten ihn anstrengung gekostet hatte er verabscheute die möglichkeit während dieses seelenkampfes irgendeinem menschen rede stehen zu müssen mit eilenden schritten stieg er das gewühl des wachen dorfes unter sich lassend die dämmerigen bergwiesen hinan und ließ seine zornigen gefühle dahinstürmen wie eine schar ins gebiss knirschende rosse aber sein berechnender geist behielt die zügel und lenkte die brausenden mächte seines gemüts auf immer neuen immer gefahrvolleren aber wohlbemessenen bahnen das ziel wonach er sein ganzes leben lang gerungen das seine tage beschäftigt und seine nächte beunruhigt hatte und dass er mit den verschiedensten kräften seines wesens gekämpft das ziel wonach er auf den blutigsten irrwegen geklommen und dem er sich seit jahren mit gebändigtem willen als ergebenes werkzeug einer edlen und wie er glaubte in ihrem machtkreise unbeschränkten persönlichkeit auf dem sicheren wege der gerechtigkeit und ehre genährt hatte dies ziel das er noch heute mit der hand berührte es war ihm entrückt nein es war vor ihm versunken denn eines stand vor seiner seele mit entsetzlicher klarheit bünden sollte nie frei werden sollte nach der absicht des allgewaltigen und gewissenlosen geistes der frankreichs schwachen könig beherrschte und dessen innere und äußere politik nach gefallen lenkte aufbehalten werden bis zum allgemeinen frieden dann von richelieu in die zu verteilende masse verfügbarer länder geworfen unter die übrigen tausch objekte gemengt war seiner armen heimat unvermeidliches schicksal beim länderschacher des friedensschlusses auf den markt gebracht und diesem oder jenem einen günstigen handel anbietenden zugewogen zu werden der herzog trug keine schuld daran er liebte bünden und wollte es freigeben aber er war nicht stark genug seinen willen gegen den ihn missbrauchenden des kardinals durchzusetzen er wagte es nicht sich mit einem nebenbuhler zu messen der über den schranken der gewissenhaftigkeit stand er scheute sich seinen gegner mit jenen wirksamsten waffen zu bekämpfen die richelieu mit meistersaft führte war es nicht möglich diese von rohan kindisch verschmähten waffen zu ergreifen dem jäger selbst eine schlänge zu legen wo galt die menschliche gerechtigkeit die der herzog verwirklichen wollte wo war ihr urbild die göttliche um sie zu ehren zu bringen und zu belohnen eitle träume beides ein frommer tor nur konnte daran glauben der herzog war blöde genug zu meinen der kardinal anerkenne die gültigkeit des von dem mächtigen einem schwachen gegebenen wortes er war törig genug zu wähnen ein zugunsten der hugenotten im bürgerkriege gezogenes schwert könne jemals von richelieu vergeben und vergessen werden es sei möglich durch ruhmreiche dienste den hass des mächtigen ministers auszulöschen er war so blind nicht einzusehen dass gerade seine zu frankreichs ehre verrichteten heldentaten für den eifersüchtigen ein grund mehr waren ihn zu beargwöhnen und ihn aufzuopfern wohin aber war es gekommen mit diesem christlichen ritter er stand am rande des abgrundes ein verlorener mann und jenatsch hasste ihn in dieser stunde darum dass er ein betrogener und besiegter war doch unglaublich er selber hatte sich ja verblenden lassen durch ein gefühl bewundernder liebe zu diesem edlen menschenbilde er hatte geglaubt daß der wert reiner gesinnung der ihn berückt hatte auch in der rechnung des kardinal seine zahl sei ja wohl hat der richelieu mit dieser zahl gerechnet und jenatsch selbst doch nicht er allein verzweiflung ergriff ihn sein vaterland war ein opfer dieses betrugs vielleicht war noch rettung möglich weg jetzt mit jedem hemmenden bedenken mit allen banden der dankbarkeit mit allen berückungen der liebe mit jeder eigensucht eines reingehaltenen charakters hinunter mit der vergangenheit weg die fesseln ihrer liebgewordenen überzeugungen und vorurteile gelöst werde jeder zusammenhang des dankes und der treue jetzt vertiefte sich jenatsch mit einem durch das gefühl der gefahr geschärften geiste in die schlangenwege und berechnungen der französischen politik eine befürchtung die rohan ihm preisgegeben ließ ihn einen schlüssel finden zu den gedanken des kardinals es ist nicht anders sagte er zu sich richelieu überlässt uns seinen protestantischen feldhirn solange der selbstgetäuschte auch uns aufrichtig zu täuschen vermag stirbt des herzogs glaube oder unser glaube so ruft er ihn plötzlich ab und ersetzt den christlichen worthalter durch einen soldaten der seine kreatur ist ich aber will fuß fassen auf dieser hogenottischen ehre ich stelle mich auf diesen felsen ich halte es fest dieses gute französische pfand und er schloß die eiserne faust er sah nach wie das möglich wäre und es trat ein judas gedanke aus seiner seele und stand plötzlich in so nahe hässlichkeit vor seinem angesichte das ihn schauderte aber er sagte sich mit einem sicheren lächeln der gute herzog wird mich nicht durchschauen wie sein gott den judas rasch wandte er den blick weg von dem pfarrate an diesem reinen er konnte ihn vollbringen aber nicht betrachten hinüber richtete er das auge nach dem fernen frankreich und er forderte den großen kardinal zum zweikampf in die schranken seines berglandes mann gegen mann list gegen list frevel gegen frevel und sein herz brannte in wilder freude weil in bünden einer war der sich der schlauen eminenz gewachsen fühlte so durchjagte ihn natsch das reich der möglichkeiten mit rastlosen gedanken er achtete des weges nicht und jetzt eilte er schon im nächsten tal abwärts gelegenen dorfe längs einer langen kirchhofmauer dahin als er gewahr wurde dass ein barfüßiges bauernkind eilig neben seinen langen schritten einher lief die kleine hielt schon längst einen brief in die höhe der ihr wie sie ehrer bittig ausrichtete von der schwester perpetua für seine gnaden den herrn oberst übergeben worden sei welchen die schwester an der pforte des krostergartens habe vorübergehen sehen der oberst blickte um sich er war in katzis er verabschiedete die kleine und lenkte wie vom finger des schicksals berührt in die dorfgasse ein wo sich die lichter entzündet hatten er hatte auf dem umschlage im letzten dämmerscheine die handschrift seines alten freundes des paters bankrats zu erkennen geglaubt am fenster eines erdgeschosses sah er ein graues mütterchen beim scheine der ampel spinnen er lehnte sich außen an die mauer so daß ein spärlicher strahl auf das blatt fiel und las hochmögender herr oberst ich erdreiste mich euch einiges zu melden das für euch und unser land wichtig sein kann der vertrag von chiavena ist ein vergängliches blendwerk das uns die eminenz in paris vorspiegelt seit ich in mailand verweile wurde mir zur gewissheit was mir schon früher eine in meinem kloster am gomersee zufällig aufgefangene rede verriet kurz vor der weinlese herbergte dort ein französischer ordensbruder ein beredter prediger der zur erholung seiner abgearbeiteten lunge und des ewigen heiles wegen wozu gott uns allen in gnaden verhelfe den weg nach rom angetreten hatte beim nachdessen im refektorium klagte der prior mit ihm über die zeitläufte und bedauerte dass das valtellin durch den vertrag von chiavena wiederum zu bünden geschlagen werde darüber seid ohne sorgen fuhr der franzose heraus der nicht wußte daß ein guter bündner am tische saß daß dieser vertrag kein saldo wert ist weiß ich aus bester quelle als ich mich in paris vor meiner abreise bei meinem superior dem per joseph beurlaubte kam ich gerade dazu wie dieser und der nunzius des heiligen vaters den entwurf des besagten vertrages ihren prüfenden blicken unterwarfen der nunzius ließ sich hart dagegen aus der hitzige per joseph aber zerknitterte das papier in seiner faust ballte es zu einer kugel zusammen und warf es in den winkel mit den worten dieser vertrag eines ketzers mit ketzern wird niemals gelten ich verhielt mich mausestill aber hatte meine gedanken denn was der per joseph bedeutet wißt ihr besser als ich hier in mailand wo ich mich in ordensgeschäften seit zehn tagen aufhalte wurde ich gestern in den palast des gubernatore gerufen um seinem gesinde wegen eines häuslichen diebstahls ins gewissen zu reden da beschied mich der herzog der meine bündnerische herkunft erfahren zu sich und sagte mir halb ernst halb scherzweise wie ich jetzt euch vor augen habe pater pankratz möchte ich wohl den obersten jenatsch leibhaft vor mir sehen es wäre mir ein leichtes dem verständigen manne da zu tun daß der vertrag von gerwina nichts ist als ein verdorbenes pergament daß euch frankreich das feldlin nie zurückgibt und daß spanien euch bündnern bedingungen machen könnte bei denen ihr euch ganz anders stündet pater pankratz ihr habt mir den gestohlenen siegelring hervorgezaubert könntet ihr mir euren jenatsch den einzigen mit dem mir zu verhandeln möglich ist auf dieselbe stille und prompte weise in dies kabinett bringen so solltet ihr eurerseits wunder erleben da kam es wie eine erleuchtung über mich euch von dieser merkwürdigen rede kunde zu geben kommt ihr so werde ich dafür sorgen denn ich bleibe einstweilen in mailand dass ihr außer dem hohen herrn von niemand erblickt werdet könnt ihr euch daheim nicht frei machen was ein unglück wäre so schickt eine vollmacht aber nur durch einen mann dem ihr traut wie euch selbst wenn ihr einen solchen kennt vergebt meinen vorwitz und sagt nicht der für meines herrn obersten zeitliches und ewiges heil täglich betende pater pankratz das schreiben des kapuziners dessen menschen erfahrene klugheit und schlaue vorsicht der oberst zu gut kannte um sich über das gewicht und den ernst dieser mitteilung zu täuschen deckte ihm in blitzartiger beleuchtung die windungen eines halsbrechenden pfades auf vielleicht hatte in schlimmen entmutigten stunden sein blick schon früher sich zuweilen dahin verirrt aber immer hatte er ihn mit einem gefühle der verachtung seiner selbst erschrocken und ekelnd wieder davon abgewandt dieser weg der gefahr und schande war das bündnis mit spanien jene macht die er von kindheit an mit der ganzen kraft seines jungen herzens gehaßt die er dann in vermessenem jugendmute mit fast wahnsinniger vor keinem greuel zurückbebender leidenschaft bekämpft welcher er sein ganzes leben hindurch als todfeind gegenübergestanden und deren eigennützige und wortbrüchige politiker auch heute noch tief verachtete sie bot ihm die hand er konnte diese hand ergreifen nicht in treu und glauben wohl aber um von ihr die französische schlinge lösen zu lassen und sie dann zurückzustoßen jetzt entschloss er sich dazu langsam wandelte er auf der dunklen heerstraße nach tusis zurück es ward ihm schwer zu brechen mit der ganzen vergangenheit er wusste dass er sich selbst in seinen lebenstiefen damit zerbrach dort jenseits des rheins im doblech lag das dörfchen charants dessen armer pfarrer sein gottesfürchtiger vater in geradheit und einfalt ihn aufgezogen und ihn zur treue im protestantischen glauben und zum hasse der spanischen verführung ermahnt hatte dort unfern davon stand der turm von riedberg wo er den vater lucretias der seiner kindheit wohl gewollt als willkürlicher blutrichter nächtlicherweise überfallen und grausam erschlagen hatte das giorgio guardati des treuen mädchens schlecht vergeltend was dort schimmerte waren die erhellten fenster der einsamen lucretia und wieder stürzten seine gedanken in eine neue bahn er selbst konnte dem dringenden rufe des mit serbellonis auftrag betrauten pankrats jetzt unmöglich folgen er musste als verderblicher dämon unter der maske der treue neben dem herzog bleiben als argwöhnischer wächter jede seiner bewegungen beobachten und um jeden preis verhindern dass der ermattete kranke seinen feldherrnstab nicht am ende doch in die hände richeljös niederlege wer aber konnte an seiner stelle mit serbelloni unterhandeln allerdings nur einer dem er traute wie sich selbst aber dieser mann war nicht vorhanden noch einmal blickte er nach den fenstern von riedberg hinüber ein schneller gedanke durchfuhr ihn und stand nach einem augenblicke der überlegung als klarer entschluß in ihm fest mit raschen schritten eilte er nach tusis zurück vor der herberge standen ein haufen marktleute schweigsam und in gedrückter stimmung denn sie hatten auf ihn und einen günstigen bescheid vom herzog lange gewartet der alte lugnetzer trat ihm aus der im dunkel zusammengedrängten gruppe entgegen mit der frage auf den lippen die ihrer aller gemüt beunruhigte aber jenatsch ließ sie nicht zu worte kommen hört an liebe landsleute und bewahrt es in einem feinen herzen rief er mit eindringlicher aber gedämpfter stimme der winter steht vor der tür bleibet ruhig daheim in euren dörfern und erharret den lenz kommt die schneeschmelze zu anfang des märzen dann macht euch und eure ehrenwaffen bereit ich lade euch zu einem tage nach kur stunde und losung wird euch noch gesagt werden dort richten wir im namen gottes den drei bünden ihre alte freiheit wieder auf die leute hatten in feierlichem schweigen zugehört als jenatsch geendigt dauerte die stille noch eine weile fort dann begannen sie die sache flüstern sich auszulegen bis sie tief in der nacht auf ihre heimwege sich zerstreuten aber er der zu ihnen geredet stand nicht mehr in ihrem kreise der oberst kuhler hatte ihn weggeholt und streckte ihm jetzt in der gaststube inmitten der offiziere ein papier und eine eingedunkte feder entgegen da ist der pakt nach soldatenart kurz gefasst sagte er hast du noch die edle courage derun du dich heute berühmtest ventre bleu so unterschreib ihn der angesprochene stellte sich unter den leuchter und las wenn der rückständige solz der bündnerischen regimenter binnen jahresfrist von frankreich nicht ausgezahlt wird haftet den bündner obersten für ihr gut haben sei es ganzes oder rest der entunterzeichnete mit seinem sämtlichen liegenden und fahrenden gut janatscher griff die feder strich die zwei einzigen worte von frankreich und unterschrieb ende des fünften kapitel sechstes kapitel kurze zeit nachdem schwester perpetua den ihrer klugheit als sehr wichtig empfohlenen brief des abwesenden beichtigers glücklich bestellt hatte trippelte sie ein arzneikörbchen am arme und eine kleine hornlaterne in der hand über die rheinbrücke bei dem dorfe silz jenseits derselben besaß das kloster einen hof dessen pächter krank da niederlag die heilkundige war heute für den vom fieber geschwächten mann durch eines seiner kinder das die klosterschule besuchte um rat und hilfe angerufen worden sie scheute den nächtlichen gang nicht so wenig dass sie nachdem der sieche sich ihrer tröstungen erfreut statt das angesicht wieder der brücke und ihrem kloster zuzuwenden auf dunklen aber ihr wohlbekannten straßen in der richtung weiter eilte aus welcher ihr die lichter des schlosses riedberg entgegenschimmerten schon klopfte sie ans tor das der alte lukas ihr brummend aufschloß und bald darauf saß sie neben der edlen herrin in einem altertümlich schmucklosen aber lieblich erleuchteten gemache vor einem herbstlichen kaminfeuer und trocknete die vom nachttaue durchnäßten ränder ihres klostergewandes die schweigsame lucretia mit erbaulichen gesprächen ergötzend das schreiben des paters von dessen überredungsgeist die nonne eine hohe meinung hatte die flüchtige erscheinung des obersten vor der klosterpforte das glänzende geldstück das er der kleinen barfüßigen botin gereicht arbeiteten in ihrer frommen einbildungskraft dies alles hatte sie der himmelweis durch welche gedankenverknüpfungen bewogen dem fräulein unverzüglich einen nächtlichen besuch abzustatten und diese ereignisse haarklein zu erzählen der oberst war meinte sie wie ein von gewissensbissen gefolterter kain um die mauern der heiligen zufluchtsstätte geirrt sie würde lobpreisen und anbeten aber nicht erstaunen wenn gott hier ein großes wunder vorbereitete um diesen wütenden feind des christkatholischen glaubens den ketzern zu beschämenden zeichen in den schoß der alleinseligmachenden kirche zurückzuführen da lucretia nach ihrer stillen weise nur mit einem traurigen lächeln darauf antwortete fuhr die fromme schwester mit steigendem eifer fort bleibet liebe tochter nicht kalt und ungläubig vor der glückseligen aussicht auf die mögliche bekehrung eines so gewaltigen sünders betet lieber daß dies unerhörte geschehe denn euer gebet fräulein lucretia die ihr den blutigen mann nach dem natürlichen menschen hassen und verabscheuen müßt wäre allerdings bei den heiligen besonders wirksam und ihnen als ein schmerzliches opfer vorzüglich angenehm noch kräftiger wäre es freilich wenn ihr dieses gebet als verlogte brautgottes mit einem durch das dreifache gelübte von allen weltlichen erinnerungen gelösten herzen darbringen könntet schwester perpetua sagte dies mit einem tiefen seufzer und machte sich in erwartung einer antwort die ausblieb mit dem feuer zu schaffen ach ihr war nicht entgangen dass der klösterliche beruf lucretias an den sie unentwegt glaubte dieser noch immer nicht klar geworden jahre seit die verwaiste in ihr väterliches haus eingezogen ihr wieder mehr in die ferne gerückt war sie stand allein unter dem in diesen kriegerischen zeitläuften verwilderten schloßgesinde und den verarmten über die französische bedrückung tägliche klagen vor ihr ohrbringenden dorfleuten und diese einsamkeit tat ihr offenbar nicht wohl da war lucas der rachsüchtige graubart der das schwarze kreuz an der mordmauer nicht erblassen ließ und der das immer scharf gehaltene todesbeil wie eine reliquie in einer wurmstichigen eichentruhe sorgfältig verwahrt hielt der fräulein musste fürchtete die schwester immer tiefer in sich selbst und die ihr gemüt von allen seiten um rankenden jeden neuen lebenskeimer stickenden erinnerungen versinken sie konnte den riss nicht überwinden der altes und neues für sie trennte sie lebte wenig in der wirklichkeit sondern verkehrte im geiste mit ihrem toten vater von dessen gemütsart sie viel geerbt hatte und dem sie mit jedem jahre in auffallenderweise auch in ihrem aussehen ähnlicher wurde es war dieselbe pracht der gestalt dieselbe stolze haltung ihr ohm der freiherr rudolf war in der verbannung gestorben und sie hatte außer seinem niedrig gesinnten und eigennützigen sohne keine näheren sippen eine verwandte ihrer mutter lebte noch in kur und sie pflegte sie zu besuchen aber diese gräfin travers war durch schwere schicksale und ein überlanges leben versteinert und wenn auch gut katholisch kaum mehr als ein stumpfes echo längst verschollener tage daß lucretia mit den juvaltau fürstenau und dem auf andern nachbarschlössern sitzenden adel keinen umfang pflog das freilich konnte ihr perpetua unmöglich verdenken denn jene waren alle protestanten und gehörten zu der französischen partei so war lucretia völlig allein warum denn verließ sie ihren düstern einsamen pfad nicht warum trat sie nicht in die gemeinschaft der demütigen töchter des heiligen dominikus während die schwester dergestalt ihren lieblingsgedanken durcheilte drehte lucretia schweigend ihre spindel und verfolgte einen andern sie fragte ihr herz wie es denn möglich sei daß jürg in seiner wildesten blutigsten zeit ihrem gefühle und verständnisse weniger fremd gewesen als jetzt da er in den räten des landes und im hergefolge des französischen herzogs unter die geachteten und angesehenen zählte zweimal seit ihrer heimkehr hatte sie georg wenn sie zu besuch bei ihrer muhme in kur war von ferne erblickt eines abends stand sie neben dem lehnstuhl der alten dame und schaute durch das eiserne laubwerk am gitterkorbe des fensters während der sonnenschein gradweise das pflaster des platzes verließ und nur noch auf dem sprudelnden wasser des marktbrunnens blitzte der oberst schritt längst der gegenüberstehenden häuserei auf und nieder an der seite einer gravitätischen magistratsperson die jedes wort das von seinen lippen viel mit begieriger aufmerksamkeit anhörte und seine aussprüche mit beistimmendem kopfnicken begleitete es schien sich um einen schweren rechtsfall zu handeln ein andermal umgab den obersten ein kreis französischer edelleute mit denen er nach der mittagstafel in schneller lustiger scherzrede sich erging immer aber klang es so hell von seinem munde und leuchtete es so geistvoll von seiner stirn dass er als einer jener seltenen günstlinge des glücks erschien die sich alle wege des erfolges zu öffnen und zu ebnen wissen und die das vergangene und unabänderlich wie eine lästige fessel abwerfen ich weiß es jetzt gestand sie sich dieser freund von jedermann ist nicht der jürg mehr den ich liebte nicht der schäuferwegene knabe mit den dunklen verschwiegenen augen der mein beschützer war nicht der zornig dahinbrausende der mein glück wie ein die ufer zerreißender wildbach in trümmern warf nicht der mann gegen den ich in meinen rache träumen die hand erhob nicht der traute den ich nach jahren des jammers auf dem bernhardin wieder zu erkennen glaubte und in die arme schloss nein es ist ein weltgewandter höfling ein berechnender staatsmann aus ihm geworden er will sich von mir scheiden und loskaufen darum gab er mir mein riedberg wieder er scheut mich wie einen vorwurf er flieht mein antlitz wie das einer toten und sie vergaß dass sie selbst ihn drohend beschworen die schwelle ihres hauses nimmer zu überschreiten heilige mutter gottes was ist das für ein lärm fuhr jetzt schwester perpetua auf denn im schloss zwingerer schon ein rasendes gebell der hof hunde man hörte das schelten der sie beschwichtigenden knechte dazwischen wiederholte schläge gegen das tor und als lucretia das fenster öffnete eine mit langsamer bedenklichkeit geführte unterhandlung zwischen lucas und der gebieterischen stimme eines einlassbegehrenden nun erschien der alte selber mit der bestürztesten mine deren seine felsenharte züge fähig waren es verlangt einer allein mit euch zu reden fräulein sagte er der oberste natsch den gott strafe setzte er leiser und mit innerer empörung hinzu lucretia stand groß und bleich sie hatte die stimme vor dem hoftore am ersten laute erkannt lass sie nicht warten führe ihn hierher befall sie dem alten der sie fragend ansah und nur zögernd gehorchte die nunne hatte sich erhoben und eine still beobachtende stellung in der tiefen fensternische eingenommen dort lag auf der bank ihr nachtmantel sie strich ihn zurecht aber legte ihn nicht um rasche schritte näherten sich und georg jenatsch stand vor lucretia mit entschlossenem freudigem antlitz und grüßte sie als bekannte doch mit großer ehrer bietung schwester perpetua betrachtete mit einem ausdrucke frommer einfalt aber den schärfsten blicken ihrer halb geschlossenen augen die beiden großen gestalten und sie wunderte sich kein keins mal war auf der hohen offenen stirn des obersten zu entdecken und merkwürdig die planta stand neben ihm mit strahlenden augen kühn und trotzig wie einst herr pompeius geblickt und schien zur höhe ihres gewaltigen feindes empor zu wachsen das von perpetua sehnlich erwartete gespräch jedoch begann nicht die schlossherrin richtete das wort an lucas der mit drohender mine an der türe stehen geblieben war die fromme schwester begehrt nach haus die nacht ist dunkel und der weg weit begleite sie mindestens bis jenseits der baufälligen rheinbrücke und damit nahm das fräulein von perpetua herzlichen abschied so stand die schwester ehe sie sich dessen versah am hof tore lucas aber entzündete eine pechfackel und schritt mit der rauchenden leuchte vor ihr her in die nacht hinaus jetzt schickt sie mich weg murrte er hörbar als wollte er es der frommen schwester klagen und es wäre gerade der rechte ort und augenblick als jenatsch mit dem fräulein allein war und ihm gegenüber am feuer saß begann er mit kurzen klaren worten ihr seid gerechter maßen erstaunt lucretia dass ich das haus eures vaters betrete doch ich weiß ihr traut mir zu dass ich nicht gekommen bin euch zu verwirren mit wünschen die ich in meinem geheimsten herzen gefangen halte sonst hättet ihr mich nicht in den wiederhergestellten burgfrieden von riedberg eingelassen und doch komme ich etwas von euch zu verlangen einen großen dienst den ihr mehr leisten werdet wenn ihr unser land so lieb habt wie ich von euch glaube und wie ich selbst es liebe denn an meiner stadt müsst ihr handeln ich schließe ein bündnis mit spanien dies ist unsere einzige rettung richelieu verrät uns und der gute herzog ist sein spielzeug ein schönes scheinbild womit der gewissenlose uns täuscht und blendet aber wer knüpft das rettende tau ich selbst kann hier nicht fort weil ich unser volk zum bewußtsein der über ihm schwebende gefahr aufwecken und den herzog den ich als pfand behalte mit beweisen meiner ergebenheit einschläfern muß ihr staunt daß ich spaniens feind zu diesem gifte greife wundert euch nicht wenn ich nicht meine vergangenheit zerstöre und mein altes ich von mir werfe so kann ich nicht meines landes erlöser sein und bünden ist verloren serbellone erwartet mich selbst oder einen dem ich traue wie mir selber wenn ich sagte er einen solchen kenne ich traue nur euch lucretia richtete den blick mit zweifelnder frage auf das von der flamme beleuchtete altbekannte antlitz und las darin die höchste spannung der tatkraft und einen tödlichen ernst ihr wißt jenatsch sagte sie welcher partei mein vater angehörte wie und warum er starb ihr wißt wie ich ihm glaubte und ihn liebte ich konnte mich nie mit gedanken befreunden die nicht die seinigen waren so ist das französische wesen trotz der väterlichen güte des herzogs gegen mich heimatlose mir immer fern und fremd geblieben ich habe mich nie darin zurechtgefunden ihr aber seid von spanien durch viele blutschuld von alters her getrennt ihr jörg verdankt dem guten herzog das leben und euren ruhm er hat euch mit vertrauen überschüttet und ihr kennt seinen herzlichen willen gegen unsere heimat habt ihr ihn denn nicht lieb könnt ihr ich will glauben der heimat zum besten immer nach neuem greifen und ohne dass ihr daran untergeht das alte wesen wie eine schlangenhaut abstreifen was ist dir der herzog lucretia rief er wie magst du meinen fremdling sorgen bist du noch so weichlichen herzens nach allem was du gelitten nach allem was ich selbst an dir und deinem hause gefrevet habe schau um dich in allen unsern tälern trümmer und brandstätten soll hier nie friede werden nie freiheit und gesetz hierher zurückkehren der herzog kann uns nicht herausziehen er will sein fromm hochzeitlich kleid nicht beflecken doch auch ich habe eine rede gottes für mich ich wölbe mir die himmel spricht der herr den spielraum der erde aber überlass ich den menschenkindern siehst du nicht lucretia wie wir alle in diesen bürgerkriegen geborenen ein freches schuldiges geschlecht sind und ein unseliges dort hat der bruder den bruder erschlagen und hier liegt trennend eine leiche zwischen zweien die sich lieben und angehören darum lass uns nicht kleiner sein als unser los ich stehe am steuer und lenke bündens schifflein durch die klippen mit schon längst blutüberströmten händen nimm ein ruder und hilf mir zweifle nur jetzt nicht an mir hilf mir lucretia drange in sie und was willst du dass ich tun soll sagte die bündnerin und ihre augen begannen unternehmend zu leuchten geh nach mailand viele raschen freudig ein dort findest du den bankrat der dich beim gubernatore einführen wird ser belloni kennt dich vom früher her als die welche du bist unterhandle mit ihm über die bedingungen die ich dir niederschreiben will hast du mir etwas zu berichten so tue es durch den pater dessen beistand dir in allen fällen gewiß ist ist es dein ernst fragte sie erstaunt wenn du mich als deine unterhändlerin nach italien schickst wie will ich mich im labyrinthe der politik zurechtfinden ich verlange nichts von dir ermutigte er als was du kannst und ich dir auch sonst zutraue dass du mein geheimnis bewahrest und müsstest du es mit dem leben schützen und dass du in der unterhaltung von meinen bedingungen nicht um eine linie abweich ist im übrigen wird dich der brave bankrat vortrefflich beraten gib mir tinte und feder ich will dir die punkte aufzeichnen die du festzuhalten hast lucretia hob sich und schritt zu der mit astreichem nußbaumholze bekleideten rückwand des dort ließ sie die platte ihres in das getäfelkunstreich eingefügten schreibtisches auf die gabelförmige eisenstütze nieder der oberst schrieb während ihm das fräulein aufmerksam über die schulter blickte donna lucretia planta meine bevollmächtigte wird mit der exzellenz des herzogs erbeloni für mich aufgrund folgender bedingungen unterhandeln der gubernatore stellte einen heerhaufen von über zehntausend mann bei fort fuentes an den eingang des feldlins er trifft das abkommen mit dem hofe in innsbruck das ein kaiserlicher heerhaufe von derselben stärke gegen die bündnerische nordgrenze bei finstermünz und am luciensteig vorrücke die führer bei der heere gehorchen dem obersten jenatsch und betreten den bündner boden nicht ohne dieses obersten schriftlichen befehl der oberst jenatsch verpflichtet sich gegenüber spanien in weniger als jahresfrist den abzug aller in bünden stehenden französischen truppen bis auf den letzten mann zu bewirken dafür verspricht die krone spanien die völlige unabhängigkeit der drei bünde in ihren alten grenzen anzuerkennen und zu gewährleisten noch einmal überschaute jenatsch die trockenenden federzüge dann setzte er seinen vollen namen unter das schriftstück während er vor der ihm entgegentretenden gestalt einer ungeheuren tat insgeheim erbebte wie vor einem heraufbeschworenen dämon der ihm helfen oder ihn verderben konnte war das fräulein mit ihren blicken den seinig über das blatt gefolgt und hatte sich mit einem unternehmen dessen praktische seite ihr einleuchtete schneller als zu erwarten war vertraut gemacht es schien ihr daß es sich um einen raschen klar geplanten vielleicht unblutigen handstreich handelte und das war ihr lieber als wenn ihrer einfachen natur zugemutet worden wäre die fäden eines verwickelten intrigennetzes in die hand zu nehmen und zusammen zu knüpfen in dem augenblicke als jenatsch die vollmacht zusammenfaltete und dem fräulein übergab zeigte sich der alte kastellan der seine rückkehr möglichst beschleunigt hatte auf der schwelle und der oberst befahl ihm seinen rappen vorzuführen diesen grauen bären vergiß mir nicht auf die fahrt mitzunehmen lucretia seine treue ist alt und seine tatzen sind noch gefährlich sagte er freundlich sprang auf und trat mit dem fräulein ans fenster er zögerte zu scheiden die nacht ist klar geworden sprach er hinausblickend wann gedenkst du zu reisen morgen vor tag erwiderte lucretia durch bankratz wirst du zuerst von mir hören jürg du bist ein gar großer herr geworden wie könnte es dir fehlen wenn kapuziner und frauen für dich bodenlaufen und die tränen traten ihr in die augen dieses halb mutwillige halb traurige wort gehörte wieder ganz der lucretia seiner jugend tage sie stand neben ihm nur größer und herrlicher neu erblüht zu bräunlicher gesundheit im hauche ihrer berge der nachtwind bewegte die löckchen an ihren schläfen die sich aus der krone der dicken dunklen flechten gelöst hatten und ihre leuchtenden augen blickten ihn an mit einer lauteren kraft wie sie unter dem ermatten den himmel des südens nicht gedeiht alte liebe erinnerungen erwachten in ihm er widerstand nicht und umfing sie mir ist als sei es noch nicht lange her dass wir da unten miteinander spielten sagte er weich und zeigte auf die im herbstwinde leise rauschenden bäume des riedberger schloßgartens nieder sie vorschaudernd zusammen ihr vater war vor ihr aufgestiegen und blickte von jürg sich abwendend ins dunkel hinaus was ziehen dort für lichter auf der straße längs dem heinzenberg ist es ein totengeleit fragte sie auf das jenseitige rheinufer deutend jenatsch warf einen scharfen blick hinüber es sind die fackeln des herzogs der im schutze der nacht hinunter nach kur fährt sagte er blickte noch einmal in ihre nassen augen küßte ihr dann rasch die hand und eilte von hinten ende des sechsten kapitels neunter teil von jürgenatsch von konrad ferdinand meyer diese librivox aufnahme ist in der public domain drittes buch siebtes bis neuntes kapitel herzog heinrich hatte sich in kur das stattliche haus des ritters doktor fortunatus sprecher zum quartier erwählt der gelehrte bündner stellte sie mit freudigem diensteifer zur verfügung denn es war von jeher sein ehrgeiz und sein glück gewesen sich edlen historischen persönlichkeiten zu nähern und mit ihnen in einem seinem geschichtswerke gedeihlichen verkehr zu bleiben kaum hatte sich der herzogliche haushalt so standesgemäß wie es in dem republikanischen berglande möglich war in den besten gemächern der raumreichen patrizischen wohnung eingerichtet als nach einer reihe von düsteren stürmischen tagen der schnee in schweren flocken zu fallen begann der winter brach früh herein und die weiße decke blieb auf den steilen dächern und ernsthaften stufengiebeln der alten bischofsstadt fast ohne unterbruch liegen bis am ende des hornungs die fönstürme das land fegten und mit den ersten märztagen die sonne kraft gewann der winter war dem guten herzog in gezwungener muße verflossen denn er war von seinem heere im feldlin durch den unwegsamen schnee der berge getrennt und auch seine verhandlungen mit dem französischen hofe stockten und wollten zu keinem ziele führen wäre die sorge um den abschluss des vertrages neben anderen sorgen und ungewissheiten und wäre die an dem tätigen geiste des feldherrn sehrende gezwungene muße nicht gewesen er hätte sich im sprecherschen hause nicht unwohl gefühlt und nicht ungern unter seinen schlichten protestantischen glaubensgenossen verkehrt der doktor sprecher achtete sich durch die gegenwart rohans hochgeehrt erfüllte sich ihm doch der lang gehegte wunsch den lebenslauf seines erlauchten gastes an der quelle schöpfend aufzeichnen zu dürfen mit der liebenswürdigsten herzensgüte bequemte sich dieser dazu seinen wirte täglich am bruchstück seiner schicksale in italienischer sprache zu erzählen und in dieser sprache verfasste der doktor auch das lebensbild das ein geschenk werden sollte denn so hatte es der edle gast ausdrücklich verlangt für die frau herzogin die sich noch immer in venedig aufhielt und für rohans tochter die dem herzog bernhard von weimar anverlobte margherit mit dieser erfreulichen aber privaten bestimmung seiner gewissenhaften und schönen arbeit war der doktorsprecher nur halb einverstanden er hätte sie lieber zum ruhme des herzogs und nicht zur unehre des verfassers ohne falsche bescheidenheit alsbald durch die presse verewigen und in die welt ausgehen lassen auf andere weise betätigte sich des herzogs adudant der junge wertmüller ruhelos trieb er sich in allen hohen und niederen regionen der kleinen stadt um in kürzester frist war er in kur eine bekannte persönlichkeit vom bischöflichen palaste an wo er seiner scharfen augen und boshaften zunge wegen gescheut am spieltische dagegen jederzeit willkommen war bis hinunter in die dunkelsten winkel schenken wo man ihn wie dort an den gedehnten winterabenden gerne kommen und nicht selten noch lieber wieder gehen sah es gelang ihm hier die phlegmatischen bündner durch seine sticheleien politischen fixierreden und mancherlei andere brennesseln so lange zu reizen bis jenen dinge entfuhren die sie nachher schwer bereuten über die lippen gelassen zu haben war das publikum empfänglich und regte es ihn durch fantasievolle beschränktheit an so entfaltete er noch andere in den herzoglichen gemächern nicht verwendbare geheime wissenschaften die er seinen gründlich getriebenen mathematischen und physikalischen studien verdankte es waren kartenkünste und zauberstücke die dem lokotenenten in den untersten schichten seines wirkungskreises den ernst gemeinten ruf eines hexenmeisters eintrugen eine auszeichnung die ihm behagte die aber in regionen wo der weg aus dem erschreckten kopfe in die derbe faust ein kurzer ist mit mancher leibesgefahr verbunden war diese nächtlichen anfälle und handgemenge reizten übrigens die kaltblütige tapferkeit des lokotenenten mehr als dass sie ihn von seiner tollen kurzweil gebracht hätten auch wußte er sich immer glücklich daraus zu ziehen und so rasch dass seine militärische ehre nie schaden litt und die verwirrung der geister und die arbeit der fauste erst dann ihren höhepunkt erreichte wenn er schon in den stillen räumen des sprecherschen hauses an den herzoglichen gemächern vorüber auf den zehen seiner kammer zuschritt den herzog welchem wertmüller mit unbedingter treue und rastlosem diensteifer ergeben war und der ihm deshalb vieles nachsah beunruhigte er ohne unterlass durch seine scharfsinnigen entdeckungen und warnenden berichte wahrlich erschien es darauf anzulegen den hohen herrn zu keinem behagen kommen zu lassen auf jenatsch dessen aufopfernde treue mit den schweren verhältnissen wuchs der den herzog täglich besuchte und es sich zur aufgabe machte seine sorgen zu verscheuchen seine leisesten wünsche zu erraten seine befürchtungen ihm abzulauschen und sie entweder durch die eigene fröhliche zuversicht zu entwurzeln oder mit bereten überzeugenden worten zu widerlegen auf jenatsch den nützlichsten ratgeber des herzogs und den liebling des volkes hatte es der verhärtete lokotenente besonders abgesehen wertmüllers gedanken spürten dem obersten auf allen schritten und tritten nach und er wollte aus der haut fahren wenn der herzog seine warnungen lächelnd fallen ließ weil er sie maßloser eifersucht auf seinen günstling oder der unverträglichkeit dieser zwei grundverschiedenen temperamente zuschrieb was behauptete wertmüller nicht alles das scheitern des vertrags von chiavenna welches rohan von dem einzigen in das geheimnis gezogenen bündner verschwiegen wußte war wenn man den lokotenenten hörte schon längst allgemein bekannt ja wie absichtlich bis in die fernsten hütten verbreitet eine kunde die man sich nicht verhohlen ins ohr sagte nein von der die täler dies und jenseits der rätischen alpen wieder halten aber das war das geringste schlimmeres drohte bünden unterhandelte mit spanien behauptete wertmüller und nicht etwa einzelne parteigänger und unruhig stifter zettelten sondern das ganze volk war in gärung und verschwörung gegen frankreich begriffen und jenatsch der heillose heuchler hielt das ganze spiel des betrugs in der hand der herzog pflegte gemeiniglich leichthin zu erwidern derartiges habe sich noch nie ereignet es sei schlechterdings undenkbar daß ein ganzes volk sich wie eine geheime gesellschaft verschwöre unmöglich daß nicht mindestens einer ihn warnte unter seinen vielen redlichen anhängern im lande im schlimmsten falle würde ihn sein gastfreund der ruhige wohl unterrichtete und keiner partei pflichtige doktor sprecher gegen dessen ehrenwerte gesinnung selbst der lokotenent nichts werde einwenden können von solchen unerhörten verräterischen anschlägen sicherstellen der unbekehrbare zucker ließ dies nicht gelten was die verschwörung eines ganzen volkes betreffe so wolle er gerne zugeben sagte er daß sie nirgends möglich wäre als unter den bündnern die mit dem nordischen phlegma die südliche verschlagenheit in glücklicher mischung vereinigten der erste beste dieses volkes könne den geriebensten diplomaten zu raten geben die staatskunst sei hier so allgemein verbreitet und landesüblich daß das ganze volk wie ein mann rede oder schweige wenn es sich um einen deutlichen vorteil hande die schwierigkeit sei also nur den langsamen köpfen die rechnung klarzumachen und dafür werde der volksredner jenatsch ausgiebig gesorgt haben was den gelarten herrn doktor angehe so wolle er ihm nicht zu nahe treten aber für mutig halte er ihn nicht wenigstens nicht einer gewissen geheimen fehme gegenüber von der man munkle er könne hier seine quellen nicht nennen aber er müsse glauben es sei im lande ein geheimbund errichtet mit statuten die sie den kletten oder kettenbrief nennen wahrscheinlich um das feste ineinander greifen und zusammenhalten der bundesglieder zu bezeichnen auf verrat stehe der tod er wolle nun nicht behaupten daß der doktor ein glied dieser kette sei er sei nicht das eisen dazu aber daß er sich vor diesen banditen sträflich fürchte das sei mehr als wahrscheinlich diese verschwörung deren verräter dem tode verfalle behandelte der herzog als eine vom müßiggange erfundene und geglaubte schauergeschichte man hat euch das aufgebunden wertmüller pflegte er zu scherzen um eurem argwohne gleich das stärkste gewürz vorzusetzen und gesteht nur er verdient etwas für eure böse zunge am verdächtigsten war dem lokotenenten die keckheit mit der jenatsch den herzog über dessen eigene stellung am französischen hofe mit schmeichelnden worten zu täuschen versuchte darüber musste sich heinrich rohan doch selber im klaren sein was konnte den bündner dazu bewegen fragte sich wertmüller wenn nicht die teuflische absicht den guten herzog von allen seiten mit netzen der täuschung und dämonischen irrsalz zu umspinnen um den sicher gewordenen um so gewisser zu verderben und sein hass gegen den obersten steigerte sich ins unglaubliche priolo war unverrichteter dinge von paris zurückgekommen wertmüller nahm an er sei in das zögerungssystem des kardinals eingeweiht und von diesem gewonnen und wurde mit neuen briefen wieder weggesandt welche die dringendsten vorstellungen enthielten doch ja die unterzeichnung des für frankreich verhältnismäßig günstigen vertrages nicht länger zu verzögern nicht die bündner dadurch spanischen anerbietungen zugänglich zu machen kaum war priolo abgereist so berichtete der tapfere herr von leck den rohan an der spitze seines heeres im feldlin zurückgelassen hatte von drohenden zeichen des ungehorsams unter seinem bündner truppen die auf eine allgemeine gärung im volke hindeuteten er würde schrieb er diesen einzelnen vorfällen weiter keine bedeutung beilegen wenn nicht die spanier in ansehnlichen massen sich der grenze näherte wenn nicht der herzog von seinem heere getrennt wäre und sich in der mitte eines wie er fürchte mit der politik frankreichs täglich unzufriedener werdenden landes befände er schloss seinem bericht damit dass er den herzog bat und beschwor sich um jeden preis mit seinem getreuen heere im feldlin zu vereinigen sei dies geschehen habe er leck seiner peinigenden verantwortung sich entledigt und den befehl in die ruhmreichsten hände niedergelegt so freue er sich an der seite seines feldherrn den degen in der faust der ganzen welt zu trotzen wertmüller nahm diesen rettenden vorschlag mit jubel und fluchte wütend als er nach dem nächsten besuche des obersten wahrnehmen mußte dass es diesem gelungen war den herzog zu überzeugen sein aufenthalt in kur sei völlig gefahrlos für die französischen interessen in bünden vorteilhaft bei der verehrung die seine person im lande genieße zur beruhigung der gemüter sogar unumgänglich notwendig ein augenblick des zweifels kam auch für den edlen herzog es war wertmüller gelungen eine spur aufzufinden deren verfolgung ihn in den stand setzen konnte auch das blindeste vertrauen zu erschüttern er hatte in der schenke zum staubigen hüttlein die bekanntschaft eines weltschen quacksalbers gemacht und zufällig erfahren dieser gedenke jetzt in das land des lorbeers und der myrte zurückzukehren das abenteuerliche männchen das sich in dem kalten klima den magen mit dem gefährlichen weißen komplett erwärmte rühmte sich in prallrischer weinlaune seiner hohen diplomatischen beziehungen und fähigkeiten entwertmüller der ihn bewundert anhörte und ihm fleißig einschenkte blitzte eine erinnerung auf jüngst als er spät in der nacht den bischöflichen palast verließ hatte er dies unverkennbare figürchen bei schwachem mondscheine in einer ecke des hofes neben einer holofernes gestalt und im eifrigsten gespräche mit dieser erblickt nur einen moment denn die beiden waren beim klirren seines schrittes unter einem torwege verschwunden aber genügend lang für sein scharfes auge um die auffallende gestalt des wunderdoktors deutlich gewahr zu werden und in der andern von einem dunklen mantel umhüllten den obersten jenatsch zu vermuten das genügte um den unternehmenden und durch die winterruhe gelangweilten lokotenenten zu einem lustigen handstreiche anzufeuern er belauerte die abreise des italieners nahm auf ein paar tage urlaub ritt dem fahrenden wunderdoktor nach und holte ihn auf seinem feurigen fuchs gegen abend des ersten reisetages ein wie ein wegelagerer überfiel er ihn an einer einsamen stelle der gebirgstraße der erschrockene quacksalber musste zuerst seinen apothekerkasten ausräumen und sich dann einer durchsuchung seiner person unterwerfen wie triumphierte wertmüller als er dem doktor freundschaftlich auf den rücken klopfend ein knisterndes papier verspürte das zwischen tuch und unterfutter eingenäht war und dann mit der pflaster schere des unglücklichen aus dessen scharlachrotem rocke unversehrt ein eigenhändiges schreiben seines feindes an einen kapuzinerpater herausschnitt worin jenatsch diesem aufträge an den gubernatore serbelloni in mailand gab der wort laut freilich war dunkel aber die tatsache selbst sprach umso klarer nachdem der lokotenent den schlotternden zahnausreißer beruhigt und aus seiner reiseflasche gestackt hatte jagte er in freudigem galopp nach kur zurück jetzt war der verräter jenatsch in seinen händen er erreichte die stadt in vorgerückter nachtstunde und wurde kaum noch vorgelassen der ungeduldige musste sich damit begnügen seinem herrn den verräterischen brief mit einer gedrängten auseinandersetzung des zusammenhangs zu überreichen als wertmüller dann am nächsten morgen nach einem glücklichen schlafe sich dem herzog vorstellte fand er diesen in sehr getrübter stimmung und nicht geneigt auf eine besprechung des ihm wie er sagte unerklärlichen und sehr schmerzlichen vorfalles einzugehen er müsse auch von anderer seite sich darüber aufklärung verschaffen kurz vor der stunde zu welcher jenatsch täglich dem herzog aufzuwarten pflegte wurde der lokotenent mit einem tagesbefehl nach der rheinschanze beordert und so scharf er auch ritt er kam zu spät um dem obersten vorherzog heinrich stirn gegen stirn entgegenzutreten bei seiner rückkehr traf er diesen in der heitersten laune und wie von einer schweren last befreit besten dank für euren löblichen diensteifer braver wertmüller empfing er den adjudanten diesmal hat er euch freilich trotz eures mit argus augen blickenden scharfsinns in eine grobe falle gelockt ungern tue ich eurer eitelkeit weh jenatsch war hier und ich habe ihn mit aller offenheit zur rede gestellt er hat sich vollkommen gerechtfertigt der brief ist falsch und die handschrift auf merkwürdig geschickte weise nachgeahmt der oberst hat feinde in deren interesse es liegt ihm mein vertrauen zu rauben sie ahnen nicht dass sie es mit ihren kabalen im gegenteil immer mehr befestigen er hat deren namentlich am bischöflichen hofe unter euren geistlichen genossen am spieltische wertmüller sie kennen euch und zählten auf euren argwohn und eure unternehmungslust da er aus eurem widerwillen gegen den oberst und euch zur ehre sei es gesagt aus eurer anhänglichkeit an meine person kein geheimnis macht so war die intrige der geistlichen herren bald eingefädelt der elende dortore war ihr bestochenes werkzeug gesteht er hat seine rolle gut gespielt wo wird sich ein italiener den anlass zu einer komödie jemals entgehen lassen was endlich jene nächtliche unterredung zwischen jenatsch und dem quacksalber unferder bischöflichen residenz betrifft die euch zu denken gab so hat es damit seine richtigkeit sie drehte sich um das ausschneiden von leicht dornen erinnert euch daß ihr gegenüber dem obersten gespottet habt als er vor ein paar tagen mit einem pantoffel am linken fuße einherschritt wertmüllers herbes gesicht verfinsterte sich unter dieser rede dermaßen daß der herzog ihn die hand auf die schulter legte und ihn freundlich mit den worten verabschiedete sprechen wir nicht mehr davon mein lieber die sache ist nicht von wichtigkeit fruchtlos brütend wie er dem obersten trotz alledem noch beikommen könne verließ wertmüller das herzogliche gemach in seinem zustande verbissener wut bemerkte er nicht dass sein blondes engelsköpfchen sich die treppen heran ihm entgegen bewegte es war die goldlockige tochter des hauses fräulein amantia sprecher die sich mit einem strauze erster märzglöckchen zu dem herzog begab nicht nur übersah sie der ungestimme er raste in so weiten sprüngen die steinstufen hinunter daß er sie fast niederrannte bestürzt hielt sie sich an dem reich verschlungenen eisengeländer und sah ihm mit ihren unschuldigen blauen augen sinnen und vorwurfsvoll nach war das derselbe wertmüller der ihrer lieblichkeit sonst in auffallender weise huldigte der den ganzen winter einer ihrer bevorzugten tänzer gewesen war auch auf morgen hatte er es ja wieder zum balle dem letzten und glänzendsten des faschings eingeladen welche tarantel hatte ihn heute gestochen wohl war er ihr auch sonst zu zeiten rücksichtslos erschienen wenn er sich spöttisch und wegwerfend über bündnerische zustände und sitten äußerte wer oder was blieb überhaupt von seiner scharfen zunge verschont mit ihr hatte er doch bis jetzt immer eine ausnahme gemacht und sie war dafür nicht unempfindlich geblieben ihre sanfte kindliche schönheit und das gleichgewicht ihrer durchaus friedfertigen sinnesart wirkte anziehend und beruhigenden auf den quecksilbrigen offizier die sprecherin ihrerseits hatte sich in allen züchten zuweilen mit dem gedanken beschäftigt wie sich dieser zürcherische unband wohl als eheherr ausnehmen würde und hatte seine tapferkeit den unbestreitbaren wert seiner treue an dem edlen frommen herzog und seine hochgehenden lebensaussichten mit weißem herzen in die waage gelegt gegen seine schroffheiten sein absprechendes wesen und seine spöttereien über geistlichkeit und gottesdienst und die vielleicht doch im grunde weniger schlimm gemeint waren als sie übel klangen doch war sie nach dieser rauhen begegnung musste sie sichs gestehen noch keineswegs zu einem günstigen ergebnis gekommen so entschlug sie sich dieser gedanken ohne dass es sie große mühe kostete und wandelte den silberhelden blumenstrauß in ihrer hand ordnend langsam die letzten stufen hinauf fräulein amantia hegte für den edlen gast ihres vaters eine unbegrenzte verehrung welche die liebenswürdige leutseligkeit des herzogs von jeder zutat beklommener schrei befreit hatte sie pflegte alltäglich zu einer stunde wo er sich nicht ungern stören ließ in seinem empfangszimmer zu erscheinen und nach seinen wünschen zu forschen er ermangelte dann nie hatte er nicht dringende geschäfte das gute kind zurückzuhalten und sich nach den interessen ihres tages zu erkundigen heute kam sie eben aus der wochenpredigt weniger erbaut als in zweifel versenkt denn der pfarrer saluz hatte über einen außer der reihenfolge liegenden text mit großer heftigkeit gepredigt und über welchen schauerlichen text den verrat des judas ischariot matthäus am 26 er hatte dadurch seine zuhörer in große aufregung versetzt die sich ängstlich nach dem zielpunkte dieser anspielung umsahen und sich sagte fräulein amantia fast wie seinerzeit die jünger fragten herr wer ist es der dich verrät achtes kapitel wenige tage später den neunzehnten märz eilte der gelehrte ritter fortunatus sprecher die treppe zu den gemächern seines erlauchten gastes herauf diese frühe morgenstunde konnte unmöglich zur fortsetzung der biographie des herzogs geeignet sein auch war das antlitz des ritters der krampfhaft ein großes mit dem bündnerwappen verziertes druckblatt in der hand hielt wie solche zu öffentlichen kundgebungen an die mauer geschlagen werden heute besonders schwer verdüstert oben angelangt blieb er atemlos einen augenblick stehen und sammelte sich doch ließ er dem kammerdiener kaum zeit ihn anzumelden und drang ohne die gewohnte rücksicht und höflichkeit in das arbeitstimmer des herzogs ein wo dieser seine bibel lesend im erker saß und jetzt über die störung erstaunt zu dem eintretenden aufblickte es sind unerhörte ereignisse begann herr sprecher die mich zwingen erlauchter herr eure morgenandacht zu stören es ist kaum wage ich es auszusprechen die sorge um die sicherheit eurer edlen person die mich dazu treibt könnte ich euch doch in mein herz blicken lassen damit er darin meine aufrichtige und in jeder probe stichhaltige ergebenheit läset überzeugender als mein mund sie ausdrücken kann in meine geschichtlichen arbeiten vertieft und gewohnt auf die eitlen geräusche des tages wenig zu merken habe ich leider die bedeutung der wirren stimmen unterschätzt die allerdings in der letzten zeit an mein ohr schlugen ich wollt euch nicht unmütig damit beunruhigen der herzog erhob sich rasch kommt zur sache herr sagte er bestimmt und ruhig was ist das für ein blatt gibt her sprecher überreichte das verhängnisvolle druckblatt und stöhnte mit sinkender stimme es ist der aufstand gegen frankreich und die ernennung des jürgenatsch zum obergeneral der drei bünde rohan durchlief das blatt und erblasste es enthielt einen aufruf an das volk der die beschwerten der bündner gegen die krone frankreich in kurzen treffenden worten zusammenfasste und zum vertrauen auf spanien österreich aufforderte dass sich bereit erkläre bündens alte grenzen und freiheiten zu gewährleisten alle bündnerischen waffen wurden unter den befehl des jürgenatsch gestellt die schlussworte lauteten ihr gemeinden der drei bünde greift zum schwert erhebt euch zum langsturm im namen des herrn sammelt euch bei zitzers nächst kur am neunzehnten des märzen hier folgten die unterschriften der drei bundeshäupter obenan diejenige des amtsbürgermeisters meyer von kur der herzog warf das blatt empört auf den tisch er rief nach seinen dienern befahl zu satteln und fragte nach wertmüller mit diesem wollte er nach der rheinschanze reiten seine schnelle geistesgegenwart und militärische spannkraft verließ ihn nicht einen augenblick während ihn sein diener ankleidete wagte der geängstigte sprecher noch einige beteuerungen andeutungen und räte die unterschriebenen sind alle mitglieder des kettenbundes gott weiß ich hielt ihn für eine gemeinnützige gesellschaft ohne gefährliche nebenzwecke und dieser bürgermeister meyer der sich immer so verächtlich über den charakterlosen jenatsch und so feindselig gegen das papistische spanien äußerte ich fürchte erlaugter herr mein hausrecht wird euch hier nicht schützen können er kommt durch die nach zitzers strömenden volksmaßen nicht mehr in die rheinschanze horcht mein gott nun läutet es auch in der stadt von allen türmen sturm vielleicht ließ es sich nächtlicher weile ein fluchtversuch nach zürich wagen und von dort würdet ihr auf umwegen eurer heer im feldlin erreichen während dieser worte war der galopp eines pferdes auf dem pflaster erklungen und schon stand der adjutant wertmüller in dienstlicher haltung aber mit zornblitzenden augen vor dem herzog die bündnerregimenter im domleschgmeutern und marschieren mit fliegenden fahnen auf kur erlaucht meldete er ich wäre ihnen bei einem morgenritte nach reichenau fast in die hände gefallen sie sind mir auf den fersen hier in der stadt liegt wie der edle herr weiß nur die freikompanie der prättigauer treue leute ich habe sie an das nördliche tor beordert ihr hauptmann janet schwur mir zu er sei mit leib und leben der eurige und werde gegen alle spanjolen und meineidigen zu euch stehen eure pferde und leute sind unten bereit noch ist es möglich wenn die prättigauer uns den rücken decken nach der rannschanze durchzudringen begegnet uns volksgesindel so reiten wir es nieder herzog heinrich hieß diesen mutigen vorschlag welcher seinen eigenen entschluß aussprach mit einer zustimmenden kopfbewegung gut und schritt herrn sprecher flüchtig grüßend rasch dem ausgange zu aber schon war er ein gefangener als wertmüller die tür des vorsaales aufriss ertönte von unten her gemurmelt zahlreicher stimmen und schleifendes geräusch treppansteigender füße man vernahm sporengeklirr und gedämpften wortwechsel der herzog blieb stehen und legte die hand an den degen vor der tür zauderten und drängten sich gestalten die einen in waffen die andern in staatstracht keiner wagte es sich voranzustellen jetzt wichen sie zur seite und gaben raum georg jenatsch trat aus jenen hervor und überschritt die schwelle ihm folgten guler der graf travers und ein stattlicher mann in bürgermeisterlichem ornate und goldener kette mit großgeschnittenem fleischigem gesicht und leicht schielenden augen der oberst jenatsch hinter dessen entschlossenen schritten die andern nicht ungern zurückblieben näherte sich barhaupt mit starren blassen zügen dem herzog der stolz und fragend vor ihm stand seine stimme klang ruhig und seltsam kalt als er zu reden anhob erlauchter herr ihr seid in unserer gewalt unser aufstand ist gegen wer und gilt nicht euch sondern der krone frankreich was euch dunkel blieb ist uns klar geworden der kardinal will den von euch mit uns vereinbarten vertrag nicht unterzeichnen er will uns festhalten und im tauschhandel des in aussicht stehenden allgemeinen friedensschlusses als französische ware verschachern das pfand eurer reinen ehre das er uns in die hände gab würde er leicht verscherzen so hat uns der könig von frankreich und sein kardinal dazu getrieben bei unserm erbfeinde billigere hilfe zu suchen die uns auch gewährt wurde gott weiß was es uns gekostet hat unsere freiheit unter spanien schild zu stellen was wir von euch verlangen und warum ihr es uns gewähren werdet das kann ich euch mit wenigen worten darlegen vor eurer reinschanze strömt bündens ganzer landsturm zusammen die regimenter rücken in kur ein ich habe sie des gehorsams gegen euch entpunden und den eid ihrer treue den häuptern unserer drei bünde schwören lassen die österreicher stehen am luciensteig die spanier bei der festung fuentes beide mit übermacht auf ein wort von mir überschreiten sie die grenze seht hier meine spanisch österreichischen vom kaiser selbst und vom gubernatore serbelloni unterzeichnenden vollmachten und er entfaltete zwei papiere leck kann euch nicht befreien denn bei einer ersten bewegung gegen die alpenpässe rücken die spanier von fuentes her ins feldlin ihr seht euer heer ist von allen seiten eingeklemmt nur ihr könnt es eurem könige retten und ihr tut es wenn ihr dieses übereinkommen unterzeichnet jenatsch nahm ein drittes papier aus der hand des bürgermeisters von chur und las die rheinschanze und das feldlin werden von den franzosen geräumt sie verlassen bünden als freunde und in kürzester frist der herzog heinrich rohan per von frankreich und generalleutnant der französischen armee bleibt als unser bürger in chur bis zur vollziehung dieses seines mit uns geschlossenen übereinkommens und dies übereinkommen verspricht der erlauchte herzog bei seiner ehre auch dann in treuen zu vollziehen wenn gegenbefehl vom französischen hofe einträfe so steht es wir haben nicht das recht erlauchter herr eure liebe zu bünden anzurufen denn wir haben uns ohne euch und wieder euch geholfen aber bedenkt daß ihr wenn ihr den vertrag nicht unterzeichnet dieses land das gewohnt ist euch als einen guten engel zu verehren durch euren widerstand in blutiges unabsehbares elend stürzt der herzog nahm die rolle nicht er wandte sich mit einer zornigen träne ab dann sagte er und seine stimme bebte ich habe schon vielen undank erfahren aber noch nie ist mir auf so bittere weise mein vertrauen mit verrat und die von mir dem rechte des kleinen erwiesene ehre mit schlangenbissen und schmach eingezahlt worden ich unterzeichne nicht so tief kann ich frankreich und seinen feldherrn unmöglich erniedrigen die stille die jetzt entstand wurde durch einen tumult vor der offen gebliebenen türe unterbrochen durch das die treppen füllende volk drängte sich ein breitschulteriger rothaariger kriegsmann und man hörte ihn dringend nach dem general jenatsch fragend und wir schrief ihn dieser entgegen ihr stört hier hauptmann gallus was gibt's ich muss eure order haben rief die rohe stimme jenatsbrettigauer wollen den neuen eid nicht schwören sie meinen ihr verhandelt sie an die spanischen pfaffen und sagen sie hätten frankreich geschworen und gehorchten niemandem als dem herzog jenatsch war vor wut totem bleich geworden er warf den kopf nach dem sprechenden herum und schrie ihn heiser an mein regiment gegen sie vorgeführt er schießt sie alle dann wandte er sich wieder dem herzog zu und drohte wie außer sich wieder stick der stimme ihr blut über euch herzog rohan der herzog zuckte und stand eine weile entschmerzlich im inneren kampf endlich ergriff er mit zitternder hand die auf dem tische liegende rolle wandte sich und schritt der tür seines arbeitszimmers zu die der ihm folgende wertmüller fest hinter ihm verschloss jenatsch kehrte sich immer noch tief erblaßt zu dem bürgermeister unsere sache ist gewonnen man muß dem herzog rohan ruhe lassen entfernt die leute ich stehe dafür daß er unterschreibt dann befahl er dem hauptmann gallus der unschlüssig stehengeblieben war sagt dem jennetz seine tapferen prättegauer sollen des eides wegen unbehelligt bleiben der herzog sei mit der regierung der drei bünde einverstanden und werde die kompanie in kurzem seinen willen wissen lassen wenige minuten waren verstrichen und die gemächer des herzogs hatten sich zu leeren angefangen als die innere türe sich öffnete und wertmüller mit dem von rohan unterschriebenen vertrage in der hand erschien wer von den herren hier hat gegenwärtig das ding in händen das in bünden mit dem unpassenden namen gesetzliche gewalt bezeichnet wird fragte er schneiden und streckte den bürgermeister von chur der mit ernster amtsmiene vortrat die bündenslos entscheidende rolle entgegen mit einem ausdrucke von verächtlicher schärfe dessen nur sein gesicht fähig war herr fortunatus sprecher der gerade oben an der treppe einige bündnerische staatspersonen beglückwünschen wegkomplimentiert hatte sah jetzt einen jungen mann in reisekleidern atemlos die stufen er griff seine hand und zog ihn beiseite um ihm das geschehene mit bedauernden worten mitzuteilen es war der längst erwartete und in diesem verhängnisvollen augenblicke eben von paris angelangte priolo um gott rief priolo haltet mich nicht auf herr doktor vielleicht ist es noch zeit ich muß zum herzog der vertrag von chiavenna ist unterschrieben alles und mehr gewährt nur schließt keinen bund mit spanien und er durcheilte das vorgemacht als ihn die natsch der im gespräche mit dem bürgermeister stand mit verstörtem gesichte vorüberhasten sah sagte er zu diesem mit bitterem lächeln der kardinal glaubte sich des schicksals bemächtigt zu haben doch diesmal hat es ihn gefockt meyer antwortete nicht aber er umfaßte die schicksalsrolle mit gefalteten händen eine stunde später war es in den äußeren gemächern des herzogs still und einsam geworden jenatschalein schritt im vorzimmer auf und nieder die aus dem geschehenen hervorbrechende zukunft erwägend was ihn beunruhigte war das los seines gefangenen und er verweilte hier in der hoffnung das unlängst ihm so freundliche antlitz noch einmal zu sehen dass herzog heinrich ein sklave seines gegebenen wortes sein werde daran zweifelte der verräter keinen augenblick aber es war ebenso gewiß dass der kardinal einen hass werfen würde auf rohan das werkzeug dessen edler feiner stahl zerbrochen war in seiner es mißbrauchenden hand und dass der herzog frankreich nicht wieder betreten könne ohne der rache richelieu zu verfallen jenatsch hätte ihn gerne vor dieser rache sicher gewußt aber wo welches war die stätte die dem arme des kardinals ihn entzog und die doch kein trostloses exil für ihn war das zu erwählen er sich weigern würde er wartete vergebens der herzog kam nicht und als endlich die tür sich öffnete war es der adjutant wertmüller der ein schreiben in seine brieftasche steckend heraustrat und ohne gruß an ihm verüberschreiten wollte könnt ihr mir nicht eine kurze audienz bei dem herzog verschaffen wird müller in seinen eigenen angelegenheiten fragte der bündner damit verschont ihr ihn besser versetzte der loko tenent euer anblick hat für ihn seinen reiz verloren was seine persönlichen angelegenheiten betrifft so sei dir nicht der mann sehr erfreulich zu ordnen er hat es selbst getan er hat schon über seine zukunft entschieden fragte jenatsch gespannt geht er nach zürich oder genf dort könnte er in edler muße seine studien leben ein militärisches handbuch schreiben meint ihr höhnte wertmüller nicht doch in der lage die ihr ihm so kunstvoll bereitet habt bleibt für herzog rohan nur eines übrig der tod auf dem schlachtfelde ihr begehrt zu wissen wohin mein herr sich wenden wird wenn er aus euren judas armen sich losgemacht und ich will euch nicht belügen entgegen der sitte die von euch hierzulande eingeführt wurde ich überbringe ein schreiben meines edlen herrn an den herzog bernhard von weimar seinen schwiegersohn worin er sich zu gemeinem reiterdienste im deutschen heere anbietet kann ich euch etwas an den herzog bernhard ausrichten besinn ich mich recht so folgtet auch ihr einst seiner fahne er wird sich über euch wundern noch heute reit ich ab und genieße so auch meinerseits zum letzten male euren anblick wäre ich dessen nie teilhaft geworden besonders jenes mal vor der festung fuentes nicht als ihr in gebührenden ehren einherschrittet schon damals mit spanischem gefolge manches stünde besser und er wäret schon längst an euren richtigen platz erhöht ihr reizt mich nicht sagte der andere finster ich bin des blutes satt und an eurer persönlichen achtung liegt mir nicht das mindeste was ich für mein land tue versteht ihr nicht geht und sagt dem herzog bernhard schloss jenatsch und schritt das haupt übermütig zurückwerfend dem eingange zu er möge sich vorsehen dass er sein elsaß so glücklich den krallen frankreichs entwinde wie ich mein bünden neuntes kapitel der warme mai hatte das tal des rheines mit blüten und üppigem grün bedeckt als das französische heer auf seinem durch den märzvertrag erzwungenen rückmarsche aus dem feldlin sich auf der staubigen landstraße von reichenau her den toren der stadt näherte das dem herzog rohan abgerungene und von priolo nach paris gebrachte übereinkommen war dort genehmigt worden wenn auch in gewundenen ausdrücken aus welchen das widerwillige sträuben des kardinals deutlich hervorblickte der schrecken und ärger am französischen hofe über den in einem fernen bergwinkel mit beispielloser list geplanten gewaltstreich war groß gewesen niemand hatte bis jetzt den namen des unbekannten abenteurers der ihn ausgeführt der beachtung wert gehalten dennoch ging man auf das übereinkommen ein musste darauf eingehen der dem kardinal an kluger berechnung gleichstehende bündner hatte die maschen des netzes zu fest geknüpft und zu sicher zusammengezogen als dass selbst die schlauheit richelieu seine lücke zum durchschlüpfen gefunden hätte vielleicht dachte dieser noch an die möglichkeit es mit gewalt zu zerreißen aber dafür war der sein gegebenes wort hoch und heilig haltende rohan nicht zu verwenden dieser war seinem anrückenden heere nicht entgegengeritten und befand sich nicht in dessen mitte nach dem grausamen auftritte im sprecherschen hause hatte ihn ein rückfall seines übels aufs krankenlager geworfen und jetzt war er kaum so weit genesen um in eigener person sein heer über die wenige meilen von kur entfernte bündnerische grenze führen zu können in der frischen morgenstunde des nächsten tages wollte er sich zum letzten male als feldherr an die spitze seiner truppen stellen um mit ihnen das land zu verlassen für das er so viel getan und das ihm seine liebe so schlecht gelohnt hatte als die das heer verkündete große staubwolke sich näherte strömte viel volk aus der stadt jung und alt den anrückenden franzosen entgegen welchen die bürger von kur niemals wie die wilden leute der gebirgstäler abholt gewesen und die sie jetzt um so lieber sahen als es das letzte mal war und die langjährigen gäste am nächsten morgen das land für immer räumten da sprengte ein reitertrupp aus dem tor und rieb die auf der heißen straße ziehenden massen auseinander es waren bündneroffiziere voran auf einem schwarzen hengst ein reiter in scharlach von dessen stülphute blaue federn wehten der jedem kinde bekannte jürgenatsch das volk sah dem mit seinem reiterbegleiter in den aufgejagten staubwolken schon wieder verschwindenden mit bewunderung und leisem grauen nach denn es ging die sage der arme pfarrersohn welcher der mächtigste und reichste herr im lande geworden habe seinen christenglauben abgeschworen und seine seele dem leidigen satan verschrieben darum habe er in den unmöglichsten anschlägen glück und gelingen lauter und näher tönte die feldmusik das volk verteilte sich auf die grünen wiesen und hallten zu beiden seiten des weges und bildete eine lebendige hecke die französische vorhut zog vorüber aber die gebräunten krieger schritten in raschem tempo ohne den grüßenden zuruf der neugierigen kurer zu erwidern und dieser wurde schüchterner und verstummte nach und nach dort an der spitze der jetzt heranrückenden kerntruppen wurde neben jürgenatsch der französische befehlshaber baron leck sichtbar aber der franzose schien jenem für sein geleit wenig dank zu wissen stolz und verschlossen ritten die beiden nebeneinander der alte degen konnte die gegenwart des bündners kaum ertragen das jugendliche feuer seiner augen sprühte funken des hasses und strafte die silberfarbe seines kurzgeschorenen haares lügen er hatte heute den schneeweißen schnurrbart noch steifer und herausfordernder als sonst aufwärts gedreht und das gesund davon abstechende rotbraune gesicht glühte vor verhaltenem zorn während seine faust kampflussig die tapfere klinge blitzen ließ die regimender zogen nicht durch das tor ein sondern vollführten eine schwenkung links um die mauern der stadt sie sollten während der kurzen warmen mainacht längs der vom nordtore nach der nahen grenze führenden heerstraße im freien ein feldlager aufschlagen als dies geschehen war und die sonne unterging beeilten sich die offiziere über hundert an der zahl die stadt zu besuchen um sich ihrem feldherrn dem herzog ron vorzustellen die mängel ihrer persönlichen ausstattung in den kaufläden von kur zu ersetzen und sich jeder nach seinem geschmacke einen möglichst vergnügten abend zu machen auch leck ritt nachdem er seine letzten befehle für den aufbruch in der früh gegeben durch die reihen der überall brennenden feuer an welchen die soldaten eben ihre abendkost bereiteten und wandte sich nachdem er das ganze lager mit scharfen blicken gemustert langsam nach der stadt hier trat er zuerst in das gasthaus zum steinbock wo er seine offiziere nach abrede versammelt wußte und dann begab er sich sogleich zu herzog rohan den er in dieser späten abendstunde allein zu finden hoffte er traf den herzog zur abreise bereit seine angelegenheiten waren geordnet und der abschied von seinen gastfreunden war genommen die französischen offiziere hatte der feldherr zwar empfangen aber nach wenigen liebenswürdigen worten schnell wieder entlassen seine letzten stunden in kur wünschte er in stiller sammlung und einiger ruhe zu verbringen gerne hätte er auch für den nächsten morgen jedes geleit und jede abschiedsfeierlichkeit abgelehnt allein herr fortunatus sprecher hatte mit tränen in ihn gedrungen doch der stadt kur welche ihm wie das ganze land so unendlich viel zu danken habe und deren ergebenheit gegen seine verehrte person trotz allen bösen scheines immer dieselbe geblieben sei doch ja diese unaustilglige schmach nicht anzutun und der herzog fügte sich diesem aus einer wunderlichen gefühlsverwirrung hervorgehenden wunsche den er im stillen ironisch belächelte als leck von dem kammerdiener eingeführt wurde trat ihm heinrich rohan mit vornehmer ruhe entgegen und sprach ihm seine anerkennung aus für die umsicht und raschheit womit er seinen befehle gemäß das heer aus dem feldlin zurückgeführt habe da das unausweichliche geschehen mußte fügte er bei so war es ehrenhafter dass es schnell geschah und ich danke es euch dass ihr meinen mir peinlich werdenden aufenthalt in chur durch euren schnellen marsch gekürzt habt baron leick saß einem general forschend in das bleiche angesicht und sagte mit einiger schärfe meinerseits erlauchter herr fürchtete ich durch meinen schnellen gehorsam die interessen frankreichs bloßgestellt zu haben es kann euch nicht unbekannt sein daß euer sekretär aus paris gegenbefehl gebracht hat doch er ist weil ihr mir eile befahlt zu spät gekommen bedauerlicherweise traf mich priolo schon diesseits der berge im dorfe splügen priolo hat sich gestern bei mir beurlaubt erwiderte der herzog axel zuckend ich kann ihn nicht zur rede stellen von einem zweiten die order zum abmarsche widerrufenden befehle der durch meine vermittlung an euch gesandt worden wäre weiß ich nichts leick öffnete die brieftasche und legte dem herzog eine vom könig und richelieu unterzeichnete in sehr bestimmte ausdrücke gefasste weisung vor die ihm befahl das veltlin mit seinen truppen zu halten und die französische ehre mit seinen tapferen waffen um jeden preis herzustellen die forsche des grams auf der durchsichtigen stirne des herzogs zeichnete sich schärfer er öffnete ein portefeuille das auf dem tische lag und entfaltete die an ihn gelangte vollmacht zum abschlusse des von den bündnern ihm aufgenötigten vertrags sie war saint germain den dreißigsten märz datiert und von ludwig dem dreizehnten und richelieu unterzeichnet er hielt sie mit der order zusammen die ihm leg überreicht hatte beide dokumente tragen die namenszüge des königs und des kardinals sagte er ernst vergleicht die echtheit keiner dieser unterschriften ist anzufechten der euch gegebene befehl opferte meine ehre und wohl auch mein leben warum habt ihr ihn nicht ausgeführt weil es zu spät war denn ich hatte die festungen schon geräumt sagte leg trocken und besonders fügte er rasch und mit wärme hinzu weil ich wie die lage war ohne euch erlauchter herr nicht handeln wollte ich bin der meinung mit diesem letzten königlichen befehle in meinen händen sei auch jetzt noch nichts verloren und es sei noch früh genug dem wunsche und willen des königs nachzukommen und den frankreich beschimpfenden verrat zu rächen jetzt umso sicherer als feldherr und heer wieder vereinigt sind mein plan ist gemacht wollet ihn anhören er führte den herzog in den turmähnlich vorspringenden erker dessen fenster in der lauen stillen mainacht offen standen und fuhr mit gedämpfter stimme fort es liegen keine bündner truppen in der stadt und ihrer umgebung jenatsch hat die regimenter ins brettigau verlegt um jede reibung mit unseren durch den ruhmlosen rückzug gereizten soldaten vorzubeugen nur einige haufen landsturm bewachen die tore jenatsch und die obersten die uns schamloser weise morgen ihr schaden frohes ehrengeleit bis an die grenze geben wollen doch zechen die nacht zur feier unseres abzuges im schenkhause zur glocke die hellen fenster dort in der zweiten straße sind die lichter des gelages die rache liegt in unserer hand hundertundfünfzig unserer offiziere sind in der stadt lauter tapfere edelleute alle entschlossen den frankreich verräterisch angetanen schimpf mit ihren degen zu rächen wir besetzen vorsichtig die ausgänge der glocke dringen mit übermacht ein und stoßen die trunkenen meuterer bis auf den letzten man nieder auf ein von mir mit dem lager verabredetes zeichen werden die stadttore von außen mit betarden gesprengt unsere truppen rücken ein und besetzen die stadt die kurer sind in ihrer großen mehrzahl immer den spanischen kabalen entgegen und uns franzosen zugetan gewesen sie rufen halb gezwungen halb einverstanden vive la france und seid versichert herr in wenigen tagen stimmt ganz bünden ein denn im grunde verabscheut es das spanische bündnis einer hat den ganzen verrat gebraut der büßt zuerst ich nehme ihn auf mich hat erst einmal der judas seinen lohn empfangen rief er in unverhaltenem zorn so wird sich die szene glaubt mir mit einem schlag verwandeln gedenkt er den ruhm frankreichs mit einem wortbruch und einer mordnacht wieder herzustellen sagte der herzog streng verwies auf seine vollmacht ich erfülle damit den willen des königs meines herrn verteidigte er sich der gelehrte kardinal ist in entscheidung von gewissensfragen ein meister in seinem katechismus steht verrat gegen verrat das durch die rohe gewalt tat die am neunzehnten märz dieses hauses gastrecht entdehrte euch entrissene wort verpflichtet euch weder vor gott noch vor den menschen hättet ihr es auch auf die hostie oder auf das evangelium geschworen mein gewissen entscheidet anders erklärte heinrich hohan bestimmt und ruhig noch bin ich euer feldherr noch seid ihr mir gehorsam schuldig und ihr werdet ihn leisten sprecht mir nicht mehr von eurem anschlage er würde wenn er gelänge die an der grenze stehenden österreicher und spanier ins land ziehen und den furchtbarsten krieg entflammen ihr selbst habt es gesagt ein einziger war fähig diesen kalten verrat zu begehen das volk ist unschuldig und verdient nicht was der eine verbrochen durch ein so grausames los zu büßen ich halte den vertrag und glaube nicht daß der glanz unserer lilien dadurch verdunkelt werde aber selbst wenn frankreichs waffenehre wie er meint damit gedrückt würde ich müßte den vertrag dennoch halten so spricht kein franzose brauste der andere auf der herzog bewegte die hand nach dem herzen er wußte es aber es wurde ihm heute zum ersten male gesagt dass er sein vaterland verloren habe ist es für mich unmöglich zugleich ein franzose und ein ehrenmann zu bleiben sagte er leise so will ich das letztere sollte ich auch darüber heimatlos werden und die beiden traten ins gemach zurück es war kühl geworden und das fenster hatte sich geschlossen in den mondschein der den stillen platz vor dem hause füllte trat jetzt eine große gestalt die schon längst mit verschränkten armen den rücken an die mauer gelehnt und entsprechenden unsichtbar unter dem erker gestanden hatte nachdem herr von leck mit harten klirrenden tritten das haus verlassen und sich um die ecke gewendet schritt sie noch eine weile gesenkten hauptes im schatten der jenseitigen häuserzeile auf und nieder von zeit zu zeit den blick zu dem erker des herzogs herhebend bis der lichtschein erlosch jetzt blieb sie an der einmündung einer seitenstraße stehen wieder ertönten schritte es war ein schwankender hagerer mann in der tracht der spanischen edelleute der sich näherte und einen augenblick unschlüssig stehen blieb erst maß er den auf dem platze nächtlich wache haltenden mit scharfen blicken dann trat er auf ihn zu und redete ihn als bekannten an dacht ich mir's doch sin djorni natsch begann der im spanischen mantel daß ihr eure beute zärtlich hütet in der glocke wußte man nicht wo ihr hingeraten wäret gut daß ich euch finde und gerade wo ich euch vermutet ihr dürft den herzog nicht abreisen lassen sonst würdet ihr spanien einen schlechten dienst erweisen der auf die aufrichtigkeit eurer bisherigen leistungen ein eigentümliches licht würfe sabelloni hielt es für überflüssig euch nahe zu legen daß ihr den herzog in der hand behaltet und ihn seine berühmte waffe nicht wieder gegen spanien österreich erheben lasset er meinte das wäre gleichsam ein selbstverständlicher geheimer artikel eures übereinkommens mit spanien den es nicht nötig sei euch besonders unterschreiben zu lassen ich aber sagte ihm daß ich euch von kindheit an kenne und das im verkehr mit euch wie übrigens mit jedermann auf dieser wie die neuesten gelehrten behaupten sich drehenden erde nichts besser sei als ein guter schriftlicher kontrakt den habe ich nun mitgebracht und ihr werdet euch wundern welch hübsches angebot ich euch mache gegen heinrich rouen die festung fuentes das heißt natürlich ihre von bünden längst begehrte schleifung den herzog behaltet ihr oder besser da das sprechersche haus unter seinem range und ihm durch euren besuch vom neunzehnten märz verleidet sein möchte ihr liefert den frommen herrn nach mailand wo ihm ein stilles angenehmes privatleben gesichert ist klüger wäre es freilich gewesen ihr hättet ihn wie es der wunsch des herrn gubernatore war und ich euch schrieb vor wochen schon in die hände eures spanischen verbündeten befördert bevor das französische heer über den splügen rückte wo es mich heute denn ich komme straks von mailand zeitraubend aufgehalten hat warum habt ihr meine briefe nicht beantwortet das ist nicht klug und auch nicht hübsch von einem jugendfreunde zum glück ist es noch zeit der herzog ist noch da und krank dazu wie man mir erzählte es wird einem diplomaten von eurer gewandtheit nicht an einem vorwande fehlen den unter eurem zauber stehenden herr noch einige zeit freundschaftlichen kur zurückzuhalten kann er doch nicht in person sein heer nach frankreich zurückführen schließen wir den handel fuentes gegen den herzog ihr schweigt das gilt wohl bei euch wie bei gemalten heiligen und schönen frauen als ja jenatsch hatte ihn mit wortloser zorniger verachtung angehört hebt euch von dannen rudolf blanta sagte er jetzt mit gedämpfter aber heftiger stimme noch seid ihr in dünden verfemt und wer euch hier betrifft hat das recht euch niederzustoßen sabelloni weiß dass ich mit leuten eures schlages nicht unterhandle er kennt meine bedingungen von denen ich nicht um die breite einer degenklinge abweiche ich bin mit spanien in unterhandlung getreten um die freiheit und würde meines heimatlandes zu sichern ja aber habt euch darum nie gekümmert sonst würdet ihr mir eine solche niedertracht nicht zumuten sabelloni weiß nicht darum das schlägt in euer fach und ist ein geschäft zu eurem vorteile ist es doch nicht das erste mal dass er edles blut verkauft und schnöden feigen schmackvollen menschenhandel treibt schande über euch blanta lachte höhnisch auf ei ei edler herr ihr seid den spanischen goldstücken auch nicht abholt wie wäret ihr sonst zu reichtum und ehren gekommen während ich von allen meinen angestammten gütern und festen sitzen in bünden durch einen gewissen demokratischen pfarrer den ihr jetzt wohl nicht mehr leiden mögt und durch seine böbelhaufen verjagt wurde und gott sei es geklagt noch immer verschuldet ein armer fahrender ritter bin doch keinen greu wir essen jetzt das brot desselben herrn ich weiß wie große summen an euch versandt wurden ihr dürft nicht schel sehen dass auch ich ein einträgliches geschäft mir ausgedacht habe schmach brach jenatsch los von einem solchen schurken zu seinesgleichen gezählt zu werden war es nicht billig dass spanien den sold vergüte um den frankreich unsere truppen betrug der dukatensegen ist durch eure finger geströmt spottete planta wie sollte er sie beim durchrinnen nicht vergoldet haben zieh bube damit ich dich nicht ermorde rief jenatsch bebend und riß den degen aus der scheide der andere aber hatte sich schon während seiner letzten rede an die ecke der seitenstraße zurückgezogen ich werde eure guten meinungen in mailand zu rühmen wissen kicherte er noch aus dem schatten der häuser hervor und war verschwunden ende des neunten kapitels zehnter teil von jürgen atsch von konrad ferdinand meyer diese libre works aufnahme ist in der public domain drittes buch zehntes bis dreizehntes kapitel kaum erglühten die turmspitzen von kur im ersten morgen golde eines wolkenlosen maitages als es schon vor den stadtmauern und in der langen gasse die vom sprecherschen hause zum nordtore führte lebendig wurde französische offiziere sprengten hin und her aus der stadt nach dem lager dessen zelte schon abgebrochen waren und von den marschfertigen truppen zurück zum herzog um ihn als ein glänzendes gefolge zu umringen und in ihm die französische ehre die wie es ihnen schien in diesem lande schaden gelitten mit ihren kriegerischen gestalten zu decken in der straße die rohan durchreiten sollte standen die kurer barhaupt in zwei gedrängten reihen längs der häuser und alle fenster bis zu den dachlucken hinauf waren mit neugierigen köpfen gefüllt alles volk wollte den guten herzog noch einmal sehen und begleitete ihn mit wünschen und aufrichtigen tränen als er an der spitze seines stolzen zuges langsam dem tore sich näherte fand er einen löblichen rat und die geistlichen der stadt zu seiner rechten aufgestellt die herren hatten sich in vollem ornat jeder nach seinem range auf den stufen einer breiten freitreppe verteilt die zu der pforte eines patrizischen hauses führte beide türflügel standen weit offen und im flur wurden in schwarze seide gekleidete frauengestalten sichtbar die gattinnen und töchter der würdenträger welchen ihre stellung erlaubte über die häupter der stadt hinweg dem herzog den sie mit schmerzen scheiden sahen einen letzten gruß zuzuwinken ihr zartgefühl hatte ihnen verboten sich wie bei einem lustvollen schauspiel auf dem balkon und in den fenstern zu zeigen in der mitte der ratsherren fiel der amtsbürgermeister meyer als wahrhaft imposante erscheinung ins auge nie hatte eine bürgermeisterliche kette mit ihrer großen runden schaumünze bequemer gelegen und selbstzufriedener geleuchtet als die auf seiner breiten brust ruhende nie hatten ein seidener strumpf und ein rosettenschuh knapper und schöner gesessen als heute an seinem wohlgebildeten feierlich vorgesetzten beine bei näherer betrachtung jedoch verriet die befangenheit des gewöhnlich gesunden und ruhigen gesichtes und der bängliche ausdruck der irrenden augensterne einen geheimen widerspruch seines innern mit der magistralen sicherheit seiner vollkommenen haltung der gruppe der standeshäupter gegenüber wo sich die ausmündung einer innerhalb der stadtmauer laufenden nebengasse zu einem kleinen viereckigen platz erweiterte hatten sich als repräsentanten der heimischen waffen die vornehmsten bündneroffiziere versammelt und warteten zu pferde um sich dem gefolge des herzogs anzuschließen und ihm das ehrengeleit bis zur grenze zu geben im gegensatz zu der gedrückten stimmung auf der andern seite der gasse unter den söhnen der themis herrschte hier unter den kindern des mars eine frische und beherzte der sie sich unbefangen überließen da sie sahen dass der bündnerische diktator zur verabschiedung seines opfers nicht erscheine jetzt erreichte herzog rohan den platz vor der freitreppe hultvoll hielt er seinen schlanken goldfuchs an denn er sah wie der amtsbürgermeister einen goldenen pokal erhob den eben ein ergrauter ratsherr an seiner seite aus einer silbernen kanne gefüllt hatte meyer trat entschlossen vor und bat den herzog in gerührten worten den seiner erlaucht von der stadt kur mit dankssagung und segenswunsch angebotenen abschiedstrunk nicht zu verschmähen während rohan sich die lippen netzte sammelte der bürgermeister seinen geist zu einer wohlgesetzten französischen rede auf die er sich sorgfältig vorbereitet hatte bürgermeister meyer war kein redner im rate und in der gemeinde war es ihm ein leichtes seine gedanken schlicht und zweckdienlich auszudrücken und zu einem bündigen schlusse zu gelangen aber es war ihm nicht gegeben zwiespältige gefühle und zweideutige gedanken unter zierlichen blumen der beretsamkeit zu verbergen er hatte damit begonnen des herzogs ruhmreiche tapferkeit und seine erhabene staatswennische weisheit zu preisen die beide zur bündens rettung wie zwei geflügelte genien herbei geeilt seien dann warf er einen blick in den abgrund aus welchem der herzog das bündnerische volk gezogen habe jetzt kam eine dunkle stelle in der von sich überstürzenden ereignissen seltsamen himmlischen konjunkturen und dem großen herzen ludwigs des dreizehnten die rede war hier wurde herr meyer warm übersprang unversehens die logischen hindernisse und behauptete gerührt die zurückgabe des feldlins an die bündner durch spanien österreich sei und bleibe das verdienst des herzogs rohan er sei nächstemgütigen gott ihr alleiniger helfer und retter gewesen des landes dankbarkeit gegen euch wäre nicht genugsam ausgedrückt edelster herr rief er aus wenn wir euch so viele ehrensäulen errichteten als bünden felsen und berge besitzt und wenn jede unserer berge eine statua wäre hier stockte der redner und erstarrte selbst zum steinbilde ein verspäteter reiter war durch die nebengasse herangeeilt und auf dem kleinen platze dem bürgermeister gegenüber mitten unter die bündneroffiziere hineingesprengt die obersten wichen auf ihren stampfenden tieren bestürzt nach beiden seiten zurück auf das kommen von georg jenatsch hatte keiner gerechnet und da war er auf seinem schäumenden rappen in der mitte des leeren raumes von allen gemieden zugleich bäumte sich das pferd des dicht hinter dem herzog haltenden leg der einen wütenden blick nach jenatsch hinüberschoß des herzogs augen ruhten mit höflicher aufmerksamkeit auf den bürgermeister aber diesem der den verrat befleckten befreier bündens als eine grelle und unschickliche verdeutlichen seiner rede gerade vor augen sah und dem die drohende haltung des herrn von leck nicht entgangen war entglitt der faden seiner rede seine angstvollen blicke begannen mehr als gewöhnlich zu schielen und er fuhr unsicher fort und wenn in bünden jeder berg eine statua und jede statua ein berg wäre lasst es gut sein lieber bürgermeister schnitt der herzog freundlich ab und sich auf die andere seite zu den bündneroffizieren wenden sagt er mit ruhigem befehl ich verzichte auf das geleit der herren es wird der schicklichkeit genüge geschehen wenn einer von ihnen unserem überschreiten der grenze beiwohnt ich bitte mir die gesellschaft des graventravers aus der stille junge mann mit dem braunen scharf geschnittenen kopfe lenkte sofort mit dankendem gruße sein tier zur linken des herzogs gott schütze euch und eure gute stadt werte herren rief dieser griff leicht an seinen hut und sprengte durch das tor in die lenzduftige landschaft hinaus der alte leg war auffallenderweise einer der letzten zurückgeblieben jetzt riß er sein pferd herum ritt georg jenatscheinige schritte entgegen zog ein piston und schrie ihn an so scheidet leg von einem verräter er drückte los der hahn schlug nieder ein pulverblitz flammte auf der zündpfanne doch der schuß versagte elftes kapitel während die ereignisse des frühjahrs die stadt chur das ganze land in aufgeregte spannung versetzten blieb lucretia planta von denselben scheinbar unberührt sie hauste allein auf ihrem festen sitze rietberg der an eine sonnige halde fernab von der heerstraße sich lehnend inmitten seiner blühenden wiesen und wohlgepflegten felder und baumgärten ein bild ländlichen friedens darstellte von ganzer seele fürchteten und hofften und freuten sich dagegen mit dem lande die frauen von katzis sie hatten als das aufgebot des jürgenatscher scholl zum sturm gegen die gottlosen franzosen alle klosterleute bis auf das letzte knechtlein gestellt als fröhliche geberinnen leerten sie ihren kleinen weinkeller um die vor die rheinschanze und wieder heimwärts ziehenden landstürmer zu tränken halbarde und morgenstern ruhten an den friedlichen kreuzen des nonnenkirchhofs alt und jung scharte sich längs der klostermauer und die frommen schwestern eilten leichtfüßig auf und nieder in kleinen hölzernen schalen ihren most und wein bis zur neige ausschenkend niemand aber ahnte in den durch den abzug der franzosen mit hellem jubel erfüllten domlöschg welchen anteil fräulein lucretia an den geheimen verhandlungen genommen die den handstreichen kur möglich gemacht hatten nicht einmal die frauen in katzis ob schon sie den verkehr mit dem fräulein nach dem wunsche ihres beichtigers immer eifriger und zutunlicher pflogen nicht dass bankratz den eigensüchtigen gedanken in ihnen genährt hätte die letzte der planta von riedberg unmitterruflich in den ring des klosters zu ziehen sie verkehrten mit lucretia der weisheit des paters vertrauen ohne sie mit fragen oder mit bitten zu bestürmen die auf ihre zukunft und die hoffnungen des klosters bezug hatten schon aus geselliger neigung und natürlicher gutherzigkeit das fräulein hätte sie gedauert wenn es von den merkwürdigen dingen die sich im lande zutrugen und die sie selbst auf den verschiedensten wegen erfuhren nicht ungesäumt unterrichtet worden wäre freilich wäre es der schwester perpetua gegen die natur gegangen sich nicht mindestens bei lucas über die letzte lange abwesenheit des fräuleins jenseits der berge einiges licht zu verschaffen hätte sie nicht aus der allerbesten quelle einen brief des paters bankratius selber schon im winter erfahren dass unangenehme erb und familienangelegenheiten über die man besser nicht mit ihr spreche die gegenwart lucretias in mailand notwendig machten lucretias fahrt nach mailand im vergangenen jahr war ihr schwer geworden aber sie hatte das von jenatsch ihr vorgehaltene ziel standhaft verfolgt und durch die festigkeit ihres willens auch erreicht nicht die mühsale des zweimaligen überschreitens der im winter gefährlichen bergpässe hatte ihren mut auf die größte probe gestellt diese schrecknisse hatte die kräftige frau geleitet von dem treuen wetterharten lucas und einem seiner berggewohnten söhne ohne zagen und ermüdung überwunden anders aber war es als sie von dem geschäftigen bankrats in mailand empfangen und bei serbelloni eingeführt sich dem klugen und zähen staatsmanne gegenüber befand und fühlte daß sie sich auf ein ihr fremdes gebiet verirrt in bisher noch nicht von ihr erwogene fragen sich verwickelt habe ihre stellung als bevollmächtigte des bünderischen kriegsobersten war eine höchst eigentümliche und mußte in den augen aller der verhältnisse unkundigen als eine zweideutige erscheinen serbelloni der sie kannte und wußte dass der mörder ihres vaters ein gegenstand des hasses für sie war verfiel nicht in diesen irrtum und fand es begreiflich dass sie die politischen ziele ihres vaters und ihres oheims mit aufbietung aller ihrer kräfte verfolge aber er geriet in einen anderen er glaubte sie sei von anfang an mit den umtrieben der bündner flüchtlinge von der spanischen partei vertraut gewesen und wollte mit ihr als mit einer in das ganze gewebe der sich kreuzenden interessen eingeweihten verkehren er brachte die unschuldige mit ihrem alles um sich her durch den haus seiner schlechtigkeit befleckenden und vergiftenden vetter in unverdiente beziehung politischen einverständnisses er verwirrte sie ohne sie verletzen zu wollen mit mitteilungen über den lohn und anspielungen auf die ehren welche er den in der angeklüpften intrige erfolgreich handelnden zudachte er wies auf die gletzenden aussichten hin die das gelingen vor ihnen öffnete und er ahnte nicht dass dabei eine steigende verachtung der niederen schliche und geheimen mittel der politik sich lucretias bemächtigte auch georg jenatsch erschien ihr in einem anderen lichte ihr vertrauen auf seine reine vaterlandsliebe wurde von dem allgemeinen ekel den sie empfand angefressen und ihr glaube an die einheit seines wesens erschüttert ohne dass sie augenblicklich sich ganz bewusst wurde wie durch diese zweifel ihr verhältnis zu ihnen sich innerlich trübe was sie aufrecht hielt war ihre treue zu sich selbst sie hatte versprochen von den ihr übergebenen fünf bedingungen in keiner weise abzuweichen und sich keinen punkt davon abmarkten zu lassen dabei blieb sie unerschütterlich das andenken ihres vaters verließ sie niemals sie stärkte sich in momenten der erschöpfung an seinem geistigen anblicke und je ausschließlicher sie in der erinnerung mit ihm verkehrte desto lebendiger war sie sich bewusst dass sie in seinem geiste handle wenn sie zum abschlusse des von jenatsch entworfenen vertrages mitwirke nachdem sie als williges und treues werkzeug ihre aufgabe erfüllt und mit den von spanien gewährten und unterzeichneten bedingungen das gebirge wieder überschritten hatte kehrte sie in die stille von riedberg zurück und wartete dort bis ihr die schriften die sie verwahrte durch die vermittlung des klosters katzis vermutete sie abverlangt würden so war der märz gekommen da erschien eines abends bei einbrechender nacht jenatsch selbst wieder auf riedberg ein brief des paters bankrats hatte ihm aus mailand gemeldet daß lucretia abgereist sei und die ihr gewährten spanischen vollmachten auf ihrem schlosse bewahre und hüte nun kam er um die von serbelloni unterzeichneten papiere aus ihrer hand zu empfangen als er eintrat pochte lucretias herz mit schweren schlägen aber vor jem schrecken mehr als vor freude noch einmal war eine verwandlung mit ihm vorgegangen was heute aus seinen augen blitzte war nicht mehr der jugendliche übermut von früher war nicht die vor keinem hindernisse zurückweichende sicherheit mit welcher er seit sie ihn wieder kannte ihr entgegengetreten es war etwas maßloses in seinem wesen eine gereizte gewaltsamkeit in seiner stimme und haltung als hätte eine übermenschliche kraftanstrengung ihn aus dem geleise und über die letzten seiner natur gesetzten marksteine hinausgeworfen eine wilde freude flammte über sein antlitz als er endlich die schriften hielt und durchflog er wollte in seinem triumphe die knie seiner botin umfassen aber lucretia trat stolz und zitternd zurück da streckte er die hand gen himmel und rief in herausforderndem jubel ich schwöre es lucretia wenn das gelingt soll mir fortan nichts unmöglich sein müßt ich auch das blut deines vaters durchschreiten müßt ich dem racheengel das schwert aus den händen reißen um dich zu besitzen du längst du immer begehrte lucretia fasste seine hand und trat mit ihm durch eine schmale pforte in einen gewölbten nebenraum ein enges gelass dessen rückwand durch einen ungebrauchten altertümlichen kamin ganz gefüllt und durch ein grob darauf gezeichnetes kreuz verunziert war auf riedberg wird keine hochzeit gefeiert sagte sie und flüchtete sich dann das antlitz mit den händen bedeckend in ihr innerstes gemach als wenige wochen später der verrat an herzog rohan und die befreiung bündens eine tatsache wurde von der das ganze land erscholl beschlich lucretia in ihrer einsamkeit das bange gefühl als sei sie durch ihre verborgene mithilfe mit georg jenatsch auf immer und ewig verbunden teilhaftig seiner rettenden tat teilhaftig auch seiner schuld unauflöslich war sie mit ihm vereinigt im augenblicke da ihr herz vor ihm zu erschrecken begann und sie um in ihrem gemüte eine schutzwehr gegen ihn aufzurichten sich täglich zurück rief dass die pflicht ihres lebens noch nicht erfüllt und der geist ihres vaters durch die ihm gebührende blutsühne noch nicht geehrt sei zu ende mai nach dem abzuge des herzogs aus bünden wurde lucretia durch einen flüchtigen besuch ihres verabschalten vetters beunruhigt er deutete ihr an er müsse schleunig nach mailand zurückkehren dort befinde sich jenatsch und vorhande persönlich mit serbeloni die letzten endgültigen bestimmungen über die stellung bündens zu spanien durch seinen charakterlosen parteiwechsel und seine trügerische beredsamkeit gewinne der oberst auf den gubernatore einen verhängnisvollen einfluß welcher die interessen der alten spanischen partei in bünden gefährde und ihn selbst der früchte seiner langjährigen treue an spanien beraube rudolf fügte bei es sei die höchste zeit daß er sein heimatsrecht und seine stellung im lande wiedergewinne das hoffe er bei den verhandlungen in mailand durchzusetzen er wäre der verwendung sabellonis zu seinen gunsten gewiß wenn ihm lucretia welcher der gubernatore von früher her huldvoll gewogen sei ihre hand reiche und er durch die verbindung mit ihr das berühmte geschlecht der plantazuridberg wieder emporbringe er wisse wohl meinte rudolf an welche bedingung lucretia ihr ja wort knüpfe an die vollziehung ihrer blutrache an jenatsch und diese bedingung werde er erfüllen was ihm jetzt leichter sei als früher daß sich die feinde des obersten aus den verschiedensten gründen gemehrt hätten und täglich sich mehrten zuerst aber müsse dieser den vertrag mit spanien endgültig abgeschlossen haben denn jenatsch allein sei es imstande so zog er über das gebirge der eindruck seiner gegenwart war für lucretia ein häßlicher und beunruhigender gewesen doch achtete sie rudolfs persönlichkeit so gering als daß seine pläne sie ernstlich erschreckt oder nur beschäftigt hätten das begegnis haftete nicht lange in ihrem gemüte denn ihre seele war von andern bangen zweifeln bewegt ende des elften kapitels zwölftes kapitel es war hochsommer und die mittagssonne brannte in den straßen von mailand im halbdunkel einer halle welche von den feinen wasserstrahlen eines marmorbeckens gekühlt wurde saßen sich zwei staatsmänner gegenüber die offenbar eine wichtige verhandlung führten eine von vier vergoldeten greifen getragene große mosaikplatte war überlegt mit protokollen und vertragsentwürfen in verschiedenen sprachen und formaten über diesen kühlen tisch darauf sie sich lehnten streckte bald der eine bald der andere die nachdruckgebende rechte aus in halblauter wechselrede vorsichtig einen standpunkt angreifend oder behauptend der eine in scharlach gekleidet und von gewaltigem wuchs hielt jetzt ein papier in der hand das er mit finsteren blicken durchflog und worauf über der kleineren schrift die es bedeckte mit großen verschnörkelten aus einer sorgfältigen kanzlei hervorgegangenen buchstaben brogetto osia idea geschrieben stand dieses projekt aber oder diese idee leuchtete dem lesenden nicht ein sondern erregte seinen unwillen denn zuweilen zuckte es wie schmerz und hohn durch seine züge und die kräftige mit großen siegelringen die geschmückte hand schien das papier zerknittern zu wollen doch las er es zu ende bevor er es mit kaum beherrschter ungeduld auf den tisch zurückwarf der andere ein hagerer vornehmer sechziger beobachtete ihn gelassen die haltung dieses edelmannes war aus italienischer urbanität und spanischer grandeza gemischt aber nicht zu gleichen teilen denn wenn der herzog serbelloni von seinem berühmten ahn dem feldherrn karls des fünften die imposante adlernase und die diplomatische geschicklichkeit ererbt hatte so war ihm dessen elastische italienische menschenbehandlung nicht zuteil geworden seine mutter die eine mendosa war hatte ihm mit ihrem blute neben dem rötlichen haar und der hellen hautfarbe einen zug von spanischer hochfahrt und unnahbarkeit gegeben den er zu verbergen wußte der aber insgeheim sein ganzes wesen durchdrang der herzog hielt es unter seiner würde und weisheit der erste zu sein das wort zu ergreifen und erwartete mit unbeweglichen zügen und geschlossenen augen eine äußerung des lesers über den empfangenen eindruck da dieser aber die arme über die brust verschränkte und schwieg so ließ er sich endlich vernehmen was dünkt eure gnade seor jenatsch georg jenatsch lachte bitter auf eure herrlichkeit sagte er hält mich für einen müßigen liebhaber der staatskunst sonst würde sie den ernst meiner fast so reife gedienten geschäfte nicht mit einem komischen intermetze unterbrechen der witz ist würdig eines grazios so üppige länder sollen wir vertauschen an ein paar verfallene rheinstädtchen wie laufenburg seckingen und andere die zwei tageritte und zwei fremde nachtlager von uns entfernt sind und die morgen ihre vermorschen tore öffnen wenn der herzog bernhard von weimar in seinem elsa seinen trompeter aufsitzen lässt und gegen sie ausschickt fürwahr ein scherz ohne salz den ich der hofkanzlei von wien kaum zutrauen kann ich bitte herrlichkeit kehren wir zu gesichtspunkten zurück die unserer würdig sind wenn auch der herzog den naiven oder doch für naive leute bestimmten vorschlag des hofes von wien nur angewendet und benutzt hätte um zeit zu gewinnen so fühlte er sich immerhin verletzt durch die rasche und rücksichtslose zurückweisung desselben aber seine empfindlichkeit fand kaum in einer etwas steiferen haltung ausdruck eure gnade sagte er hat es der eigenen hartnäckigkeit zuzuschreiben wenn die verhandlung stockt und nach neuen auskünften und abfindungen gesucht wird und die herren grisonen zufriedenzustellen wiederholte der bündner befremdet doch nicht anders als durch die volle zurückgabe unseres eigentums zufriedenzustellen betonte der herzog langsam auf billige weise meine durch die edle donna lucretia gestellte bedingung versetzte der bündner gereizt lautet auf völlige zurückgabe unserer länder auf die herstellung des status ante diese forderung versprach eure herrlichkeit zu befriedigen nicht wörtlich diese forderung sondern die herren grisonen überhaupt zu befriedigen versetzte der herzog mit würde george natsch warf einen prüfenden blick auf die kleine list ob sich darunter eine gefahr berge dann blitzte er den herzog mit ausgelassenen und mutwilligen augen an ein sinnvolles silbenstechen zu dem sich eure herrlichkeit herablässt sagte er heiter damals im drange der gefahr klügelte ich nicht über ein wort auf das ich wie die dinge liegen ja auch jetzt keinen wert setze größern dagegen weil wir es einmal mit der vieldeutlichkeit der worte zu tun haben lege ich auf einen anderen ausdruck der freilich auch nur aus silben und buchstaben besteht nicht ewiger friede zwischen spanien österreich und bünden soll über dem endgültigen dokumente das wir beraten stehen sondern wenn ich dabei etwas zu sagen habe vertrag oder bündnis friede ist ein schönes wort bemerkte der herzog mit heiliger miene zu schön für uns friedlose sterbliche erwiderte der bündner bitter dann fuhr er lächelnd fort schreibt doch der heilige augustinus wie eure herrlichkeit weiß der krieg sei nur der vorläufer oder die eingangshalle des friedens und jener diene nur dazu um zu diesem zu führen wie dem sei die beiden gottheiten sind allzu nahe verwandt als daß wir der einen gegen die andere trauen dürften also vertrag oder bündnis ein bescheidenes wort für eine irdische sache er setzte ernst werdend hinzu der gewissenskruppel eures gebieter der katholischen majestät der ihr wie mir eure herrlichkeit mitteilte verbot mit einer unkatholischen macht ein bündnis zu schließen ist jetzt ohnehin gehoben wie das fragte der herzog misstrauisch dieses mal kann bündnen als katholische macht gelten behauptete jenatsch kalt da die italienischen herrschaften mitgezählt die mehrzahl seiner bewohner und das unterhandeln des staats überhaupt selber diesen glauben bekennen eure gnade hat den schritt getan bemerkte serbelloni unangenehm berührt ich freue mich als guter christ unendlich darüber und beglückwünsche eure gnade aufs aufrichtigste und er warf ihm einen blick grenzenloser verachtung zu es mag euch hart angekommen sein jenatsch hatte ein leichtfertiges wort auf der zunge aber plötzlich wurde sein gesicht zorn dunkel und er rief trotzig leicht oder hart genug es ist getan seine heftigkeit schien ihm selbst aufzufallen er nahm sich zusammen und fuhr flüsternd fort ich vernehme daß die katholische majestät meiner sinnesänderung beifall sollt diesseits der pyrenäle aber hat mich dieser reue geschritt zu meinem freudigen erstaunen mit dem pater joseph ausgesöhnt er schrieb mir neulich neben anderer guten nachrichten sein gönner der kardinal richelieu findet den bericht des verzogs rohan über die märze ereignis jena in kur lückenhaft und wünsche eine vollständige darstellung derselben von meiner hand es entstand ein stillschweigen bei ruhiger betrachtung der dinge seignior sagte dann serbelloni der seiner schrecken mit bewunderungswürdiger kaltblütigkeit beherrschte und maßvoller beverteilung der dinge sind wir nicht so weit auseinander als es einem unkundigen scheinen möchte zwei punkte nur zwei punkte sind bestritten spanien verlangt wie ich eurer gnade eröffnet habe und sie nun selbst billigen wird für das faltelin unseren katholischen glauben als staatsreligion dies das wichtigere daneben während der dauer des krieges freien pass für die truppen der katholischen majestät über den stelvio was den größeren punkt betrifft erwiderte jena schon nicht zögern so bin ich der fanatiker meiner jungen jahre nicht mehr das faltlin bleibe katholisch da die größere ja die volle zahl seiner bewohner unseren glauben bekennt wir bündner beurlauben nach demselben grundsatz die kapuzider des unteren engadins wo neun reformierte gegen einen katholischen christen stehen gesteht herr ich bin willfährig und entgegenkommend haltet mir gegen recht verzichtet auf den pass und erreichte dem herzog eines der auf dem tische liegenden papiere zur unterzeichnung dieser aber weigerte sich mit einer bedauernden handbewegung noch nicht keine überstürzung spanien muss den pass besitzen ein unheimliches feuer fuhr aus den augen des bündners und es war als ob sich seine haare trotzig streuten über der eisernen stirne ich kann den pass nicht in eure hände geben rief er mit mühsam gemäßigter stimme will ich mein bünden in redlichem frieden halten zwischen frankreich und spanien ihr erstickt uns gebt raum dass wir atmen können zwischen zwei riesen die sich noch lange bekriegen werden der bündner warf seine gewaltigen arme wie ein schwimmer auseinander als machte er platz für die ströme seiner heimat der herzog fühlte sich von dieser alle form verletzenden gebärde peinlich berührt sie erinnerte ihn daran welcher mann vor ihm saß er dachte an das von ihm selbst begünstigte attentat des obersten gegen die freiheit des guten herzogs und er ärgerte sich zu dieser stunde dass dieser rohe emporkömmling an einem fürstlichen manne an einem seinesgleichen gewalt geübt habe er richtete sich in stolzer steifheit empor und lächelte will eure gnade mir die hand zwingen ich bin kein herzog grand und nicht in chur sind wir sondern in mailand das war ein unzeitiges wort der unvermutet ausgesprochene dem bündner einst zur teure name des von ihm verratenen verwundete ihn wie eine persönliche beleidigung oder es starrte ihn das medusenhaupt seiner unblutigen aber schlimmsten tat an er erbleichte und verlor die fassung der pass ist eine unmöglichkeit schrie er den herzog an macht ein ende und unterzeichnet sagte dieser kalt ich muß mich fragen wen ich vor mir habe eure gnade unterscheidet sich von ihren landleuten nicht zu ihrem vorteil ich habe oft mit bündnern auch von der protestantischen partei unterhandelt und erfand sie stets als weise mäßige tugendhafte männer die sich und die stellung ihres kleinen landes niemals misskannten wie eure gnade sich eben ausdrückte spricht nur ein welteroberer wie alexander oder ein rasender georg jenatsch war von seinem sitze aufgesprungen mit brennenden augen und geisterhaft verfärbten haupte stand er vor dem herzog wen eure herrlichkeit vor sich hat keinen weißen tugendhaften mann nein wahrhaftig nicht sondern einen menschen der sein vaterland ganz und völlig retten wird koste es was es wolle das ist mein schicksal und ich will es erfüllen hört mich herzog als ich bünden hierher kommend verließ strömte im dorfe splügen das volk zusammen und flehte mich unter tränen an ihm den frieden heim zu bringen und mich jammerte des volkes wie geschrieben steht da kam ein alter prädikant mit langem weißem haar und barrte her gewankt er glich meinem vaterherzog und warnte mich mit beweglichen worten vor der spanischen hinterlist ich aber erhob mich in den bügeln reckte vor allem volke die drei eidfinger aus und schwur daß es durch das gebirge tönte ich rette bünden so wahr mir gott helfe und müßte ich spanien und frankreich wie zwei rüden aneinander hetzen bis sie sich zerfleischt haben und herrlichkeit sagte er sich besinnend so werde ich tun wenn er nicht heute nicht in dieser stunde meinen vertrag unterzeichnet und wieder erhob jenatsch die drei schwurfinger so war diese hand rief er und sein dämon trieb ihn den pompeius planta erschlagen und dieser mund den guten herzog betrogen hat serbellone betrachtete den maßlosen aufmerksam dieser ausbruch ungezähmter wildheit hätte den bündner in seinen augen auf die stufe eines ungefürchteten hinunter gesetzt wenn ihm georgien hat im laufe der unterhandlung nicht tägliche proben seines durchdringenden verstandes und einer wildgewachsenen aber der seinigen mindestens ebenwürdigen staatskunst gegeben hätte so erregte diese überreizte tatkraft er seine besorgnis und im interesse seiner eigenen stellung fing er an zu wünschen diesen auf eine gefährliche weise außerhalb aller regeln fechtenden ohne schaden loszuwerden inzwischen hatte sich jenatsch wieder völlig gefasst und der herzog sah einen krieger und staatsmann sich gegenüber setzen der seine scharfe und besonnene rede an ihn richtete der oberst suchte serbellone zu überzeugen und überzeugte ihn auch wirklich dass ein erneutes bündnis mit dem getäuschten frankreich durchaus nicht zu den unmöglichkeiten gehöre sondern trotz seiner abenteuerlichkeit in der lage der dinge begründet wäre die französische eminenz ist ein großer geist sagte er und wird was sie persönliches gegen mich hat um der dinge willen verwinden sie wird mir bereitwillig den rücken decken wenn ich mein bünden wieder in dem französischen interessenkreis ziehe andererseits soll es an mir nicht fehlen die festungen des feldlins sind schon in meiner hand in wenigen tagen ist unser ganzes noch nicht abgerüstetes heer und ich lasse die stets bereitwilligen feldliner ihren bündnerischen patronen schwören ohne mich um irgendeinen einspruch so viel zu kümmern und er blies leicht über die fläche seiner hand hin gerade jetzt fuhr er fort da die launische bellona auf dem deutschen kriegstheater spanien österreich wieder spröder sich ja zeigt müßte diese rasche wendung der bündner dinge die interessen der katholischen majestät empfindlich schädigen bedenkt ob der unwiederbringlich versäumte augenblick der unterzeichnung meines vertrages nicht auch die persönliche beziehung eurer herrlichkeit zum hofe von madrid einigermaßen erkälten könnte ohne vergleichung es ist euch bekannt wie gänzlich der edle herzog roan durch seine unkenntnis unserer bündnerischen art und natur seinen staatsmännischen ruhm zerstört hat das darf euch nicht begegnen für mich lasst euch nicht bangen ich würde mich bei der katholischen majestät zu rechtfertigen wissen und dieselbe von dem notwendigen verlauf der dinge unterrichten lassen der oberst neigte sich geheimnisvoll gegen den gubernatore und flüsterte etwas von einem durch seine bekehrung ihm geöffneten geistlichen weg und zugange zum ohre der majestät von spanien serbelloni sah sich im netze es wuchs in ihm ein tödlicher haß gegen den tollkühnen und hinterlistigen den er am liebsten gleich hier in mailand aufgehoben und vernichtet hätte es lag in seiner macht aber seine klugheit und sein stolz verbot ihm diesen mißbrauch derselben ihm geziemte den völkerrechtlich unverletzlichen gesandten ungefährdet heimziehen zu lassen mit ununterschriebenem vertrag nein er traute es diesem menschen zu daß er seine drohung verwirkliche und in diesem falle stand ihm selbst die königliche ungnade in sicherer aussicht was aber seine tatkraft dem bündner gegenüber am meisten lähmte war der geistliche einfluß den der niederträchtige durch seinen übertritt auf die gottesfürchtige seele philipps iv gewonnen zu haben schien denn dieser entzog sich jeder berechnung beruhigt euch senior sagte er majestätisch eure gnade hat sich unnötig erhitzt und ist der ermüdung einer eingehenden umständlichen staatsverhandlung ungewohnt bedient euch mit einer limonade wir werden überlegen wir werden eine ruhige stunde erwarten der bündner hatte den vertrag wie er in seinem sinne und von seinem schreiber verfasst war wieder zwischen den papieren die den tischbedeckten hervorgezogen und legte ihm den herzog zum andern nahe vor alles heutige sagte er ging ja nur von dem leichtfertigen vorschlage österreichs aus und war nur ein übungsspiel und turnier der geisteskräfte über die tatsachen hinwegfahrend ohne sie zu ändern lasst uns herrlichkeit diese selbst ohne flitter und zutaten auge fassen so liegen sie und diese lösung verlangen sie macht ein gutes ende bat jenatsch herzlich und ich werde eure große und weise politik zu rühmen wissen sei es daß der herzog dieser schmeichelei recht geben sei es daß er den anblick eines menschen der ihm gedroht hatte nicht länger ertragen wollte er langte während er mit hochgezogenen brauen die punkte des vertrags noch einmal langsam durchging mechanisch nach der feder griff sie tunkte sie ein und überreichte sie mit einer liebenswürdigen verbeugung und einem anfluge seiner alten unwiderstehlichkeit dem spanischen staatsmanne als die unterzeichnung vollzogen war wandte sich der herzog zu den bündnerischen bevollmächtigten und ersuchte denselben ihm wenigstens noch ein paar tage zu schenken um die bei einem vertragsabschluss üblichen gaben und knagenketten in empfang zu nehmen dann geleitete er ihn bis an die schwelle des gemachs mit langsamen schritten zurückkommend blieb er in der mitte der halle stehen dieser mensch ist mir zu nahe getreten sprach er zu sich er darf nicht leben bleiben ende des zwölften kapitels dreizehntes kapitel der wald rötete sich an den halden und die gelehrten fruchtbäume verstreuten leise ihre goldenen blätter als in den letzten sonnigen tagen der hart entbehrte beichtiger der frauen von katzis nach langem fernsein aus mailand wieder ins tom lesch zurückkehrte pater pankratz hatte die herstellung seines klosters in almens für die er sich bei den vertragsverhandlungen in mailand verwendete nicht erlangt aber er brachte andere wundersame und hocherfreuliche nachrichten schon am abende nach seiner ankunft begab er sich nach rietberg und begehrte eine unterredung mit dem fräulein dem er mit freude glänzenden augen erzählte seine exzellenz der herr general genatsch der frühere todfeind ihrer gut katholischen familie sei vor einem monate nachdem er die generalbeichte seiner sünden abgelegt und vollständige absolution erhalten in den mütterlichen schoß der alleinseligmachenden kirche zurückgekehrt bei diesem berichte schaute er das fräulein triumphierend an erschien ihr schicksal mit diesem erfreulichen ereignisse in zusammenhang zu bringen und anzunehmen mit allen übrigen freveln und sünden sei durch diesen großen akt der buße auch der tod ihres vaters vom gewissen des mörders abgewaschen und vor gott und menschen gesühmt sie aber erbleichte und als er einer antwort der schweigenden mit schlauen erwartungsvollen blicken entgegensah sagte sie endlich sich fassend das ist ein so unerhörtes wunder der göttlichen gnade dass ich ihr dafür nur auf eine weise meinen dank zu bezeugen weiß wenn ich bei den frauen in katzis den schleier nehme eine antwort welche die lang geschulte menschenkenntnis des paters zu schanden machte er hatte es sich leichter gedacht das wie er wohl wußte seit jahren an die natsch hangende gemüt lucretias von einer alten rache pflicht zu befreien die dem praktischen manne wenn er sie auch nicht gerade verwarf und der ehrwürdigen landessitte gemäß achtete doch besonders in diesem falle mit der christlichen liebe und weltlichen klugheit unvereinbar erschien lucretia war über die mitteilung des paters erschrocken dass es jenatsch mit der abschwörung seines protestantischen glaubens ein ernst sei das wußte sie war unmöglich es kam mir vor als habe er damit seine erste innerste überzeugung verleugnet als sei er sich nun ganz untreu geworden und habe sein selbst vernichtet und was hatte ihn dazu vermocht konnte er diese unlautere tat mit seiner liebe zu bünden entschuldigen und wie seine untreue an herzog rohan als eine notwendigkeit seines schicksals darstellen was immer ihn dazu getrieben es konnten nur rücksichten und berechnungen sein denen der jürg von ehedem unzugänglich gewesen wäre immerhin war eine schranke zwischen ihm und ihr deren sich ihr schwaches herz zuletzt noch getröstet hatte damit gefallen hoher schnee bedeckte das stille tal und lastete auf dach und turm des schlosses rietberg da verlautete gegen ende jänner der feste friede mit spanien österreich der bündens alte grenzen und freiheiten herstelle sei endlich abgeschlossen dank der alles berechnenden klugheit und eisernen beharrlichkeit des größten mannes den jedes land besessen jürgenatsch habe das bündnis im spätsommer mit dem herzog serbelloni in mailand beraten und die ratifikation der höfe von wien und madrid sei zögernd aber noch vor jahresende dort eingetroffen es wurde bekannt gemacht bündens gesandter werde in den nächsten wochen in kur einziehen und das mit den bändern und riegeln vorsichtiger klauseln gegen die die anfechtung gewahrte und mit den kaiserlichen und königlichen unterschriften und sigillen bekräftigte dokument in feierlicher sitzung den räten von bünden überreichen in den ersten tagen des februar war tauwetter eingetreten der föhn brauste durch die schluchten der viamala und stöhnte und pfiff um die alten mauern von rietberg die luft war lau als wollte der frühling vorzeitig ins land brechen aber schwer drohende wolken bedeckten den himmel und unheimlich klang in der nacht das rieseln des schmelzenden schnees und das brausen der übermächtigen durch das sternlose dunkel eilenden bäche lucretia stand am fenster und ihr blick bemühte sich die nebel zu durchdringen die längst erfalten des heinzenberges krochen und über das jenseitige rheinufer und die heerstraße wie graue schleier herabhingen es bewegte sich darin ein langer unterbrochener zug und ferner verwirrter lärm drang in einzelnen tönen zu ihr herüber sprengende reitergruppen ließen sich erraten und leises schellengeklingel der lasttiere wurden vom winde herübergeweht das konnte nur der als überbringer der friedensurkunde nach kur ziehende jenatsch sein doch immer und immer bewegte es sich von neuem in den nebeln und jetzt schien ein teil des zurückgebliebenen trosses da wo die straße nach rietberg sich abzweigt vom zuge sich zu trennen und die richtung nach dem schlosse einzuschlagen sollte er es wagen lucretia auf seinen triumphzug der welt zum schauspiel abholen sie mitführen zu wollen als seine schwierigste beute doch nein er war voraus sie hatte durch eine lücke der nebelwolken seinen glänzend geschirrten rappen vorüberblitzen sehen und ihr war vorgekommen das tanzen des pferdes und eine handbewegung des reiters könnte einen gruß für sie bedeuten der nebelstaub verwandelte sich unterdessen in regen die pferde auf der rietberger straße aber tauchten jetzt bei einer wendung ganz nahe zwischen den feuchten wiesen auf es war des fräuleins vetter rudolf diesmal mit einem für seine bedrängten umstände zahlreichen geleite berittener knechte der sein gastrecht im festen hause seines oheims geltend machte die meisten seiner leute zeigten ein verdächtiges und unsauberes aussehen er mochte sie nach ihrer statur und bewaffnung zu urteilen in den nach süden abfallenden tälern graubündens geworben haben nur einen in der rotte sicherlich nicht es war ein wahrer riese derb von gliedern und rot von gesichtsfarbe indem lucretia einen wegen seiner sprichwörtlichen körperstärke weithin gefürchteten raufbold den wirtssohn von splügen erkannte er hatte sich gegen den regen eine bärenhaut wie einen haubenmantel übergehängt und blickte unter der schnauze und den ohren des erlegten ungetüms wie ein tierischer waldmensch hervor lucretia ließ das wilde gesinde daß seine ankunft mit musketenschüssen kundtat durch ihren kastellan in einem nebengebäude unterbringen und bewirten den unwillkommenen vetter empfing sie erst am abend tische an welchem ihre dienerschaft teilzunehmen pflegte und lucas das amt des hausmeisters versah nachdem die tischgenossen sich entfernt hatten begehrte rudolf eine unterredung mit seiner base und blieb ungebeten im gemache zurück wo lucas auf einen wink des fräuleins das abräumen des tafelgerätes nur langsam und zögernd besorgte die gegenwart des alten knechtes hielt ihn nicht ab vor sie hinzutreten und ihr mit leiser stimme drohungen zuzuflüstern er warf ihr ins gesicht daß er wohl wisse wer für den neuen des botenbündens der morgen in kur seinen prunkenden einzug halten werde in mailands die ersten botendienste getan der verschwender ist mir mit seinem fürstlichen gefolge und seinen kostbaren berber hengsten über den ganzen berg auf den fersen gewesen sagte er neidisch entsplügen musste ich ihn die straße freigeben wenn ich nicht immerfort seine knaben hinter mir über die armut des planta wollte spotten hören lucretia gab den zweck ihrer reise nach mailand ruhig und stolz zu da warf der freche jede scheu von sich und bezichtigte sie vertraulicher abhängigkeit von dem obersten es ist zeit mit ihm ein ende zu machen schrie er ihr zu an betrogenen und beschimpften die wie ich nach diesem gemeinsamen blute dürsten ist heute überfluss seiner feinde sind in spanien so viel wie in frankreich du aber lucretia hast die heilige pflicht der rache schmählich vergessen und bist deines vaters ganz unwürdig geworden weg mit ihm lieber heute als morgen der mörder des pompeius planta soll sich der gunst seiner tochter nicht berühmen mir fällt es zu die ehre des hauses wieder herzustellen sobald der verräter auf dem rücken liegt werde ich dich als mein weib heim führen ich lasse die güter der planta nicht von unberechtigten händeln verzetteln das fräulein antwortete nicht aber lucas dem das herz vor ingrimm schwoll als er seine herrin so unwürdig behandelt sah trat die fäuste ballend neben sie aufrecht und bleich mit geschlossenen lippen stand lucretia vor ihrem beleidiger o wie gut weißt du daß jedes deiner worte eine lüge ist strömte sie endlich aus gepreßtem herzen und verließ das gemach sie die tür ihres turmzimmers hinter sich verschloß hatte sie ein knechtlein nach katzis hinüber geschickt um den pater pancraz auf den riedberg zu holen aber der pater war nach almenz berufen worden und es war nicht denkbar dass man ihn von dort in der schlimmen sturm nacht zurückkehren ließ er werde morgen in der frühe hinüber kommen ließ schwester perpetua berichten jetzt war lucretia allein sie trat ans fenster und schaute in das nächtliche land hinaus der sturm schwieg aber kein stern stand am himmel schwere niedere dunstgebilde verdeckten den mond und ließen kaum auf ihren zerrissenen säumen einen schwachen widerschein seines lichtes ahnen überall schwarze drückende massen des gebirgs und der wolken mitternacht ging vorüber und immer noch saß lucretia am turnfenster und hörte ratlos und ohne klare gedanken dem dumpfen rauschen des rheines zu wie ein riesenhaftes dunkles unheil stand vor ihr was aus ihrem leben geworden aber das leid um ihren vater eine vertrauerte jugend ihre jetzige verlassenheit und die schrecken der zukunft sanken ihnen ein unbestimmtes dumpfes schmerzgefühl zurück aus dem ein einziger stärker und stärker ertönender vorwurf emporstieg und ihr ans herz griff sie war ihres vaters nicht würdig sie hatte ihre rache versäumt konnte sie nicht jetzt noch von dieser last sich befreien nicht jetzt noch einem feigling das recht nehmen sie im einklange mit ihrem eigenen herzen einer leichtfertig vergessenen kindespflicht anzuklagen nein sie war zu schwach dazu nein sie wollte nicht stark genug sein ihr allein gehörte das recht der rache und sie ühte es nicht aus aber sie erwebte vor zorn als sie sich möglich dachte dass es ein anderer ihr entreißen könnte freilich dass rudolf dies gelinge das war ihr auch jetzt dass sie ihn im höchsten widerwärtigsten wutaufwande seiner feigen natur gesehen durchaus unglaublich wie sollte diese fipper ihren stolzen adler erreichen aber sie erschrak vor dem zwiespalte ihrer eigenen seele vor ihrer ohnmacht die alte rache zu hegen und vor ihrer verzehrenden eifersucht auf jeden der in ihr amt eintreten konnte so beschloss sie ein ende zu machen und der welt abzusagen jenseits der klosterschwelle war sie sicher sie verzichtete ja dort auf all ihren besitz opferte ihre stolze immer bekämpfte liebe verzichtete auf die lange wie ein heiligtum bewahrte rache jenseits der klosterschwelle konnte weder jürgs frevelhafte werbung noch rudolfs eklereigennutz sie mehr erreichen im schlosse war es ruhig geworden in den dörfern brannte kein licht nur von katzis drang ein matter schimmer über den rhein er kam aus der klosterkirche wo die schwestern schon frühmette sangen dort war ihre friedensstadt offen und sie zögerte nicht länger an der pforte sie goß öl in ihre lampe die er löschen wollte und begann ihre papiere zu ordnen sie stellte über alle ihre güter schenkungsurkunden aus zugunsten der schwestern in katzis und gedachte in ihrem gemache eingeschlossen zu bleiben bis zur ankunft des paters pankrats nachdem alles vollendet war legte sie sich angekleidet noch kurze zeit zur ruhe gegen morgen erhob sich der fön von neu mit heulender wut wie er nach der oft wiederholten erzählung des alten knechtes in jener nacht getobt als ihr vater erschlagen wurde sie fiel in einen unruhigen schlummer aus welchem sie von den geräuschen des stromes geweckt immer wieder empor fuhr ein traum führte sie in die todesstunde ihres vaters sie sah ihn groß und blutig lager hingestreckt und jammernd wollte sie sich über ihn werfen aber die leiche verschwand sie stand allein und hielt das gerötete beil in der hand während sie die rosse der mörder mit stampfenden hufen enteilen hörte ein neuer windstoß rüttelte am turme und ließ die fensterscheiben des gemaches in ihrer bleifassung erklirren lucretia erwachte im hofe hörte sie pferdegetrappel und das knarren des sich öffnenden tors sie eilte ans fenster und sah in der stürmischen morgendämmerung zwei pferde wegtraben das eine war der schimmel ihres vetters erstaunt ließ sie lucas rufen er war nicht mehr auf dem schlosse sondern mit herrn rudolf nach kur verritten dessen gefolge wie er gesagt wurde befehl erhalten hatte später aufzubrechen um zur mittagszeit mit dem herrn in der schenke zum staubigen hüttelein bei kur zusammen zu treffen dass der treue lucas nach dem auftritte von gestern mit rudolf planta weggeritten dass er sie ohne urlaub verlassen was er noch nie getan das war lucretia unbegreiflich und erfüllte sie mit schlimmen ahnungen sie betrat die kammer des alten und öffnete eine hölzerne truhe worin er mit eigensinniger verehrung das beil aufbewahrte das ihren vater erschlagen hatte und das sie zum schmerzlichen ärger des greisen knechtes nie hatte sehen wollen die truhe war leer lucretia ableichte die mit dem blute ihres vaters benetzte waffe also war ihr entrissen die ihr allein zustehende rache sollte heute schon von den händen eines feiglings oder von denen ihres knechts vollzogen werden das blut der planta stürzte ihr wild zum herzen und empörte sich gegen solchen unwürdigen eingriff die entsagung der verwichenen nacht entschwand ihrem gemüte heute war sie noch die herrin auf riedberg heute war sie noch die erbin ihres vaters und waltete zum letzten male ihres amts was morgen komme war ja gleichgültig lag doch wie ein stiller friedhof das kloster katzis dort über dem rhein noch warf sie einen blick hinaus in die trübe sturmgepeitschte gegend ob der pater nicht komme sie wollte ihm die von ihr in der nacht geschriebenen und besiegelten dokumente übergeben aber stunden verstrichen und er kam nicht das gefolge rudolfs war seinem herrn nachgeeilt jetzt ließ auch sie satteln und ritt nach chur von ihrem jüngsten knechte dem sohne des alten lukas begleitet sie wollte zu georg ihn warnen und retten oder ihn mit reinen gerechten händen töten jörg ist mein sagte sie zu ihrem herzen erst gegen mittag klopfte der verspätete pater ans tor und hörte mit schrecken von dem erscheinen rudolfs und daß das fräulein in der frühe nach chur verreist sei eine vertraute magd hatte den auftrag den kapuziner in das turmzimmer zu führen wo die herrin zu schreiben pflegte dort fand er die schenkungsurkunden in vollständiger ordnung und die schriftliche erklärung daß lucretia planta der welt entsage und im kloster katzis den schleier nehme nachdenklich und traurig stand der mönch vor diesen zeugen eines schweren schmerzlich vollendeten seelenkampfes die entscheidung freute ihn weniger als es von einem echten sohne des heiligen franziskus zu erwarten gewesen wäre auch beunruhigte ihn lucretias ritt nach chur er wußte daß sein beichtkind in schwierigen lagen die kleinen hilfsmittel und auswege weltlicher klugheit nicht fand daß lucretias gefühle mit unzerstörbarer liebe im einmal ergriffenen wurzelten daß ihre gedanken mit erschreckender gewalt in der einmal betretenen bahn fortstürzten es war ihm oft aufgefallen daß ihr nahe lag und sie natürlich fand was andern als gefahrvoll und unerhört erschien und daß sie es in aller einfachheit tat er horchte die dienstleute über die vorfälle der vergangenen nacht aus und ihm wurde immer bänger er steckte die urkunden sorgfältig zu sich bestieg sein eselchen und ritt trotz wind und wetter ohne aufenthalt gen kur wo er lucretia bei der greisen gräfin travers zu finden hoffte fest entschlossen wenn so oder so ein unheil geschehen sei das fräulein nach katzis in sicherheit zu bringen ende des dreizehnten kapitels elfter und letzter teil von jürgenatsch von konrad ferdinand meyer diese librivox aufnahme ist in der public domain drittes buch vierzehntes und fünfzehntes kapitel zu derselben stunde saß in seinem hause zu chur der ritter doktor fortunatus sprecher mit einem geehrten gaste an der festlich besetzten mittagstafel die erwärmte stimmung der tischgesellschaft und der solide reichtum des gemaches stand in behaglichem widersprüche mit dem unwetter draußen auf der gasse wo der rauschende orkan den schmelzenden schnee von den dächern warf und mit ohnmächtiger wut an den vergoldeten eisengittern rüttelte die in unten weit ausgebauchter korbform die breiten fenster von hellem glase schützten der mit silber und venezianischen kirchen besetzte tisch nahm die mitte des zimmers ein der größte ebenso reiche als heimatlich behagliche schmuck dieser schönen familienstube war ihr kunstreich geschnitztes nussbaumgetäfel das durch zierliche korinthische holzsaunen in zwölf mit trophäen gefüllte felder geteilt war das oberste gesimse wurde von den kariatiden in halber figur getragen zwischen welchen ein ringsherumlaufender holzfries die verschiedenen szenen einer jagd mit schützen hunden und zum teil fabelhaftem getier in erhabener arbeit darstellte auf welches werk der doktor mit recht besonders stolz war die stelle des deckengemäldes vertrat das kühn geschnitzte wappen der sprecher von berneck die ecke des zimmers füllte stattlich und kranzgekrönt das warme gebäude des kachelofens ein großartiger und zugleich kurzweiliger anblick denn da entfaltete sich zwischen zartgefärbten engeln und fruchtschnüren in mehreren bildereihen die ganze geschichte des erdvaters abraham die biblischen szenen waren in violetten gelben und blauen umrissen und schattierungen mit großem fleiß auf die weißen kacheln gemalt und durch darunter gesetzte geistreiche reim sprüche erklärt und nutzbar gemacht der tischgenossen waren jetzt nur noch drei die jüngeren kinder des hauses welche das untere ende der tafel eingenommen und in bescheidener stille ihr essen stehend verzehrt hatten waren beurlaubt worden an dem ehrenplatze zwischen dem hausherrn und seinem blonden töchterlein saß als gefeierter gast der herr amtsbürgermeister heinrich wasser heute am tage der öffentlichen überreichung der friedensakte wozu ihn seine den drei bünden immer besonders gewogene vaterstadt die republik zürich abgeordnet hatte befand er sich in voller amtstracht und im schmucke seiner bürgermeisterlichen kette die höchste würde des staates war ihm um seiner besonnenen leistungen und mit berechneter bescheidenheit nur nach und nach ans licht gestellten verdienste willen ungewöhnlich früh und neidlos zuteil geworden denn er stand frisch und lebenslustig erst am eingange der vierziger jahre ein hauch von jugendlichkeit schwebte auf seinen vom gastmale geröteten zügen deren frühere bewegliche feinheit sich zum behäbigen ausdrucke einer wohlwollenden aber ans schlaue streifenden klugheit ausgeprägt hatte heute sah er bewegt aus besonders wenn er mit seiner nachbarin sprach deren worten und minen er eine prüfende liebevolle aufmerksamkeit schenkte ihr kindliches köpfchen das auf einem lichten halse über dem blauen tuch kleide und den von ihrer mutter geerbten holländer spitzen des durchsichtigen flügelkragens schwebte hatte für ihn etwas äußerst anziehendes die weiche rundung des hellen gesichtes der damit übereinstimmende sanfte glanz ihrer unter langen blonden wimpern und angenehm gelockten haaren hervorleuchtenden augen machten einen eindruck von befriedigter ruhe welche herrn wasser an die silberne luna erinnerte wie sie sich in den klaren wassern des zöchersee spiegelt immer sehnlicher wünschte er dieses anmutige gestirn möchte glückbringend an seinem abendhimmel aufgehen obgleich des doktors lebensauffassung infolge seines galligen temperamentes im ganzen eine trübe war sah er dem unter seinen augen sich vorbereitenden häuslichen ereignisse nicht ohne väterliche befriedigung entgegen aber seine gedanken waren zerstreut herr wasser hatte ihm in allem vertrauen vor der mittagstafel eine kunde mitgeteilt mit welcher er fräulein amantia nicht vorzeitig nicht heute betrüben wollte die kunde von dem tode des herzogs rohan ein deutsches flugplatz das denselben mit rührenden worten beschrieb war nach zürich gelangt und wasser hatte es für seinen geschichtskundigen freund mitgebracht überdies beschäftigte diesen der jeden augenblick erwartete einzug des triumphators in chur dessen persönlichkeit ihm von jeher fremdartig und widerwärtig gewesen und dem er am wenigsten verzeihen konnte dass er das sprechersche haus eine festung der ehre wie der doktor früher mit stolz zu sagen gewohnt war durch verrat befleckt hatte doch sonderbar was der bürgermeister dem fräulein in dieser stunde festlichen zusammenseins noch verschweigen wollte schien einen magnetischen zug auf dessen ahnungsvolles gemüt auszuüben wenigstens kam amantia heute in gedanken und worten von dem guten herzog henrich rohan nicht weg und konnte bei diesem anlasse nicht umhin auch seines tapferen adjutanten mit interesse sich zu erinnern herr wasser ließ für seinen mitbürger keine übertriebene vorliebe blicken der bravour und dem aufgeweckten gebildeten geiste wertmüllers widerfuhr von seinem wunde gerechtigkeit aber er schüttelte bedenklich den kopf über des lokotenenten schneidiges und den widerspruch absichtlich reizendes wesen womit er seine landsleute beunruhige und sich eine unangenehme berühmtheit in seiner vaterstadt zugezogen habe so selten er in zürich verweile sei es ihm gelungen durch seine ausfälle gegen eine hohe geistlichkeit abscheu durch sein hochmütiges geringschätzen der in ihrer art interessanten städtischen angelegenheiten allgemeine mißbilligung und durch allerlei physikalischen hokus pokus der ihn dem freilich törichten verdachte der zauberei aussetze bei dem gemeinen manne unheimliche furcht zu erregen so habe er sich in zürich den weg verrammelt und das zutrauen einer löblichen bürgerschaft in alle zukunft verscherzt welches doch neben einem reinen gewissen die lebensluft des echten republikaners sei das schlimmste aber an dem jungen manne schloß der mehr als billig erregte bürgermeister ist ein mangel an aller und jeder pietät denn ich bitte euch innig verehrte dürfte ich sagen innig geliebte jungversprecherin was ist alles wissen und können der welt ohne die grundlage eines religiösen gemüts was mir den lokotenenten wert machte sagte fräulein amantia fast beschämt war seine treue an dem edlen herzog rohan da hat er sich als echten kavalier gezeigt neben dem verräter georg jenatsch der mir trotz seines gewinnenden wesens immer wie ein böser geist vorkam wenn er über unsere treppen zum herzog hinauf sprang ein schwer zu beurteilender charakter sagte der zürcherische bürgermeister indem er in einen traurig ernsten ton übergehend sich an herrn fortunatus wandte in einem stücke wenigstens überragt georg jenatsch unsere größten zeitgenossen in seiner übermächtigen vaterlandsliebe wie ich ihn kenne so strömt sie ihm wie das blut durch die adern sie ist der einzige überall passende schlüssel zu seinem vielgestaltigen wesen ich muss zugeben er hat ihr mehr geopfert als ein aufrechtes gewissen verantworten kann aber fuhr er zögernd und mit gedämpfter stimme fort ist es nicht ein glück für uns ehrenhafte staatsleute wenn zum heile des vaterlandes notwendige taten die von reinen händen nicht vollbracht werden können von solchen gesetzlosen kraftmenschen übernommen werden die dann der allmächtige gott in seiner gerechtigkeit richten mag denn auch sie sind seine werkzeuge wie geschrieben steht er lenkt die herzen der menschen wie wasserbäche das ist ein seltsam gefährlicher satz rief herr fortunatus entrüstet den ich erstaunt bin unter den betrachtungen und maximen eurer gestrengen zu finden damit ist man auf geradem wege die schlimmsten verbrechen zu rechtfertigen bedenkt wie leicht solch ein gesetz und gewissenloser mensch einmal in seine unberechenbare bahn geschleudert und von seinen leidenschaften wie von einem orkan getrieben sein eigen gelungen werk zerstört wisst ihr wohin es schon mit jürgenatsch gekommen ist ich erfahre aus zuverlässigen quellen dass er bei den verhandlungen in mailand dem an seinen vorschlägen mäkelnden herzog serbelloni wie ein rasender gedroht hat er rufe die franzosen wieder nach bünden wenn spanien nicht seinen willen tue ja daß er um den beichtvater seiner hispanischen majestät zu gewinnen denn er wollte einen andern einfluß gegen den serbellonis zu madrid in die waagschale werfen seinen angestammten evangelischen glauben freventlich abgeschworen hat das sei gott vor sagte der bürgermeister aufrichtig erschrocken und was fängt unser kleines land mit diesem jetzt müßig gewordenen und an taten noch ungesättigten menschen an fuhr sprecher fort der unseren engen verhältnissen entwachsen und von seinen beispiellosen erfolgen trunken ist bis zum wahnsinn in den pausen seiner unterhandlungen zu mailand hatte er in unserer grafschaft gerwinna wo er sich von den drei bünden zum lohne seines verrats an herzog heinrich die ganze zivil und militärgewalt unumschränkt übertragen ließ gewirtschaftet wie ein ausschweifender nero und einen mehr als fürstlichen hofhalt geführt ich könnte euch manches davon erzählen denn ich verzeichne seine taten allwöchentlich mit dem scharfen griffel der clio dessen spitze ich übrigens zu niemandes gunsten abstumpfen würde nicht einmal zugunsten eines sohnes oder schwiegersohnes schloss herr fortunatus mit trübem lächeln gott genade uns welch ein unwetter rief fräulein amantia unter diesem schreckensruf ein zartes erröten verbergend und wirklich hatte sich der sturm draußen verdoppelt und seine stöße welche die gitterverzierungen am fenster wegzureißen drohten ließen das feste haus erbeben und die gläser auf der tafel leise klingen es öffnete sich die tür eine erschrockene magd erschien und berichtete der alte glockenturm zu st luci sei nachdem man ihn einige male habe schwanken sehen in dem unwetter krachend zusammengestürzt gerade als der oberst jenatsch mit seinem gefolge durch das tor eingeritten das ist nicht ohne bedeutung sagte ernst herr fortunatus während die männer ans fenster traten wir wissen aus tito livio und haben auch hier die erfahrung öfter gemacht dass die natur mit der geschichte in geheimem zusammenhang steht große begebenheiten vorausfühlt und mit ihren schrecknissen ankündigt und begleitet unter andern umständen hätte wohl der bürgermeister diese abergläubische bemerkung mit einem feinen lächeln beantwortet diesmal aber konnte er sich eines peinlichen eindrucks nicht erwehren das zusammenstürzen des lucienturmes erinnerte ihn an die dem feldliner mord vorhergehenden tage seines aufenthaltes in berben an die damaligen zeichen und wunder und an den blutigen tod der schönen lucia der sturm schien sich ausgetobt zu haben aber die luft war feucht und schwer und dunkle wolken hingen tief herab die gasse hatte sich mit geringem volke von zerzaustem und verstörtem aussehen gefüllt jetzt sprengte ein reiter um die ecke in juwelen glänzender roter tracht und wehendem mantel den hut mit flatternden federn fest in die stirn gedrückt es war jürgenatsch der seinen unruhigen rappen hart vor dem sprecherschen hause bändigte und sich nach seinem ehrengeleite umsah das vom sturme aufgehalten eine straßenlänge hinter dem voranjagenden zurückgeblieben war waser konnte seinen blick von der erscheinung des jugendfreundes nicht verwenden er hing wie gebannt an dem starren ausdrucke des metallbraunen angesichts auf den großen zügen lag gleichgültiger trotz der nach himmel und hölle nach tod und gericht nichts mehr fragte das auge blickte fremd über den erreichten triumph hinweg welches unbekannte ziel ergreifend und wieder tauchte dem bürgermeister eine alte erinnerung auf der brand von berben er sah jürg die schöne leiche in den armen mit jenem aus glut und kälte gemischten ausdrucken den er nie hatte vergessen können wie kommt es fragte er sich dass jürg heute auf dem gipfel des ruhmes gerade so dreinschaut wie damals in der tiefe des elends seht einmal flüsterte sprecher durch die gleichgültige haltung die sie nicht beachtenden reiters gereizt der abtrünnige trägt die ordenskette sankt jakobi von kompostela wasser antwortete nicht denn ihm zu häupten ertönte eine seltenheit zu anfang des frühjahrs dumpfes donnerrollen und jäzerriss ein falberblitz die niederhängenden wolken das strahl des gerichts murmelte sprecher erbleichend auch wasser glaubte feuer vom himmel habe den trotzigen getroffen aber als seine geblendeten augen wieder aufblickten saß jenatsch unbewegt auf dem sich bäumenden stampfenden rappen er zwang sein tier mit fester hand er allein schien blitz und donner nicht bemerkt zu haben wasser verweilte nicht mehr lange es drängte ihn jörg aufzusuchen um den peinigenden eindruck den dieser aus der ferne auf ihn gemacht durch ein paar freundschaftliche worte von mund zu munde zu brechen dies gedachte er noch vor der feierlichen ratssitzung tutun sprechers stimmung gegen jenatsch konnte war seine befürchtung in bünden eine verbreitete sein ich will ihn beschwören sagte sich wasser dass er sich bescheide und nachdem er das friedensdokument dem rate übergeben und so den höhepunkt seiner ruhmvollen bahn erreicht hat sich eine weile zurückziehe um den neid der götter und der menschen nicht zu reizen er möge wollte wasser ihm andeuten seine kriegerische laufbahn im auslande fortsetzen oder den versuch machen ob es ihm gelinge durch begründung eines häuslichen herdes auf seinen gütern in der fuß eine unruhige seele auf stillere wege zu führen von herrn fortunatus unter die hauspforte geleitet hatte sich wasser bei diesem erkundigt wo jenatsch absteige und der ritter im bitteren tone geantwortet wie könnt ihr fragen verehrter freund natürlich im bischöflichen hof als der bürgermeister von einem diener geleitet durch die hallenden gänge der bischöflichen residenz schritt tönte ihm durch eine tür zur rechten die wohlbekannte stimme seines freundes in heftiger erregung entgegen sie war im zwiegespräch um nicht zu sagen im wortwechsel mit einer andern etwas fetten und schwerfälligen er wurde von dem bischöflichen kammer diener in ein gegenüberliegendes zimmer geführt und dieser ging ihn anzumelden die fernen stimmen wurden unhörbar kurz darauf aber wurde eine tür im gange aufgerissen es war jenatsch der urlaub nahm macht euch keine rechnung darauf gnaden hörte wasser ihn auf dem gange draußen mit heiserer fast schreiender stimme zurückreden daraus wird nichts ich will keine hergestellten klöster im lande ich dulde keine geistlichen übergriffe an diesem ehrentage herr oberst beruhigte man von innen mit salbungsvollem tone will ich euch mit unseren bescheidenen wünschen nicht belästigen bin ich doch gewiss dass unsere kleinen meinungsverschiedenheiten sich mit der zeit von selbst ausgleichen werden jetzt da ihr im glauben wieder geboren und aus einem saulus ein paulus geworden seid die zimmertür flog auf und jürg schritt seinem jugendfreund mit ausgebreiteten armen entgegen er faßte ihn an beiden schultern auch einer der sein ziel erreicht hat sagte er mit dem alten fröhlichen lachen ich gratuliere herr bürgermeister es ist mir eine besondere freude erwiderte wasser dass ich kaum mit meiner neuen würde bekleidet von meinem gnädigen herrn zu deinem triumph nach kur abgeordnet bin du hast ich muß es dir sagen das unerhörte getan und das unmögliche erreicht wenn du wüßtest heini um welchen preis und mit welchen verrenkungen meines wesens noch in den letzten augenblicken wollten sie meine heimat um das von mir erraffte betrügen da habe ich die letzte karte ausgespielt eine schmutzige karte poh aber ich drängte vorwärts vorwärts damit der fieberschauer meines lebens nicht ohne frucht bleibe nicht umsonst sei nun bin ich am ziele gern möcht ich sagen ich bin müde wäre nicht ein dämon in mich gefahren der mich vorwärts ins unbekannte ins leere peitscht mit jenem letzten unsauberen mittel sagte wasser bang und nur an einem gedanken haftend meinst du doch nicht den abfall von unserem helvetische formierten glauben zum papismus das wird nicht kann nicht sein und ist es rief der andere mit frevler heiterkeit so hab ich eine fratze gegen eine fratze getauscht du hast in zürich gottesgeladheit studiert sagte wasser erschüttert wandte sich ab bedeckte das angesicht mit beiden händen schwere tränen ranne durch seine finger da schlug jenatsch den arm um ihn und sagte in seinem zornmütigen humor flähne mir nicht wie ein weib bürgermeister was ist denn da besonderes da hab ich ganz andere dinge auf meinem soliden gewissen dann plötzlich den ton wechselnd fragte er dringend was habt ihr denn in zürich für bericht von der bei rheinfelden von herzog bernhardt den kaiserlichen gelieferten schlacht ich weiß noch nichts näheres fügte er bei in thusis hieß es rohan sei leicht verwundet wasser versetzte mit unsicherer stimme sein zustand war gefährlicher als man anfangs glaubte hier hielt er inne heraus mit der sprache heinrich riech jenatsch rau er ist gestorben und es ging wie ein grauer todesschatten über sein antlitz in diesem augenblick ertönte herrn wasser sehr unwillkommen der noch gerne seinen freund gewarnt und sein eigenes gemüt in ruhigem gespräch mit ihm erleichtert hätte die glocke welche die beiden auf das rathaus rief jenatsch ergriff die rolle welche bündensrettung enthielt hob sie gegen waser empor und rief teuer erkauft ende des vierzehnten kapitels fünfzehntes und letztes kapitel auf dem rathause zu kur wurden nach dem schlusse der feierlichen sitzung in welcher george natsch das friedensdokument überreicht hatte vorbereitungen zu einem glänzenden feste getroffen mit dem ihn die stadt am abende desselben tages ehren wollte es war fast nachtszeit und die kurerinnen freuten sich auf den fröhlichen anlass der winter war den durch die geselligkeit der frühen jahre verwöhnten allzu still und ernsthaft vergangen sie hatten die erfindungsreiche galanterie der französischen edelleute vermisst die allwöchentlich aus der nahen rheinfestung nach kur zu eilen pflegten heute sollte das versäumte nachgeholt werden die väter der stadt hatten sich nicht geweigert die weite bequeme halle wo sie zur sommerzeit das heil des landes berieten dem wirbel den reigen und der maskenfreiheit aufzutun und in den beiden zur rechten und zur linken auf diesen saal sich öffnenden sitzungszimmern die schenktische rüssen zu lassen das eine dieser neben gemächer vor dessen eingang die schmale vom hausflur auf den weiten saal führende wendeltreppe ausmündete war die kammer der justitia deren aus holz geschnitztes bunt bemaltes bildnis auf einem fantastischen sitze von hirschgeweihen thronend an drei ketten von der decke herunterhing unter dem bilde stand ein hoher holzbock und auf diesem da beleibte festwirt der das mächtige geweih geschäftig mit wachskerzen besteckte während seine hände sich beeilten ging auch seine zunge nicht müßig sie ließ gewichtige worte fallen in einen kreis junger leute welche das seidene geschlitzte festwamms mit dem breit ausgelegten spitzenkragen das reich bebänderte beinkleid und die vorwegensten schuh rosetten zur schau trugen dabei schon den becher handhabten um wie sie sagten die festweine zu prüfen und die aussprüche des ritzeiligen lustig auffingen ihn zu immer neuen mitteilungen ermuntert also vater v schlachte ein flotter geselle ihr seid es der das genie des obersten aus den windeln gewickelt hat wodurch ihr ich will nicht sagen die kleine aber die verborgene ursache großer dinge geworden seid gesteht habt ihr ihm auch seinen plan eingehaucht der eines niccolo machiavelli würdig ist warum aber habt ihr nicht die hauptrolle selbst darin übernommen dass es probat sei frankreich gegen hispanien und hispanien gegen frankreich zu hetzen versetzte der kleine eine kerze in der hand von seiner höhe herunter und dann den kopf leise aus der schlinge zu ziehen das mag ich jürg in vertraulichen stunden wohl angedeutet haben zur zeit als wir in der schönen stadt venetia zusammentrafen selbst aber das geschäft übernehmen konnte ich nicht wenn ich nicht dem herben weine meiner denkungsart einen unechten beisatz geben und meine demokratische vergangenheit beschämen wollte nie sah bündeln einen ehrenvolleren tag als jenen großen da ich die französische unbassad über die grenze wies und fausch machte eine gebieterische gebärde mit seiner wachskerze bekannt bekannt wie die schöpfungsgeschichte soll es aus allen ecken etwas anderes vater lorenz erzählt uns lieber wie ihr ein hartgesottener ketzer kellermeister bei seiner bischöflichen gnaden geworden seid gern meine herren versetzte fausch es ist in unseren zeiten eine lehrreiche geschichte als seine gnaden für ihren weltberühmten bischöflichen keller einen mann nach ihrem herzen ausgerüstet mit den erforderlichen kenntnissen und tugenden suchten schrieben sie mir nach venedig an meiner ihnen wohlbekannten person sei nur eines das ich störe die verschiedenheit des glaubens sie meinten ihr malanzer würde ihnen nicht schmecken wenn ihr kellermeister und mund schenkt die bestimmte aussicht hätte der einst in der flamme ewigen durst zu leiden und drangen heftig in mich zum besten ihres kellers und meiner seele die protestantischen ketzereien abzutun lorenz fausch aber meine herren blieb fest und gelangte doch ans ziel die unterhandlung schloß damit daß gnaden einsahen ein apostat wäre nicht der mann ihnen reinen wein einzuschenken verstummte denn eben war ein junges ratsglied zu der gruppe getreten und erzählte mit lebhaftigkeit wie stolz der oberst dem bürgermeister meyer die urkunde überreicht und in wie wohlgesetzten worten das zürcherische standes haupt den glückwunsch seiner vaterstadt zu bündens glorreicher und wunderbarer wiederherstellung vorgebracht habe der heini wasser hat gleichfalls mit mir auf derselben schulbank geschwitzt rief meister lorenz von seinem holzbock herunter auch ein fifikus aber mit unserem jenazio verglichen ein ingenium zweiten ranges wenn mein jürg mir nur nicht hoffertig wird ich will heute abend die maskenfreiheit nützen um ihm sein erstes geringes kleid dem pfarrrock und die unterste staffel seines ruhmes die arme kanzel in heilsame erinnerung zu bringen gebt mir auf den spaß wohl acht ihr herrn schleiche als küster hinter ihm her und spreche ihn um den liedervers zu seiner predigt an unterdessen hatten sich alle lichter entzündet und der saal begann sich zu füllen in den nischen der breiten fenster flüsterten junge damen und verzeichneten auf ihren fächern die tänze welche sie den vor ihnen stehenden kavalieren versprochen allmählich erschienen auch die standespersonen voran der amtsbürgermeister meyer mit seiner vornehm blickenden gemahlin welche den runden hals und die vollen arme mit perlenschnüren umwunden in einem golddurchwirkten schleppkleide neben dem stattlichsten der gatten einherschritt bald nach ihnen betrat den saal der ritter doktor den alles sich wunderte hier zu erblicken auch sein antlitz trüb und unfestlich der allen rauschenden vergnügungen abholde doktor hatte wohl sich heute gewalt angetan um seines zürcherischen freundes und gastes willen den er auch damit ehrte daß er ihn durch sein liebliches töchterlein aufführen ließ die sprecherin sah in ihrem weißen seitenkleide und dem vorn von einer blume aus edelgestein zusammengehaltenen florwölklein um nacken und schultern an der hand des ehren und tugendfesten bürgermeisters glücklich und verschämt aus fast wie eine züchtige braut während herr wasser sie unter ihre freundinnen führte welche den treppenaufgaben der kammer der justitia gegenüber am anderen ende des saales jugendliche gruppen bildeten klangen die stufen von männertritten und jenatsch betrat mit einem zahlreichen gefolge seiner offiziere die tanzhalle sein gewaltiger körperbau und sein feuriges antlitz machten ihn noch immer zum mächtigsten und schönsten unter allen noch stand er von vielen seiten begrüßt neben dem bürgermeister meyer und seiner gemahlin in der mitte des saales als zu nicht geringem schrecken dieser magistratsperson der doktorsprecher mit einer toten gräbermine sich unfern von ihnen unter den kronleuchter stellte und mit einer bewegung der rechten schweigen verlangend also zu reden anhub manche von euch fragen mich werte mitbürger was diese trauer meines angesichts bedeute die ich vergeblich um des heutigen ehrenfestes willen unter der maske der heiterkeit zu verbergen trachte wollet es mir verzeihen wenn ich ein großes leid das mir widerfahren ist nicht länger verheimliche weil ich überzeugt bin dass es in vollstem maße auch das eurige ist und und wollet es den boten nicht entgelten lassen der eure freude in trauer verwandeln muß unser hoher gönner und treuester freund der herzog heinrich rouen hat das zeitliche gesegnet hier wanderte sprechers blick durch die erst lautlos schweigende und jetzt bei seinem letzten worte bestürzte gesellschaft ein flugblatt mit dem berichte seines endes ist eben in meine hände gekommen wollt ihr die traurige zeitung anhören fragte er ein bedrucktes papier aus der brusttasche ziehend leset leset tönte es von allen seiten sprecher trocknete sich die augen und begann allen evangelischen herren städten und landschaften deutscher nation geschieht hiermit kunde das herzog bernhard von weimar bei schloss und stadt reinfelden eine glänzende viktoria über die kaiserlichen erfochten hat in dieser feldschlacht die zwei tage dauerte wurde der in der tracht eines gemeinen reiters in unsern reihen mitfechtende herzog heinz rouen von dem feinde nach tapferer gegenwehr und erlitterner verwundung zum gefangenen gemacht am zweiten tage aber bei erneuertem angriffe von dem hauptmann rudolf wertmüller und seinem reiter fähnlein mit fürtrefflicher tapferkeit herausgehauen und im triumphe ins lager zurückgeführt herzog bernhard ließ ihn in sein zelt bringen allwo die wunde untersucht und ungefährlich der edle herr aber sehr schwach befunden wurde der bernhard wich nicht von seiner seiten und fünften tage danach als es mit herzog heinz zum sterben gehen sollte verlangte er nach einem geistlichen deutschen lied wer solche im heer sonderlich gern hatte singen hören da versammelten sich wohl hundert mann aus dem lager reiter und fußvolk alle wohlgeübt und erfahren in dieser fröhlichen kunst vor dem gezelt des herzogs und sangen ihm ein neugeistlich lied das unlängst in das lager gekommen war und bald große gunst gefunden hatte nach dem gesetzlein wohl dir du kind der treue du hast und trägst davon mit ruhm und dank geschreie den sieg und ehrenkron tat sich sachte das gezelt auf und man winkete dass der herr selig verschieden sei als die ärzte ihn öffneten um ihn einzubalsamieren fanden sie das herz von kümmernis gänzlich zerstöret so fuhr dahin in ehren der edle herzog heinz aus weltschland wenn einst wie wir alle unverrückt hoffen das deutsche reich erneuert wird in evangelischer freiheit und großer gloria so wird man auch dieses gottesfürchtigen weltschen herzogs gedenken die weil er glaubenshalber aus seinem vaterlande gewichen und nachdem er sich seiner hohen ehren demütiglich abgetan im evangelischen deutschen heere einen frommen reiterstod gestorben ist tiefe bewegung hatte sich der ganzen versammlung bemächtigt es bildeten sich leise redende gruppen wie damals da der herzog am tore von kur abschied nahm stand jenatsch eine weile allein mit verfinstertem antlitz da trat der bürgermeister meyer auf ihn zu und redete ihn herzlich und ehrerbietig an wir kurer glauben eurer genehmigung gewiss zu sein herr oberst wenn wir euch vorschlagen das euch gebotenen dank und ehrenfest auf einen späteren tag zu verlegen habt ihr doch selbst besser als jeder andere das unserem lande wohlgewogene gemüt des guten herzogs gekannt und müßte es euch doch selber schmerzen wenn wir seinen tod bei fackelschein und reigentanz mit hartem herzen zu feiernden anschein hätten der oberst schwieg und ließ seine dunklen blicke verächtlich über die undankbare menge schweifen die über einen verschollenen und toten die gegenwart ihres retters vergaß an dem oberen ende des saales wurden die lichter schon ausgelöscht und die geschmückten frauen ließen sich von ihren kavalieren zur treppe geleiten der sprecher hatte einer der ersten das rathaus verlassen besorglich legte sich eine hand auf den arm des obersten und als er verstimmt sich umwandte sah er in das fragende gesicht des zürcherischen bürgermeisters der die in tränen aufgelöste amantia wegführte ich muss mit dir reden heute noch jörg bleibst du hier flüsterte wasser und als jenatsch ihm zunickte so komm ich wieder jetzt reckte sich der oberst zu seiner ganzen höhe empor und sagte das haupt trotzig zurückwerfend zu dem noch seiner antwort harrenden meier doch so dass seine bebende stimme durch den ganzen saal klang ich will mein fest bürgermeister geht oder bleibt nach eurem belieben verwirrung füllte den saal unheimliche dämmerung hatte sich zu verbreiten begonnen und ihren schutz die meisten angesehenen kurer und fast alle frauen sich unbemerkt entfernt hatten doch auf des obersten herrisches wort entzündeten sich die lichter von neuem und beleuchteten den beginnenden reigen aber die gäste waren andere geworden und die feier schien sich in eine wilde lustbarkeit verwandeln zu wollen bevor wasser die treppe erreichte war sein auge an einer großen frauengestalt in dunkler venezianischer trachthaften geblieben die dem strome der forteilenden den stufen zudrängenden kurerinnen allein entgegenschritt es war etwas in der eigentümlichen haltung dieses edel geformten hauptes in der traurigen glut dieser durch die samtene halbmaske blickenden suchenden augen das ihn seltsam schaurig berührte er sah ihr nach wie sie das gewühl der tanzenden meidend die kammer der justitia betrat diese hohe reiche gestalt kannte er nicht aber sie musste auch jenatsch aufgefallen sein denn der oberst richtete sogleich seinen gang nach derselben schwelle ob er sie überschritt das sah wasser nicht mehr das gedränge auf der treppe wurde jetzt so groß dass der bürgermeister seiner ganzen würde und vorsicht bedurfte um die verwirrte amantia ungefährdet durch den engpass zu bringen es war ein toller maskenzug der die treppe hinaufstürmte wilde gesellen unter der führung einer kolossalen bärin der ein großes schild mit den wappen der drei bünde an einer kette um den zottigen hals hing sobald wasser die heimgeleitete amantia einer alten dienerin übergeben hatte eilte er wieder nach dem rathause zurück ohne nach den doktor zu fragen dem er es nicht leicht verzieh daß er das unschuldige flugblatt in so feindseliger und hinterlistiger weise zur beleidigung des obersten ausgebeutet hatte schon von fern sah er vor dem staatsgebäude ein unsicher beleuchtetes verworrenes gewühl und es ward ihm schwer bis zur hauspforte vorzudringen die gleichen masken denen er vor einer halben stunde auf der treppe begegnet war entstürzten jetzt dem hausflur in wilder hast inmitten des an die dreißig vermummte zählenden haufens glaubte er plötzlich im scheine einer sprühenden fackel die ungeheure bärin zu erblicken die zerzaust und blutig mit einer über die schultern gelegten puppe oder leiche davonschritt wasser hatte die türe erreicht er warf einen blick auf die wendeltreppe sie füllte sich eben wieder mit taumelnden gästen die wirr durcheinander schrien und hastig davon eilten oben verstummte mit abgerissenen tönen die musik jetzt gewahrte wasser hart neben sich einen untersetzten franziskanermönch dessen von der kapuze beschattetes augenpaar erforschend auf sich gerichtet fühlte eine maske war das nicht der mönch warf seine regentriefende kapuze zurück und wasser erkannte das nüchterne geisteskräftige gesicht des paters pankrats und seine klugblitzenden augen die beiden männer schüttelten sich die hände tun wir uns zusammen herr bürgermeister sagte der pater leis aber eindringlich welt und kirche ehrenkette und kuttenstrick im bunde werden durch den tollsten spuk dringen ich lese auf eurem gesicht daß ihr wie ich in sorge seid um den obersten etwas ist druben vorgefallen was sie dort fortschleppen ich habe das niederhangende hauptschaf angesehen war der tote oder ohnmächtige rudolf planta um den ists kein schade und an der faßnacht sind blutige köpfe nichts besonderes aber gut ists doch wenn wir hinaufkommen bei diesen worten schob er den bürgermeister in eine gesicherte ecke und stellte sich vor ihn denn ein paar trunkene offiziere stürzten sich eben mit den degen fuchtelnd in die menge hinunter der pater verschwieg seine hauptsorge lucretia er war durch das unwetter verspätet vor einer stunde erst in kur angelangt hatte die alte gräfin travers die hinfällig wie sich war sich frühzeitig zur ruhe gelegt hatte zwar nicht gesehen aber von der dienerschaft erfahren das fräulein sei noch vormittag angelangt habe ihrer muhme gesellschaft geleistet und sich dann wie sie zuweilen zu tun pflegte in ein für ihren besuch immer bereit gehaltenes gemacht zurückgezogen um sich umzukleiden erst vor kurzem habe sie in ein weites übergewand gehüllt das haus wieder verlassen ihr knecht der sohn des riedberger kastellans sei ihr auf diesem gange mit der fackel vorangeschritten wohin sie sich habe geleiten lassen wußte niemand zu sagen pankratius hatte aus den berichten der dienstleute zur riedberg verdacht geschöpft der junge planta den er für einen feigling hielt möchte in bünden beherztere genossen gefunden haben er fürchtete der neid der mächtigen familien die georg jenatsch beleidigt hatte könnte durch seinen letzten größten erfolg aufgestachelt in mörderische gewalttat ausbrechen damit musste lucretias verschwinden zusammenhangen denn bei ihrer gemütsart zweifelte er nicht dass sie als mitschuldige oder als warnerin in das unheil verflochten sei dieses aber schwebte über dem haupte des obersten als die eine oder die andere war sie in seine nähe gebannt und ereilte sie dort zu suchen und lucretia war es gewesen deren ernste feierliche gestalt dem zürcherischen bürgermeister in der verwirrung des aufbruches im saale begegnet und deren schritten jenatsch mit aufglühender freude in die kammer der justitia gefolgt war willkommen lucretia rief georg der sich nach ihm umwendenden entgegen ich danke dir daß du an meinem feste nicht fehlst du bringst mir die freude die welt ist mir schaal geworden ihre beuten und ehren sind mir ein ekel gib mir meine junge frische seele wieder sie ging mir längst verloren sie blieb bei dir gib sie mir mit deinem treuen herzen du hast sie darin aufbewahrt er umfasste sie mit beiden armen und drückte ihr haupt dem die maske entfiel an seine brust hüte dich hüte dich jörg flüsterte sie seiner umschlingung widerstrebend und erhob zu ihm augen voll unendlicher angst und liebe er missverstand sie ich weiß es schon rief er auf riedberg wird keine hochzeit gefeiert kehre niemals dorthin zurück du bleibst bei mir auf ewig wir verreiten noch heute nacht nach der fuß jetzt aber zum reigen im saale erklang eine rauschende wilde tanzweise jenatsch löste seinen degengurt warf die waffe auf einen sitz und umfasste lucretia fester ihre augen hafteten starr an der tür wo hereinblickend verlarvte gestalten sich drängten sie hatte die scharfe widrige stimme rudolfs vernommen jetzt stellte sich eine kleine ungestalt im langen schwarzen rocke eines küsters mit lächerlichen bücklingen vor den obersten die schiefertafel in der einen ein stück kreide in der anderen hand fragte sie näselnd welchen psalm oder liedervers beliebende herr pfarrer von scharans heute vor der predigt singen zu lassen jenatsch erkannte sogleich das große haupt und die kurzen ehrlichen finger des kellermeisters fausch du bist zu fett für eine kirchenmaus rief er ihm zu doch mein verslein sollst du haben selig lebt und freudig stirbt wen die lieb umfangen das laß mir singen der kellermeister warf einen listig beobachtenden blick auf die sich umschlungen haltenden und drückte seine dicke person als wollte er sie von seiner gegenwart befreien so rasch er konnte durch die masken an der türe in den saal hinaus wo die paare vom rasen der geigen und pauken fortgerissen immer schneller vorüberwirbelten fausch hatte nicht bemerkt wie ängstlich lucretia bestreht war ihm jenatsch mit sich fortziehend auf dem fuße zu folgen schon war es zu spät das zimmer füllte sich mit einem wilden maskenhaufen und es war eine unmöglichkeit geworden den umdrängten ausgang zu gewinnen auch dachte jenatsch nicht mehr daran er war versunken in die wunderbare wie von zerstörenden inneren flammen beleuchtete schönheit seiner braut und führte sie dem maskenspiel in der mitte des gemaches raumgebend in eine fensternische doch das den zug an führende bären ungeheuer mit dem wappen der drei bünde auf der brust schritt schwerfällig auf ihn zu streckte ihm auf den leib rückend die rechte tatze aus und begann mit brummender stimme ich bin die res publica der drei bünde und begehre mit meinem helden ein tänzlein zu tun das darf ich nicht ausschlagen obgleich ich meine dame ungern lasse erwiderte jenatsch und reichte der bärin den fuß wie zum tanzehebend bereitwillig die rechte diese aber schlug die beiden tatzen um die gebotene hand und packte sie mit eiserner mannesgewalt zugleich zog sich der larvenkreis eng um den festgehaltenen zusammen und überall wurden waffen bloß lucretia drängte sich fest an die linke seite des umstellten wie um ihn zu decken sie hatte ihm keine waffe zu bieten wieder traf die stimme rudolfs ihr ohr dies lucretia für die ehre da planta flüsterte er dicht hinter ihr und sie sah mit halbgewandtem auge wie seine feine spanische klinge vorsichtig eine gefährliche stelle zwischen den schulterblättern georg suchte sie hatte sich von jenatsch vorwärts ziehen lassen denn dieser streckte sich den ihn umschließenden kreis seiner mörder mitreißend nach dem nahen kredenztische aus und erreichte dort mit der freien linken einen schweren ehernen leuchter dessen gewichtigen fuß er gegen seine angreifer schwang die von vorn fallenden hiebe parierend da schmetterte ein axtschlag neben ihr nieder sie erblickte ihren treuen lukas ohne maske und barhaupt der von hinten vordringend ein altes beil zum zweiten mal auf rudolfs bleiches haupt fallen ließ und ihn anschrie weg schurke das ist nicht eines amtes dann warf er den sterbenden auf die seite drückte lucretia weg und stand mit erhobener axt vor jenatsch der starke der schon aus vielen wunden blutete schlug mit wuchtiger faust seinen leuchter blindlings auf das graue haupt lautlos sank der alte knecht auf lucretias füße sie neigte sich zu ihm nieder und ergab ihr mit brechendem blicke das blutige bein in die hand es war die axt die einst den herrn pompeius erschlagen hatte in verzweiflung richtete sie sich auf sah jürg schwanken von gedungenen mördern umstellt von meuchlerischen waffen umzuckt und verwundet rings und rettungslos umstellt und jetzt in traumhaftem entschlusse hob sie mit beiden händen die ihr vererbte waffe und traf mit ganzer kraft das teure haut jürgs arme sanken er blickte die hoch vor ihm stehende mit voller liebe an ein düsterer triumph flog über seine züge dann stürzte er schwer zusammen als lucretia ihrer sinne wieder mächtig wurde kniete sie neben der leiche das haupt des erschlagenen lag in ihrem schoß das gemach war leer um die über ihr schwebende gestalt der justitia waren die lichter heruntergebrannt und das wachs fiel ihr in glühenden tropfen auf hals und stirn neben ihr stand bankrat und legte die hand auf ihre schulter während unter der türe fauschtem bürgermeister wasser das ereignis jammernd erzählte willig wie ein kind folgte sie dem mönch der sie von der unglücksstätte wegführte wasser aber übernahm die leichenwache nicht lange blieb er allein als das erste entsetzen vorüber war und die verwirrung der gemüter sich löste kamen die häupter der stadt eines nach dem andern in die totenkammer und klagten um bündens größten mann seinen befreier und wiederhersteller sie verzichteten darauf die urheber seines todes die ihnen als die werkzeuge eines notwendigen schicksals erschienen vor gericht zu ziehen keine neue parteiung und rache sollte aus seinem blute entstehen er hätte es selbst nicht gewollt aber sie beschlossen ihn mit ungewöhnlichen seinen verdiensten um das land angemessenen ehren zu bestatten end des romans 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 end des romans